ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz Der Senat und das Haus der Repräsentanten der Vereinigten Staaten beschließen 1. Der Landstrich in den Territorien Montana und Wyoming liegend, nahe dem Ursprunge des Yellowstone River, ist hierdurch von jeder Besitznahme, Besiedelung und jedem Verkauf unter den Gesetzen der Vereinigten Staaten ausgenommen und soll als ein öffentlicher Park oder Lustplatz zum Wohle und Vergnügen des Volkes betrachtet werden. 2. Der Park soll unter die ausschließliche Kontrolle des Sekundärs des Innern gestellt werden, dessen Aufgabe es sein wird, sobald als tunlich solche Vorschriften und Anordnungen zu erlassen, als er zur Pflege und Erhaltung desselben vernünftig erachtet. Als mir die Bekanntmachung dieses Gesetzes in die Hände kam, freute ich mich herzlich über die Hochherzigkeit, mit welcher der Vereinigte Staatenkongreß durch diese Beschlussfassung dem Volke ein Geschenk erhielt, welches zu kostbar war, als dass man es hätte gestatten können, dass die Spekulation und Gewinnsucht sich seiner bemächtige. Tausende werden diese Bekanntmachung gelesen haben, ohne zu ahnen, was ihnen damit geboten wurde. Viele, sehr viele werden vielleicht gelächelt haben, dass die Regierung der Vereinigten Staaten einen 9.500 Quadratkilometer großen Park eine im wilden, unzugänglichen Felsengebirge liegende Landesfläche als Lust- und Erholungsplatz der Untertanen reserviert. Die Zukunft aber wird beweisen und hat schon bewiesen, dass diese ganz ohne Beispiel dastehende Handlung einer der dankeswertesten Vorgänge ist, den Millionen seiner Zeit noch segnen werden. Dieser Park ist nämlich ein Stück Wunderland, wie es auf Erden wohl kaum zum zweiten Mal gefunden werden dürfte. Die ersten märchenhaften Nachrichten von demselben erhielt General Warren im Jahre 1856. Er fühlte sich durch dieselben veranlasst, eine Expedition dahin auszurüsten, welche aber nicht so glücklich war, ihr Ziel zu erreichen. Erst zehn Jahre später gelang es anderen, den Schleier teilweise zu lüften und die Welt eine reiche, nie geahnte Fölle der großartigsten Naturwunde ahnen zu lassen. Im Sommer des Jahres 1871 drang Professor Haydn erfolgreich vor und seine Berichte, so sachlich und nüchtern sie auch gehalten waren, begeisterten den Kongreß zu dem Entschlusse, jenes außerordentliche Land nicht dem gemeinen Schacher in die Hände zu liefern. Jenseits der weiten westlichen Prärien, fern noch hinter dem Höhenzuge der Black Hills, ragen die gigantischen Mauern des Felsengebirges zum Himmel empor. Man möchte sagen, hier habe nicht die Hand, sondern die Faust des Schöpfers gewaltet. Wo sind die Zyklopen, die solche Basteien zu Türmen vermögen? Wo sind die Titanen, die solche Lasten bis über die Wolken treiben könnten? Wo ist der Meister, der jene Firnen mit ewigem Schnee und Eise krönte? Hier hat der Schöpfer ein Gedächtnis seiner Wunde errichtet, welches nicht imposanter und ergreifender sein könnte. Und hinter jenen gigantischen Mauern, da wallet und siedet, da dampft und brogelt es noch heut aus den kochenden Tiefen des Erdinnen hervor, da treibt die dünne Erdkruste Blasen, dazwischen glühende Schwefeldämpfe empor, und mit einem Getöse, welches dem Kanonendonner gleicht, sprühen riesige Geiser ihre siedenden Wassermassen in die zitternden Lüfte. Plutonische und vulkanische Gewalten kämpfen gegen die Gestaltungen des Lichtes. Die Unterwelt öffnet von Minute zu Minute den Rachen, um die Feuer der Tiefe empor zu speien und die Gebilde des Tages in den tosenden Schlund hinabzusaugen. Hier ist oft jeder einzelne Schritt mit Todesgefahren verbunden. Der Fuß kann durch die trügerische Krüste brechen, der dampfende Katarakt den müden Wanderer erfassen, der unterhüllte Felsen mit dem ruhenden in den gähnenden Abgrund stürzen. Aber diese Todesfelder werden einst tausende von Wallfahrern sehen, welche in den heißen Quellen und notionreichen Lüften Heilung ihrer Leiden suchen. Und dann wird man auch jene wunderbaren Schlüfte und Klüfte entdecken, in denen die geizige Einsamkeitsschätze an Steinen und an anderen Werten aufgespeichert hat, welche man an anderen Orten mit Gold aufwiegen würde. Es rief mich eine kleine geschäftliche Angelegenheit nach Hamburg, wo ich einen Kanten traf, dessen Anblicke alle Erinnerungen plötzlich aufleben ließen. Er war aus St. Louis und wir hatten in den Sümpfen des Mississippi gar manches Stück Wild miteinander geschossen. Er war reich, sehr reich, und bot mir freie Passage an, wenn ich ihm die Freude machen wolle, ihn nach St. Louis zu begleiten. Da ergriff mich die Präriekrankheit mit voller, siegreicher Gewalt. Ich sagte zu, telegrafierte nach Hause, um mir meine Gewehre und sonstigen Ausrüstungsstücke schleunigst kommen zu lassen, und nur fünf Tage nach unserem Wiedersehen schwammen wir bereits auf dem dienstfertigen Rücken der Elbe, dem deutschen Meere und dem Ozean entgegen. Drüben angekommen, vertieften wir uns für einige Wochen in die Wälder des unteren Missouri. Dann musste er zurückkehren, während ich stromaufwärts nach Omaha City ging, um von da aus auf der großen Pacific-Bahn weiter nach Westen vorzudringen. Ich hatte meine guten Gründe, gerade diese Route einzuschlagen. Ich hatte das Felsengebirge von den Quellen des Fraserflusses bis zum Hellgate Pass, vom Nordpark bis hinunter zur Wüste Mampini, kennengelernt. Doch die Strecke vom Hellgate Pass bis zum Nordpark, also eine Strecke von über sechs Breitegraden, war mir noch fremd geblieben. Und gerade hier sind die interessantesten Punkte des Gebirges zu suchen. Die drei Tetons, die Windriver Berge, der Südpass und ganz besonders die Quellgegenden des Yellowstone, Schlangenflusses und Kolumbia. Dorthin war außer dem schleichenden Imbianer oder einem flüchtigen Trapper noch kein Mensch gekommen und es zog mich förmlich, mich an den Wagnisse zu versuchen, in jene unwirtlichen, nach der Sage der Rothrote von bösen Geistern belebten Schluchten und Canyons einzudringen. Freilich war dies nicht so leicht, wie es sich erzählen lässt. Welche umständlichen und umfangreichen Vorbereitungen trifft der Schweizreisende, ehe er sich anschickt, einen der Alpenberge zu besteigen? Und was ist sein Unternehmen gegen dasjenige eines einsamen Westmannes, der es wagt im Vertrauen nur auf sich allein und seine gute Büchse Gefahren entgegenzugehen, von denen der zahme europäische Tourist gar keine Ahnung hat? Aber gerade diese Gefahren sind es, die ihn locken und bezaubern. Seine Muskeln sind von Eisen und seine Sehnen von Stahl. Sein Körper kennt keine Anstrengungen und Entbehrungen und alle Tätigkeiten seines Geistes haben durch unausgesetzte Übung eine Energie und Schärfe erlangt, die ihn selbst noch in der größten Not ein Rettungsmittel finden lassen. Daher ist seines Bleibens nicht in zivilisierten Distrikten, wo er seine Fähigkeiten nicht üben und betätigen kann. Er muss hinaus in die wilde Savanne, hinein in die todbringenden Abgründe des Gebirges und je drohender die Gefahren auf ihn einstimmen, desto mehr fühlt er sich in seinem Elemente, desto höher wächst sein Mut, desto größer wird sein Selbstvertrauen und desto inniger hält er die Überzeugung fest, dass er selbst in der tiefsten Einsamkeit von einer Hand geleitet wird, die stärker ist als alle irdische Gewalt. Was mich betrifft, so war ich zu einem solchen Unternehmen wohl vorbereitet. Nur eins fehlte mir, ohne dass es geradezu unmöglich ist, in den Dark and Bloody Grounds zu bestehen. Ein gutes, zuverlässiges Pferd. Doch verursachte mir dieser Mangel keine Kopfschmerzen. Den alten Wallach, der mich bis Omaha getragen hatte, verkaufte ich dort und setzte mich mit der festen Überzeugung in den Bahnwagen, dass ich ein gutes Pferd, sobald ich es brauchte, auch wohl bekommen würde. Es gab damals auf dieser Bahn noch immer Strecken, welche nur interimistisch befahrbar waren. Daher erblickte man während der Fahrt an vielen Stellen noch Arbeiter, welche beschäftigt waren, den Bau von Brücken und Viadukten nachzuholen, oder solche Punkte, welche bereits schadhaft geworden waren, wieder auszubessern. Diese Leute hatten, wenn sie nicht in der Nähe einer damals wie Pilze aus der Erde schießenden Ansiedelungen arbeiteten, sich gewöhnlich ein Camp, ein Lager errichtet, welches mit einigen Befestigungen versehen war. Dieses Letztere war notwendig der Indianer wegen, welche den Bau der Eisenbahn als einen Eingriff in ihre Rechte betrachteten und ihn auf alle Weise zu verhindern und zu erschweren suchten. Aber auch noch andere Feinde gab es, Feinde, welche fast noch furchtbarer als die Rothäute waren. Es treibt sich nämlich in der Prärie eine Menge Gesindels umher, welches sich aus denjenigen Elementen rekrutiert, welche der zivilisierte Osten ausgestoßen hat. Existenzen, welche auf alle Weise Bankerott geworden sind und nun vom Leben nichts weiter zu erwarten haben, als was sie durch ein verbrecherisches Durchschweifen des Westens zu erreichen vermögen. Diese Menschen rotten sich bald zu diesem, bald zu jenem verderblichen Zwecke zusammen und sind mehr zu fürchten als selbst die wildesten Indianerhorten. Zur Zeit des Eisenbahnbaus hatten sie es ganz besonders auf die jungen Ansiedelungen und auf die Camps abgesehen, welche entlang der Bahnstrecke entstanden, und es war daher nicht zu verwundern, dass diese Camps Befestigungen erhielten und die Bewohner derselben selbst während der Arbeit bewaffnet gingen. Wegen der Angriffe, welche diese Räuber auf die Camps und kleinen Wagentrains unternahmen, wobei sie gewöhnlich den Schienenweg zerstörten, um den Zug zum Stehen zu bringen, wurden sie Rail Troublers, Schienenstörer genannt. Man hatte ein scharfes Auge auf sie, sodass sie schließlich ihre Überfälle nun dann unternehmen konnten, wenn sich mehrere ihrer Trupps vereinigt hatten, so dass sie sich also zahlreich genug wussten. Übrigens herrschte gegen sie eine solche Erbitterung, dass jeder gefangene Rail Troubler nichts anderes als den sicheren Tod zu erwarten hatte. Diese Banden mordeten ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes, darum konnte auch gegen sie von keiner Gnade die Rede sein. Es war Sonntagnachmittag, als wir mit dem Zuge Omaha verließen. Unter den Reisegefährten befand sich kein einziger, der mein Interesse mehr als früher übergehend in Anspruch nahm. Erst am nächsten Tage stieg in Fremont ein Mann ein, dessen Äußeres sofort meine Aufmerksamkeit auf ihn lenkte. Da er in meiner unmittelbaren Nähe Platz nahm, so hatte ich die beste Gelegenheit, ihn zu beobachten. Sein Anblick bot eigentlich etwas so Komisches, dass ein oberflächlicher Beobachter gewisslich Mühe hatte, ein belustigtes Lächeln zu verbeißen. Ich aber war an derartige Erscheinungen gewöhnt, um meinen vollen Ernst bewahren zu können. Der Mann war von kleiner Statur, dabei aber so dick, dass man ihn ohne große Mühe hätte kugeln können. Er trug einen Schafpelz, dessen raue Seite nach außen gekehrt war. Diese raue Seite war früher jedenfalls beharrt gewesen, jetzt aber war die Wolle verschwunden, und nur hier und da erblickte man ein kleines einsames Flöckchen, welches auf dem nackt gewordenen Leder das Aussehen einer Oase in der Sahara hatte. Vor Zeiten mochte dieser Pelz seinem Besitzer gepasst haben, dann aber war er unter dem Einfluss von Schnee und Regen, von Hitze und Kälte so zusammengeschwunden, dass sein unterer Rand das Knie nicht mehr erreichte. Er konnte nicht mehr zugeknöpft werden, und die Ärmel hatten sich bis in die Gegend des Ellbogens nach Rückwärts konzentriert. Unter diesem Pelze sah man eine rotflannländernde Jacke und eine Lederhose, welche jedenfalls einmal schwarz gewesen war, jetzt aber in allen Regenbogenfarben funkelte und ganz das Aussehen hatte, als ob es ihre Bestimmung sei, dem Besitzer als Wisch, Tisch und Taschentuch zu dienen. Unterhalb dieser antediluvianischen Hose erblickte man die nackten, blau gefrorenen Fußknöchel des Mannes und dann ein paar Schuhe, die eine ganze Ewigkeit aushalten konnten. Sie waren aus rindsledernen Stiefeln geschnitten und hatten Doppelsohlen, die mit so starken Nägeln beschlagen waren, dass man mit ihnen hätte ein Krokodil tottreten können. Auf dem Kopf vertrug er einen Hut, der außer der Fasson auch einen Teil der Krempe verloren hatte. Um diejenige Köppergegend, welche vor Jahren einmal Talie gewesen war, jetzt aber eine wahrhaft staunenswerte Ausdunung erhalten hatte, schlang sich ein alter Schal, dessen Farbe leider vollständig abhanden gekommen war und in welchem eine urahnenhafte Reiterpistole neben einem Bovi-Messer steckte. Neben diesen beiden Waffen hing ein Kugel- und ein Tabakbeutel, ein kleiner Spiegel, wie man ihn auf deutschen Jahrmärkten für zehn Pfennige kauft, eine eingestrickte Feldflasche und vier Patenthufeisen, welche dem Pferde wie Schuhe angezogen und dann festgeschraubt werden können. Daneben erblickte ich ein Etui, dessen Inhalt mir jetzt noch verborgen war. Später erfuhr ich, dass es ein vollständiges Rasierzeug enthielt, in der wilden Prärie höchst unnütz wie mir schien. Das Wunderlichste aber an diesem Manne war sein Angesicht. Dasselbe war so vollständig glatt rasiert, als ob er soeben aus dem Laden eines Friseurs gekommen sei. Die beinahe rosenroten Wangen waren so dick und fest, dass das kleine kurze Stumpfnäschen zwischen ihnen beinahe verschwand und die zwei braunen, lebhaften Augen Mühe hatten, über sie hinwegzusehen. Sobald die mehr als vollen Lippen sich öffneten, erblickte man zwei Reihen blendenden weißer Zähne, die ich aber sofort im Verdacht hatte, unecht zu sein. An der linken Seite des Kinnes hing eine gurkenähnlich gestaltete Verhärtung oder Wucherung, welche das Spaßhafte der Erscheinung dieses Mannes noch erhöhte, ihn aber nicht im Mindestens zu genieren schien. So saß er vor mir und hielt zwischen den kurzen, dicken Elefantenballen ein Schießgewehr eingeklemmt, welches der Flinte meines alten Sam Hawkins ähnelte wie ein ein dem anderen. Es erinnerte mich überhaupt fast noch mehr an diesen, als mich Sans Ehr an ihn erinnert hatte. Er hatte mit einem einfachen »Good day, sir« bei mir Platz genommen und schien sich dann nicht im Geringsten weiter um mich zu bekümmern. Erst eine Stunde später bat er mich, um Erlaubnis eine Pfeife rauchen zu dürfen. Das fiel mir auf, denn ein echter rechter Trapper oder Fallensteller kümmert sich nicht darum, ob das, was ihm zu tun beliebt, von anderen gut geheißen wird. »Raucht so viel wie Volt, Master«, antwortete ich, »ich werde euch Gesellschaft leisten.« »Wollt ihr euch eine von meinen Zigarren anstecken?« »Danke, Sir«, meinte er, »diese Dinge, welche man Zigarren nennt, sind mir zu nobel. Ich halte es mit meiner Pfeife.« Er hatte nach Trapperart die kurze, schmierige Pfeife an einer Schnur am Halse hängen. Als er sie gestopft hatte, bereilte ich mich, ein Häuschen hervorzulangen. Er aber schüttelte abwehrend mit dem Kopfe, griff in die Taschen seines Pelzes und brachte eines jener Prärienfeuerzeuge zum Vorschein, welche Punks genannt werden, und trockenen Baummoder als Zünder enthalten. Auch so eine noble Erfindung, diese Zündhölzer, die nichts für diese Wanne taugen, bemerkte er. Man darf sich nicht verwöhnen. Damit war das kurze Gespräch beendet und er schien nicht die mindeste Lust zu haben, ein neues anzuknüpfen. Er rauchte ein Kraut, dessen Duft mich sehr lebhaft an Walnussblätter erinnerte und widmete dabei der Gegend seine ganze Aufmerksamkeit. So erreichten wir die Station Nordplatte an dem Vereinigungspunkte des Nord- und Südplattestromes. Hier stieg er für kurze Zeit aus und machte sich an einem der vorderen Wagen zu schaffen. Ich bemerkte, dass sich in demselben ein Pferd befand, welches jedenfalls ihm gehörte. Als er wieder eingestiegen war und der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, beobachtete er sein bisheriges Schweigen und erst als wir am Nachmittag in Cheyenne am Fuße der Black Hills hielten, fragte er, Geht ihr von hier aus vielleicht mit der Coloradobahn nach Denver zu, Sir? Nein, antwortete ich. Ja, so bleiben wir Nachbarn. Fahrt ihr sehr weit mit der Pacific? fragte ich ihn. Hm, ja und nein, wie es mir einfällt. Und ihr? Ich möchte am liebsten nach Ogden City. Ah, ihr wollt die Mormonstadt sehen. Ein weniges und dann hinauf nach den Windriver Bergen und den Tetons. Er musterte mich mit einem sehr ungläubigen Blick und meinte, Da hinauf? Das bringt nur ein sehr kühner Westmann fertig. Habt ihr Gesellschaft? Nein. Jetzt blickte mich seine kleinen Äuglein förmlich belustigt an und er fragte. Allein? Ah, darf ich fragen, was ihr seid, Sir? Ich bin Writer. Writer? Schriftsteller? So, ihr macht also Bücher. Ja. Jetzt lachte er am ganzen Gesichte. Es gab ihm, ganz sowohl früher dem kleinen Zanz ihr, gewaltigen Spaß, dass ein Schriftsteller den Gedanken gefasst hatte, ganz alleine nur auf sich selbst angewiesen, den gefährlichsten Teil des Felsengebirges aufzusuchen. Schön, sagte er kichernd. So wollt ihr wohl über die drei Täter uns ein Buch schreiben, mein Wettermaster. Vielleicht? Und ihr habt wohl einmal ein Buch gesehen, in welchem ein Indianer oder ein Bär abgebildet war? Versteht sich, antwortete ich sehr ernsthaft. Und nun glaubt ihr, dass ihr da mitmachen könnt? Allerdings. Und ihr habt wohl gar auch eine Flinte mit, die da in eure Decke eingewickelt ist? Ja. So will ich euch einen guten Rat geben, Sir. Steigt schleunigst aus und macht, dass ihr wieder nach Hause kommt. Ihr seid zwar ein langer, starker Kerl, aber ihr seht mir gar nicht aus, als ob ihr ein Eichhorn schießen könntet, viel weniger einen Bären. Das Lesen hat euch den Kopf benebelt. Es wäre jammerschade um euer junges Leben, wenn euch beim Anblicke eines Wildkätzchens der Schlag rühren sollte. Ihr habt gewiß einmal den Cooper gelesen? Ja. Dachte es mir. Habt vielleicht auch von den berühmten Premiermännern gehört? Ja, antwortete ich abermals im bescheidensten Tone. Von Winnetou, von Old Firehand, von Old Shatterhand, von dem dicken Walker oder von dem langen Hilbers? Von allen, nickte ich. Das dicke Männchen ahnte gar nicht, dass er mir wenigstens ebenso viel Spaß machte, wie ich ihm. Ja, meinte er, solche Bücher und Geschichten sind gefährlich, denn sie stecken an. Das klingt so schön und leicht, aber Master, nehmt mich's nicht übel, ihr dauert mich. Dieser Winnetou ist ein Apachenhäuptling, der mit tausend Teufeln kämpfen würde. Dieser Old Firehand schießt euch jede einzelne Lücke aus dem Schwarm heraus. Und Old Shatterhand hat noch niemals einen Fehlschuss getan und schlägt die stärkste Rothort mit einem einzigen Hiebe zu Brei. Wenn einer von diesen Kerls sagt, dass er hinauf will zu den drei Tetons, so ist das zwar immer noch ein ganz gewaltiges Wagnis, aber man denkt doch, dass er es bestehen kann. Aber ihr, ein Büchermacher? Pschar, wo habt ihr denn euer Pferd? Ich habe keines. Jetzt konnte er sich nicht länger halten, er platzte mit einem lauten Gelächter heraus. Hihihihi, kein Pferd, und hinauf nach den drei Tetons. Seid ihr verrückt, Sir? Ich glaube nicht. Wenn ich jetzt noch kein Pferd habe, so werde ich mir doch eins kaufen oder fangen. Ah, wo denn? Da, wo es passt. Ihr, ihr selbst wolltet euch fangen? Ja. Das ist lustig, Sir. Ihr habt zwar einen Lasso-Darm eure Schultern gewickelt, aber damit fangt ihr keine Fliege, viel weniger einen wilden Mustang. Warum? Warum? Na, weil ihr das seid, was man da drüben im alten Lande einen Sonntagsjäger nennt. Und warum haltet ihr mich für einen solchen? Das ist doch einfach, weil alles an euch so nett und sauber ist. Seht euch einmal einen tüchtigen Waldläufer an und vergleicht ihn mit euch. Eure hohen Reitstiefel sind neu und wahrhaftig, sie sind ganz blank gewichst. Eure Leggings sind vom feinsten Elenleder, euer Jagdhemde ist ein Meisterstück aus der Hand einer indianischen Squaw. Euer Hut hat wenigstens zwölf Dollar gekostet und euer Messer samt den Revolvern haben sicherlich noch keinem Menschen wehgetan. Könnt ihr schießen, Sir? Ja, ein wenig. Ich bin sogar einmal Schützenkönig gewesen, antwortete ich mit einer sehr wichtigen Miene. Schützenkönig? Ah, dann seid ihr am Ende gar ein Deutscher. Freilich. Hm, so, so. Also ein Deutscher seid ihr. Nach einem hölzernen Vogel habt ihr geschossen und Schützenkönig seid ihr da geworden. So sind diese Deutschen. Old Shatterhand soll zwar auch ein Deutscher sein, aber das ist ja nur eine Ausnahme. Sir, ich bitte euch herzlich, kehrt so bald wie möglich um, sonst geht ihr zugrunde. Wollen Sie hin? Wo steckt denn eigentlich dieser Old Shatterhand, von dem ihr redet? Ja, wer weiß das. Als ich das letzte Mal da droben am Foxhead war, traf ich den berühmten Sunsir, der mit ihm geritten war. Dieser sagte mir, dass Old Shatterhand wieder hinüber sei ins Afrika, in die dumme Gegend, welche man die Wüste Sahara nennt. Dort schlägt er sich wohl mit den Indianern herum, welche den Namen Araber führen. Dieser Mann hat seinen Namen Shatterhand davon, dass es ihm ein leichtes ist, mit der bloßen Faust einen Feind niederzuschlagen. Er hat das sehr oft getan. Seht euch dagegen einmal eure Händchen an. Sie sind so zart und weiß wie die Hände einer Lady und man merkt sofort, dass sie nur mit Papier umgeht und keine andere Waffe kennt als den Gänsekiel. Nehmt meinen Rat zu Herzen, Sir, und geht nach dem alten Germany zurück. Unser Westen ist keine Gegend für einen Gentleman von eurer Sorte. Mit dieser Warnung beendete er das Gespräch und ich gab mir keine Mühe, es wieder anzuknüpfen. Richtig war allerdings, dass ich zu Sansir gesagt hatte, ich würde später in die Sahara gehen. Wir passierten die Station Schermann, dann wurde es wieder Abend. Die erste Station, welche wir beim Lichte des folgenden Morgens erblickten, war Rawlins. Hinter diesem Orte beginnt eine öde, wüstige Birgslandschaft, deren einzige Vegetation in Artemisia-Büschen besteht, ein ungeheures, unfruchtbares Bassin, ohne Leben, ohne Flüsse oder Bäche, eine Gebirgssahara, die keine einzige Oase kennt. Bald schmerzt der mit Alkalien gesättigte Boden mit seiner blendenden Weiße das müde Auge und bald nimmt diese Wüste einen Charakter finsterer, tiefmelancholischer Größe an, hervorgebracht durch nackte Lehnen, dürre Abhänge und steile Felswände, welche von Sturmflut und Blitz zerrissen worden sind. In dieser trostlosen Gegend liegt die Station bitterer Bach, doch ist von einem Bach keine Rede, sondern das Wasser muss über 70 Meilen Wein herbeigeholt werden. Und dennoch wird sich hier ernst ein reges, vielleicht großartiges Leben entfalten, denn es befinden sich hier unerschöpfliche Kohlenfelder, welche dieser Wüste eine Zukunft garantieren. Wir dampften weiter, über Station Karben und Green River hinaus, welche letztere 846 Meilen westlich von Omaha liegt. Das traurige Aussehen der Gegend teurte auf, die Vegetation begann wieder und die Höhenzüge erhielten ein freundliches, erquickendes Kolorid. Wir hatten eben ein herrliches Tal durchsaust und fuhren hinaus auf eine freie, offene Ebene, als die Maschine in kurzer Reihenfolge jene gellenden Pfiffe ausstieß, welche das Zeichen einer drohenden Gefahr sind. Wir schnellten von unseren Sitzen empor, die Bremsen kreischten, die Räder knirschten, der Zug kam zum Stehen und wir sprangen aus den Waggons hinaus auf die sichere Erde. Der Anblick, welcher sich uns bot, war entschauderhafter. Man hatte hier einen Arbeiter- und Voragezug überfallen und die Strecke war bedeckt von den verbrannten und halb verkohlten Trümmern desselben. Der Überfall war während der Nacht geschehen. Die Rehltrablers hatten die Schienen aufgerissen und infolgedessen war der Zug entgleist und in ziemlich hohen Damm hinabgestürzt. Was nun geschehen war, konnte man ahnen. Es waren beinahe nur noch die Eisenteile des verunglückten Zuges vorhanden. Man hatte in jedem Waggon, nachdem er beraubt worden war, ein riesiges Feuer gelegt und in der Asche fanden wir die traurigen Überreste vieler Menschen, welche bereits bei dem Sturze verunglückt oder dann später von Rehltrablers getötet worden waren. Kein einziger schien lebend entkommen zu sein. Es war ein Glück für uns, dass die offene Gegend es unseren Maschinisten erlaubt hatte, die Gefahr noch rechtzeitig zu bemerken, sonst wären wir auch den Damm hinabgestürzt. Die Lokomotive hielt kaum einige wenige Ellen von der Stelle, wo die Zerstörung begann. Die Aufregung der Passagiere und des Zugpersonales war eine ganz bedeutende und es ist geradezu unmöglich, die Kraftworte und Interjektionen wiederzugeben, welche ringsum zu hören waren. Man durchwühlte die noch rauchenden Trümmer, aber es gab nichts mehr zu retten und nachdem der Tatbestand konstatiert worden war, konnte man nichts weiter tun, als die Strecke schleunigst wiederherzustellen, wozu jeder amerikanische Zug die notwendigen Werkzeuge bei sich führt. Der Zugführer erklärte, er müsse sich darauf beschränken, auf der nächsten Station Ansteige zu erstatten, das Übrige und also auch die Verfolgung der Verbrecher sei dann Sache der Jury, welche dort jedenfalls sogleich gebildet werde. Während die anderen Passagiere noch unnötigerweise in den Trümmern wühlten, hielt ich es für das Beste, mich einmal nach den Spuren der Rail-Trablers umzusehen. Das Terrain zeigte eine offene, mit Gras bewachsene und nur von wenigen Büschen unterbrochene Fläche. Ich ging eine ziemliche Strecke auf dem Geleise zurück und schlug sodann um die rechte Seite der Unglückstelle einen Halbkreis, dessen Grundlinie von dem Bahnkörper gebildet wurde. Auf diese Weise konnte mir bei nur einiger Aufmerksamkeit nichts entgehen. In der Entfernung von vielleicht 300 Schritten von der Unglückstätte fand ich zwischen einigen Büschen das Gras niedergedrückt, als ob hier eine ziemliche Anzahl von Menschen gesessen hätte und die noch im Gras erkennbaren Spuren führten mich an eine zweite Stelle, wo man die Pferde angehobbelt gehabt hatte. Diesen Platz untersuchte ich sehr sorgfältig, um die Anzahl und Beschaffenheit der Pferde kennenzulernen. Dann setzte ich meine Forschung weiter fort. Am Schienenwege traf ich mit meinem dicken Nachbar zusammen, welcher, wie ich jetzt erst bemerkte, denselben Gedanken mit mir gehabt und die links von der Unglücksstelle gelegene Gegend abgesucht hatte. Er blickte verwundert auf und fragte, Ihr hier, Sir? Was tut ihr? Das, was ein jeder Westmann tun wird, wenn er in eine ähnliche Lage kommt. Ich suche nach den Spuren der Reeltrabblers. Ihr? Werdet auch viel finden. Das sind gescheite Kerls gewesen, welche es verstanden haben, ihre Spuren wieder zu verwischen. Ich habe nicht das Mindeste entdeckt. Was wird da so ein Greenhorn finden, wie ihr doch seid? Vielleicht hat das Greenhorn bessere Augen gehabt als ihr, Master, antwortete ich lächelnd. Warum sucht ihr hier auf der linken Seite nach Spuren? Ihr wollt wohl ein alter, erfahrener Savannenläufer sein und seht doch nicht, dass sich das Terrain hier rechts viel besser zu einem Lagerplatz und Versteck eignet als links da drüben, wo fast gar kein Buschwerk zu sehen ist. Er blickte mir sichtlich überrascht in das Gesicht und meinte dann, Hm, diese Ansicht ist nicht übel. So ein Büchermacher scheint doch zuweilen einen guten Gedanken zu haben. Habt ihr etwas gefunden? Ja. Was? Dort hinter den wilden Kirschensträuchern haben sie gelagert und da hinten bei den Haselbüschen standen die Pferde. Ah, da muss ich hin, denn ihr habt doch nicht die richtigen Augen, um zu sehen, wie viele Tiere es gewesen sind. Es waren 26. Wieder blickte er mich mit einer Gebärde der Überraschung an. 26? fragte er ungläubig. Woraus erkennt ihr das? Aus den Wolken jedenfalls nicht, sondern aus den Spuren, Sir, lachte ich. Von diesen 26 Pferden waren 8 beschlagen und 18 unbeschlagen. Unter den Reitern befanden sich 23 Weiße und 3 Indianer. Der Anführer der ganzen Truppe ist ein Weißer, welcher mit dem rechten Fuß hinkt. Sein Pferd ist ein brauner Mustang-Hengst. Der Indianer-Häuptling aber, der bei ihnen war, reitet einen Rappengst und ich glaube, dass er ein Sirox ist vom Stamme der Oggalala. Das Gesicht, welches der Dicke mir jetzt machte, lässt sich gar nicht beschreiben. Der Mund stand ihm vor Erstaunen offen und die kleinen Äuglein blickten mich mit einem Ausdrucker an, als ob ich ein Gespenst sei. Old Devils! rief er endlich. Ihr fantasiert wohl, Sir? Seht selbst nach, antwortete ich trocken. Aber wie wollt ihr wissen, wie vieles Weiße oder Innsmen waren? Wie wollt ihr wissen, welches Pferd brauner oder schwarz gewesen ist? Welcher Reiter hinkt und zu welchem Stamme die Rothäute gehörten? Ich habe euch gebeten, selbst nachzusehen. Und dann würde es sicher zeigen, wer bessere Augen hat, ich, das Greenhorn oder ihr, der erfahrene Westmann. Well. Schön, werden sehen. Kommt, Sir. Ein Greenhorn unterraten, wer diese Kerls gewesen sind. Unter Lachen eilte er der bezeichneten Stelle zu und ich folgte ihm langsamer nach. Als ich ihn wieder erreichte, war er so eifrig mit der Betrachtung der Spuren beschäftigt, dass er mich gar nicht beachtete. Erst als er wohl zehn Minuten lang die Umgebung auf das sorgfältigste abgesucht hatte, kam er zu mir und sagte, Wahrhaftig, ihr habt recht, 26 sind es gewesen und 18 Pferde waren unbeschlagen. Aber das andere ist Unsinn, reiner Unsinn. Hier haben sie gelagert und in dieser Richtung sind sie auch wieder davon geritten. Weiter sieht man nichts. So kommt, Sir, meinte ich. Ich will euch einmal zeigen, welchen Unsinn die Augen eines Greenhorns sehen. Well, ich bin neugierig, nickte er mit einer sehr belustigten Miene. Seht euch einmal die Pferdespuren genauer an. Drei Tiere wurden abseits gehalten und waren nicht vorn, sondern übers Kreuz gekoppelt. Das waren also jedenfalls Indianerpferde. Er bückte sich nieder, um den Abstand der einzelnen Hufstopfen genau auszumessen. Der Grasboden war feucht und die Spuren waren für ein beübtes Auge recht leidlich zu erkennen. Bei Gott, ihr habt recht, rief er erstaunt. Das waren Indianergäule. So kommt jetzt weiter, dazu der kleinen Wasserlache. Hier haben sich die Innsmen die Gesichter abgewaschen und dann wieder mit den Kriegsfarben neu bemalt. Die Farben waren mit Bärenfett abgerieben. Seht ihr die kleinen ringförmigen Eindrücke im weichen Boden? Da haben die Farbenmäpfchen gestanden. Es ist warm gewesen und die Farben waren infolgedessen dünn und haben getropft. Seht ihr hier im Grase einen schwarzen, einen roten und zwei blaue Tropfen, Sir? Yes, wahrhaftig, es ist wahr. Und ist nicht schwarz, rot und blau die Kriegsfarbe der Orgelalla? Er nickte nur, sein verwundetes Gesicht sagte mir, was sein Mund für schwieg. Ich fuhr fort. Nun kommt weiter. Als die Truppe hier angekommen ist, hat sie hier neben der sumpfigen Lache gehalten. Das zeigen die Hufeindrücke, welche sich mit Wasser gefüllt haben. Nur zwei sind vorgeritten, also jedenfalls die Anführer. Sie wollten rekognoszieren und die anderen mussten bescheiden zurückbleiben. Seht hier die Pferdespur, Moraste. Das eine Pferd war beschlagen und das andere nicht. Dieses letztere trat hinten tiefer als vorn. Es saß ein Indianer darauf. Der andere Reiter aber war ein Weißer, denn sein Pferd hatte Eisen und trat vorn tiefer als hinten. Ihr kennt wohl den Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ein Innsmann und ein Weißer zu Pferde sitzt? Sir, ich möchte nur wissen, woher ihr... Gut, unterbrach ich ihn. Nun passt genau auf. Sechs Schritte weiter vor haben sich die Pferde gebissen. Das aber tun nach einem so langen und anstrengenden Ritte, wie diese Leute hinter sich hatten, nur Hengste. Verstanden? Aber wer sagt euch denn, dass sie ineinander gebissen haben, hä? Erstens die Stellung der Hufstopfen. Das Indianerpferd ist hier gegen das andere aufgesprungen. Das werdet ihr zugeben. Und zweitens seht euch einmal die Haare an, welche ich hier in der Hand halte. Ich fand sie vorhin, als ich die Spuren untersuchte, ehe ich auf euch traf. Das sind vier Mähnenhaare von brauner Farbe, welche das Indianerpferd dem anderen ausgerissen hat und sofort fallen ließ. Weiter vorn aber fand ich diese zwei schwarzen Schwanzhaare, und aus der Stellung der Stopfen ersehe ich ganz genau, das Indianerpferd biss das andere in die Mähne, wurde aber von seinem Reiter so gleich zurückgedrängt und dann vorwärts getrieben. Dabei langte das andere Pferd herüber und riss ihm diese Haare aus dem Schwanze, welche noch einige Schritte weit im Maul hängen blieben und dann zur Erde fielen. Das Pferd des Roten ist also ein Rappen und dasjenige des Weißen ein Brauner. Kommt weiter. Hier ist der Weiße abgesprungen, um den Bahndamm zu ersteigen. Seine Pferde ist im weichen Sande bis heute sichtbar geblieben. Ihr könnt ganz genau sehen, dass er mit dem einen Fuße fester und heftiger aufgetreten ist als mit dem anderen. Er hinkt. Übrigens waren diese Menschen ganz außerordentlich unvorsichtig. Sie haben sich nicht die mindeste Mühe gegeben, ihre Spuren unkenntlich zu machen. Sie müssen sich also sehr sicher fühlen und das kann nur zwei Gründe haben. Welche? Entweder waren sie gewillt, heute recht schnell eine bedeutende Strecke zwischen sich und die Verfolger zu legen und das möchte ich bezweifeln, da aus den Spuren zu ersehen ist, dass ihre Pferde sehr angegriffen und ermüdet waren. Oder sie wussten eine größere Truppe der Ihrigen in der Nähe, auf die sie sich zurückziehen konnten. Dieser Fall scheint mir der Wahrscheinlichere zu sein und da sich drei vereinzelte Inzmen nicht an über zwanzig Weiße schließen, so vermute ich, dass da gegen Norden hin ein zahlreicher Trupp Ogalalas zu suchen ist, bei dem sich jetzt die dreiundzwanzig Rail-Travelers befinden. Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 aus Winnetou 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel Die Rail-Troubles Teil 2 Es war wirklich spaßhaft anzusehen, mit welch einer eigentümlichen Mähne mich das dicke Männchen jetzt vom Kopf bis herab zu den Füßen fixierte. Mann, rief er endlich, wer seid ihr denn eigentlich, hm? Ich habe es euch ja bereits gesagt. Pschah! Ihr seid kein Greenhorn und auch kein Büchermacher, obgleich ihr mit euren gewichsten Stiefeln in eurer Sonntagsausrüstung ganz danach aussieht. Ihr seid so abgeleckt und sauber, dass ihr in einem Theaterstücke, in welchem ein Westmann aufzutreten hätte, gleich auf der Bühne erscheinen könntet. Aber unter hundert wirklichen Westmannen ist kaum einer, der so wie ihr die Fährte zu lesen versteht. Bei Gott, ich dachte bisher, dass ich auch etwas leiste, aber an euch komme ich nicht, Sir. Und dennoch bin ich ein Bücherschreiber. Aber ich habe bereits früher diese alte Prärie von Norden nach Süden und von Osten bis nach den empfändesten Westen durchmessen. Daher kommt es, dass ich mich so leidlich auf Spuren verstehe. Und ihr wollt wirklich hinauf nach den Wind River bergen? Allerdings. Aber Sir, wer das ausführen will, der muss bedeutend mehr sein als ein guter Spurenfinder. Und da, nimmt es mir nicht übel, scheint es bei euch zu hapern. Inwiefern? Wer einen so gefährlichen Weg vor sich hat, der läuft nicht so leichtzeitig in das Blaue hinein wie ihr, sondern er sieht sich vor allen Dingen nach einem guten Pferde um. Verstanden? Das werde ich noch tun. Wo denn? Nun, ein Pferd ist an jeder Station zu kaufen und wäre es auch nur ein alter Karrengaul. Bin ich dann beritten, so hole ich mir schon aus irgendeiner wilden Herde einen Mustang, der mir passt. Ihr? Ah! Seid ihr ein solcher Reiter? Könnt ihr einen Mustang bändigen? Wird es da oben Pferde geben? Ihr vergesst, dass gerade jetzt die Jahreszeit ist, in welcher die Büffel und Mustangs nach Norden gehen. Ich bin sehr überzeugt, dass ich zwischen hier und den Tetons auf eine Herde treffen werde. Hm. Also ein Reiter seid ihr. Aber wie steht es denn mit dem Schießen? Wollt ihr mich etwa examinieren, Sir? lachte ich. Einigermaßen, nickte er sehr ernsthaft. Ich habe nämlich eine Absicht dabei. Darf man erfahren, welche? Später. Erst müsst ihr einmal schießen. Holt euer Gewehr. Dieses kleine Intermezzo gab mir Spaß. Ich hätte dem Mann einfach sagen können, dass ich Old Shatterhand sei, zog es aber vor, es zu verschweigen. Ich ging also zum Waggon, um die Decke zu holen, in welche meine Gewehre gewickelt waren. Man bemerkte dies, und sofort schlossen die Passagiere einen Kreis um uns beide. Der Amerikaner und besonders der Bewohner des Westens lässt sicherlich keine Gelegenheit, ein Gewehr abschießen zu sehen, unbenützt vorübergehen. Ich schlug die Decke auseinander. Behold, ein Henry-Stutzen, rief der Dicke. Ein wirklicher, richtiger Henry-Stutzen. Wie viele Schüsse hat er, Sir? Fünfundzwanzig. Ah, das ist viel. Das ist eine fürchterliche Waffe in der Nähe. Mann, um dieses Gewehr beneide ich euch. Diese Büchse ist mir noch lieber. Bei diesen Worten nahm ich meinen schweren Bären-Töter empor. Pschah, ein glattes, gut geputztes Schießeisen, meinte der Dicke geringschätzig. Ich lobe mir eine alte rostige Kentucky-Büchse oder meinen alten Schießprügel da. Wollt ihr euch nicht einmal die Firma ansehen, Sir? fragte ich ihn, indem ich ihm das Gewehr entgegenstreckte. Er warf einen Blick auf die Gravierung und fuhr überrascht zurück. Verzeiht, Sir, rief er, das ist etwas ganz anderes. Solche Büchsen gibt es nicht sehr viele mehr. Ich habe gehört, dass Old Shatterhand eine hat. Aber wie kommt denn ihr zu einem solchen Meisterstücke? Oder ist der Stempel nachgemacht? Hm, ja, so wird es wohl sein, denn dieses Gewehr sieht nicht aus, als ob man schon viele Male daraus geschossen hätte. Wir wollen es probieren. Gebt einmal an, was ich schießen soll, Sir. Ladet erst neu. Pah, das ist nicht notwendig. Die Schüsse stecken trocken. Well, so schießt mir einmal mit dem Schrotlauf den Vogel dort vom Busche. Das ist zu weit, meinte einer der Umstehenden. Wollen sehen, bemerkte ich. Ich langte nach der Schnur und setzte langsam und sehr bedächtig meinen Klemmer auf die Nase. Sofort brach der Dicke in ein lautes Gelächter aus. Ha, 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 eine Brille. Dieser deutsche Buchmacher kommt in diese alte Savanne, um mit dem Zwicker auf der Nase zu jagen. Ha, 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 ha. Auch die anderen lachten, ich aber meinte sehr ernsthaft. Was lacht ihr, Mischus? Wenn man dreißig Jahre lang über den Büchern sitzt, so leiden die Augen, und es ist besser, man tut mit der Brille einen guten Schuß als ohne dieselbe einen schlechten. Richtig, Sir, lachte der Dicke, aber ich möchte euch einmal sehen, wenn ihr so recht unerwartet einmal von den Rothäuten überfallen würdet. Ehe ihr den Klemmer Geputzten auf die Nase gebracht hättet, würdet ihr zehnmal skarpiert sein. Seht, nicht einmal den Vogel könnt ihr nun schießen, denn er ist bereits auf und davon geflogen. So suchen wir ein anderes Ziel, meinte ich ebenso kaltbürtig wie vorher. Der betreffende Vogel hatte in einer Entfernung von vielleicht 200 Schritten auf dem Busche gesessen, das wäre also ein sehr gewöhnlicher Schuss gewesen. Ich aber hatte hoch über uns eine Lerche trillern gehört und blickte jetzt nach oben. Seht ihr die Lerche da oben, Mischus? fragte ich. Ich werde sie herunterholen. Das ist ganz unmöglich, rief der Dicke. Laß das sein, denn ihr schießt doch nur ein Loch in die Luft. Das brächte nicht einmal der alte Sandsier oder Old Firehand fertig. Wollen sehen? Ich erhob die Büchse und drückte ab. Fort, lachte der Dicke. Der Schuss hat sie erschreckt, sie ist ausgerissen. Da sollt ihr doch gleich sehen, wozu die Brille nützlich ist, meinte ich, die Büchse absetzend. Geht doch einmal hinüber auf den Bahndamm, sie ist darauf niedergefallen, ungefähr 80 Schritte von hier. Ich deutete mit der Hand die Stelle an und sofort sprangen einige der Umstehenden hin. Sie brachten die Lerche, welche fast mitten durchschossen war. Der Dicke betrachtete abwechselnd sie und mich, dann rief er. Getroffen! Wahrhaftig getroffen! Und nicht mit Schrot, sondern mit der Kugel. Wollt ihr mit Schrot in eine solche Höhe schießen, Sir? fragte ich. Ein richtiger Savannenläufer wird sich überhaupt schämen, einen Schrotschuss zu tun. Das überlässt man den Kindern und den Aasjägern. Aber Sir, das ist ja ein Schuss, wie ich noch gar keinen gesehen habe, wunderte sich der Dicke. War das Zufall oder nicht? Gib mir ein zweites Ziel. Es ist gut, Sir, ich glaube es. Ihr scheint es darauf abgesehen zu haben, mit mir ein wenig Komödie zu spielen. Aber nun ist es gut. Kommt doch einmal ein weniges mit auf die Seite. Er zog mich von den anderen fort, dahin, wo die Pferdestopfen am deutlichsten zu sehen waren. Dort zog er ein Papier hervor und legte es in eine der Spuren. Well, es ist so, meinte er gedankenvoll. Sir, sagt mir einmal, ob ihr vielleicht Herr eurer Zeit seid, ob ihr direkt hinauf nach den Tetons wollt oder ob ihr vorher noch einen anderen Rund unternehmen könntet. Ich kann tun, was mir gefällt. Well, so will ich euch einmal etwas sagen. Habt ihr vielleicht schon einmal von dem dicken Fred Walker gehört? Ja, er soll ein tüchtiger Westmann sein. Er ist einer der besten Pfadfinder des Gebirges und spricht mehrere Indianerdialekte. Ich bin es, Sir. Das konnte ich mir denken. Hier meine Hand. Es freut mich von ganzem Herzen, euch getroffen zu haben, Sir. Wirklich? Nun, vielleicht lernen wir uns besser kennen. Ich habe nämlich mit einem gewissen Haller einige ernsthafte Worte zu sprechen. Er war in letzter Zeit der Anführer einer Schar von Bushheaders und Pferdedieben, ganz abgesehen von dem, was er von früher her schon auf dem Gewissen hat. Jetzt ist er mit seiner Bande weiter nach dem Westen gezogen, und ich folgte ihm. Dieses Papier ist die genaue Abbildung von den beiden Hinterhufen seines Pferdes. Sie stimmen ganz genau mit diesen Spuren überein, und da Haller mit dem rechten Beine hinkt, so bin ich überzeugt, dass er mit dem Anführer der Reeltrablers hier ganz eine und dieselbe Person ist. Haller? fragte ich. Wie ist sein Vorname? Sam, Samuel. Dort fliegt der verschiedene Namen zu tragen. Samuel Haller? Ah, von dem habe ich gehört. Ist er nicht der Buchhalter des Ölprinzen Rallo gewesen? Er ging seinem Herrn mit einer ganz bedeuteten Summe durch. Ja, das ist er. Er verführte den Kassierer, die Kasse zu räumen und mit ihm zu gehen. Dann erschoss er ihn. Er wurde von der Polizei verfolgt und tötete zwei Konstabler, die ihn fassen wollten. In New Orleans wurde er ergriffen, als er sich gerade einschiffen wollte. Es galang ihm auch dort zu entkommen, indem er den Kerkermeister erschlug. Dann ging er nach dem Westen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, da man ihm den Raub abgenommen hatte. Seit dieser Zeit hat er Verbrechen auf Verbrechen gehäuft und es wird Zeit, dass dies ein Ende nimmt. Ihr wollt ihn ergreifen? Mein muss er werden, tot oder lebendig. Ihr habt also eine persönliche Abrechnung mit ihm zu halten. Er blickte eine Weile vor sich nieder und antwortete dann. Ich spreche nicht gern davon, Sir. Vielleicht teile ich es euch noch mit, sobald wir uns erst näher kennengelernt haben. Und dass wir uns kennenlernen, das hoffe ich, Sir. Es ist ein wunderlicher Zufall, dass ich mich gerade in diesem Zuge befunden habe, aber trotzdem hätte ich die Spur dieses Halles wohl noch lange vergebens gesucht, wenn ihr es nicht gewesen wäret, der mich auf sie aufmerksam machte. Dass der Anführer der Reiltrablers lahm geht und einen braunen Hengst reitet, hätte ich nicht herausgebracht. Und doch ist es gerade dieses, was mir von der allergrößten Bedeutung ist. Ich werde hier den Zug verlassen, um der Spur zu folgen. Wollt ihr mich begleiten, Sir? Ich? Das Grinhorn? lächelte ich. Pschau! Ihr dürft mir dieses Wort gar nicht übel nehmen, denn euer ganzes Aussehen ist das eines Mannes, der in den Salon gehört, aber nicht in dieser Wanne. Habt doch all meine Lebtage noch keinen Menschen gesehen, der sich mit dem Zwicker auf der Nase hierher mitten in die alte Prärerie stellt, um einen Vogel zu schießen, der ihm davonfliegt. Das war ein Irrtum von mir, den ich euch gern abbitten will. Also, Sir, wollt ihr mit aussteigen? Hm. Wäre es nicht besser, euch den Männern anzuschließen, welche bald von den nächsten Stationen eintreffen werden, um die Reiltrablers zu verfolgen? Nein. Redet mir nicht von einer solchen Verfolgung. Ein einziger Westmann wiegt das schwerer als ein ganzes Schock solcher hergelaufener Pulverschnapper. Ich muss allerdings ehrlich sein und sagen, dass es kein geringes Wagnis ist, hinter solchen Leuten herzulaufen. Es hängt da das Leben eines Menschen nur an einem versenkten Haare. Aber ich meine, ihr seid der Mann, welcher Abenteuer sucht, und hier findet ihr eins, welches gar nicht interessanter sein könnte. Das ist richtig, antwortete ich. Es ist aber niemals meine Leidenschaft gewesen, mich in fremder Leute Sachen zu mischen. Dieser Samuel Haller geht mich gar nichts an, und ich weiß ja auch nicht, ob ich zu euch passen würde. Er blinzelte mich mit seinen kleinen Äuglein sehr schallkhaft an und sagte, Ihr meint es wohl umgedreht, ob ich zu euch passen würde. Na, da dürft ihr keine Sorge haben. Der dicke Walker ist nicht der Mann, der mit dem ersten besten Westleuchter Kameradschaft macht. Darauf könnt ihr euch getrost verlassen. Ich bleibe gern für mich, und wenn ich mich einmal einem anderen anschließe, so muss ich Vertrauen zu ihm haben, und es darf kein gewöhnlicher Kerl sein. Verstanden? In dieser Beziehung bin ich gerade wie ihr. Ich bleibe auch am allerliebsten für mich. Man kann hier in der Wahl seiner Gefährten nicht vorsichtig genug sein. Man findet hier einen Kameraden, legt sich das Abends nieder und ist am Morgen eine Leiche. Der Kamerad aber reitet mit seinem Raube Wohlgemut davon. Zauns! Denkt ihr etwa, dass ich ein solcher Schlingel bin, dass ich ein solcher Schlingel bin, Nein, ihr seid ein ehrlicher Kerl, das sieht man euch an. Ja, noch mehr, ihr gehört sogar zur Polizei, die doch keine Schlingels unter sich duldet. Er erschrak und wechselte die Farbe. Sir, rief er, was fällt euch ein? Still, Master Walker, euer ganzer Habitus ist zwar nicht sehr polizeimäßig, aber gerade deshalb seid ihr vielleicht ein sehr brauchbarer Detektiv. Ihr hieltet mich zwar für einen Neuling, aber ich habe euch doch durchschaut. Seid in Zukunft vorsichtiger. Wenn es in diesen Breiten herumgesprochen wird, dass der dicke Walker nur deshalb die Prärie durchstreift, um als Geheimpolizist gewisse abhandengekommene Gentlemen unschädlich zu machen, so habt ihr sehr bald den letzten Schuss getan. Ihr irrt euch, Sir, versuchte er mir zu versichern. Still, euer Abenteuer spricht mich an und ich würde mich euch sofort anschließen, um diesen Rehltrapplers einen Streich zu spielen. Die Gefahr könnte mich nicht abhalten, denn sie lauert ja überall auf unsereinen, soweit die Prärie reicht. Aber gerade, dass ihr Versteckens spielt, das hält mich ab. Wenn ich mich einem Menschen anschließen soll, so muss ich wissen, woran ich mit ihm bin. Er blickte nachdenklich zu Boden, dann erhob er den Kopf und meinte, Gut, Sir, ihr sollt wissen, woran ihr mit mir seid. Ihr habt trotz eures angeputzten Wesens etwas an euch, was auch einem alten Wildläufer Vertrauen machen kann. Ich habe euch im Waggon beobachtet und sage euch aufrichtig, dass ich euch gut geworden bin. Ich bin sonst ein einsamer, ungeselliger Junge. Euch aber hätte ich recht gern noch ein weniges bei mir und darum will ich aufrichtig sein. Ja, ich bin ein Beamter des Privatdetektivkorbs von Dr. Sumter in St. Louis. Meine Aufgabe ist, entflohenen Subjekten im Hinterwald nachzuspüren. Gewiss kein leichtes Leben, aber ich verwende meine ganze Kraft darauf. Weshalb ich das tue, erzähle ich euch später, wenn wir Zeit dazu haben. Es ist eine traurige Geschichte. Und nun sagt mir, Sir, ob ihr euch mir anschließen wollt. Ich will. Hier meine Hand. Wir wollen treue Kameraden sein und alle Not und Gefahr miteinander teilen, Master Walker. Er schlug mit freudigem Gesicht ein und sagte, Das soll ein Wort sein, Sir. Habt Dank für eure Einwilligung. Ich hoffe, dass wir uns nicht übel zusammenfinden werden. Aber lasst mir den Master Walker beiseite und nennt mich lieber Fred. Das ist kurz und bündig. Und ich weiß genau, wer gemeint ist. Ich darf wohl auch wissen, wie ich euch zu nennen habe? Ich nannte ihn meinem Namen und fügte hinzu. Ruft mich einfach Charles, das ist genug. Aber seht, der Damm ist ausgebessert und die Strecke wieder fahrbar. Man wird bald wieder einsteigen. So will ich Victory holen. Ihr braucht über ihn nicht zu erschrecken. Er sieht nach nichts mehr aus. Aber er hat mich zwölf Jahre lang getragen und ich möchte ihn nicht gegen den besten Renner der Welt vertauschen. Habt ihr noch etwas im Waggon? Nein. Aber Fred, wir werden diesen Leuten sagen, was wir vorhaben? Nein. Je weniger man von uns weiß, desto sicherer sind wir. Er trat an den Wagen, in welchem sich sein Pferd befand und ließ sich denselben öffnen. Das Terrain eignete sich nicht im Mindesten zum Ausladen eines Pferdes und es war auch kein Apparat dazu vorhanden. Aber es ging ganz anders, als ich dachte. Victory! Come on! Auf diesen Ruf des Jägers schickte das alte Tier zuerst seinen Kopf heraus, um sich das Terrain anzusehen, legte bedenklich die langen Ohren nach hinten und sprang da mit einem einzigen, wirklich verwegenen Satze heraus auf den Damm. Sämtliche Anwesende, welche bei diesem Sprunge zugegen waren, klatschten Beifall. Das Tier schien dies zu verstehen, es wedelte mit dem Schwanze und stieß ein lautes Viren aus. Dieses Pferd sah gar nicht so aus, als wenn es seinen Namen Victory, Sieger, mit nur der allergeringsten Spur von Recht trage. Es war ein dürrer, hochbeiniger Fuchs, der sicherlich bereits zwanzig Jahre zählte. Die Mähne war ihm ganz abhanden gekommen, der Schwanz zeigte nur noch einige ganz dürre Haarsträhnen und die Ohren sahen aus wie zwei Kaninchenlöffel im Superlativ. Dennoch hatte ich alle Achtung vor dem Tiere, zumal da ich sah, dass es ausschlug und biss, als einer der Männer vertraulich nach ihm langte. Victory hatte, wie man sieht, große Ähnlichkeit mit der alten Toni meines guten Sons ihr. Er war gesattelt und gezäumt. Fred bestieg ihn und sprengte den stallen Damm hinab, ohne den anderen irgendeine Bemerkung zu machen. Sie bekümmerten sich auch nicht weiter um uns. Wir waren ihnen ja fremd und es war ihnen also vollständig gleichgültig, dass wir den Zug verließen. Unten am Damm hielt Walker an. Seht ihr, Charles, wie gut es nun wäre, wenn ihr ein Pferd hättet? meinte er. Es wird nicht lange dauern, so haben wir eins, antwortete ich. Mit Hilfe eures Victory werde ich mir sehr leicht eins fangen. Ihr? Das müsste ich fangen, denn ich gebe euch mein Wort, dass ihr den Victory nicht reiten könnt. Ihr trägt keinen anderen Menschen als nur mich allein. Das würde sich finden. Es ist aber so, ich versichere es euch. Wir könnten, damit euch das Laufen nicht so sehr angreift, zuweilen mit dem Pferde wechseln, aber es wirft euch sicher ab und so seid ihr zum Marschieren verurteilt, bis wir eine Mustang-Herde treffen. Das ist höchst unangenehm, da wir auf diese Weise nur langsam vorwärtskommen und sehr viele Zeit versäumen. Aber seht, da steigen die Leute ein, der Zug will weitergehen. Es war so, wie er sagte. Die Maschine gab Dampf, die Räder bewegten sich und der Zug rollte dem Westen wieder entgegen. Nach wenigen Augenblicken war er und sein Augen entschwunden. Hängt eure schwere Büchse an meinen Sattel, sagte Walker. Ein guter Jäger trennt sich keinen Augenblick von seinem Gewehre, antwortete ich. Ich danke euch, Fred. Vorwärts! Ich werde langsam reiten, Charles. Lasst den Victory immer einen kräftigen Schritt nehmen. Ich bin ein guter Läufer und halte aus. Well, so kommt. Ich warf die Decke über, hing den Stutzen über die Achsel, schulterte die Büchse und schritt an der Seite des Reiters vorwärts. Die Verfolgung der Reeltrablers begann. Ihre Fährte war so deutlich, dass wir uns nicht die mündeste Mühe zu geben brauchten, sie aufzuspüren. Sie wies beinahe gerade nach Norden zu und wir folgten ihr ohne Aufhalten bis um die Mittagszeit, wo wir einen kurzen Halt machten, um den Victory ausruhen zu lassen und einen kleinen Imbiss zu uns zu nehmen. Er bestand aus dem Wenigen was wir zufällig eingesteckt hatten, denn es war uns nicht eingefallen, uns mit Hilfe der Vorräte des Zuges zu verproviantieren. Solange der Savannenmann eine Büchse und Munition besitzt, brauchte er keinen Hunger zu leiden. Und in dieser Beziehung war ich gut versehen, denn mein wasserdichter Ledergürtel enthielt so viele Patronen, dass ich keine Sorge zu haben brauchte. Das Land, in welchem wir uns befanden, war hügelig und recht gut bewaldet. Die Spur führte an einem kleinen Flusser aufwärts, dessen Ufer teils sandig und teils mit einer so fetten Grase bewachsen waren, dass die Hufe der Pferde einen stets sichtbaren Eindruck hinterlassen hatten. Am Nachmittag geschoss ich einen recht feisten Waschbären, welcher uns ein gutes Nachtmahl versprach. Als es dunkel wurde, machten wir in einer kleinen, von dichtem Baumwuchse verhüllten Felsenschlucht Halt, wo wir ohne Sorge um Entdeckung ein Feuer anzünden und den Waschbären braten konnten. Wir fühlten uns an diesem Orte so vollständig sicher, dass wir es für überflüssig hielten, Wache zu halten, sondern uns alle beide schlafen legten, nachdem Fred seinen Victory versorgt hatte. Am anderen Morgen brachen wir See in der Früh auf und erreichten am Nachmittag den Ort, an welchem die Reldtrabblers während der verflossenen Nacht gelagert hatten. Sie hatten mehrere offene Feuer gebrannt, schienen also jeder Verfolgung Hohn sprechen zu wollen. Gegen Abend ritten und gingen wir denselben Flüsschen entlang über eine Ebene hin und hielten auf eine Ecke zu, welche der Urwald gegen das Grasland bildete. Wir hatten die Verfolgten fast eine ganze Tagesreise vor uns und fühlten uns umso sicherer, als wir auch nicht die mindeste Spur von der Anwesenheit eines anderen Menschen bemerkt hatten. Wir erreichten die Ecke und wollten um dieselbe biegen, als wir beide plötzlich zurückfuhren. Vor uns hielt ein Indianer, der zu derselben Minute im Begriffe gestanden hatte, von der anderen Seite um die Spitze zu biegen. Er war mit einem Rappen beritten und führte ein mit einem beladenen Packsattel aufgeschüttetes Pferd neben sich. In ganz demselben Moment, als er uns erblickte, glitt der Blitz schnell vom Pferde, sodass er hinter demselben Deckung bekam und schlug die Büchse auf uns an. Das ging so schnell, dass ich von ihm nur die Gestalt gesehen hatte, aber auch nur sehr flüchtig und undeutlich. Auch Fred war mit derselben Gewandheit von seinem Pferde gesprungen und hatte sich hinter dasselbe gestellt. Ich aber schnellte mich mit einem raschen, weiten Satze in die Waldecke hinein und fasste hinter einer starken Blutbuche Posto. Kaum jedoch stand ich da, so blitzte die Büchse des Indianers auf und seine Kugel schlug in den Stamm der Buche. Nur den zehnten Teil eines Augenblicks früher, so hätte sie mich durchbohrt. Dieser Mann hatte sofort erkannt, dass ich ihm gefährlicher sei als Fred, weil ich, durch die Bäume gedeckt, ihn und seinem Pferde umgehen und dann von hinten auf ihn schießen konnte. Schon während meines Sprunges hatte ich die Büchse halb erhoben, jetzt aber, als die Kugel in den Baum schlug, ließ ich sie wieder sinken. Warum? Ein jeder erfahrene Westmann weiß, dass ein jedes Gewehr seine eigene Stimme hat. Es ist unendlich schwierig, den Krach zweier Büchsen in dieser Beziehung zu unterscheiden, aber das Leben in der Wildnis schärft die Sinne bis zur höchsten Potenz und wer eine Büchse öfters gehört hat, der kennt ihren Knall unter Hunderten heraus. Daher kommt es, dass Jäger, die sich früher trafen und dann lange Zeit nicht mehr sahen, sich bereits von weitem an der Stimme ihrer Gewehre wiedererkennen. So ging es auch mir in diesem Augenblicke. Die Büchse, mit welcher der Wilde jetzt geschossen hatte, hatte ich während meines ganzen Lebens nicht vergessen können. Ich hatte ihren scharfen, sonoren Knall während langer Zeit nicht gehört, erkannte ihn aber im Augenblicke. Sie gehörte dem berühmten Apatschenhäuptling Winnetou, jenem Indianer, von dem Walker gestern am Bahndamme gesprochen hatte und der mein Freund und Lehrer gewesen war im wildesten Wald- und Savannenleben. War er es selbst, der sie jetzt noch trug oder war sie in eine andere Hand übergegangen? Ich rief in der Mundart der Apatschenhäupte hinter dem Baum hervor. »Tuselkita, schießt »Schieß nicht, ich bin dein Freund.« »Totisza tapi, ni Pennyyil.« »Ich weiß nicht, wer du bist. Komm heraus«, antwortete er. »Ni Winnetou karl, mein Freund, mein Bruder«, fuhr er beinahe weinend vor Freude fort, »Ski inter, nie inter, schi itchi, nie itchi.« »Mein Auge ist dein Auge und mein Herz ist dein Herz.« Auch ich war so ergriffen von diesem so ganz und gar unerwarteten Wiedersehen, dass mir das Wasser in die Augen trat. Es konnte mir nichts Glücklicheres geschehen, als ihn hier zu treffen. Er blickte mich immer von neuem mit liebevollen Augen an, er drückte mich immer von neuem an seine Brust, bis er sich endlich erinnerte, dass wir nicht allein waren. »Ti-Ti-Ute, wer ist dieser Mann?« fragte er auf Worke deutend. »Aguran-Ute-Nsho-Shi-Shteke-Ni-Shteke. Er ist ein guter Mann, mein Freund und auch dein Freund,« antwortete ich. »Ti-Ten-Lir-Aguan? Wie ist sein Name?« »The Thick Walker«, nannte ich englisch den Namen meines Gefährten. Da streckte er auch Fred die Hand entgegen und begrüßte ihn. »Der Freund meines Bruders ist auch mein Freund. Fast hätten wir uns erschossen, aber Charlie hat die Stimme meiner Büchse erkannt, wie ich auch die seiniger erkannt hätte. Was tun meine weißen Brüder hier?« »Wir verfolgen die Feinde, deren Fährte du hier im Grase siehst,« antwortete ich. »Ich habe sie erst vor einigen Minuten erblickt, ich komme von Osten her an dieses Wasser. Was für eine Farbe haben diese Männer, denen ihr folgt? Es sind Weiße und einige Ogallala.« Bei dem letzten Worte zogen sich seine Brauen zusammen. Er legte die Hand auf den glänzenden Tomahawk, welcher in seinem Gürtel steckte, und sagte, »Die Söhne der Ogallala sind wie die Kröten. Wenn sie aus ihren Löchern kommen, so werde ich sie zertreten. Darf ich mit meinem Bruder Charlie gehen, um die Ogallala zu sehen?« Nichts konnte mir willkommener sein als diese Frage. Wenn wir Winnetou zu unserem Verbündeten erhielten, so war das ebenso, als wenn zwanzig Westmänner zu uns gehalten hätten. Ich wusste zwar, dass er nach so langer Trennung mich keineswegs so gleich verlassen würde, aber dass er sich selbst zur Begleitung anbot, das war ein Zeichen, dass ihm unser Abenteuer ein Willkommenes sei. Darum antwortete ich, »Der große Häuptling der Apachen ist uns gekommen wie der Sonnenstrahl dem kalten Morgen. Sein Tomahawk mag wie der Unserige sein. Meine Hand ist eure Hand, und mein Leben ist euer Leben. Haug!« Was meinen dicken Fred betrifft, so war es ihm sehr deutlich anzusehen, welchen gewaltigen Eindruck der Apache auf ihn machte. Es wäre jedem anderen auch so ergangen, denn Winnetou war wirklich das Prachtenexemplar eines Indianers, und sein Anblick musste einen jeden Westmann entzücken. Er war nicht etwa übermäßig hoch und massig gebaut, sondern gerade die zierlichen, dabei aber äußerst nervigen Körperformen und die Spannkraft einer jeder seiner Bewegungen hätten auch dem stärksten und erfahrensten Trapper imponiert. Er trug ganz dieselbe Kleidung und Bewaffnung wie früher, als wir uns unten am Rio-Pecos trafen und dann oben bei den Schlangen in Jana wieder trennten. Wie er jetzt vor uns stand, so hatte ich ihn stets gesehen, nett und sauber in seiner ganzen Erscheinung, ritterlich und gebieterisch in dem ganzen Eindrucke, den er machte, jeder Zoll an ihm ein Mann, ein Held. Der dicke Fred war jedenfalls am meisten darüber überrascht, dass an diesem Innsmann alles glänzte und flimmerte, dass an ihm nicht die leiseste Spur eines Fleckes zu entdecken war, und der Blick der kleinen Äuglein flog so sprechend zwischen mir und Winnetou hin und her, dass ich erriet, welche Parallele er zwischen uns zog. Meine Brüder mögen sich niedersetzen, um die Pfeife des Friedens mit mir zu rauchen, sagte der Apache. Er setzte sich gleich da, wo er standen, das Gras, langte in den Gürtel und zog ein kleines Quantum Tabak, welcher mit wilden Hanfblättern vermischt war, hervor, mit dem er sein mit Federn geschmücktes Kalumet stopfte. Wir nahmen neben ihm Platz. Die Zeremonie der Friedenspfeife war unumgänglich notwendig, denn sie besiegelte das Bündnis, welches wir geschlossen hatten, und ehe sie nicht geraucht war, hätte Winnetou sicher kein einziges Wort über unseren Plan gesprochen. Als er den Tabak in Brand gesteckt hatte, erhob er sich und stieß einen Mund voll Rauch grad zum Himmel empor und ebenso einen grad zur Erde nieder. Dann verneigte er sich nach den vier Himmelsgegenden, indem er vier Züge aus der Pfeife tat und den Rauch nach den betreffenden Richtungen blies. Hierauf setzte er sich nieder und gab mir die Pfeife mit den Worten. Der große Geist hört meinen Schwur. Meine Brüder sind wie ich und ich bin wie sie. Wir sind Freunde. Ich ergriff das Kalumett, erhob mich, tat wie er und sagte dann, der große Manitou, den wir verehren, beherrscht die Erden und die Sterne. Er ist mein Vater und dein Vater, o Winnetou. Wir sind Brüder und werden uns beistehen in jeder Gefahr. Die Pfeife des Friedens hat unseren Bund erneut. Ich gab die Pfeife an Walker, der ebenso wie wir vorher den Rauch nach den vier Richtungen ausschließend dann gelobte. Ich sehe den großen Winnetou, den herrlichsten Häuptling der Mescaleros, Membrennus und Apachen. Ich trinke den Rauch seiner Pfeife und ich bin sein Bruder. Seine Freunde sind meine Freunde und seine Feinde meine Feinde und nie soll dieser Bund gebrochen werden. Er nahm dann wieder Platz und gab dem Apachen die Pfeife zurück, welche dieser weiterrauchte. Jetzt war der Sitte genüge getan und wir konnten uns besprechen. Mein lieber Bruder Charlie mag mir erzählen, was er erlebt hat, seit er von mir geschieden ist, barb mich jetzt Winnetou. Ich folgte diesem Wunsch so kurz wie möglich. Was ich seit unserer letzten Trennung getan hatte, das konnte ich ihm später ausführlich erzählen. Dann forderte ich ihn auf. Mein Bruder Winnetou sage mir, was er erlebt hat, seit ich ihn nicht sah und wie er so entfernt von dem Wegbom seiner Väter auf das Jagdgebiet der Siogs kommt. Er tat einen langen, bedächtigen Zug aus dem Kalumet und antwortete dann, Das Wetter stürzte das Wasser aus den Wolken herab und die Sonne trägt es wieder empor. So ist es mit dem Leben des Menschen. Die Tage kommen und verschwinden. Was soll Winnetou viel erzählen von den Sonnen, die vorüber sind? Ein Häuptling der Siogs Dakota beleidigte mich. Ich folgte ihm und nahm seinen Skalb. Seine Leute verfolgten mich. Ich vernichtete meine Pferde, kehrte zu ihren Wegbombs zurück und holte mir die Zeichen meines Sieges, welche ich auf das Pferd des Häuptlings lud. Da steht es. Mit diesen wenigen, anspruchslosen Worten berichtete dieser Mann eine Heldentat, zu deren Erzählung ein anderer die Zeit von Stunden gebraucht hätte. Aber so war er. Er hatte von den Ufern des Rio Grande im Süden bis weit hinauf zum Milchriver im Norden der Vereinigten Staaten monatelang einen Feind durch Urwilder und Prärien verfolgt, diesen endlich im männlichen, offenen Krampfer besiegt, sich dann mitten in das Lager der Gegner gewagt und ihnen die köstlichsten Trophäen abgenommen. Das war ein Stück, welches ihm kein anderer nachmachte, und wie bescheiden berichtete er es. Er fuhr fort. Meine Brüder wollen die Orgelala und die meisten Männer verfolgen, welche man Reeltrablers nennt. Dazu bedarf es guter Pferde. Will mein Freund Charlie das Rost des Sioux Stakuta reiten? Es hat die beste indianische Dressur, und er versteht sich auf dieselbe besser als ein anderes Bleichgesicht. Bereits früher hatte er mir einen herrlichen Mustang geschenkt. Ich wollte also die Gabe ablehnen, antwortete daher. Ich bitte meinen Bruder um die Erlaubnis, mir ein Pferd selbst zu fangen. Das Rost des Stakuta hat die Beute zu tragen. Er schüttelte den Kopf und ergegnete. Warum will mein Bruder vergessen, dass alles sein ist, was mir gehört? Warum will er große Zeit versäumen mit der Pferdejagd? Soll diese Jagd uns den Orgelala verraten? Glaubt ihr, dass Winnetou Beute bei sich führen wird, wenn er der Pferde der Sioux folgt? Winnetou wird sie vergraben, und das Pferd wird ledig sein. Hauk! Dagegen war nichts zu machen. Ich musste die Gabe annehmen. Übrigens hatte ich das Pferd schon längst mit bewundernden Augen betrachtet. Es war ein Schwarzschimmel von dunkelster Färbung, kurz gebaut, kurz gefesselt, fein und doch kräftig gegliedert und so sichtbar geärdert, dass man seine Freude an ihm haben musste. Die volle Mähne hing ihm bis über den Hals hinab. Der Schweif berührte beinahe den Boden. Das Innere der Nüstern zeigte jene rötliche Färbung, auf welche der Indianer so sehr viel gibt. Und in den großen Augen lag bei allem Feuer des Ausdrucks doch eine Art ruhige Überlegung, welche hoffen ließ, dass ein guter Reiter sich auf dieses Pferd verlassen könne. Aber der Sattel, bemerkte Fred, ihr könnt doch nicht auf einem Packsattel reiten, Charles. Das ist das Wenigste, antwortete ich. Habt ihr noch nicht gesehen, wie ein Innsmann einen Reitsattel aus dem Packsattel macht? Seid ihr noch nicht dabei gewesen, wenn ein geschickter Jäger sich mit der Hilfe der noch rauchenden Haut eines frisch erlegten Wildes einen ganz leiblichen Sattel herstellt? Ihr sollt sehen, dass ich bereits morgen mit einem so bequemen Sitze versehen bin, dass ihr mich um denselben beneiden werdet. Der Apache nickte zustimmen und meinte, Winnetou hat nicht weit von hier am Wasser die frische Spur eines großen Wolfes gesehen. Ehe die Sonne untergegangen ist, werden wir sein Fell und seine Rippen haben, welche einen guten Sattel geben. Haben meine Brüder Fleisch zu essen? Als ich bejahend antwortete, fuhr er fort. So mögen meine Brüder aufbrechen, um mit mir den Wolf zu holen und einen Lagerplatz zu suchen, an welchem ich die Beute vergraben kann. Sobald die Sonne am Morgen erscheint, werden wir den Spuren der Rail-Trabblers folgen. Sie haben die Wagen des Feuerrostes zerstört. Sie haben viele ihrer weißen Brüder beraubt, getötet und verbrannt. Der große Geist ist zornig über sie und wird sie in unsere Hände geben, denn sie haben nach dem Gesetze der Savanne den Tod verdient. Wir verließen den Platz, an welchem ein ebenso merkwürdiges wie glückliches Zusammentreffen stattgefunden hatte. Der Lagerplatz des Wolfes war bald gefunden. Wir erlegten das Tier, welches zu der Art gehörte, welcher der Indianer Koyote nennt, und saßen kurze Zeit später am Feuer, um einen Sattel anzufertigen. Am anderen Morgen vergruben wir die Beute Winnetous, welche aus indianischen Waffen und Medizinsäcken bestand, und bezeichneten den Ort, um ihn später wiederfinden zu können. Dann brachen wir auf, den Mördern nach, die wohl verächtlich gelacht hätten, wenn ihnen bekannt gewesen wäre, dass drei Männer es wagten, sie, die Anzahl so Überlegenen, zur Rechenschaft zu ziehen. Ende von Abschnitt 19 Abschnitt 20 aus Winnetou 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel Heldorf Settlement Der alte Victory hielt sehr gut aus, und so kamen wir recht schnell vorwärts. Bereits am Mittag erreichten wir den letzten Lagerplatz der Rail-Trabblers, waren ihnen also fast um einen halben Tagesritt näher gekommen. Die Spur, welcher wir folgten, hatte das Flüsschen verlassen und sich in ein langes Seitental gezogen, durch welches sich ein Bach schlängelte. Ich bemerkte, dass Winnetou von jetzt ab den Boden weit aufmerksamer betrachtete als bisher, auch suchten seine Augen den Rand des Waldes, welcher von beiden Seitenhöhen bis auf die Sohle des Tales hinunter trat, zu durchdringen. Endlich hielt er gar an und wandte sich, da wie einer hinter dem anderen ritten und er der vorderste war, zu mir um. »Uff«, rief er, »was sagt mein Bruder Charlie zu diesem Wege?« »Er wird hinauf bis zum Höhenkampf führen.« »Und dann?« »Auf der anderen Seite wird sich das Ziel der Rail-Trabblers befinden.« »Welches Ziel wird dies sein?« »Der Weideplatz der Orgelaller.« Er nickte. »Mein Bruder Charlie hat noch immer das Auge des Adlers und die Witterung des Fuchses. Er hat richtig geraten«, sagte er und ritt dann vorsichtig weiter. »Wieso?«, fragte Walker. »Weideplatz der Ogelaller?« »Ich habe euch bereits einmal gefragt, ob ihr glaubt, dass sich drei Indianer ohne ganz besondere Gründe einer solchen Schar von Weißen anschließen,« antwortete ich. »Es gibt im wilden Westen mehr Rote als Weiße, und so wird es ja auch in unserem Falle sein.« »Pschah, ich verstehe euch nicht, Charles.« »Nun, die drei Ogelaller werden, sozusagen, den Rail-Trabblers als Aufsicht mitgegeben worden sein.« »Ah, inwiefern?« »Von wem?« »Hm.« »Nimmt es mir nicht dübel, lieber Fred, aber die Rollen scheinen sich vertauscht zu haben. Heute möchte ich euch ein Greenhorn nennen.« »Heiho!« »Glaubt ihr, dass eine Bande von über zwanzig weißen Spitzbuben hier in dieser Gegend ihr Wesen treiben kann, ohne von den Roten bemerkt zu werden?« »Nein, sicherlich nicht.« »Wozu werden also die Weißen gezwungen sein?« »Hm. Ja, sie werden sich unter den Schutz der Roten stellen müssen.« »Richtig. Werden sie diesen Schutz umsonst haben?« »Nein, sie werden ihn bezahlen müssen.« »Womit?« »Mit dem, was sie haben, natürlich. Mit Beute.« »Schön. Begreift ihr nun, was wir beide meinen, Winnetou und ich?« ah das also ist es die weißen haben den zug überfallen um ihren tribut zu bezahlen und die drei ogolala waren die exekutoren vielleicht ist es so vielleicht auch nicht sicher aber ist es daß unsere ehrenwerten weißen brüder bald zu einer größeren truppe von rothäuten stoßen werden das sagte ich doch bereits da unten an der eisenbahn aber weiter glaubt ihr etwa dass sich rote und weiße zusammengetan haben nur um sich zu pflegen und auf die bärenhaut zu legen auf keinen fall das ist auch meine meinung ihr könnt euch darauf verlassen dass sie bald eine neue teufelei aushicken werden besonders da die letzte so gut gelungen ist was könnte das sein hm ich habe so meine ahnung das wäre viel vorausahnen was leute tun werden die man noch nicht einmal gesehen hat charles ich habe in der letzten zeit gewissermaßen respekt vor euch bekommen aber mit dieser ahnung wird es wohl nichts sein wollen sehen ich habe mich genugsam unter den insmen umhergetrieben um ihre art und weise zu kennen und wisst ihr auf welche weise man am besten erraten kann was ein mensch tun wird nun wenn man sich recht lebhaft in die lage versetzt in welche er sich befindet und dabei seinen charakter mit in rechnung zieht soll ich einmal so kühn sein zu raten ihr macht mich wahrlich neugierig gut wem hat unser zugpersonal wohl zuerst die zerstörung der bahn und die vernichtung des zuges gemeldet doch jedenfalls der nächsten station von da aus wird man also auch männer zur unglücksstelle senden um sie zu untersuchen und die täter zu verfolgen nicht jedenfalls dadurch aber wird diese station von leuten entblößt und sie kann also ohne sehr große gefahr überfallen werden ich gärt jetzt ahne ich was ihr denkt nicht wahr die stationen sind jetzt hier noch temporär es fragt sich an welchen punkte man genug leute haben wird um ein detachment entbehren zu können meiner ansicht nach wird dies wohl echo canyon sein charles ihr könnt recht haben die regeltrabbles und die roten wissen jedenfalls ebenso genau wie wir dass der ort dann entblößt ist rechnen wir auch noch dazu dass die sioks ihre kriegspfeile ausgegraben und sich mit den kriegsfarben bemalt haben dass sie also ohne allen zweifel feindseligkeiten beabsichtigen so ist fast zu ahnen dass sie es jetzt auf echo canyon abgesehen haben werden doch seht da ist der quell des baches jetzt geht es steil berg an und wir haben keine zeit zum plaudern mehr wir ritten jetzt unter hohen bäumen eine steigung hinan das terrein war schwierig und wir mussten achtung geben oben breitete sich die höhe plateau ortig aus und sank dann wieder zu tale wo wir bald wieder einen kleinen wasserlauf erreichten welcher nach osten ging hier hatten die verfolgten zur mittagszeit halt gemacht und sich dann mit dem abbiegenden wasser nordwärts gewendet wir kamen durch mehrere kleine täler durch einige schluchten und die spuren wurden nach und nach immer frischer so daß wir uns zu immer größerer vorsicht veranlasst sahen endlich erreichten wir gegen abend die höhe eines langgestreckten bergrückens und schon wollten wir auf der anderen seite abwärts biegen als der voranreitende apache sein pferd anhielt und mit der ausgestreckten hand vorwärts zeigte uff rief er aber mit gedämpfter stimme wir hielten an und wandten unsere blicke in die angedeutete richtung zu unserer rechten hand breitete sich tief unten eine kleine ebene aus deren umfang vielleicht eine stunde betragen mochte sie war offen und mit gras bewachsen auf ihr erblickten wir eine ganze anzahl von indianerzelten bei denen reges leben herrschte ledige pferde weideten im fetten grün und zahlreiche männer waren ringsumher beschäftigt man hatte fleisch gemacht außerhalb der zelte lagen die skelette einiger büffel und über stangen hatte man schnuren gezogen an denen dünne stücke des büffelfleisches zum trocknen aufgehängt waren ogelalas sagte fred seht ihr daß ich recht hatte sagte ich zweiunddreißig zelte fügte er hinzu winnetou hielt sein auge scharf hinuntergerichtet und sagte dann 200 krieger und die weißen sind bei ihnen bemerkte ich wir wollen die pferde zählen so gehen wir am sichersten wir konnten die ganze ebene übersehen und zählten 205 pferde für einen jagdzug hatte man zu wenig fleisch gemacht auch war dieses tal kein ort zu einem einträglichen büffelfang wir hatten es also mit einem kriegszug zu tun was auch die schilde bewiesen welche wir sahen auf der jagd ist der schild ja mehr hinderlich als förderlich das größte zelt stand etwas abseits von den übrigen und die adlerfedern welche seine spitze zierten ließen erraten dass es das häuptlingszelt sei was sagt mein bruder charlie werden diese kröten von ogelala noch lange hier bleiben fragte winnetou nein woraus schließt ihr das charles forschte fred eine solche frage ist schwer und auch zu wichtig für uns als dass man sie so schnell beantworten kann seht euch die gerippe der geschlachteten büffel an fred sie werden euch die frage genau beantworten ah wieso die knochen sehen bereits weiß aus sie sind gebleicht und liegen wohl schon vier oder fünf tage an der sonne das fleisch ist also wohl ziemlich trocken meint ihr nicht jedenfalls nun so können die roten also aufbrechen oder meint ihr dass sie hier bleiben werden um noch einige partien schach oder dame zu ziehen ihr werdet spitzig sir wollte nur hören was ihr sagtet ah da tritt einer aus dem zelte wer mag das sein der apache griff in die tasche und zog ein fernrohr hervor das war gewiss ein seltener gegenstand in der hand eines indianers auch fred walker war überrascht aber winnetou hatte die städte des ostens gesehen und es sich da gekauft er schob die glieder des rohres auseinander und setzte es an das auge um den indianer von dem fred gesprochen hatte genauer zu betrachten als er es wieder absetzte und mir hinreichte zuckte ein grimmiges wetterleuchten über sein gesicht ko itze der lügner und verräter zöhnte er winnetou wird seinen tomahawk in seinen schädel pflanzen ich blickte durch das rohr und sah mir den ogelala mit großem interesse an ko itze heißt feuermund der träger dieses namens war also ein guter redner ein sehr verwegener krieger und ein unversöhnlicher feind der weißen in der ganzen savanne und im ganzen gebirge bekannt wenn wir es mit ihm zu tun bekamen so hatten wir uns vorzusehen ich gab das rohr auch walker zum gebrauch und bemerkte dabei es wird geraten sein uns zu verbergen es sind weit mehr pferde als männer zu säen und wenn auch viele der letzteren in den zelten liegen mögen so ist doch immerhin anzunehmen dass noch welche in der gegend umherschweifen meine brüder mögen warten meinte der apache winnetou wird einen ort suchen wo er sich mit den freunden verbergen kann er verschwand unter den bäumen und kehrte erst nach langerer zeit zurück dann führte er uns seitwärts längs des höhenrückens hin auf eine stelle zu an der das unterholz so dicht war dass wir es kaum zu durchdringen vermochten im inneren dieses dickichts war genug spielraum für uns und unsere pferde welche wir anbanden statt sie anzuhobbeln während der apache zurückkehrte um unsere spuren unbemerkbar zu machen hier lagen wir bis zum dunklen abende im tiefen duftenden waldgrase jeden augenblick bereit beim geringsten verdächtigen geräusch aufzuspringen und den pferden die nasen zu verschließen damit ihr schnauben uns nicht verraten könne als es vollständig finster war schlich sich winnetou davon und kehrte bald mit der nachricht zurück dass man unten einige feuer angebrannt habe diese menschen fühlen sich sehr sicher sagte fred wenn sie wüssten dass wir ihnen so nahe sind dass sie verfolgt werden können sie sich denken antwortete ich wenn sie sich also heute noch sicher fühlen so kann dies nur daher rühren dass sie überzeugt sind dass die stationsleute noch nicht hier sein können daraus möchte ich schließen dass sie morgen aufbrechen werden wir müssen versuchen etwas zu erfahren winnetou wird gehen sagte der apache ich gehe mit meinte ich fred mag bei den pferden bleiben die gewehre lassen wir hier sie würden uns nur um wege sein messer und tomahawk sind genug und im äußersten notfalle haben wir noch die revolver unser dicker fred war sofort einverstanden zurückzubleiben er besaß jedenfalls mut genug aber wenn es nicht durchaus nötig war liebte er es wohl nicht sein leben zu exponieren und ein wagens war es doch jedenfalls hinunter in das tal zu steigen um die ogolala zu belauschen wer von ihnen entdecken und ergriffen wurde der war auf jeden fall verloren wir standen drei oder vier tage vor dem neumond der himmel war bewölkt und kein stern ließ sich sehen die nacht war also für unser vorhaben sehr günstig wir tappten uns aus dem dickicht heraus bis zu der stelle hin an welcher wir am nachmittag gehalten hatten winnetou geht rechts und mein bruder charlie mag links gehen flüsterte der apache und im nächsten augenblicke war er bereits lautlos im dunkel des waldes verschwunden ich folgte der weisung des freundes und schlich mich an der linken seite des ziemlich stallen abhanges hinunter ich erreichte mich unhörbar zwischen den büschen und bäumen hinabwindend die sohle des tales und erblickte nun die lagerfeuer vor mir jetzt nahm ich das bobi messer zwischen die zähne legte mich lange das gras und schob mich langsam vorwärts dem hauptlingszelte zu welches in einer entfernung von ungefähr 200 schritten vor mir lag vor demselben brannte ein feuer aber das zelt warf seinen dunklen schatten auf mich ich gelangte nur zoll für zoll vorwärts doch hatte ich die luft gegen mich und brauchte daher keine sorge vor den pferden zu haben welche die annäherung eines fremden immer mit einem lauten schnauben zu verraten pflegen in dieser beziehung hatte winnetou mehr schwierigkeiten zu überwinden als ich so war weit über eine halbe stunde vergangen ehe ich die 200 schritte zurückgelegt hatte nun lag ich unmittelbar hinter dem büffelhautzelte des häuptlings und die männer welche am feuer saßen befanden sich höchstens acht ellen vor mir sie unterhielten sich sehr lebhaften englischer sprache miteinander und als ich es wagte den kopf ein wenig vorzustrecken um sie sehen zu können bemerkte ich dass es fünf weiße und drei indianer waren diese letzteren verhielten sich ruhig nur der weiße wird am lagerfeuer laut während der einsilbige und vorsichtige indianer mehr durch zeichen als durch worte redet auch das feuer brannte hell und nicht nach indianischer weise einer der weißen war ein langer bärtiger mensch welcher eine schmarre die von einem messerschnitte her zu rühren schien auf der stirn trug er schien das große wort zu führen und die art und weise wie die anderen sich zu ihm stellten ließ vermuten dass er eine respektsperson sei ich konnte an jedes wort hören welches von den leuten gesprochen wurde und wie weit wird es sein von hier bis echo canyon fragte der eine ungefähr 100 meilen antwortete der lange in drei tage märschen ist es sehr leicht zu erreichen aber wenn unsere berechnung falsch ist wenn man uns nicht verfolgt hat und die leute dort also vollzählig sind der lange lachte in wegwerfender weise und antwortete unsinn man wird uns verfolgen das ist sicher wir haben ihnen ja die fährte deutlich genug gemacht es sind ungefähr gegen 30 menschen mit dem zuge umgekommen und wir haben eine schöne beute gemacht das wird man nicht hingehen lassen ohne wenigstens den versuch zu machen uns einzuholen wenn das stimmt so muss der coop gelingen sagte der andere wie viele leute sind in echo canyon beschäftigt rollins gegen 150 antwortete der genannte alle gut bewaffnet außerdem gibt es dort einige wohlgefüllte stores mehrere trink salons und dass wir eine volle bau und verwaltungskasse finden darüber brauchen wir keine sorge zu tragen ich habe gehört dass diese kasse alle zwischen green river und promontori vorkommenden ausgaben zu bestreiten hat das ist eine strecke von über 230 meilen und es lässt sich also vermuten dass da viele tausende vorhanden sein müssen hi day das lässt sich hören und du glaubst dass wir die verfolger von unserer spur weg bringen auf jeden fall ich kalkuliere dass sie morgen am nachmittag hier sein werden wir brechen mit dem morgengrauen auf gehen erst eine strecke nach norden und heilen uns dann nach verschiedenen richtungen in so viele trupps dass sie nicht wissen welcher spur sie folgen sollen später verwischt an jeder trupp seine spur auf das sorgfältigste und wir kommen da unten am green fog wieder zusammen von da aus vermeiden wir alle offenen plätze und können von heute an in vier tagen in echo canyon sein schicken wir boten voraus das versteht sich sie gehen morgen früh direkt nach dem canyon und erwarten uns dort am painter hill das ist schon alles bestimmt selbst wenn die arbeiter vollzählig im canyon vorhanden wären brauchten wir keine sorge zu haben wir sind ihnen überlegen und ehe sie zu den waffen greifen wird der größte teil von ihnen gefallen sein ich hätte wahrhaftig in keinem besseren augenblick den lauscher machen können denn was ich hier erfuhr das war weit mehr als ich hätte erwarten dürfen sollte ich länger bleiben nein mehr konnte ich auf keinen fall erfahren und der geringste umstand konnte meine anwesenheit verraten ich zog mich also langsam wieder zurück dies geschah noch immer in tief gebückter stellung und zwar rückwärts denn ich musste sorge tragen meine spur zu verwischen damit sie morgen früh nicht bemerkt wurde das war da ich nur nach dem gefühle gehen konnte und fast jeden grashalm einzeln betasten musste eine höchst zeitraubende arbeit und es dauerte wohl eine stunde ehe ich den rand des waldes wieder erreichte und mich nun in sicherheit befand jetzt legte ich die hände muschelförmig an den mund und ließ den ruf der großen grünen unke ertönen das war auch ein zwischen mir und winnetou verabredetes rückzugszeichen gewesen und ich war überzeugt dass er es hören und befolgen werde den indianern konnte dieser unkenruf nicht auffällig sein da die gegenwart eines solchen tieres hier im hohen feuchten grase leicht vermutet werden konnte und es ja auch die abendzeit war an welcher diese amphibien gewöhnlich ihren ruf erschallen lassen ich hielt es für nötig dieses zeichen zu geben der apache lag unter dem winde und konnte leicht entdeckt werden was ich erfahren hatte war vollständig genug und so war es jedenfalls geraten ihn zu benachrichtigen dass unser zweck erreicht sei auch die höhe aufwärts musste ich die spur vertilgen und so war ich endlich froh als ich trotz der dunkelheit unser dickicht glücklich erreichte nun wie war es fragte fred wartet bis winnetou kommt warum ich brenne vor begierde so verbrennt meinetwegen man redet nicht gern überflüssiges und ich müsste ja meinen bericht zweimal geben erst euch und dann dem apachen damit musste er sich begnügen obgleich es sehr lange dauerte ehe der apache kam endlich hörten wir das strauchwerk rascheln er huschte zu uns heran und ließ sich an meiner seite nieder mein bruder charlie hat mir das zeichen gegeben sagte er ja so ist mein bruder glücklich gewesen ja was hat der häuptling der apachen erfahren er hat nichts erfahren er brauchte eine große zeit um an den pferden vorüber zu kommen und als er das eine lagerfeuer beinah erreicht hatte hörte er den ruf der kröte dann musste er seine fährte auswischen und die sterne sind noch hochgestiegen ehe er kommen konnte was hat mein bruder gesehen ich habe alles gehört was wir zu wissen brauchen mein weißer bruder ist immer glücklich wenn er den feind belauscht er mag erzählen ich berichtete was ich gehört hatte als ich fertig war meinte fred so ist also eure vermutung richtig gewesen charles das mit dem überfalle des canyon war gut erraten es war nicht schwer und wie sah der lange aus einen schnitt hatte er über die stirn ja und einen großen bart ja er ist es obgleich er früher keinen bart getragen hat den schnitt hatte sich bei dem überfalle einer farm da unten bei lievenworth geholt und wie wurde er genannt rollins das muss man sich merken es ist bereits der vierte falsche name den ich von ihm höre aber was werden wir tun sir heute herausholen können wir ihn doch nicht das ist allerdings unmöglich und übrigens kann euch an seiner bestrafung allein doch nicht gelegen sein die anderen reeltrublers sind nicht weniger schlecht als er ich will euch sagen fred dass ich mich auf allen meinen streifzügen möglichst gehütet habe einen menschen zu töten denn menschenblut ist die kostbarste flüssigkeit welche es gibt ich habe lieber großen schaden getragen ehe ich zur tödlichen waffe griff und wenn es dennoch geschehen mußte so geschah es sicherlich im äußersten grade der notwehr und selbst da habe ich lieber den feindkampf unfähig gemacht als daß ich ihm das leben nahm ah meinte der dicke da seid ihr grad wie old shatterhand dieser soll auch nur in der größten not einen indianer töten das wild schießt er in das auge aber wenn ihn der feind zur gegenwehr zwingt so zerschmettert er ihm entweder das rechte bein oder den rechten arm oder er schlägt ihm einfach die faust an den kopf daß er zusammenbricht und stundenlang liegen bleibt uff diesen gedämpften ruf der verwunderung stieß der apache aus er merkte erst jetzt daß walker noch gar nicht wußte daß ich selbst old shatterhand sei ich nahm von diesem rufe keine notiz und fuhr fort dennoch aber kann es mir nicht einfallen einen bösewicht oder gar eine ganze schar solcher kerls ruhig laufen zu lassen das hieße ja ihr mitschuldiger zu werden und diese rotte gegen brave leute loszulassen herausholen können wir diesen haller nicht aber es wäre mir ein leichtes gewesen ihn vorhin unschädlich zu machen indem ich ihn niederschoss doch will ich kein mörder sein und gegen das was er verbrochen hat wäre so ein schneller tod ja geradezu eine belohnung gewesen ich meine vielmehr daß wir auch seine helfer self erfassen müssen und das kann nur dann geschehen wenn wir sie ruhig nach dem canyon ziehen lassen und wir da gibt es nichts zu fragen wir kommen ihnen zuvor und warnen die leute welche überfallen werden sollen well diesen gedanken lasse ich mir gefallen vielleicht gelingt es uns diese raubmörderbande lebendig zu fangen aber werden sie uns nicht zu zahlreich sein wir sind ihnen zu dreien gefolgt ohne uns zu fürchten und werden sie noch weniger fürchten wenn wir in echo canyon verbündete gefunden haben wir werden nicht viele finden die größte anzahl dieser leute wird sich auf der verfolgung befinden wir werden dafür sorgen dass sie von dem stande der dinge benachrichtigt werden und schleunigst zurückkehren in welcher weise ich schreibe einen zettel und befestige ihn an einem baum an welchem die spur an der sie folgen vorüber führt werden sie es glauben es könnte das ja auch eine liste der reeltrabblers sein um sie von der verfolgung abzubringen sie werden von unserem zugpersonale gehört haben dass zwei ausgestiegen sind und auch unsere ferden gefunden haben übrigens werde ich die warnung so abfassen dass sie geglaubt werden muss ferner werde ich sie bitten den green fog in painter hill zu vermeiden da am ersteren orte die geteilten sioks sich wieder treffen sollen und an dem zweiten die kundschaft verweilen diese letzteren dürfen die zurückkehrenden eisenbahner keineswegs bemerken und daher werde ich mitnotieren daß die heimkehr nach dem canyon vom süden her geschehen muß uff meinte da winnetou meine weißen brüder werden mit mir aufbrechen jetzt fragte walker die sonne muß uns bereits weit von hier sehen wenn sie aufgeht aber wenn man morgen früh unsere spuren findet die hunde der ogalala werden sofort nach norden ziehen und keiner von ihnen wird auf diese höhe kommen hauk er erhob sich und trat zu seinem pferde um es loszubinden wir taten dasselbe führten sie aus dem dickicht heraus stiegen auf und ritten denselben weg zurück den wir gekommen waren von einer nachtruhe war natürlich keine rede es war noch ebenso finster wie vorher und nur ein westmann konnte es unternehmen bei einem so schwierigen terrein durch den urwald auf einer spur zu reiten welche er nicht zu sehen vermochte ein europäischer reiter wäre in dieser dunkelheit abgestiegen um sein pferd zu führen der hinterwälder aber weiß dass sein tier besser sehen kann als er hier zeigte sich winnetou in seiner größe er ritt voran über bäche und felsen über stock und stein und nicht sein einziges mal war er zweifelhaft welche richtung er einzuschlagen habe mein schwarzschimmel hielt sich vortrefflich und auch der alte viktorisch schnaubte zwar zuweilen ein wenig missmutig hielt aber gleichen schritt mit uns als es zu grauen begann befanden wir uns wohl bereits neun bis zehn englische meilen vom lager der urlala entfernt und konnten nun unsere pferde ausgreifen lassen unsere richtung ging einstweilen grad auf süd zurück aber als ich eine geeignete stelle fand hielten wir an ich riss ein blatt aus dem notizbuche schrieb die notwendigen notizen mit dem stifter darauf und stach es dann mittels eines zugespitzten hölzchens in die rinde eines baumes ein so dass es einem jeden der von süden her kam in die augen fallen musste dann schlugen wir mehr nach rechts in die richtung nach südwest ein zu mittag gingen wir über den green fork aber jedenfalls sehr in wein von dem punkte an welchem die einzelnen trupps der augenlala zusammentreffen wollten diese mussten alle offenen stellen vermeiden und sich also auf umwegen im urwald halten wir aber konnten die möglichst gerade richtung einschlagen und ließen unseren pferden nicht eher ruhe als bis die sonne sich zur rüste zu neigen begann seit heute morgen hatten wir unbedingt weit über 40 englische meilen zurückgelegt und es war zu verwundern dass der alte victorui immer gleichen schritt hielt wir ritten zwischen zwei eng zusammentretenden höhen hin und standen im begriff uns einen ort zu suchen welcher zum lagerplatz geeignet war da traten die höhen plötzlich auseinander und wir befanden uns am seiten eingange eines größeren talkessels in dessen mitte ein kleiner see einnahm dieser letztere wurde von einem flüsschen gespeist welches von ost herüber kam und nachdem es den see verlassen hatte sich nach westen hin einen ausgang aus dem kessel brach abschnitt bei dem anblick dieses talkessels hielten wir überrascht unsere pferde an diese überraschung galt jedoch nicht dem tale selbst sondern etwas anderem die uns gegenüberliegende höhe war nämlich entwaldet und bestand aus feldern während in tale pferde rinder schafe und ziegen weideten am fuße der höhe lagen fünf große blockhäuser mit nebenhütten unseren deutschen bauernhöfen ähnlich und ganz oben auf der höchsten spitze stand ein kleines kapellchen über welches sich ein mächtiges kreuz mit dem aus holz geschnittenen bilde des erlösers erhob neben diesem kapellchen bemerkten wir mehrere personen welche uns aber nicht zu sehen schienen sie blickten gegen westen wo der sonnenball sich immer tiefer senkte und als er das wasser des flüsschens welches er mit den herrlichsten tinten färbte erreicht zu haben schien erklang von oben herab der silberne ton eines glöckchens hier mitten im wilden westen im tiefen urwalde das bild des gekreuzigten mitten zwischen den kriegspfaden der indianer eine kapelle ich nahm den hut herunter und betete wurde aber von dem indianer unterbrochen titi was ist das fragte er ein settlement niederlassung natürlich antwortete walker sehr weise uff winitu sieht die niederlassung aber welcher klang ist das das ist die vespe glocke sie läutet das ave maria uff meinte der apache erstaunt was ist vespe glocke was ist ave maria warten sagte fred welcher sah dass ich die hände gefaltet hatte als der letzte schlag des glockleins verklungen war ertönte plötzlich ein vierstimmiger gesang vom berge herab ich horchte empor erstaunt ob des gesangs an und für sich noch erstaunte aber über die worte desselben es will das licht des tages scheiden nun bricht die stille nacht herein ach könnte doch das herzensleiden sowie der tag vergangen sein ich lege mein flehen dir zu füßen o trags empor zu gottes thron und lass madonna lass dich grüßen mit des gebetes frommen ton ave ave maria was war denn das das war ja mein eigenes gedicht meine eigene komposition mein ave maria wie kam das hierher in die wildnisse des felsengebirges ich war zunächst ganz perplex dann aber als die einfachen harmonien wie ein unsichtbarer himmelsstrom vom berge herab über das tal hin strömten da überlief es mich mit unwiderstehlicher gewalt das herz schien sich mir ins unendliche ausdehnen zu wollen und es flossen mir die tränen in großen tropfen von den wangen herab wie kam dieses lied hierher an einen ort an welchem ich kaum die gegenwart eines indianers noch viel weniger aber die anwesenheit eines so gut geschulten doppelquartetts vermuten konnte als ich die letzten töne über dem tal verklingen hörte riß ich die büchse von der schulter feuerte die beiden läufe schnell hintereinander ab und gab dem schwarzschimmel die sporen ich sauste über das tal hinüber in das flüsschen hinein drüben wieder heraus und dann auf die blockhütten zu ohne mich ein einziges mal umzusehen ob mir die gefährten auch folgten die beiden schüsse hatten nicht nur das echo des tales geweckt sondern auch anderes leben herbeigerufen die türen der blockhäuser öffneten sich und es erschienen leute welche besorgt ausschauten was das schießen zu bedeuten habe als sie einen weißen in halbwegs zivilisiertem kostüm erblickten beruhigten sie sich und traten mir erwartungsvoll entgegen vor der tür des mir nächstliegenden blockhauses stand ein altes mütterchen ihr gewand war einfach und sauber ihr ganzes äußere zeugte von fleißiger arbeit und über ihr angesicht welches von schneeweißen haaren eingefasst wurde lag jener selig lächelnde frieden ausgebreitet welcher nur das eigentum einer seele sein kann die mit ihrem gotte in unwandelbarem vertrauen lebt guten abend großmutter ich bitte nicht zu erschrecken wir sind ehrliche backwards men wird es uns erlaubt sein abzusteigen fragte ich sie nickte lächelnd und antwortete welcome sir steigt in gottesnamen ab ein ehrlicher mann ist uns hier stets willkommen da seht ihr meinen alten und meinen willi sie werden euch behilflich sein die sänger waren durch meine schüsse aufmerksam gemacht worden und schleunigst von der höhe herabgestiegen jetzt hatten sie die wohnungen erreicht voran ein rüstiger greis und neben ihm ein prächtiger junger mann hinter ihm noch sechs ältere oder jüngere männer und burschen alle in der festen haltbaren tracht des hinterwaldes auch diejenigen personen welche ich vor den anderen gebäuden hatte stehen sehen waren herzugetreten der alte streckte mir mit biederer miene die rechte entgegen und begrüßte mich willkommen sir in helldorf settlement das ist eine freude einmal menschen zu sehen willkommen abermals ich sprang vom pferde und erwiderte seinen handschlag thank you sir es gibt keinen schöneren anblick im leben als ein freundliches menschengesicht habt ihr ein nachtlager für drei müde reiter allemal wir werden doch einen platz haben für leute die uns willkommen sind bis jetzt hatten wir englisch gesprochen da aber treibt einer der jüngeren männer näher herbei und rief mich schärfer betrachtend vater hillmann ihr könnt mit diesem herrn deutsch reden hurra ist das eine ehre und eine freude ratet einmal wer das ist der alte hillmann blickte verwundert auf und fragte wohl gar ein deutscher landsmann kennst du ihn ja aber ich musste mich erst besinnen willkommen herr nicht wahr sie sind es der das ave maria gedichtet hat welches wir soeben gesungen haben jetzt war ich an der reihe mich zu verwundern allerdings antwortete ich woher kennen sie mich von chicago her ich war mitglied im gesangverein des direktors balding der ihr lied einübte können sie sich noch auf das konzert besinnen in welchem es zum ersten mal gesungen wurde ich sang damals zweiten tenor jetzt aber ersten bass meine stimme ist herabgegangen ein deutscher ein bekannter von bill ein dichter von unserem ave maria so rief es rund um mich her und so viele männer frauen buben und mädchen zugegen waren so viele hände streckten sich mir entgegen und so viele stimmen riefen mir ein immer wieder rotes willkommen zu es war für mich ein augenblick der freude wie man sie nicht sehr oft erlebt mittlerweile hatten uns auch winnetou und fred erreicht bei dem anblicke des ersteren schienen die guten leute besorgt werden zu wollen ich aber suchte ihre befürchtungen sofort zu zerstreuen das ist fred walker ein savannenmann und dieser ist winnetou der berühmte häuptling der apachen von dem sie keine angst zu haben brauchen winnetou ist's möglich fragte der alte hillmann von dem habe ich hundertmal erzählen hören und nur lauter gutes das hätte ich nicht gedacht das ist eine ehre herr denn dieser mann ist berühmter und geachteter als mancher fürster drüben im alten lande er nahm seine mütze vor dem angrauten haupte streckte dem häuptlinge die hand entgegen und sagte englisch ich bin euer diener sir ich gestehe daß diese ergebenheitsphrase einem indianer gegenüber mir ein kleines lächeln abnötigte aber sie war gut und aufrichtig gemeint winnetou verstand und sprach das englische besser als gut er nickte freundlich drückte dem alten die hand und antwortete winnetou ist euer freund er liebt die weißen wenn sie gut sind jetzt begann eine art freundlichen liebevollen streites darüber wer die gäste bekommen sollte hillmann machte demselben ein ende durch den schiedsspruch sie sind von meinem hause abgestiegen und gehören alle drei mir damit ihr aber nicht zu kurz kommt seid ihr heut abend zu mir geladen nun aber gebt den herrn ruhe sie werden ermüdet sein die anderen ergaben sich da rein unsere pferde wurden in eine der nebenhütten geführt und wir mussten in das blockhaus treten wo uns im wohnhause eine hübsche junge frau empfing die frau willis des jungen hillmann es wurde uns alle mögliche bequemlichkeit geboten und während des kurzen imbisses den wir vor dem eigentlichen abendessen welches heute ein festmahl werden sollte nehmen mussten erfuhren wir die verhältnisse der kleinen ansiedlung sämtliche settlers hatten vorher in chicago gewohnt sie waren aus dem bayerischen fichtelgebirge wo es viel steinschneider gibt nach amerika gekommen hatten in chicago treu zusammengehalten und fleißig gearbeitet um sich das geld zu einer farm zu verdienen das war allen fünf familien gelungen als sie sich entscheiden sollten in welcher gegend sie sich eine heimat gründen wollten gab es eine schwere wahl da hörten sie einen alten westmann von den tetons erzählen und von den reichtümern welche in jenen unerforschten gegenden aufgestapelt liegen er hatte ihnen zugeschworen dass da oben ganze felder von kalzedonen opalen und achaten karneolen und anderen halb edelsteinen zu finden seien hilmann war eigentlich steinschneider und dieser bericht begeisterte ihn seine begeisterung bemächtigte sich auch der anderen und so wurde beschlossen nach jener gegend zu gehen aber die vorsichtigen deutschen waren klug genug nicht ihr ganzes vertrauen auf jene reichtümer zu setzen sie beschlossen in der nähe der berge einen vor farmereibetrieb passenden ort zu suchen sich dort als squatters niederzulassen und erst dann wenn die farm in gang gebracht sei nach den steinfeldern des alten westmanns zu forschen der alte hilmann war mit noch zwei auf die suche gegangen und hatte den prächtigen talkessel mit dem see gefunden dieser ort passte für ihr vorabend da holte man die anderen nach und nun nach drei arbeitsreichen jahren konnten sich die braven leute die erste ruhe gönnen und sind sie schon einmal droben bei den tetons gewesen fragte ich mein willi und bill meinard der sie von chicago aus kennt haben es einmal versucht hinauf zu gelangen das war im vorigen herbste sie sind aber nur bis zum john grays see gekommen dann ist es ihnen zu wild und bergig geworden sie konnten nicht weiter fort daran sind sie leider selbst schuld bemerkte ich sie sind keine westmänner o herr ich denke doch meinte willi nehmt mir es nicht übel wenn ich trotzdem bei meiner behauptung bleibe selbst bei einem drei jahre langen urbarmachen einer wildnis wird man nur ein zettler aber kein westmann sie haben die tetons von hier aus in schnurger linie erreichen wollen und ein westmann weiß genau dass dies ganz unmöglich ist das wird selbst in einem halben tausend von jahren noch nicht möglich sein viel weniger jetzt wo alles noch in dichter wildnis liegt wie wollen sie undurchdringliche urwälder die von bären und wölfen bevölkert sind abgründe und schluchten in denen kein fuß einen halt findet canyons wo hinter jedem felsen ein instrument lauschen kann überwinden sie hätten von hier aus den salt river oder john grays river zu erreichen suchen sollen beide münden unweit voneinander in den snake river den sie dann aufwärts verfolgen mussten dann bekamen sie zu linken zunächst die snake river mountains dann die teton pass mountains nachher den teton pass selbst und endlich die ganze tetons range in einer länge von über 50 englischen meilen aber zu zwei lässt sich eine beschwerliche und gefahrvolle erdeckungsreise nicht ausführen haben sie steine gefunden einige moos acharte weiter nichts so lassen sie einmal sehen winnetou kennt jeden winkel des felsengebirges ich will ihn einmal fragen da ich wusste dass ein indianer über die gold und anderen schätze des westens nur selten und höchst ungern spricht so stellte ich meine frage in der sprache der apachen ich war aber trotzdem überzeugt daß er jede auskunft verweigern werde will mein bruder charlie golden steine suchen meinte er ernsthaft ich erklärte ihm den zusammenhang er blickte lange vor sich nieder dann musterte sein dunkles auge die anwesen und endlich fragte er werden diese männer dem häuptling der apachen einen wunsch erfüllen welchen wenn sie mir noch einmal singen was winnetou draußen vor dem tale hörte so wird er ihnen sagen wo steine liegen ich war am höchsten gerade überrascht hatte das ave maria auf diesen indianer einen so tiefen gewaltigen eindruck gemacht dass er entschlossen war für dasselbe die geheimnisse der berge zu verraten sie werden es singen antwortete ich ihm so mögen sie in den groß ventre bergen suchen da liegen viele goldkörner und im tale des bieberdämpflusses der sein wasser in den südlichen punkt des yellowstone see ergießt liegen sehr viele solche steine wie sie diese männer suchen während ich den zettlers diese auskunft mitteilte und ihnen die lage der beiden angegebenen punkte erklärte stellten sich die ersten nachbarn ein und wir mussten das gespräch unterbrechen nach und nach fühlte sich der wohnraum des blockhauses und wir feierten einen abend wie ich ihn im westen noch nicht erlebt hatte die männer konnten noch alle lieder welche sie in der heimat und später in chicago gesungen hatten als echte deutsche liebten sie den gesang und hatten sich ganz leidlich zu einem doppelquartette zusammengeübt selbst der alte hilmann sang einen erträglichen bass und so kam es dass die pausen des gespräches mit deutschen volksliedern und quartetten ausgefüllt wurden der apache hörte schweigsam zu endlich aber fragte er mich wann werden diese männer ihr wort halten daraufhin erinnerte ich hilmann an das versprechen welches sich winnetou gegeben hatte und sie begannen das ave maria kaum jedoch hatten sie begonnen so streckte der apache die hände abwehrend aus und rief nein in dem hause klingt es nicht gut auf dem berge will winnetou es hören er hat recht sagte bill meinert dieses lied muss im freien gesungen werden kommt heraus die sänger stiegen eine strecke die höhe hinan wir anderen blieben im tale winnetou stand neben mir war aber bald verschwunden dann erklang es von oben aus dem dunkel herab in schönen rein dahingetragenen tönen es will das licht des tages scheiden nun bricht die stille nacht herein ach könnte doch das herzensleiden sowie der tag vergangen sein wir lauschten in stiller lautloser andacht die finsternis verhüllte die sänger und den ort an welchem sie standen es war als ob das lied vom himmel herab klänge ich hatte keine nach effekt haschenden modulationen keine kunstrechnen wiederholungen und umkehrungen keine anspruchsvolle verarbeitung des motifs angewendet die kompensation erbaute sich nur aus den naheliegenden leitereigenen akkorden und die melodie war einfach wie diejenige eines kirchenliedes aber grad diese einfachheit diese natürlichkeit der harmonie folge gab den tönen das so tief ergreifende dem unsere herzen nicht widerstehen konnten schon als das lied verklungen war standen wir noch lange still und kehrten nicht wieder eher in die stube zurück als bis uns die rückkehr der sänger daran erinnerte winnetou aber fehlte es verging wohl eine stunde und noch länger ohne dass er kam und da wir jedoch von allen seiten von der wildnis umgeben waren und ihm also möglicherweise etwas zugestoßen sein konnte so warf ich die büchse über und trat hinaus in das freie vorher jedoch bat ich die leute mir nicht zu folgen außer wenn sie einen schuss hören sollten ich ahnte was den apachen in der einsamkeit zurückhielt der richtung folgend in welcher ich ihn hatte verschwinden sehen näherte ich mich dem see eine etwas erhöhte felsenplatte ragte über die dunklen wasser hinein und auf ihr sah ich die gestalt des gesuchten er saß hart am rande bewegungslos wie eine statur mit leisem schritte näherte ich mich ihm und ließ mich neben ihm nieder wo ich in lautlosem schweigen verharrte es verging eine lange lange zeit ohne dass er sich regte endlich aber erhob er langsam den arm deutete auf das wasser hinein und sagte wie unter einem tiefen sein ganzes nachdenken in anspruch nehmenden gedanken dieser see ist wie mein herz ich antwortete nicht er fiel wieder in sein schweigen zurück und sagte erst nach einer sehr langen pause der große geist ist gut ich liebe ihn ich wusste dass ich mit einer antwort nur die entwicklung seiner gedanken und gefühle stören würde darum schwieg ich auch jetzt infolgedessen fuhr er bald fort mein bruder charlie ist ein großer krieger und ein weiser mann im rate meine seele ist wie die seinige aber ich werde ihn nicht sehen wenn ich einst in die ewigen jagdgründe gelange dieser gedanke stimmte ihn traurig er war mir ein neuer beweis wie sehr lieb mich der apache hatte aber mit gutem grunde entgegnete ich jetzt mein bruder winnetou besitzt mein ganzes herz seine seele lebt in meinen taten aber ich werde ihn nicht erblicken wenn ich einst in den himmel der seligen gelange wo ist der himmel meines bruders fragte er wo sind die jagdgründe meines freundes antwortete ich mannitou besitzt die ganze welt und alle sterne erklärte er warum gibt der große mannitou seinen roten söhnen einen so kleinen teil der welt und seinen weißen kindern alles was sind die jagdgründe der indianer gegen die unendliche herrlichkeit in welcher die seligen der weißen wohnen werden hat mannitou die roten weniger lieb oh nein meine roten brüder glauben an eine große fürchterliche lüge der glaube der weißen männer sagt der gute mannitou ist der vater über alle seine kinder im himmel und auf erden der glaube der roten männer aber sagt mannitou ist nur der herr der roten er gebetet die weißen alle zu töten mein bruder winnetou ist gerecht und weise er denke nach ist der mannitou der roten auch der mannitou der weißen warum betrügt er dann seine roten söhne warum lässt er sie von der erde verschwinden und erlaubt den weißen zu millionen anzuwachsen und die erde zu beherrschen oder ist der mannitou der roten ein anderer als der mannitou der weißen dann ist der mannitou der weißen mächtiger und gütiger als der mannitou der roten der mannitou der bleichgesichte gibt ihnen die ganze erde mit tausend freuden und wonnen und dann lässt er sie herrschen über die seligkeit aller himmel von ewigkeit zu ewigkeit der mannitou der roten aber gibt den seinigen nur die wilde savanne und die öden berge die tiere des waldes samt einem immerwährenden töten und morden und so dann verheißt er ihnen nach dem tode die finsteren jagdgründe in denen der mord von neuem beginnt die roten krieger glauben ihren medizinmännern welche sagen daß in den ewigen jagdgründen die indianer alle seelen der weißen töten werden wenn nun mein bruder in diesen blutigen gründen einst seinem freunde charlie begegnete würde er ihn töten uff rief da der apache laut und eifrig winnetou würde die seele seines guten bruders verteidigen gegen alle roten männer hauk so überlege mein bruder ob die medizinmänner nicht eine lüge sagen er schwieg nachdenklich und ich hütete mich sehr die wirkung meiner worte durch weitere bemerkungen zu beeinträchtigen wir kannten uns seit jahren wir hatten leid und freud redlich miteinander geteilt und uns in jeder gefahr und not mit todesmutiger aufapferung beigestanden aber niemals war seiner einstigen bitte gemäß zwischen uns ein wort über den glauben gesprochen worden niemals hatte ich auch nur mit einer silbe versucht zerstörend in seine religiösen anschauungen einzudringen ich wußte daß er grad dieses mir sehr hoch anrechnete und darum mußten meine jetzigen vorstellungen von doppelter wirkung auf ihn sein nach einer weile fragte er warum sind nicht alle weißen männer wie mein bruder charlie wären sie so wie er so würde winnetou ihren priestern glauben warum sind nicht alle roten männer so wie mein bruder winnetou antwortete ich es gibt gute und böse unter den weißen und unter den roten männern die erde ist weit über tausend tagereisen lang und ebenso groß ist auch ihre breite mein freund kennt nur einen ganz kleinen teil von ihr überall herrschen die weißen aber gerade da wo mein bruder lebt in der wilden savanne verstecken sich die bösen der bleichgesichter welche vor den gesetzen der guten haben fliehen müssen darum denkt winnetou dass es so viele schlimme bleichgesichter gibt mein bruder wandert einsam durch die berge jagt den wiesern und tötet seine feinde worüber kann er sich freuen lauert nicht der tod hinter jedem baum und strauch auf ihn hat er einmal einem roten sein ganzes vertrauen und seine ganze liebe schenken können ist sein leben nicht bloß arbeit sorge wachsamkeit und täuschung gewesen findet er ruhe frieden trost und erquickung für seine ermüdete seele etwa unter den hässlichen skalpen des wegbombs oder auf dem verräterischen lager der wildnis der heiland der weißen männer aber sagt kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken ich bin dem heilande nachgegangen und habe den frieden des herzens gefunden warum will mein bruder nicht auch zu ihm gehen winnetou kennt diesen heiland nicht sagte er soll ich meinem freunde von ihm erzählen er senkte den kopf und meinte erst nach einer längeren pause mein bruder charlie hat recht gesprochen winnetou hat keinen menschen geliebt als ihn allein winnetou hat keinem menschen vertraut als nur seinem freunde der ein bleichgesicht ist und ein christ winnetou glaubt keinem menschen als nur ihm allein mein bruder kennt die länder der erde und ihre bewohner er kennt alle bücher der weißen er ist verwegen im kampfe weise am beratungsfeuer und mild gegen die feinde er liebt die roten männer und meint es gut mit ihnen er hat seinen bruder winnetou niemals getäuscht und wird ihm auch heute die wahrheit sagen das wort meines bruders gilt mehr als die worte aller medizin männer und als die worte aller weißen lehrer die roten männer brüllen und schreien die weißen männer aber haben eine musik die vom himmel kommt und im herzen des apachen weiter klingt mein bruder mag mir verdolmetschen die worte welche die männer dieser niederlassung heute gesungen haben ich begann mit der übersetzung und erklärung des ave maria ich erzählte ihm von dem glauben der bleichgesichter ich suchte ihm das verhalten derselben gegen die indianer in einem freundlichen lichte darzustellen und ich tat dies nicht durch den vortrag geletter dogmen und spitzfindiger sophismen sondern ich sprach in einfachen schmucklosen worten ich redete zu ihm in jenem milden überzeugungsvollen tone welcher zum herzen dringt jedes besser sein wollen vermeiden und den hörer gefangen nimmt obgleich er diesen denken lässt dass er sich aus eigenem willen und entschließen ergeben habe winnetou hörte lautlos zu es war ein liebevolles netzauswerfen nach einer seele die wert war aus den banden der finsternis erlöst zu werden als ich geendet hatte saß er noch lange da ein tiefes schweigen versunken ich störte die nachwirkung meiner worte durch keinen laut bis er sich langsam erhob mir die hand entgegen streckte mein bruder charlie hat worte gesprochen welche nicht sterben können sagte er tief aufatmend winnetou wird nicht vergessen den großen gütigen mannitou der weißen den sohn des schöpfers der am kreuz gestorben ist und die jungfrau welche im himmel wohnten den gesang der settler hört der glaube der roten männer lehrt hass und tod der glaube der weißen männer lehrt liebe und leben winnetou wird nachdenken was er erwählen soll den tod oder das leben mein bruder habe dank hauk wir kehrten nach dem blockhause zurück wo man um uns beinahe besorgt geworden war man hatte sich von den railtrablers und ogalalas unterhalten ich bemerkte den leuten dass sie ihr settlement als einen so weit vorgeschobenen posten eigentlich hätten befestigen sollen sie sahen dies ein und beschlossen das versäumte waldix nachzuholen es war klar dass ihre niederlassung nur wegen ihrer außerordentlich abgeschiedenen lage den späher blicken der wilden bisher entgangen war kam ein einziger indianer in die nähe so war es um ihre sicherheit geschehen die vierzehn männer des settlements waren zwar mit guten waffen und hinreichender munition versehen und auch die frauen und größeren kinder besaßen mut und übung genug ein gewehr abzuschießen aber was war das gegen eine horde wilder gesellen die zu hunderten erscheinen konnten anstelle dieser leute hätte ich die blockhäuser nicht an ihrer gegenwärtigen exponierten stelle sondern hart am ufer des sees errichtet so dass dieselben nur von der landseite angegriffen werden konnten die richtung welche die railtrablers einschlagen wollten führte jedenfalls in weiter entfernung von hier vorüber dennoch aber bat ich die settler auf ihrer hut zu sein und besonders ihre noch mangelhaften fenster um zäunungen zu verstärken es war spät als wir nach entfernung der übrigen gäste uns zur ruhe legten wir ruhten in den weichen betten hillmanns die uns gastfreundlich überlassen worden waren und schieden am anderen morgen mit herzlichen danke gegen die braven leute die uns noch eine strecke begleiteten und denen wir versprechen mussten wieder bei ihnen einzukehren falls uns unser weg wieder in die nähe führe ehe sie abschied nahmen traten die acht sänger nochmals zusammen um dem apatischen das ave maria zu singen als sie geändert hatten reichte er allen die hand und sagte winnetou wird die töne seiner weißen freunde nie vergessen er hat geschworen von jetzt an nie mehr den skalb eines weißen zu nehmen denn die weißen sind söhne des guten mannetou der auch die roten männer liebt dieser entschluss war die erste frucht unserer gestigen unterredung und nun hatte ich die überzeugung dass meine worte auch noch weiter wirken würden das wort gottes ist das senfkorn dessen keimen im verborgenen vor sich geht hat es aber einmal die harte kruste durchdrungen so wächst es im lichte schnell und fröhlich weiter unsere pferde hatten sich von dem gestrigen angestrengten ritt vollständig wieder erholt sie griffen so aus dass es eine freude war die bewohner von helldorf settlement welches seinen namen nach dem bayerischen dorfe führte aus welchem diese leute stammten waren öfters in echo canyon gewesen und hatten uns den kürzesten weg genau beschrieben so dass wir bei der schnelligkeit unserer pferde hoffen konnten den ort bis heute abend noch zu erreichen venetou war während des ganzen tages noch einseliger als gewöhnlich und manchmal wenn er eine strecke vor uns ritt und uns also außer hörweite wähnte war es mir als erhörte ich mit leisem summen die melodie des ave maria wiederholen eine bewerkung welche mich umso mehr verpieren musste als die indianer fast durchgängig ohne musikalisches gehör sind am nachmittag wurden die umrisse der berge kühner mächtiger und steiler wir gerieten in ein labyrinth wundervoll enger und verwickelter schluchten bis wir endlich gegen abend von einer steilen höhe aus das ziel unter uns liegen sahen echo canyon mit dem schienengeleise und dem friedlichen arbeiterkern den wir vom untergang retten wollten ende von abschnitt 21 abschnitt 22 aus winnetou 3 von karl may diese librebox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz siebtes kapitel am hancock berg teil 1 unter canyon versteht der amerikaner eine tiefe felsenschlucht das gibt sofort ein bild des ortes den wir jetzt erreicht hatten die bahn führte schon längst durch echo canyon aber der schienenbauer nur ein provisorischer und es gab bei fertigstellung der bahn so viele schwierigkeiten zu überwinden dass eine bedeutende anzahl arbeiter nötig war diese zu überwältigen eine kleine seitenschlucht bot uns gelegenheit hinab zu kommen und als wir die tiefe erreichten trafen wir auch bereits auf die ersten arbeiter welche beschäftigt waren einen felsen zu sprengen sie blickten uns mit verwunderung entgegen zwei fremde bis an die zähne bewaffnete weiße mit einem indianer an der spitze war für sie ein so besorgniserregender anblick dass sie die werkzeuge wegblickten und zu den waffen griffen ich winkte ihnen mit der hand ohne furcht zu sein und ritt im galopp auf sie zu good day grüßte ich legt die büchsen weg wir sind freunde wer seid ihr fragte einer wir sind jäger und kommen mit einer sehr wichtigen botschaft zu euch wer führt hier in echo canyon den befehl eigentlich ingenieur oberst rudge weil diese aber nicht da ist so müsst ihr euch an master olas den zahlmeister wenden wo ist colonel rudge er ist ausgezogen einer banderelle troublers nach welcher einen zug vernichtet hat also doch ruß master olas zu finden da vorn im kamp in der größten hütte wir ritten in der angegebenen richtung davon und sie blickten uns wißbegierig nach nachdem wir fünf minuten lang die strecke verfolgt hatten kamen wir an das lager es bestand aus verschiedenen blockhäusern und zwei aus rohen steinen schnell und notdürftig aufgemauerten lang gestreckten häusern um das ganze war eine mauer gezogen die nur aus lose übereinandergelegten steinen bestand trotzdem aber ziemlich fest war und eine höhe von vielleicht fünf fuß erreichte der eingang welcher aus einem stark gezimmerten tore bestand war offen da ich keine hütte bemerkte so fragte ich einen der an der schutzmauer beschäftigten arbeiter nach dem zahlmeister und wurde nach dem einen der steinernen gebäude gewiesen es waren gar nicht viele leute zu sehen und diejenigen welche ich bemerkte waren beschäftigt einen transportwagen voller schienen abzuladen wir stiegen von den pferden und traten in das gebäude sein inneres bestand aus einem einzigen raume in welchem zahlreiche kisten fässer und säcke lagerten zum zeichen daß dies hier wohl die proviant niederlage sei es war eine einzige person anwesend ein kleines dürres männchen welches sich bei unserem eintritt von einer der kisten erhob was wollt ihr fragte der mann mich erblickend mit scharfer dünner stimme da aber sah er winnetouen fuhr erschrocken zurück ein innsmann alle guten geister fürchtet euch nicht sir sagte ich wir suchen mr olas den zahlmeister der bin ich antwortete er mit einem furchtsamen blicke hinter seiner großen strahlbrille hervor eigentlich gilt unser besuch dem colonel rudge da dieser aber nicht anwesend ist und ihr seine stelle vertrete sir so erlaubt daß wir euch unser anliegen mitteilen redet sagte er mit einem sehnsüchtigen blicke nach der tür der colonel ist einer schar von realtrablers nach ja wie viele leute hat er mit müsst ihr das wissen nun notwendig ist es nicht wie viele männer habt ihr noch hier müsst ihr das auch wissen während dieser frage rückte er immer mehr zur seite jetzt noch nicht eigentlich antwortete ich wann ist der oberst fort müsst ihr auch dieses wissen fragt er immer ängstlicher nun ich werde euch überklären warum ich hielt inne denn ich hatte niemand mehr zu dem ich sprechen konnte der kleine maß der olas war nämlich mit einigen ganz unbeschreiblichen angstsprüngern an uns vorüber und zum eingange hinaus geflogen im nächsten augenblicke warf er die türe zu die langen eisenstangen klirrten der riegel in dem mächtigen vorlegeschloss schrillte wir waren gefangen ich drehte mich um und blickte die beiden gefährten an der ernste winnetou zeigte seine prachtvollen elfenbeinzähne der dicke frett zog ein gesicht als ob er zucker und alaun verschluckt hätte und ich lachte laut und herzlich auf über die nette überraschung gefangen aber nicht isolierhaft rief walker das männchen hält uns für spitzbuben draußen erscholl der laute ton einer signalpfeife und als ich an die schießschattenartige fensteröffnung trat sah ich die draußen beschäftigten arbeiter zum tore hereinspringen welches sogleich geschlossen wurde ich zählte 16 mann sie standen mit dem zahlmeister draußen an der umfassungsmauer und schienen ihre instruktionen zu erhalten dann zerstreuten sie sich in den einzelnen blockhütten jedenfalls um ihre gewehre zu holen die exekution wird bald beginnen meldete ich den andern was tun wir bis dahin wir stecken uns eine zigarre an meinte frett er langte nach einem geöffneten zigarrenkistchen welches auf einem der ballen stand nahm eine zigarre heraus und brannte sie an ich folgte seinen beispiele winnetou aber tat es nicht bald darauf wurde die tür vorsichtig geöffnet und die dümme stimme des zahlmeisters ermahnte uns bereits von draußen schießt nicht ihr halunken sonst erschießen wir euch er trat an der spitze seiner leute ein welche mit bereitgehaltenen gewehren an der tür postiert blieben während er sich hinter ein mächtiges fass stellte und von diesem verschanzten lager aus uns drohend seine lange vogelflinte zeigte wer seid ihr fragte er mit zuversichtlicher stimme da er sich unter dem schutze seiner leute und des fasses für unangreifbar hielt dummheit lachte walker vorhin nanntet ihr uns halunken und jetzt fragt ihr uns wer wir sind geht hinter eurem fasse vor dann werden wir mit euch reden fällt mir nicht ein also wer seid ihr präriejäger da walker die antworten übernehmen zu wollen schien so verhielt ich mich schweigend der zahlmeister fragte weiter wie ist euer name tut nichts zur sache also renitent ich werde euch noch die zunge lösen darauf könnt ihr euch verlassen was wollt ihr hier in echo canyon euch warnen warnen ah vor wem vor den insmen und reeltraplers welche echo canyon überfallen wollen pshaw macht euch nicht lächerlich ihr gehört zu den reeltraplers und wollt uns überlisten aber da kommt ihr an die rechten und sich an seine leute wendend befahl er nehmt sie gefangen und bindet sie wartet noch ein weichen meinte fred er langte in die tasche ich ahnte dass er sein legitimationszeichen als detektive vorzeigen wolle und sagte zu ihm das ist nicht notwendig fred lass das ding stecken wir wollen doch einmal sehen ob siebzehn railroader es wagen werden drei richtige westmänner anzugreifen wenn nur einen finger gegen uns zuckt der ist eine leiche ich machte die grimmigste miene die mir möglich war warf die büchse über den rücken nahm in jeder hand einen revolver und schritt dem eingange zu winnetou und walker folgten einen augenblick nach dieser demonstration war der tapfere zahlmeister verschwunden er hatte sich so tief wie möglich hinter dem fasse niedergeduckt und nur der gegen das dach emporragende lauf seiner flinte gab den ort an wo master olas unter umständen anzutreffen sei was die eisenbahner betraf so schienen sie nicht die mindeste lust zu haben das vorbild ihres herrn und meisters zu missachten sie bildeten spalier und ließen uns ganz ungehindert passieren das also waren die leute welche den ogolala und rail trapplers widerstehen sollten das gab eine schlechte perspektive auf die nächsten tage ich wandte mich jetzt um und sagte zu den railrodern jetzt könnten wir euch einschließen meshoes aber wir wollen es nicht tun schafft den tapferen master olas heraus damit wir es zu einer verständigen rede bringen das ist notwendig wenn ihr nicht von den sioks ausgelöscht werden wollt nach einiger anstrengung gelang es ihnen den kleinen an das tageslicht zu expedieren und nun erzählte ich ihnen alles was geschehen war als ich geendet hatte saß der zahlmeister vor angst kreideweiß auf dem quadersteine auf welchem er platz genommen hatte und sagte mit unsicherer stimme sir jetzt glaube ich euch denn es wurde uns erzählt dass dort am unglücks platze zwei männer ausgestiegen sind um eine lerche tot zu schießen also dieser gentleman ist master winnetou habe die ehre sir dabei machte er dem ampartischen eine tiefe verneigung und der andere gentleman ist master walker den sie den dicken walker nennen habe die ehre sir und nun möchte ich auch ihren namen wissen ich nannte ihm denselben natürlich meinen geburts nicht aber meinen prärienamen habe die ehre sir sagt er ebenfalls mit einer verbeugung gegen mich dann fuhr er fort also ihr glaubt dass der könnel den zettel gesehen hat und schleunigst kommen wird ich vermute es das würde mir lieb sein außerordentlich lieb ihr könnt es mir glauben ich glaubte es ihm auch ohne versicherung und schwur er aber erklärte uns ich habe nur vierzig mann zur verfügung von denen die meisten jetzt draußen auf der strecke beschäftigt sind würde es nicht am besten sein echo canyon sofort vollständig zu räumen und uns auf die nächste station zurückzuziehen wo denkt ihr hin sir seid ihr ein hase was sollen eure vorgesetzten von euch denken es wäre ja sofort um eure stellung geschehen wisst ihr was sir mein leben ist mir lieber als meine stellung verstanden ich glaube es euch wie viele leute hat der oberst bei sich gerade hundert und zwar die tapfersten das merke ich und wie viele insmen waren es über zweihundert mit den reeltrabblers oh weh sie schießen uns in grund und boden ich kenne keine andere hilfe als die flucht pschah welches ist die bevölkerste station von hier promontori es werden dort jetzt gegen dreihundert arbeiter sein so telegrafiert hin und laßt euch hundert bewaffnete männer schicken er sperrte den mund auf und starrte mich an dann sprang er empor schlug die hände freudig zusammen und rief wahrhaftig daran hätte ich nicht gedacht ja ihr seid ein ganz gewaltiges strategisches genevis scheint die leute mögen proviant und munition mitbringen wenn es euch daran fehlen sollte und merkt euch die hauptsache es muß alles so geheim wie möglich gehen da sonst die roten speer merken daß sie verraten sind telegrafiert das mit wie weit ist es denn von hier bis promontori 91 meilen wird eine maschine mit wagen dort sein stets gut so können wenn ihr jetzt telegrafiert die hilfsmannschaften bereits morgen vor tagesanbruch hier eintreffen morgen abend werden wohl die speer kommen bis dahin haben wir zeit den kampf noch mehr zu befestigen lasst jetzt eure 40 mann zusammengreifen um die umfassungsmauer um drei fuß zu erhöhen die leute von promontori werden morgen mithelfen sie muß so hoch werden dass die insmen nicht herein sehen und bemerken können wie viele männer hier anwesend sind sie werden es vom berger aus sehen sir sie werden es nicht sehen ich werde den spionen der ogalala entgegen ziehen und euch sobald ich sie bemerke ein zeichen geben dann verstecken sich eure leute in die blockhäuser und die insmen werden glauben dass sie es nur mit wenigen zu tun haben noch heute schlagen wir rund um an der innenseite der umfassungsmauer pfehle in die erde und nageln bretter oder bohlen darauf so entstehen bänke auf welche sich beim überfalle unsere leute stellen um über die mauer hinausschießen zu können wenn ich richtig vermute so ist der colonel bereits morgen um die mittagszeit hier dann sind wir mit den leuten vom promontori über 240 mann gegen 200 feinde wir stehen hinter der mauer gedeckt die roten aber haben keine deckung und erwarten keine gegenwehr es wäre also eine unglaublichkeit wenn wir sie nicht gleich mit der ersten salve so heim schicken dass sie das wiederkommen vergessen und dann verfolgen wir sie jubelte der kleine mann ganz begeistert denn meine anordnungen hatten ihm ungeheure courage gemacht das wird sich finden jetzt aber sputet euch ihr habt dreierlei zu tun uns einen imbiss nebst nachtlager zu besorgen nach promontori zu telegrafieren und eure leute zum bau der mauer anzustellen soll geschehen sir sofort es wird mir gar nicht einfallen vor den roten auszureichen und was euch betrifft so solltet ihr eine suppe haben ein abendessen mit dem ihr zufrieden seid ich bin nämlich selbst koch gewesen verstanden es läßt sich in kurzem sagen daß alles so geschah wie ich es vorgeschlagen hatte unsere pferde bekamen ein gutes futter und wir ein gutes essen master olers schien wirklich mit dem küchenlöffel bewandert zu sein als mit der vogelflinte die leute arbeiteten wie die riesen an der erhöhung der mauer sie gönnten sich selbst während der nacht keine ruhe und als ich am frühen morgen vom schlafe erwachte und nach der arbeit sah erstaunte ich über den fortschritt den sie gemacht hatte olers hatte mit dem hier anhalteten nachtzuge mündliche nachrichten nach promontori geschickt doch war schon seine depesche berücksichtigt worden denn zwar nicht bereits während der nacht sondern am frühen vormittag noch traf ein zug ein welcher die verlangten hundert männer brachte und mit ihnen alles was an waffen munition und proviant notwendig war diese leute machten sich sogleich an die arbeit so dass die mauer bereits am mittag vollendet war auf meine anregung wurden auch sämtliche vorhandenen leeren fässer mit wasser gefüllt und hinter die einfassung geschafft so viele leute wollten trinken und man konnte ja nicht wissen ob man nicht eine kleine belagerung auszuhalten oder ein feuer zu löschen haben würde die nachbarstationen waren benachrichtigt worden doch sollten die züge wie gewöhnlich expediert werden um die feinde nicht aufmerksam zu machen nach dem mittagessen verließen wir drei winnetou walker und ich den canyon um nach den speern auszublicken wir hatten diesen dienst übernommen weil wir uns am liebsten auf uns selbst verließen auch hatte sich von den railrodern keiner zu dem gefahrvollen gange gemeldet es wurde ausgemacht dass im canyon ein sprengschuss getan werden solle sobald einer von uns drei mit der meldung zurückkehre dass er die spione gesehen habe wir mussten uns nämlich teilen die insmen kamen jedenfalls von norden und da gab es nach der aussage des zahlmeisters drei richtungen aus denen sie sich nähern konnten ich hatte die westliche prärie übernommen winnetou die mittlere und walker die östlichste so dass er denselben wege zu überwachen hatte auf welchen wir selbst nach dem canyon gekommen waren ich klomm die steilen felswände empor trat oben in den urwald ein und hielt mich dann am rande einer seitenschlucht immer nach norden zu nach ungefähr dreiviertelstunden erreichte ich einen ort der von meinen vorhaben wie geschaffen schien auf der kuppe des urwaldes stand eine riesige steineiche und neben ihr eine schlanke tanne ich kletterte an der letzteren empor und gelangte dadurch auf einen starken ast der eiche hier war deren stamm dünn genug zum klettern und ich turnte mich nun an ihr so weit empor als es möglich war das frische volle laub der krone verbarg mich so vollständig daß ich von unten gar nicht bemerkt werden konnte vor meinem blicke aber lag die gegend so klar und offen da daß ich alle lichten grasstellen und das gipfelmeer des waldes weithin übersehen konnte ich machte es mir so bequem wie möglich und hielt dann scharfe wacht stundenlang saß ich da oben ohne etwas auffälliges zu bemerken aber das durfte meine wachsamkeit nicht ermüden endlich sah ich im norden vor mir eine schar rabenkrähen sich von den baumwipfeln erheben das konnte aus zufall geschehen sein aber die vögel erhoben sich nicht in geschlossener schar um sofort einer bestimmten richtung zuzufliegen sondern sie streuten in die lüfte empor kreisten einige minuten wie ratlos über den wipfeln und ließen sich dann eine strecke davon vorsichtig auf die bäume wieder nieder sie mussten aufgestört worden sein in kurzer zeit wiederholte sich dasselbe spiel und dann zum dritten und vierten mal es war klar es kam irgendein wesen vor dem sich die krähen fürchteten von norden her durch den wald geschlichen und zwar so ziemlich in gerader richtung auf meinen standort zu ich kletterte so eilig wie möglich nieder und pirschte mich vorsichtig auf die gegend zu vorsichtig immer meine fährte zerstörend dabei erreichte ich ein ganz undurchdringlich erscheinendes buchendickicht in welches ich mich hineinarbeitete hier legte ich mich zur erde nieder und wartete nicht lange so kam es geschlichen nicht hörbar sondern lautlos wie gespenster eins zwei drei fünf sechs indianer schritten an meinem versteck vorüber einer nach dem anderen ihre füße berührten nicht den kleinsten teil eines abgebrochenen und zu boden gefallenen ästchens das knicken desselben hätte geräusch verursacht das waren die späher sie trugen die kriegsfarben kaum waren sie vorüber so huschte ich hervor es war klar daß sie den dichtesten wald aufsuchen würden auch mußten sie jeden schritt breit untersuchen ehe sie vorwärts drangen das hielt sie auf ich aber konnte den geraden weg einschlagen die lichtesten stelle benutzen und ohne sorge vor entdeckung heimkehren ich musste ihnen also einen bedeutenden vorsprung abgewinnen im eiligsten laufe kehrte ich zurück und es war kaum eine viertelstunde vergangen so glitt ich die steile wand des canyons hinab und auf das lager zu da unten herrschte ein regeres leben als vorher und ich bemerkte sofort daß neue leute angekommen waren eben schritt ich über die schienenstrecke als ich zu meinem größten erstaunen winnetou bemerkte welcher von der höhe herabgeklettert kam ich erwartete ihn und fragte als er herangekommen war mein roter bruder kommt zu gleicher zeit mit mir hat er etwas gesehen winnetou kommt weil er nicht mehr zu warten braucht antwortete er mein bruder charlie hat ja die späher entdeckt ah woher weiß dies winnetou winnetou saß auf einem baume und nahm sein rohr zur hand da erblickte er weit im westen einen andern baum das war die gegend meines bruders und weil mein bruder klug ist so wußte winnetou daß er diesen baum ersteigen werde dann nach langer zeit erblickte winnetou viele punkte am himmel das waren vögel welche vor den spähern flohen mein bruder mußte dies auch bemerken und nun die späher beobachten darum kehrte der häuptling der apachen zum lager zurück denn die späher sind da das war wieder einmal ein beispiel von dem scharfsinne dieses indianers bereits bevor wir den kampf betraten kam uns ein mann entgegen den ich vorher hier noch nicht gesehen hatte ah sir ihr kehrt von der suche zurück fragte er meine leute sahen euch vorm felsen steigen und meldeten es mir meinen namen kennt ihr bereits ich bin colonel rudge und habe euch großen dank abzustatten dazu hat es zeit könne antwortete ich jetzt ist es vorerst notwendig den sprengschuss zu lösen damit mein kamerad gewarnt werde gibt auch den befehl dass sich die leute verbergen denn bereits in einer viertelstunde werden die spione der ogalala von da oben herab auf das lager beobachten well soll geschehen geht einst wannen herein ich werde mich gleich wieder einstellen einige augenblicke später erdröhnte der schuss der so stark war daß walker ihn jedenfalls hören mußte dann zogen sich die arbeiter in die blockhäuser und die anderen räumlichkeiten zurück so daß nur einige wenige leute zu bemerken waren die sich scheinbar mit der gewöhnlichen streckenarbeit beschäftigten rudge suchte uns darauf im vorratsrahmen auf nun vor allen dingen was habt ihr jetzt bemerkt sir fragte er mich sechs ogalala welche die spione sind well wir werden dafür sorgen daß sie sich täuschen hört wir alle hier sind euch den größten dank schuldig sir und euren gefährten sagt auf welche weise wir euch dankbar sein können dadurch daß ihr gar nicht von danke redet habt ihr meinen zettel gefunden allerdings und seid auch meiner warnung gefolgt wir sind so gleich umgekehrt sonst könnten wir ja noch nicht hier sein aber es scheint als ob wir gerade zur rechten zeit hier angekommen seien wann denkt ihr wohl daß die herren ogalala und rel trappers kommen werden sie werden uns in der morgenden nacht angreifen so haben wir ja genugsam muße uns vorher richtig kennenzulernen sir lachte er kommt bringt euren roten freund mit ihr sollt mir liebe gäste sein er führte mich und winnetou nach dem anderen steingebäude welches in mehrere abteilungen zerfiel die eine derselben bildete seine wohnung welche raum genug für uns hatte oberst rudge war eine kernhafte natur der ich es zutraute daß er sich vor den insmen nicht fürchtete wir hatten sehr bald vertrauen zueinander gewonnen und auch winnetou dessen name dem obersten übrigens schon längst bekannt war schien wohlgefallen an ihm zu finden kommt mischus wir wollen einer guten flasche den hals brechen da wir es mit den roten doch noch nicht tun können meinte der ingenieur macht es euch bequem und denkt daß er bei einem schuldner wohnt wenn euer kamerad der dicke walker kommt soll er uns gesellschaft leisten wir waren von jetzt an überzeugt daß wir von dem felsen herab beobachtet wurden wir verhielten uns danach bald kehrte auch fred zurück er hatte nichts gesehen aber den signalschuss deutlich vernommen solange es noch tag war gab es nichts zu tun doch wurde uns die zeit nicht lang rudge hatte viel erlebt und war ein guter erzähler als dann der abend hereinbrach und die insmen also nichts mehr sehen konnten wurden die befestigungen vollendet und es freute mich dabei daß der colonel meinen anordnungen in seinem beifall gegeben hatte so verging die nacht und so verging auch der nächste tag es war neumond und der abend senkte sich vollständig dunkel in die schlucht hinab dann aber begannen die sterne zu glänzen und verbreiteten eine solche helle daß man einen ziemlich breiten ring des sich um die einfassungsmauer ziehenden terreins leidlich überblicken konnte ein jeder der vorhandenen männer war mit einer büchse und einem messer versehen viele besaßen auch revolver oder terzerole da die indianer ihre angriffe gewöhnlich nach mitternacht kurz vor dem morgengrauen unternehmen so standen nur die wenigen posten auf den bänken und die anderen lagen sich leise unterhalten im grase umher draußen regte sich kein lüftchen aber das war eine trügerische ruhe und als die mitternacht gekommen war erhoben sich die ruhenden griffen zu ihren gewehren und nahmen die ihnen angewiesenen plätze auf den bänken ein ich stand mit winnetou am tore den henrichstutzen in der hand die büchse hatte ich in der wohnung gelassen da der stutzen hier besser am platze war wir hatten uns auf alle vier seiten der einfassung gleichmäßig verteilt 210 mann stark denn 30 mann waren nach einem verborgenen tale detachiert worden um die dort in sicherheit gebrachten pferde zu beschützen die zeit schlich wie von schnecken getragen mancher mochte bereits denken dass alle unsere befürchtung vergeblich gewesen seien da aber horch da erklang es als seien steinchen an einen der eisenschienen gestoßen worden gleich darauf bemerkte ich jenes fast unhörbare geräusch welches ein ungeübter für das wehen eines ganz ganz leisen lüftchens halten würde sie kamen aufgepasst flüsterte ich meinem nebenmanne zu dieser gab das wort leise weiter so dass es im verlaufe einer minute die runde machte unendlich flüchtige geisterhafte schatten huschten durch die nacht nach rechts nach links ohne daß dabei der geringste laut zu hören war es bildete sich uns gegenüber eine fronte welche sich ausbreitete und nach und nach um das ganze lager dehnte im nächsten augenblicke mußte es beginnen die schatten näherten sich sie waren nur noch fünfzehn zwölf zehn acht sechs schritte von der mauer entfernt da erscholl eine laute sonore stimme durch die nacht selki ogelalla ntskages sisi winnetou natan apaches schnö ko toddin ogelalla hier steht winnetou der häuptling der apachen gebt feuer er erhob seine silberbeschlagene büchse und bei ihrem blitze leuchtete es rund um den ganzen kamp auf es waren in einem einzigen augenblicke über zweihundert schüsse gefallen nur ich allein hatte nicht geschossen ich wollte die wirkung unserer salve abwarten welche wie ein gericht vom himmel so plötzlich so tödlich über die feinde hereinbrach eine ganze lange minute herrschte die tiefste stille dann aber brach es los jenes furchtbare geheul welches die nerven zu zerreißen und die knochen zu zermalmen droht das unerwartete unserer salve hatte den wilden geradezu die sprache geraubt jetzt aber klang es wie aus den mäulern von tausend teufeln durch den kernien nochmals feuer kommandierte die stimme des obersten welche man selbst durch das diabolische geheul hindurch vernehmen konnte eine zweite salve krachte und dann rief rutsch hinaus und mit den kolben drauf im nu waren die männer über die mauer hinaus wer von ihnen vorher noch bange gewesen war der fühlte jetzt den mut des löwen in sich kein einziger insman hatte einen versuch machen können die mauer zu ersteigen ich blieb auf meinem posten draußen entwickelte sich ein rachekampf der nicht lange anhalten konnte denn die reihen der gegner waren so fürchterlich gelichtet daß sie ihr hall nur in der flucht suchen konnten ich sah sie vorüber huschen die dunklen gestalten ah das war ein weißer wieder einer die railtrablers hatten auf der anderen seite gestanden und flohen jetzt an mir vorüber jetzt erst legte ich meine stutzen an fünfundzwanzig mal schießen zu können ohne laden zu müssen das war mir jetzt von vorteil acht schüsse gab ich ab dann fand ich keine ziele mehr die unverletzten feinde waren geflohen die anderen lagen am boden oder versuchten sich fortzuschlappen aber es gelang ihnen nicht denn sie wurden umstellt und wer sich nicht ergab der wurde niedergemacht kurze zeit später brannten zahlreiche feuer draußen vor der mauer und man konnte die schauerliche ernte sehen welche der tod in so kurzer zeit gehalten hatte ich mochte nichts sehen gar nichts ich wandte mich ab und ging nach der wohnung des kernels kaum hatte ich mich dort niedergesetzt so trat auch winnetou ein ich blickte ihm erstaunt entgegen mein roter bruder kommt fragte ich woher hat er die skalpe seiner feinde der siox ogelala winnetou wird keinen skalp mehr nehmen antwortete er seit er die musik vom berger herab gehört hat tötet er den feind aber lässt ihm die haarlocke seines hauptes hauk wie viele hat der apache getötet winnetou zählt nicht wieder die häupte der gefallenen warum soll er zählen da sein weißer bruder keinen tötet woher weißt du das warum schwiegt das gewehr meines freundes charlie bis die weißen männer an ihm vorüber flohen und warum schoss er diese nur in das bein nur diese allein hat winnetou gezählt es sind ihre acht sie liegen draußen und sind gefangen denn sie konnten nicht entkommen diese zahl stimmte ich hatte also gut getroffen und meinen zweck erreicht einige der reeltrablers in unsere hand zu bekommen vielleicht war halla dabei vom übrigen mochte ich nichts sehen denn ich war ja ein mensch und ein christ es dauerte nicht lange so trag walker herein charles winnetou kommt heraus wir haben ihn rief er wen fragte ich halla ah wer hat ihn gefangen niemand er war verwundet und konnte nicht weiter es ist wunderbar es sind acht reeltrablers verwundet worden und alle acht an derselben stelle nämlich am beckenknochen so dass sie sofort stürzten und liegen blieben das ist allerdings eigentümlich fred es hat sich nicht ein einziger verwundeter ogalala ergeben aber diese acht weißen haben um pardon gebeten sind ihre wunden lebensgefährlich man weiß es nicht man hat noch keine zeit zur untersuchung gehabt warum sitzt ihr hier kommt heraus es sind im allerhöchsten falle nur 80 feinde entkommen das war fürchterlich aber hatten sie es besser verdient diese menschen hatten heute eine lehre erhalten von welcher sicherlich noch in später zeit gezählt wurde es gab szenen welche jeder feder spotten und als ich am frühen morgen die leichen hochgetümmt übereinander geschichtet sah da musste ich mich fröstelt abwenden ich musste unwillkürlich an das wort eines neueren gelehrten denken dass der mensch das größte raubtier sei erst am nachmittag kam per bahn ein arzt welcher die verwundeten untersuchte ich hörte dass haller nicht zu retten sei er selbst hatte bei der erklärung dass seine wunde tödlich sei nicht die mindeste reue gezeigt walker war zugegen gewesen er kam zu mir hereingestürzt und rief mir mit erschrockenem gesichte zu charles auf wir müssen fort wohin nach heldorf settlement dieses wort erschreckte mich warum fragte ich weil es von den ogalala überfallen wird mein gott ist's möglich woher wisst ihr das fred dieser haller hat es gesagt ich saß bei ihm und sprach mit dem colonel dabei erwähnte ich den abend welchen wir auf heldorf settlement verlebten haller lachte höhnisch auf und meinte daß wir einen solchen abend dort wohl nicht wieder erleben würden und als ich in ihn drang erfuhr ich daß die niederlassung überfallen werden soll herr des himmels wenn dies wahr wäre fred holt rasch wennetun lasst unsere pferde kommen ich will selbst zu haller ich hatte diesen menschen noch nicht wiedergesehen als ich in das blockhaus trat in welchem die verwundeten gefangenen lagen stand gerade der colonel bei ihm er lag todesbleich auf einer blutigen decke und stierte mich mit trotzigen augen an ihr seid rollens oder haller fragte ich ihn was geht euch das an antwortete er mehr als mir denkt meinte ich ich konnte mir denken dass ich auf eine direkte erkundigung keine auskunft erhalten werde ich musste es anders anfangen ich wüsste nicht packt euch fort rief er es hat keiner ein so großes recht euch zu besuchen sagte ich die kugel die euch im leben sitzt ist von mir da wurden seine augen größer das blut schoss ihm in das gesicht so dass die narbe anschwoll und er schrie hund sagst du die wahrheit ja das was er jetzt förmlich brüllte ist nicht wiederzugeben ich aber blieb scheinbar ruhig und sagte ich wollte euch nur verwunden und als ich hörte dass ihr sterben müsst bedauerte ich euch und machte mir vorwürfe nun ich aber sehe welch ein bösewicht ihr seid kann ich ruhig sein ich habe der welt einen segen erwiesen indem ich euch verwundete ihr und eure orgelalla werden keinen schaden mehr anrichten meinst du fragte er indem ihr mir seine langen zähne wie ein gefangenes raubtier entgegen fletschte geh doch einmal nach helldorf settlement ha das liegt sicher sicher da gibt es keinen strein mehr auf dem anderen ich selbst habe diesen guten ort ausgekundschaftet und es war ausgemacht dass erst echokanien und dann helldorf settlement genommen werden soll hier ist es uns nicht gelungen dort aber wird es desto besser gelingen und die settler werden mit tausend martern büßen müssen was ihr hier an den meinen und den orgelalla verschuldet habt gut das wollte ich wissen halla ihr seid ein verstockter aber auch ein sehr alberner sünder wir werden jetzt nach helldorf reiten um zu retten was zu retten ist und wenn die settler von den orgelalla vielleicht fortgeschleppt worden sind so werden wir sie wiederholen dies hätten wir aber nicht gekonnt wenn ihr verschwiegen gewesen werdet den henker werdet ihr wiederholen aber keine gefangenen rief er erbost da hob sein nachbar ein kamerad von ihm der mich unausgesetzt angestiert hatte den kopf und sagte rollins glaube es dieser wird sie wiederholen ich kenne ihn es ist old chatterhand old chatterhand rief der angeredete all devils also darum acht solche schüsse nun so will ich wünschen ich wandte mich schnell ab und ging die flüche dieses bösewichts mochte ich nicht hören der könne folgte mir und sagte ganz erstaunt ist es wahr sir dass ihr old chatterhand seid ja dieser mann hat mich wohl einmal auf einem meiner jagdzüge getroffen aber wisst ihr könnel ihr müsst mir leute geben ich muss fort nach helldorf settlement hm mein wetter sir das geht nicht ich ginge gleich mit und nehme auch alle meine leute mit aber ich bin bahnbeamter und habe meine pflichten zu erfüllen aber sir sollen diese armen settlers umkommen ihr könnt das bei gott niemals verantworten hört mich an sir ich darf meinen posten nicht verlassen außer dann wenn es gilt im interesse desselben zu handeln ich darf auch meine leute nicht kommandieren euch zu begleiten aber eins kann und will ich von herzen gern tun ich gebe euch die erlaubnis mit meinen leuten zu sprechen wer von ihnen aus der arbeit treten und mit euch gehen will den werde ich nicht halten ein pferd waffen und munition nebst etwas proviant soll er auch haben unter der der bedingung dass ich die pferde und waffen später wieder erhalte gut ich danke euch sir ich bin überzeugt dass dies alles mögliche ist was ihr tun könnt nehmt es mir nicht übel wenn ich jetzt keine komplimente mache ich habe eile kehren wir zurück so soll alles versäumte nachgeholt werden zwei stunden später jagte ich mit winnetou und walker an der spitze von einigen vierzig wohlbewaffneten männern den weg zurück den wir für so kurzer zeit von helldorf settlement her gekommen waren winnetou sprach kein wort aber das feuer welches in seinen augen glühte sagte mehr als alle worte war diese junge niederlassung wirklich überfallen worden dann wehe den tätern es gab kein aufhalten selbst nicht während der nacht wir kannten ja den weg ich glaube nicht dass ich während des ganzen rittes hundert worte gesprochen habe es war am anderen nachmittag als wir auf dampfenden pferden am rande des talkessels anlangten in welchem helldorf settlement gestanden hatte sogleich der erste blick blähte uns daß haller uns nicht belogen hatte und daß wir zu spät kamen die blockhäuser bildeten nur noch rauchende trümmerhaufen uff rief winnetou und deutete nach der höhe der sohn des guten mannitou ist fort ich werde diese wölfe von ogolala zerreißen wahrhaftig auch das kapellchen war zerstört und verbrannt und das kruzifix hatte man von der höhe herabgestürzt wir stürmten auf die trümmer zu und sprangen von den pferden hier hielt ich die railroders zurück damit mir keine pferde verdorben würde es war trotz alles suchens nicht eine einzige spur eines lebenden wesens zu entdecken nun rief ich die leute herbei sie mussten mir helfen den rauchenden schutt auseinander zu stöbern wir fanden keine menschlichen überreste und das war ein großer trost winnetou hatte sobald er vom pferde gestiegen war sogleich den abhang erklettert und kehrte jetzt zurück er trug das glöckchen in der hand der häuptling der apachen hat gefunden die stimme aus der höhe sagte er er wird sie hier vergraben bis er als sieger zurückkehrt unterdessen suchte ich mit morke in aller eile die ufer des sees ab um zu sehen ob man die settlers vielleicht ertränkt habe fand aber dass dies nicht geschehen sei eine genaue forschung ergab daß die niederlassung mitten in der nacht überfallen worden war ein kampf hatte wohl gar nicht stattgefunden dann waren die sieger mit ihrem raube und den gefangenen in der richtung nach der grenze von eiderhohe in wyoming abgezogen hört männer wir dürfen keinen augenblick verlieren rief ich wir können jetzt nicht ruhen wir müssen der fährte folgen solange wir sie erkennen können und dann erst wenn es abend ist werden wir lager machen vorwärts mit diesen worten bestieg ich den schwarzschimmel wieder die anderen folgten der apache ritt an der spitze und verwendete keinen blick von den spuren der verfolgten man hätte ihn wohl töten aber nicht von dieser fährte abbringen können eine solche erbitterung hatte sich seiner und unser aller bemächtigt wir waren 40 gegen 80 man aber in einer solchen stimmung zählt man die gegner nicht wir hatten noch drei volle stunden tageslicht und legten während dieser zeit eine so große strecke zurück dass wir mit den ungewöhnlichen leistungen unserer pferde höchst zufrieden sein konnten dann gönnten wir ihnen die so wohlverdiente ruhe abschnitt 23 aus winnetou 3 von karl may diese libribox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz am anderen tage zeigte es sich dass wir die ogalala dreiviertel einer tagreise vor uns hatten und später bemerkten wir dass sie ihren ritt während der ganzen nacht fortgesetzt hatten der grund zu dieser eile ließ sich erraten winnetou hatte beim überfalle seinen namen in die finstere nacht hinausgerufen sie wußten daß man sie verfolgen werde sie wußten den apachen hinter sich und das war grund eilig zu sein da unsere pferde bis jetzt das beinahe unmögliche geleistet hatten so durften wir sie nicht gar zu sehr anstrengen es kam ja alles darauf an sie bei kräften zu erhalten daher kam es dass wir in den ersten beiden tagen den verfolgten nicht näher kamen die zeit vergeht sagte walker und wir werden zu spät kommen wir kommen nicht zu spät antwortete ich ihm die gefangenen sind für den matterpfahl aufgehoben und dieses schicksal werden sie erst dann haben wenn die ogalala in ihren dörfern angekommen sind wo befinden sich die dörfer jetzt die dörfer der ogalala sind jetzt oben am quaking gas bridge antwortete winnetou und wir werden diese räuber noch viel eher erreichen am dritten tage schließen wir auf ein ganz bedeutendes hindernis es teilte sich die fährte die eine hälfte lief grad nach norden fort und die andere ging nach dem westen ab die erstere war die bedeutendere sie wollen uns aufhalten meinte fred die weißen männer mögen halten geboten winnetou die spur darf von keinem fuß berührt werden darauf gab er mir einen wink den ich sofort verstand ich sollte die grad fortlaufende und er wollte die links abgehende fährte beobachten wir ritten also beide in den angegebenen richtungen weiter die anderen mussten warten ich ritt wohl eine viertelstunde weit die zahl der pferde welche hier gegangen waren war schwer zu bestimmen da die einzelnen tiere hintereinander hergeschritten waren aber aus der tiefe und der form der gemeinschaftlichen hufeindrücke konnte ich schließen dass es nicht viel über zwanzig gewesen seien während dieser untersuchung bemerkte ich im sande einige dunkle kleine runde flecken daneben zu beiden seiten eine eigentümliche schichtung der trockenen sandkörner und vor diesen zeichen sah die stelle aus als sei mit einem breiten gegenstand auf dem sande hin und her gerieben worden ich kehrte sofort im galopp um und fand winnetou bereits mein erwartend was hat mein bruder gesehen fragte ich ihn nichts als die fährte von reitern vorwärts mit diesen worten wandte ich mich wieder um und eilte voran uff rief der apache er wunderte sich über meine sicherheit und merkte aus derselben dass ich einen untrüglichen beweis gefunden haben müsse dass die gefangenen in dieser richtung fortgeschleppt worden seien als ich die stelle erreichte hielt ich an und fragte den dicken master walker ihr seid ein guter westmann seht euch einmal diese spur an und sagt mir was sie zu bedeuten hat spur fragte er wo hier ah was soll denn das für eine spur sein hier ist der wind über den sand gegangen schön er wird wohl auch noch öfters darüber gehen ich wette mit euch um was ihr wollt dass winnetou von diesen beinahe ganz unsichtbaren zeichen ganz dieselbe ansicht haben wird wie ich mein roter bruder mag sie sich betrachten der apache stieg ab bückte sich warf einen langen forschenden blick auf die stelle und sagte mein bruder charlie hat den richtigen weg gewählt denn hier sind die gefangenen geritten woher will man dies sehen fragte fred halb ungläubig und halb ärgerlich darüber dass er nicht scharfsinnig genug war das richtige zu treffen mein bruder blicke genau her sagte winnetou diese tropfen sind blut rechts und links davon lagen die hände und nach vorn der leib eines kindes welches fiel ich ein vom pferde fiel sodass ihm die nase blutete ah rief der dicke oh das ist nicht schwer zu sehen aber ich wette es kommt noch etwas anderes was uns viel größere mühe machen wird vorwärts ich hatte recht wir hatten den weg kaum zehn minuten fortgesetzt so kamen wir an eine felsige stelle und von da an hörten alle spuren auf die anderen mussten halten bleiben um uns das suchen nicht zu erschweren und es dauerte gar nicht lange so stieß der apache einen freudigen ruf aus und brachte mir einen stark gelb gefärbten faden was sagt ihr dazu fred fragte ich dieser faden stammt aus einer decke richtig seht euch die scharfen enden desselben an man hat die decken zerschnitten und die teile desselben um den pferden um die hufe gewickelt damit sie keine spur hinterlassen sollen wir müssen uns auf das äußerste anstrengen wir suchten weiter und richtig einige 30 schritte davon bemerkte ich im grase welches auf nun wieder sandigem boden wuchs die schlecht ausgelöschte spur eines indianischen mokkers hin die stellung des fußes gab uns die richtung an in welcher der weg fortgesetzt worden war in dieser richtung fanden wir bald weitere anhaltepunkte und endlich erkannten wir dass die leute hier ganz außerordentlich langsam vorwärts gekommen waren nach langer zeit wurden die spuren wieder deutlicher man hatte die pferdehufe von der umhüllung befreit und schließlich sahen wir ganz deutlich dass neben den pferden indianer zu fuße gegangen waren das war wunderbar und gab mir zu denken bis winnetou plötzlich sein pferd anhielt in die ferne blickte und eine gebärde machte als ob er sich auf etwas besinne auf rief er die höhle des berges welchen die weißen hankock nennen was ist's mit ihr fragte ich winnetou weiß jetzt alles in dieser höhle opfern die sioks ihre gefangenen im großen geiste diese ogalala haben sich geteilt der große teil reitet nach links um die zerstreuten truppen seines stammes herbeizurufen und der kleine teil bringt die gefangenen zur höhle man hat mehrere auf ein pferd geladen und die ogalala laufen nebenher wie weit ist dieser berg von hier meine brüder werden ihn des abends erreichen unmöglich der berg hankock liegt ja zwischen dem oberen snake und dem oberen yellowstone river mein weißer bruder mag bedenken dass es zwei berge hankock gibt kennt winnetou den richtigen ja und auch die höhle ja winnetou hat mit dem vater von ko itze in dieser höhle einen bund geschlossen den dieser ogalala dann brach meine brüder werden mit mir diese fährte verlassen und sich dem häuptling der apachen anvertrauen er gab als sei er seine sache ganz gewiss seinem pferde die spuren und sprengte im galapp davon wir ihm nach es ging eine geraume zeit durch tiller und schluchten bis plötzlich die berge auseinander traten und eine ebene grasfläche vor uns lag welche nur am fernen horizonte von höhen eingefasst zu sein schien das ist ji akom akono die prärie des blutes in der sprache der tehua erklärte winnetou ohne in seinem schnellen ritte anzuhalten das war also die fürchterliche prärie des blutes von der ich so viel gehört hatte hierher hatten die vereinigten stämme der dakota ihre gefangenen gebracht losgelassen und zu tode gehetzt hier waren tausende von unschuldigen schlachtopfern den tod des pfahles des feuers des messers des eingrabens gestorben hierher wagte sich kein fremder indianer oder gar weißer und wir ritten über diese ebene des fluches so unbesorgt als ob wir uns auf dem friedlichsten boden befändten unsere führer dabei konnte nur ein winnetou sein schon begannen unsere pferde vom jagen zu ermüden da erhob sich vor uns langsam eine isolierte höhe empor welche aus mehreren zusammengeschobenen bergen zu bestehen schien wir erreichten den mit wald und busch weg besetzten fuß derselben und ließen dort die pferde rasten das ist der berg hankock bemerkte winnetou und die höhle fragte ich sie ist auf der anderen seite des berges in einer stunde wird sie mein bruder sehen erfolge mir lasse aber seine gewehre zurück ich allein ja wir sind hier am orte des todes nur ein fester mann wird bestehen unsere brüder mögen sich unter den bäumen verbergen und warten der berg an dessen fuße wir uns befanden war ein vulkanisches gebilde von der breite von vielleicht dreiviertel stunden ich legte die büchse und den stutzen ab und folgte winnetou welcher an der westlichen seite des bergs empor zu steigen begann er hielt in kurzen schlangenlinien nach dem gipfel zu es war ein sehr beschwerlicher weg und mein führer legte ihn mit einer vorsicht zurück als ob er hinter jedem strauche einen feind zu erwarten habe so dauerte es wirklich eine stunde bis wir ganz oben an der spitze anlangten mein bruder sei ganz still und unhörbar flüsterte er indem er sich auf den bauch legte und zwischen zwei büschen langsam hindurch kroch ich folgte ihm und wäre beinahe ganz erschrocken zurückgewichen denn kaum hatte ich den kopf durch die zweige gesteckt so erblickte ich grad vor meinem gesichte den trichterförmigen steiligen abgrund eines kraters dessen rand ich mit der hand erreichen konnte dieser abgrund war nur mit einzelnen sträuchern bestanden und wohl an die hundertfünfzig fuß tief unten bildete eine vielleicht vierzig fuß im durchmesser haltende fläche und da lagen die von uns gesuchten bewohner von helldorf settlement an händen und füßen gebunden ich besiegte meine überraschung und zählte die leute es fehlte keiner aber bei ihnen befand sich eine zahlreiche ogolalla wache ich untersuchte jeden fußbreit dieses abgebrannten kraters ob man hier hinunter könne ja es ging wenn man kühn war ein tüchtiges seil besaß und ein mittel fand die wache zu entfernen es waren mehrere felsenvorsprünge da welche man als anhalte und ruhepunkte benutzen konnte jetzt zog sich winnetou zurück und ich tat desgleichen das ist die höhle des berges fragte ich ja wo ist der eigentliche eingang an der seite die gegen osten liegt aber kein mensch kann ihn erzwingen so steigen wir hier hinab wir haben lassos und unsere bahnarbeiter sind mit pferdestricken reichlich versehen er nickte und wir begannen den abstieg es war mir völlig unbegreiflich warum die indianer die westliche seite des berges nicht bewachten eine unbemerkte annäherung wäre uns dann unmöglich gewesen als wir unten wieder ankamen tauchte die sonne hinter dem horizont hinab und wir begannen unsere vorbereitungen es wurden alle vorhandenen strecke gesammelt und zu einem längeren seile verbunden winnetou las sich zwanzig der gewandtesten männer aus die anderen sollten die pferde bewachen zwei von diesen aber sollten sich dreiviertel stunden nach unserem fortgange auf die pferde werfen und in einem bogen um den berg herum nach osten reiten um weit draußen einige feuer anzuzünden doch so daß die prärie nicht anbrannte dann aber sollten sie schleunigst zurückkehren durch diese feuer sollte die aufmerksamkeit der indianischen wächter von uns ab und hinaus auf die prärie gelenkt werden die sonne war verschwunden und der westen färbte sich mit hellen tinten welche nach und nach in den tiefsten purpur übergingen sich dann wieder entfärbten und im abendgrau erloschen winnetou hatte den platz an dem wir uns befanden verlassen er war mir in den letzten stunden ganz anders vorgekommen als er sonst zu sein pflegte der feste sichere blick seines auges hatte sich in ein eigentümliches unruhiges flackern verwandelt und auf seiner immer glatten stirn waren bei ihm etwas noch nie dagewesenes falten erschienen welche auf eine ganz ungewöhnliche sorge deuteten oder auf gedanken von einem solchen ernste dass sie im strande waren das von mir so oft bewunderte gleichgewicht seines innern zu stören es bedrückte ihn etwas und ich glaubte nicht nur die pflicht sondern auch das recht zu haben ihn danach zu fragen darum ging ich fort um nach ihm zu sehen er stand am rande des waldes an einen baum gelehnt und blickte starren auges gen westen in die über dem horizonte liegenden wolkengebilde deren vorher goldumsäunte ränder im letzten ablassen begriffen waren trotzdem ich sehr leise ging und trotz der versunkenheit in welcher er sich augenscheinlich befand hörte er nicht nur meine schritte sondern wußte sogar wer sich ihm näherte ohne sich nach mir umzusehen sagte er mein bruder charlie kommt um nach seinem freunde zu sehen er tut recht daran denn bald wird er ihn nicht mehr sehen ich legte ihm die hand auf die schulter und antwortete lagern schatten auf dem gemüte meines bruders winnetou er mag sie verjagen da hob er die hand und deutete gegen westen dort flammte das feuer und die glut des lebens nun ist's vorbei und wird finster gehe hin kannst du die schatten verjagen die dort niedersinken nein aber das licht kommt am frühen morgen wieder und ein neuer tag bricht an für den hancockberg wird morgen ein neuer tag beginnen aber nicht für winnetou seine sonne wird erlöschen wie diese dort erloschen ist und nimmer wieder aufgehen die nächste morgenröte wird ihm im jenseits lachen das sind todesahnungen denen sich mein lieber bruder winnetou nicht hingeben darf ja der heutige abend wird ein sehr gefährlicher für uns sein aber wie oft haben wir dem tode in das auge geschaut und doch ist er so oft er die hand nach uns ausstreckte von unserem heiteren festen blicke zurückgewichen verbanne die schwermut die dich ergriffen hat sie hat ihren grund nur in der körperlichen und geistigen anstrengungen der letzten tage nein winnetou lässt sich von keiner anstrengung bemeistern und keine ermüdung kann ihm die heiterkeit seiner seele rauben mein bruder old shatterhand kennt mich und weiß dass ich nach dem wasser der erkenntnis des wissens gedürstet habe du hast es mir gereicht und ich trank davon in vollen zügen ich habe viel gelernt so viel wie keiner von meinen brüdern bin aber dennoch ein roter mann geblieben der weiße gleicht dem gelehrigen haustiere dessen instinkt sich verändert hat der indianer aber dem wilde welches nicht nur seine scharfen sinne behalten hat sondern auch mit der seele hört und riecht das wild weiß ganz genau wenn der tod sich ihm naht es ahnt ihn nicht nur sondern es fühlt sein kommen und verkriecht sich im tiefsten dickicht des waldes um ruhig und einsam zu verenden diese ahnung dieses gefühl welches niemals täuscht empfindet winnetou in diesem augenblicke ich drückte ihn an mich und ergegnete und dennoch täuscht es dich hast du dieses gefühl vielleicht schon einmal gehabt nein also heute zum ersten mal ja wie kannst du es da kennen wie kannst du wissen dass es die ahnung des todes ist es ist so deutlich so deutlich es sagt mir daß winnetou sterben wird mit einer kugel in der brust denn nur eine kugel kann mich werfen ein messer oder ein tomahawk würde der häuptling der apachen leicht von sich wehren mein bruder mag mir glauben ich gehe heute in die ewigen jagd er hielt inne in die ewigen jagdgründe hatte er nach dem glauben der indianer sagen wollen was hielt ihn ab dieses wort vollends auszusprechen ich wußte es er war durch den umgang mit mir in seinem inneren ein christ geworden obgleich er es vermieden hatte es zu sagen er schlang den arm um mich und verendete das erst beabsichtigte wort ich gehe heute dahin wo der sohn des guten mannitou uns vorausgegangen ist um uns die wohnungen im hause seines vaters zu bereiten und wohin mir mein bruder old shatterhand einst nachfolgen wird dort werden wir uns wiedersehen und es wird keinen unterschied mehr geben zwischen den weißen und den roten kindern des vaters der beide mit derselben unendlichen liebe umfängt es wird dann ewiger friede sein es wird keinen morden mehr geben keine wögen von menschen welche gut waren und den weißen friedlich und vertrauend entgegen kamen aber dafür ausgerottet wurden dann wird der gute mannitou die waagschalen in seiner hand halten um die taten der weißen und der roten abzuwägen und das blut welches unschuldig geflossen ist winnetou aber wird dabei stehen und für die mörder seiner nation seiner brüder um gnade und erbarmen bitten er drückte mich an sich und schwieg ich war tief bewegt denn eine innere stimme flüsterte mir zu sein instinkt hat ihn nie getäuscht vielleicht spricht er auch dieses mal die wahrheit dennoch sagte ich mein bruder winnetou hält sich für stärker als er ist er ist der gewaltigste krieger seines stammes aber doch auch nur ein mensch ich habe ihn noch nie am matten sehen heute aber ist er müde geworden denn die vergangenen tage und nächte haben allzu viel von uns verlangt das drückt die seele nieder und schwächt das selbstvertrauen es entstehen trübe gedanken welche verschwinden wenn die müdigkeit gewichen ist mein bruder mag sich ausruhen er mag sich zu den männern legen welche hier unten am berge bleiben er schüttete langsam den kopf und antwortete das sagt mein bruder charlie nicht im ernste oh doch ich habe die höhle des berges ja gesehen und mit dem auge genau gemessen es genügt wenn ich allein die angreifer anführe ich soll nicht dabei sein fragte er da indem seine augen erhöhten glanz bekamen du hast genug getan du sollst ruhen hast du nicht auch genug getan ja noch viel mehr als ich und alle anderen ich bleibe nicht zurück auch nicht wenn ich dich darum bitte wenn ich es als opfer der freundschaft von dir verlange auch dann nicht soll man sagen dass winnetou der häuptling der apachen den tod gefürchtet habe kein mensch wird wagen dies zu sagen und wenn alle schweigen und es mir nicht als feigheit anrechneten einen würde es doch geben dessen vorwurf mir die röte der scham in die wange triebe wer wäre das ich ich selbst ich würde diesen winnetou welcher ruhte als sein bruder charlie kämpfte ohne sich vor dem tode zu fürchten immer und immer in die ohren schreien dass er unter die feiglinge gegangen und nicht länger würdig sei sich einen krieger einen häuptling seines tapferen volkes zu nennen nein nein sprich nicht davon dass ich zurück bleiben soll soll mein bruder shatterhand mich im stillen wenn er es auch nicht laut tun würde zu den mutlosen kojoten rechnen soll winnetou sich selber verachten lieber zehnmal hundertmal und tausendmal den tod dieser letztere grund gebot mir allerdings zu schweigen winnetou wäre an dem selbst vorwurfe feig gehandelt zu haben innerlich und äußerlich zugrunde gegangen er fuhr nach einer pause fort wir standen dem tode so oft gegenüber und mein bruder war stets auf ihn vorbereitet und hat für mich in sein notizbuch eingeschrieben was geschehen soll wenn er einmal im kampfe fällt ich soll dann das buch nehmen und es lesen und ausführen das wird von den bleichgesichtern ein testament genannt winnetou hat auch ein testament gemacht aber noch nichts davon gesagt heute wo er die nähe des todes fühlt muss er davon sprechen willst du der vollstrecker sein ja ich weiß und ich wünsche dass deine ahnung nicht in erfüllung geht dass du noch viele viele sonnen auf der erde wandelst aber wenn du einmal stirbst und ich deinen letzten willen kenne soll es mir die heiligste der pflichten sein ihn auszuführen auch wenn es schwer sehr schwer sein würde und mit großen gefahren verbunden so fragt winnetou doch nicht im ernste schicke mich in den tod ich gehe ich weiß es charlie für mich würdest du ihm in den offenen rachen springen du wirst tun was ich mir von dir erbitte du allein bist's der es ausführen kann erinnerst du dich dass wir einst als ich dich noch nicht so wie jetzt kannte über den reichtum miteinander sprachen ja sehr genau ich hörte es damals deiner stimme an dass du doch vielleicht anders dachtest als du sagtest das gold hatte großen wert für dich habe ich da recht du hast dich wenigstens nicht ganz geirrt gestand ich ein und jetzt du wirst mir die wahrheit sagen jeder weiße kennt den wert des besitzes doch trachte ich nicht nach toten schätzen und äußeren genüssen das wahre glück gründet sich nur auf die schätze welche man am herzen sammelt ich wusste dass du heute so sprechen würdest du weißt dass ich viele orte kenne wo gold in gängen und als nuggets und staub zu finden ist ich brauchte dir nur einen einzigen solchen ort zu sagen so wärest du ein reicher ein sehr reicher mann darum bin ich stets entschlossen gewesen dir keinen der fundorte des goldes zu verraten wirst du mir dafür zirnen nein antwortete ich in diesem augenblick wirklich der wahrheit gemäß ich stand vor dem besten freunde den ich je gehabt habe er sah den tod vor sich und vertraute mir seinen letzten willen an wie hätte es mir dabei kommen können niedere je nach gold zu zeigen und doch wirst du gold zu sehen bekommen viel gold sprach er weiter aber es ist nicht für dich bestimmt wenn ich gestorben bin so suche das grab meines vaters auf du kennst es ja wenn du am fuße desselben genau an der westseite in die erde gräbst wirst du das testament deines winnetou finden der dann nicht mehr bei dir ist ich habe meine wünsche aufgezeichnet und du wirst sie erfüllen mein wort ist wie ein schwur versicherte ich ihm tränen in den augen keine gefahr und sei sie noch so groß kann mich abhalten auszuführen was du aufgeschrieben hast ich danke dir wir sind jetzt fertig die zeit zum angriff ist gekommen ich werde den kampf nicht überleben lass uns abschied nehmen mein lieber lieber charlie der gute money to mag dir vergelten dass du mir so viel so viel gewesen bist mein herz fühlt mehr als ich mit worten sagen kann lass uns nicht weinen die wir männer sind begrabe mich in den groß ventre bergen an dem ufer des metzurflusses auf meinem pferde und mit allen meinen waffen auch mit meiner silberbüchse die in keine anderen hände kommen soll wenn du dann zu den menschen zurückgekehrt bist von denen keiner dich so lieben wird wie ich dich liebe so denke zuweilen an deinen freund und bruder winnetou der dich jetzt segnet weil du ihm ein segen warst er der indianer legte mir die hände auf das haupt ich hörte daß er nur mit mühe das schluchzen unterdrücken konnte und riß ihn mit beiden armen an mich indem ich weinend hervorstieß winnetou mein winnetou es ist ja nur eine ahnung ein schatten der vorübergeht du mußt bei mir bleiben du darfst nicht fort ich gehe fort antwortete er leise aber bestimmt riß sich mit überwindung seiner selbst von mir los und wendete sich nach dem lagerplatz zurück indem ich ihm folgte suchte ich in meinem gehirn vergeblich nach einem mittel ihn zu bestimmen nicht an den bevorstehenden kampfe teilzunehmen ich fand keins weil es keins gab was hätte ich darum gegeben und was gäbe ich noch heute darum wenn es mir möglich gewesen wäre einen ausweg zu finden ich war aufs tiefste erregt und auch er hatte trotz der gewalt welche er über sich besaß seine bewegung noch nicht überwunden denn ich hörte daß seine stimme leise zitterte als er die leute aufforderte es ist nun vollständig dunkel und wir wollen aufbrechen meine brüder mögen mir folgen wir kletterten einer hinter dem anderen im berg hinan und auf demselben weg den winnetou vorher mit mir eingeschlagen hatte das leise emporklimmen war jetzt in der finsternis viel schwieriger als vorhin und wir brauchten länger als eine stunde bis wir den krater erreichten unten brannte ein mächtiges feuer und bei dem scheine desselben sahen wir die gefangenen und ihre wächter liegen kein wort kein laut drang zu uns herauf wir befestigten zunächst das seil welches lang genug war an einen steinblock und warteten dann auf das erscheinen der feuer es dauerte nicht lange so zeigten sich dort im osten nacheinander drei vier fünf flammen welche den feuern eines lagers ganz ähnlich sahen jetzt blickten und horchten wir gespannt nach dem kessel hinab wir sollten uns nicht getäuscht haben denn bereits nach kurzer zeit sahen wir einen wilden aus einer spalte erscheinen der den anderen einige worte sagte diese erhoben sich sofort und verschwanden mit ihm durch die spalte um die feuer zu betrachten jetzt war es zeit für uns ich ergriff den anfang des seiles um den ersten zu machen jedoch winnetou nahm ihn mir aus der hand der häuptling der apachen ist der führer sagte er mein bruder komme hinter ihm es war ausgemacht worden daß die unsrigen uns in solchen zwischenräumen folgen sollten daß nachdem das seil den boden erreicht hatte sich nur je vier auf einmal an demselben befanden winnetou trat an ich ließ ihn bis zum ersten vorsprung gekommen und folgte dann mir folgte fred es ging viel schneller bergab als wir gedacht hatten da wir uns kaum halten konnten zum glücke hielt das seil welches von oben langsam herab und uns nachgelassen wurde natürlich rissen wir eine menge steine und geröll zur tiefe hinab es war ja so dunkel daß wir dies gar nicht vermeiden konnten einer dieser steine mußte ein kind getroffen haben denn es begann zu schreien sofort erschien der kopf eines indianers in der vom feuer erleuchteten spalte er hörte und sah das niederprasseln des gerölls blickte in die höhe und stieß einen lauten warnungsruf aus vorwärts winnetou rief ich es ist sonst alles verloren die männer oben merkten was unten vorging und ließen das seil schnell laufen eine halbe minute später hatten wir den boden erreicht zu gleicher zeit aber blitzten uns aus der spalte einige schüsse entgegen winnetou stürzte zu boden ich blieb vor schreck halten winnetou mein freund rief ich hat eine kugel getroffen winnetou wird sterben antwortete er da erfasste mich eine wut welcher ich nicht zu widerstehen vermochte soeben langte walker hinter mir an winnetou stirbt rief ich ihm zu drauf ich nahm mir nicht erst zeit den stutzen vom rücken zu reißen oder ein messer oder einen revolver zu ergreifen mit hocherhobenen freusten stürzte mich mich auf die fünf indianer welche bereits aus der spalte gedrungen waren der vorderste unter ihnen war der häuptling ich erkannte ihn sogleich koize fahre nieder rief ich ihm zu ein faustschlag traf ihn an die schläfe er brach zusammen wie ein holzklotz der neben ihm haltende wilde hatte bereits den tomahawk gegen mich zum schlage erhoben da fiel der schrein der flamme hell auf mein gesicht und er ließ erschrecktes schlachtball niedersinken ka ut skamazi schmetterhand rief er laut ja hier ist old shatterhand fahre dahin rief ich ich kannte mich nicht der zweite hieb traf den mann so daß er niedersank ka ut skamazi riefen die insmen zaudernd old shatterhand rief auch walker das seid ihr charles oh da begreife ich alles jetzt haben wir gewonnen drauf ich erhielt einen messerstich in die schulter aber das fühlte ich gar nicht zwei der wilden fielen von den schüssen frets und den dritten schlug ich noch nieder mittlerweile kamen immer mehrere der unsrigen herab ihnen konnte ich die insmen überlassen ich wandte mich zu winnetou und kniete neben ihm am boden nieder wo ist mein bruder getroffen fragte ich nzage che hier in der brust antwortete er leise die linke auf die rechte seite der brust legend welche sich von seinem blute rötete ich riß das messer heraus und schnitt ihm die santillo decke welche sich heraufgeschoben hatte kurzweg herunter ja die kugel war ihm in die lunge gedrungen mich erfasste ein schmerz wie ich ihn in meinem ganzen leben noch nicht gefühlt hatte noch wird hoffnung sein mein bruder tröstete ich mein freund lege mich in seinen schoß daß ich den kampf erkenne bat er ich tat es und nun konnte er sehen daß alle insmen sobald sie sich in der spalte sehen ließen sofort der reihe nach in empfang genommen wurden unsere leute kamen nach und nach alle herab die gefangenen wurden von den fesseln befreit und erhoben laute rufe der freude und dankbarkeit ich beachtete das alles nicht ich sah nur den sterbenden freund dessen wunde aufhörtete zu bluten ich ahnte daß er sich innerlich verbluten werde hab mein bruder noch einen wunsch fragte ich ihn er hatte die augen geschlossen und antwortete nicht ich aber hielt seinen kopf in meinen armen und wagte nicht die geringste bewegung der alte hillmann und die anderen von ihren banden befreiten settlers griffen nach den umherliegenden waffen und drangen in die spalte ein auch das beachtete ich nicht denn mein blick hing nur an den bronzenden zügen und geschlossenen lidern des apachen später trat walker zu mir welcher auch blutete und meldete sie sind alle ausgelöscht dieser wird auch auslöschen antwortete ich sie sind alle nichts gegen diesen einen noch immer lag der apache bewegungslos die braven railroaders welche sich so gut gehalten hatten und die settlers mit den ihrigen bildeten um uns einen stummen tief ergriffenen kreis da endlich schlug winnetou die augen auf hat mein guter bruder noch einen wunsch wiederholte ich er nickte und sagte leise mein bruder charlie führe diese männer in die groß ventre berge aber bei zur flüsschen liegen solche steine wie sie suchen sie haben es verdient was noch winnetou mein bruder vergesse den apachen nicht er bete für ihn zum großen großen mannitou können diese gefangenen mit ihren wunden gliedern klettern ja antwortete ich obgleich ich sah wie die hände und füße der settlers unter den schneidenden fesseln gelitten hatten winnetou bittet sie ihm das lied von der königin des himmels zu singen sie hörten diese worte ohne erst meine bitte abzuwarten winkte der alte hillmann sie erklimmten einen felsenabsatz der zu häupten winnetous hervorragte um den letzten wunsch des sterbenden zu erfüllen seine augen folgten ihnen und schlossen sich dann als sie oben standen er ergriff meine beiden hände und hörte nun das ave maria beginnen es will das licht des tages scheiden nun bricht die stille nacht herein ach könnte doch das herzensleiden so wie der tag vergangen sein ich lehm mein flehen dir zu füßen o trags empor zu gottes thron und lass madonna lass dich grüßen mit des gebetes frommen ton ave ave maria als nun die zweite strophe begann öffneten sich langsam seine augen und richteten sich mit mildem lächelndem ausdrücke zu den sternen empor man sang es will das licht des glaubens scheiden nun bricht des zweifels nacht herein das gottvertrauen der jugendzeiten es soll uns abgestohlen sein erhält madonna mir im alter des glaubens frohe zuversicht schütz meine harfe meinen psalter du bist mein heil du bist mein licht ave ave maria nun zog minnetou meine hände an seine verwundete brust und flüsterte charlie nicht wahr nun kommen die worte vom sterben ich konnte nicht sprechen ich nickte weinen und die dritte strophe begann es will das licht des lebens scheiden nun bricht des todes nacht herein die seele will die schwingen breiten es muss es muss gestorben sein madonna ach in deine hände leg ich mein letztes heißes flehen er bitte mir ein gläubig ende und dann ein selig auferstehen ave ave maria als der letzte ton verklungen war wollte er sprechen es ging nicht mehr ich brachte mein ohr ganz nah an seinen mund und mit der letzten anstrengung der schwindenden kräfte flüsterte er charlie ich glaube an den heiland winnetou ist ein christ lebe wohl es ging ein konvulsivisches zitter durch seinen körper ein blutstrom quoll aus seinem munde der häuptling der apachen drückte nochmals meine hände und streckte seine glieder dann lösten sich seine finger langsam von den meinigen er war tot was soll ich weiter erzählen die wahre trauer liebt die worte nicht käme doch bald die zeit in der man solche blutigen geschichten nur noch als alte sagen kennt wir hatten dem bleichen tode oft von angesicht zu angesicht gegenüber gestanden der wilde westen gebietet an jedem augenblicke auf ein plötzliches ende gefasst zu sein und doch als der beste der treueste freund den ich je besessen habe nun als leiche vor mir lag wollte mir das herz brechen ich befand mich in einem seelenzustande welcher sich nicht beschreiben lässt welch ein herrlicher mensch war er gewesen und nun so plötzlich ausgelöscht ausgelöscht grad so wird binnen kurzem seine ganze rasse ausgelöscht sein deren edelster sohn er gewesen ist ich wachte die ganze nacht hindurch wortlos mit heißen trockenen augen er lag in meinem schoße grad so wie er gestorben war was ich dachte und was ich fühlte wer möchte das wohl fragen wäre es möglich gewesen wie gern o wieso gerne hätte ich die fernere zeit meines lebens mit ihm geteilt und nur die hälfte derselben gelebt so wie er jetzt in meinem schoße lag war einst kleki petra in dem seinen gestorben und dann noch seine schwester seine thronesahnung hatte ihn also nicht betrogen und mit kluger voraussicht hatte er den ort bestimmt an welchem er begraben sein wollte da die deutschen steinschneider dort die begehrten halbedelsteine finden sollten waren sie sehr gerne bereit mit hinzureiten wodurch mir der transport des geliebten toten außerordentlich erleichtert wurde früh am anderen morgen verließen wir den berg da wir jeden augenblick das eintreffen der wilden erwarten konnten der leichnam des apachen wurde in decken gehüllt und auf ein pferd befestigt von hier bis in die groß ventre berge war es nur zwei tagesreisen dorthin richteten wir unseren weg und zwar so vorsichtig dass kein indianer unsere spur aufzufinden vermochte am abend des zweiten tages erreichten wir das tal des matur flüsschens dort haben wir den indianer begraben unter christlichen gebeten und mit den ehren die einem so großen häuptlinge bewiesen werden müssen er sitzt mit seinen sämtlichen waffen und seinem vollständigen kriegsschmucke aufrecht auf seinem deshalb erschossenen pferd im innern des erdhügels welchen wir um ihn wölbten auf diesem hügel wehen nicht die skalper erschlagener feinde wie man es auf dem grabe eines häuptlings zu sehen gewohnt ist sondern es sind drei kreuze darauf errichtet worden im sande des tales fanden sich nicht nur die verheißenen steine sondern an einer stelle auch eine ansammlung von goldstaub mit dem sich die railroaders für den verfolgungsritt entschädigten eine anzahl von ihnen entschloss sich mit den settlers hier eine ansiedlung zu gründen welche wieder den namen helldorf führt die anderen kehrten nach echo canyon zurück wo sie erfuhren dass der rail trabler hall an seiner wunde gestorben sei seine mitgefangenen wurden bestraft das glöckchen welches winnetou vergraben hatte ist nach der neuen ansiedlung geholt worden wo die settlers wieder ein kapellchen errichtet haben wenn nun seine helle stimme erschallt und die frommen ansiedler ihr ave maria ertönen lassen so denken sie stets an den häuptling der apachen und sind überzeugt dass ihm erfüllt worden ist was er sterbend durch ihre lippen betete madonna ach in deine hände leg ich mein letztes heißes flehen er bitte mir ein gläubig ende und dann ein selig auferstehen ave ave maria endetou todt diese beiden worte sind genügend um die stimmung zu bezeichnen in welcher ich mich damals befand es war als ob ich mich von seinem grabe gar nicht trennen könnte ich saß in den ersten tagen schweigend bei demselben und sah dem regentreiben der menschen zu welche an der neuen niederlassung arbeiteten ich sage ich sah zu aber eigentlich sah ich nichts ich hörte ihre stimmen und dennoch hörte ich nichts ich war geistesabwesen mein seelenzustand glich demjenigen eines mannes der einen hieb auf den kopf erhalten hat und nur halb betäubt alles wie von weitem hört und alles wie durch eine matt geschliffene glasscheibe sieht es war ein wahres glück daß die roten unsere spur nicht gefunden hatten und also unseren jetzigen aufenthalt nicht entdeckten ich war jetzt nicht der mann es mit ihnen aufzunehmen oder wäre es doch vielleicht möglich daß mich eine solche gefahr aus meiner selbstverlorenheit aufgerüttelt hätte vielleicht die guten leute gaben sich mühe mir interesse für ihr tun und treiben abzugewinnen aber der erfolg trat nur langsam ein es verging eine halbe woche ehe ich mich aufraffte und ihnen bei der arbeit half die wohltätige wirkung davon ließ nicht auf sich warten man musste mir zwar jedes wort abgewinnen doch stellte sich die alte tatkraft wieder ein und ich war bald derjenige nach dessen rat und ansicht sich die anderen richteten das währte zwei wochen dann sagte ich mir daß ich nicht länger bleiben dürfe das testament des freundes zog mich fort nach dem nugget ziel wo wir und seine schöne tochter begraben hatten auch war es meine pflicht nach dem riopecus zu reiten und die apachen von dem tode des berühmtesten und besten ihrer häuptlinge zu unterrichten zwar wußte ich wie schnell die kunde von einem solchen ereignisse über die prärie zu laufen pflegt sie konnte schon vor mir dort eintreffen aber ich musste doch selbst hin weil ich als der augenzeuge der traurigen begebenheit der sicherste berichterstatter war die ansiedler brauchten mich nicht notwendig und wenn sie ja einen geübten westmann nötig hätten so durften sie sich an walker wenden welcher entschlossen war einige zeit bei ihnen zu bleiben es gab einen herzlichen abschied von den braven leuten und dann trat ich den weiten ritt auf meinem schwarzschimmel an der sich gut ausgeruht hatte ein anderer an meiner stelle wäre wohl bemüht gewesen auf seinem wege möglichst viele punkte zu berühren wo es menschen gab ich tat das gegenteil und mied der gleichen orte ich wollte niemand sehen wollte allein mit meiner trauer sein dieser wunsch wurde mir bis zum bieferkrieg des nordkanadiern erfüllt wo ich ein sehr gefährliches zusammentreffen mit to kai chun dem häuptling der komanschen hatte dem wir damals so glücklich entgangen waren während wir uns im norden mit den sioks herumgeschlagen hatten war im süden von den komanschen wieder einmal das kriegsbeil ausgegraben worden und to kai chun hatte sich mit 70 kriegern nach dem ihnen heiligen makik natun aufgemacht um bei den dort befindlichen häuptlingsgräbern den kriegstanz aufzuführen und die medizin zu befragen dabei waren ihm mehrere weiße in die hände gefallen die an dem martepfale sterben sollten es gelang mir aber sie ihm zu entreißen dieses erlebnis jedoch übergehe ich hier weil es in keiner beziehung zu winnetus steht und werde es bei einer späteren gelegenheit erzählen ich brachte diese weißen bis an die grenze von neu mexiko wo sie sich in sicherheit befanden und hätte von dort aus eigentlich direkt nach dem rio pecos gekonnt aber das testament winnetus war mir zu wichtig als dass ich über dasselbe noch länger hätte in ungewissheit sein mögen und so richtete ich meinen ritt nach südosten um zunächst den nugget ziel aufzusuchen dieser weg war gefährlich denn er führte mich durch das gebiet der feindlichen komanschen und dasjenige der kiowas vor denen ich mich erst recht nicht sehen lassen durfte ich traf auch auf verschiedene fährten und spuren nahm mich aber außerordentlichen acht und kam glücklich und unbemerkt bis in die nähe des gualpa flusses dort stieß ich auf hufeindrücke die genau die richtung hatten welche die meinige war ich wollte mich von den roten nicht sehen lassen und mit weißen nicht abgeben hätte also von dieser fährte abweichen sollen aber der wäre ich zu einem umwege gezwungen gewesen und es war ja auch wichtig zu erfahren ob hier indianer oder bleichgesichter geritten waren darum folgte ich der spur welche vielleicht eine stunde alt sein mochte bald sah ich dass es drei reiter gewesen waren und dann kam ich an eine stelle wo sie kurze zeit angehalten hatten einer von ihnen war abgestiegen um wahrscheinlich einen gelockerten riemen feste anzuziehen der eindruck seiner füße verriet mir dass er stiefel an hatte also ein weißer war und weil ich keine veranlassung hatte anzunehmen dass ein weißer jetzt und hier sich in gesellschaft von zwei indianern befinde lautete der einfache schluss dass ich drei bleichgesichter vor mir hatte es fiel mir nicht ein ihretwegen von meiner richtung abzuweichen und ich ritt auf ihrer fährte weiter ich war ja falls ich auch mit ihnen zusammentraf nicht gezwungen bei ihnen zu bleiben sie waren langsam geritten und so kam es dass ich sie nach zwei stunden vor mir sah zu gleicher zeit erblickte ich auch die hügel zwischen denen sich der fluss hier abwärts schlängelte es war gegen abend und ich hatte die absicht gehabt am flusse zu nacht lagern es war wohl nicht nötig diese absicht wegen der drei fremden aufzugeben sehr wahrscheinlich hatten sie dasselbe vor aber ich war ja nicht gezwungen ihnen gesellschaft zu leisten kurz nachdem sie in dem gesträuch welches die hügel bedeckte verschwunden waren erreichte ich dasselbe auch und als ich an den fluss gelangte waren sie grad damit beschäftigt ihre pferde abzuschirren sie schienen recht gut beritten und ebenso bewaffnet zu sein aber ihr aussehen war nicht sehr vertrauenserweckend sie erschraken als sie mich so plötzlich sahen beruhigten sich aber schnell erwiderten meinen gruß und kamen als ich in einiger entfernung von ihnen anhielt und nicht vollends zu ihnen hinritt zu mir heran mann habt ihr uns erschreckt sagte der eine von ihnen habt ihr ein böses gewissen das euch mein anblick solchen schreck einjagt fragte ich pschah wir schlafen auf unseren gewissen also müssen sie gut sein denn ein böses gewissen ist kein sanftes ruhekissen wie ihr wissen werdet aber der westen ist eine gefährliche gegend und wenn so plötzlich ein fremder vor einem auftaucht möchte man am liebsten mit der hand gleich nach dem messer greifen dürfen wir fragen woher ihr kommt vom beaver fork herüber und wohlt ihr hin nach dem rio pecos da habt ihr weiter als wir wir wollen nur nach den mugwort hills das erregte meine aufmerksamkeit denn die mugwort hills waren ganz dieselbe berggruppe welche von winnetou und seinem vater nugget ziel genannt worden war was wollten diese drei männer dort auch ich wollte hin sollte ich mich ihnen anschließen da war es nötig zu erfahren welche absicht sie hin führte darum fragte ich mugwort hills was ist das für eine gegend eine sehr schöne es steht sehr viel wilder beifuß dort und beifuß heißt auch mugwort daher der name aber es ist nicht nur beifuß dort zu finden sondern etwas noch ganz anderes was wenn ihr das wüsstet werde mich aber hütten es zu sagen würdet wohl gleich mit nach den mugwort hills wollen plapper maul fuhr ihn der zweite an rede doch nicht so dumm daher woran man gern denkt das hat man auf der zunge was seid ihr denn eigentlich fremder es läßt sich denken daß das was er jetzt gesagt hatte mich frappierte er sprach wirklich von dem nugget ziel ich selbst hatte damals den beifuß gesehen welcher massenhaft dort wuchs seine worte klangen so geheimnisvoll ich beschloss bei diesen leuten hier zu bleiben ihnen aber nicht zu sagen wer ich war ich erteilte ihm also die auskunft bin fallensteller wenn ihr nichts dagegen habt habe gar nichts einzuwenden und euer name oder wollt ihr ihn verschweigen kann ihn frei und allen leuten nennen ich heiße jones seltener name außerordentlich selten lachte er ob wir ihn uns wohl merken können wo habt ihr denn eure fallen die sind mir von den komanschen genommen worden mit der ganzen jagdbeute von zwei monaten das ist pech ja großes pech bin aber doch froh daß sie mich nicht selbst auch erwischt haben glaube es diese kerls verschonen keinen weißen zumal in der jetzigen zeit sind die kiowas nicht ebenso schlimm ja und dennoch wagt ihr euch in ihr gebiet bei uns ist es etwas anderes wir sind sicher bei ihnen haben gute empfehlungen sehr gute mr santer ist der freund ihres häuptlings tangur santer man kann sich denken dass mich dieser name förmlich elektrisierte ich hatte mühe meine überraschung unter einer gleichgültigen mine zu verbergen diese leute kannten santer nun stand es fest dass ich mich ihnen anschließen würde ein anderer santer als der der uns wiederholt entkommen war konnte nicht gemeint sein denn er war ja der freund des häuptlings tangur genannt worden ist dieser santer ein so einflussreicher mann erkundigte ich mich will es meinen wenigstens bei den kiowas aber sagt wollt ihr nicht absteigen der abend ist nah und ihr wollt doch am flusse übernachten wo es wasser und auch futter für euer pferd gibt hm ich kenne euch nicht und ihr selbst sagtet vorhin dass man vorsichtig sein müsse sehen wir aus wie schlechte kerls nein aber ihr habt mich zwar ausgefragt aber mir noch nicht gesagt wer ihr seid das könnt ihr so gleich erfahren wir sind westmänner und treiben bald dieses und bald jenes man nähert sich wie man kann ich heiße gates hier neben mir steht mr clay und der dritte da ist mr summer seid ihr nun zufrieden yes so steigt endlich ab oder reitet weiter ganz wie ihr wollt wenn ihr erlaubt werde ich brauche ich bleiben es ist in dieser gegend immer besser wenn mehrere beisammen sind well bei uns seid ihr sicher aufgehoben der name santer schützt uns alle was ist dieser santer eigentlich für ein gentleman erkundigte ich mich indem ich abstieg und mein pferd anhobbelte ein gentleman im wahren sinne des wortes wir werden ihm viel zu verdanken haben wenn es wirklich so kommt wie er uns gesagt und versprochen hat kennt ihr ihn schon lange nein wir haben ihn erst vor einiger zeit zum ersten male gesehen und getroffen wo in fort arkansas aber warum fragt ihr so nach ihm ist er euch bekannt würde ich mich nach ihm erkundigen wenn er mir bekannt wäre mr gates hm das ist richtig ihr sagtet sein name gebe euch sicherheit und da ich bei euch bin befinde ich mich sozusagen auch unter seinem schütze da muss ich mich doch für ihn interessieren nicht yes setzt euch nun zu uns her und macht es euch bequem habt ihr zu essen ein stück fleisch wir haben mehr wenn ihr nicht genügt habt könnt ihr noch von uns bekommen erst hatte ich diese drei für landstreicher angesehen nun da ich sie beobachten konnte war ich mehr und mehr geneigt sie für ehrliche leute zu halten das heißt was man im westen wo es einen andern maßstab gibt noch so knapp ehrlich nennt wir schöpften uns an einer klaren stelle des flusses wasser und aßen unser fleisch dabei betrachteten sie mich von oben bis unten dann meinte gates der überhaupt für sie das wort zu führen schien also um eure fallen und fälle seid ihr gekommen das ist bedauerlich wie wollt ihr euch nun ernähren zunächst von der jagd sind eure gewehre gut ihr habt nicht nur eins sondern sogar zwei wie ich sehe sie sind leidlich diese alte donnerbüchse schießt mit kugeln und für schrot habe ich das kleine gewehr ich hatte den stutzen im selbstgefertigten überzugestecken hätte ich die beiden namen henri stutzen und bären töter gesagt so hätten sie sofort gewusst wer ich war da seid ihr ein sonderbarer heiliger ihr schleppt zwei gewehre mit euch das eine für kugeln das andere für schrot man nimmt doch ein doppelgewehr ein lauf für schrot und der andere für die kugel ist richtig bin aber einmal an dieses alte schießzeug gewöhnt und was habt ihr da unten am rio pecos vor mr jones nichts besonderes es soll dort leichteres jagen sein als hier wenn ihr meint dass die apachen euch dort jagen lassen so hat man euch gut berichtet glaubt doch diesen unsinn nicht hier habt ihr nur die fallen und fälle verloren dort aber könnt ihr leicht um euren eigenen pelz kommen müßt ihr denn partout hin nein das gar nicht so kommt mit uns mit euch stellte ich mich erstaunt ja nach den mugwort hills ja was soll ich dort hm ich weiß nicht ob ich es euch sagen darf was meint ihr dazu clay und summer die beiden genannten sahen einander fragend an und dann erklärte clay die sache ist zweifelhaft mr santer hat uns verboten davon zu sprechen und doch auch gesagt daß er gern mehr passende männer dazu nehmen möchte mach was du willst well nickte gates wenn mr santer noch andere engagiert können wir ihm auch einen mitbringen ihr seid also jetzt an nichts gebunden mr jones nein antwortete ich und habt zeit so viel ich will würdet ihr euch an einer sache beteiligen welche geld viel geld einbringen kann warum nicht geld verdient jeder gern und wenn es viel oder gar sehr viel ist so sehe ich nicht ein warum ich nicht mitmachen soll nun muss ich natürlich wissen um was es sich handelt selbstverständlich es ist eigentlich ein geheimnis aber ihr gefällt mir ihr habt ein so ehrliches treuherziges gesicht und würdet uns gewiss nicht übervorteilen und betrügen na ein ehrlicher kerl bin ich freilich das könnt ihr glauben ich glaube es also wir wollen nach dem mugwort berge um dort nuggets zu suchen nuggets rief ich aus gibt es dort welche schreit nicht so sehr nicht wahr das packt euch an ja es gibt dort welche von wem wisst ihr das eben von mr santer hat er sie gesehen nein denn da würde er sich hüten uns dazu zu nehmen sondern das nest für sich allein behalten also nicht gesehen er vermutet es nur hm es ist keine vermutung sondern gewissheit dass es dort welche gibt er kennt auch den ungefähren ort aber nicht die genaue stelle das wäre sonderbar ja sonderbar aber dennoch wahr und richtig ich werde es euch genauso erklären wie er es uns erzählt hat habt ihr einmal von einem gewissen winnetou gehört dem häuptling der apachen ja ist euch auch ein gewisser old shatterhand bekannt habe mir auch von ihm erzählen lassen die sind dicke freunde miteinander und früher einmal an den mugwort hills gewesen der vater von winnetou war auch dabei und auch noch andere rote und weiße mr santer hat sie belauscht und dabei gehört dass winnetou mit seinem vater nach den bergen wolle um nuggets zu holen wenn man sie nur so holen kann wann und wie es einem beliebt so müssen sie doch in masse zu haben sein gebt ihr das zu ja nun hört weiter mr santer hat sich auf die lauer gestellt um den beiden apachen zu folgen und den ort zu entdecken das kann man ihm auch gar nicht verdenken wie ihr einsehen werdet denn was wollen diese roten kerls mit dem golde welches sie gar nicht brauchen können sie haben kein geschick dazu ist es ihm gelungen leider nicht ganz er ist ihnen nachgegangen sie hatten auch die schwester winnetou mit er hat sich nach ihren spuren richten müssen und dabei versammt man immer zeit als er in die nähe der stelle gekommen ist sind sie schon fertig und auf der rückkehr gewesen eine ärgerliche geschichte gar nicht ärgerlich nicht wieso er brauchte sie nur ruhig an sich vorüber zu lassen und dann auf ihren spuren weiter zu gehen diese hätten ihn zu den nuggets geführt alle wetter das ist wahr ihr seid kein übler kerl wie ich da höre und könnt uns wohl von nutzen sein aber leider ist es anders gekommen er hat geglaubt und zwar mit recht geglaubt dass sie nuggets bei sich hatten und auf sie geschossen um ihnen dieses gold abzunehmen traf er gut waren sie tot der alte und das mädchen ja ihre gräber befinden sich dort er hätte auch winnetou eine kugel gegeben hat aber fliehen müssen weil old shatterhand plötzlich dazu gekommen ist dieser hat ihn mit weißen und roten kerlen verfolgt und bis zu den kiowas getrieben mit deren häuptling er dann freund geworden ist später ist er nach den margot hills zurückgekehrt mehrere male ja viele male und hat sich fast die augen ausgesucht aber nie etwas gefunden jetzt nun hat er den guten gedanken gehabt leute zu engagieren die ihm suchen helfen sollen mehrere sehen ja mehr als einer diese leute sind mir drei und wenn ihr wollt könnt ihr mit uns reiten habt ihr denn hoffnung auf erfolg große sogar die roten sind so schnell von dem fundorto zurückgekehrt dass er gar nicht weit von der stelle liegen kann wo mr santer auf sie getroffen ist es ist also nur eine kurze strecke abzusuchen und es müßte mit dem teufel zugehen wenn wir das gold nicht entdeckten wir haben ja zeit genug dazu wir können wochen und monatelang suchen denn kein mensch treibt uns fort was denkt ihr von der sache eigentlich gefällt sie mir nicht warum es klebt blut daran seid nicht so dumm haben wir oder habt ihr es vergossen trifft uns oder euch die schuld nicht die spur was liegt an zwei roten die erschossen worden sind sie werden doch alle ausgerotterten ausgelöscht was geschehen ist das geht uns nichts an wir suchen das gold wir finden es und leben dann wie astor und wie andere millionäre da hörte ich ja gleich was für leute ich vor mir hatte sie gehörten wohl nicht zu dem abschaume der mir schon so oft begegnet war aber das leben eines indianers stond bei ihnen auch in keinem höheren werte als dasjenige eines wilden jagdbaren tieres welches jeder niederschießen kann sie waren noch nicht alt und handelten auch nicht wie erfahrene vorsichtige männer sonst hätten sie sich nicht so auch schnell auf mein ehrliches gesicht hin herbeigelassen mich den ihnen völlig unbekannten menschen in ihr geheimnis einzuweihen und mir gar die kameratschaft anzubieten ich brauche wohl nicht zu sagen wie überrascht ich von diesem zusammentreffen und wie hochbekommen mir dasselbe war santa wieder in sicht dieses mal sollte er mir gewiss nicht wieder entwischen ich ließ mir aber nichts merken neigte den kopf wie im zweifel herüber und hinüber und sagte dann die nagels hätte ich wohl gern aber ich denke wir bekämen sie gar nicht auch wenn wir sie fänden was für ein gedanke wenn wir sie finden haben wir sie ja aber wie lange solange es uns gefällt es wird doch keinem von uns einfallen sie wegzuwerfen aber sie werden uns genommen von wem von santer ihr seid wohl nicht recht klug kennt ihr ihn in dieser hinsicht ja und habt ihn doch erst vor kurzem kennengelernt er ist ein ehrlicher kerl wer ihn anschaut kann unmöglich an seiner guten moralität zweifeln außerdem wurde er von allen gelobt bei denen wir im fort nach ihm fragten wo ist er jetzt er hat sich gestern von uns getrennt um während wir direkt nach den magwell hills gehen nach dem salt fork des red river zu reiten an welchem das dorf des kiowa häuptlings tangua liegt was will er dort tangua eine sehr wichtige und ihm höchst wohlkommene botschaft bringen nämlich die daß winnetou gestorben ist wie winnetou ist tot ja er ist von den sioks erschossen worden er war der todfeind tanguas also wird dieser vor freude außer sich sein darum wich mr santer von unserem wege ab um diese nachricht zu bringen an den magwell hills treffen wir wieder mit ihm zusammen er ist ein ehrenwerter gentleman der uns reich machen will und wird euch sicher gleich gefallen sobald ihr ihn seht wollen es hoffen aber auch vorsichtig sein gegen ihn ja ich sage euch dass es nicht den geringsten grund gibt ihm zu misstrauen und ich sage euch dass ich zwar entschlossen bin mich euch anzuschließen aber dann die augen offen halten werde wer um einiger nuggets willen die sie bei sich hatten zwei menschen erschießt welche ihm nichts taten dem ist es wahrlich zuzutrauen dass er wenn wir das gold gefunden haben auch uns ermordet um es für sich allein zu behalten mr jones was was denkt er sprach den satz nicht aus und starrte mich erschrocken an auch clay und summer machten ganz bestürzte gesichte ja fuhr ich fort es ist nicht nur möglich sondern sogar wahrscheinlich dass er euch in der festen absicht engagiert hat euch erst mitsuchen zu lassen und dann wenn der schatz gefunden worden ist auf die seite zu räumen ihr scheint zu fantasieren fällt mir nicht ein wenn ihr euch die sache richtig und ohne voreingenommenheit für santer überlegt so ist es gar nicht anders möglich als dass ihr zu meiner ansicht kommen meine vermutung teilen müsst denkt euch zunächst einen menschen welcher der freund von tangua ist den man als den größten und unversöhnlichsten hasse aller bleichgesicht erkennt wie kann er zu dieser freundschaft des roten gekommen sein weiß es nicht man braucht es nicht zu wissen denn man kann es sich denken es ist sehr leicht nun was denkt ihr euch mr jones wer ein freund des feindes aller weißen ist muss diesem wohl bewiesen haben dass er sich auch nichts aus dem leben eines weißen macht und man hat also alle veranlassung höchst vorsichtig gegen ihn zu sein habe ich da recht oder nicht es klingt wenigstens so dass es sich hören lässt habt ihr noch anderes vorzubringen ja das was ich schon einmal gesagt habe dass er die zwei roten erschossen hat ja da wisst ihr dass ich ihm das gar nicht übel nehme das ist in meinen augen gar kein grund ihm zu misstrauen und ihn für einen schlechten kerl zu halten fühlt ihr denn nicht dass ihr euch da selbst ein schlechtes zeugnis gebt nein die indianer sind alle herlunken welche ausgerottet werden müssen sie sind menschen welche auch ihre rechte besitzen die wir achten müssen ihr sprecht da außerordentlich human aber selbst wenn ihr recht hättet könnte ich nicht einsehen warum der tod von zwei roten gar etwas so unverzeihliches sein soll nicht nein man muss alles von der praktischen seite nehmen vielleicht habt ihr so viel einsicht zuzugeben dass die roten dem untergange geweiht sind leider kann ich das nicht bestreiten nun wenn sie alle vom erdboden verschwinden müssen und unrettbar verloren sind so ist es sehr gleichgültig ob zwei von ihnen einige tage eher zugrunde gehen als es ihnen eigentlich bestimmt gewesen ist das ist der praktische standpunkt auf welchem ich stehe von diesem aus ist derjenige der ihren tod herbeigeführt hat kein mörder sondern er hat dem schicksal nur ein wenig vorgegriffen eine sonderbare sache diese praktische moral seht ihr das nicht ein vielleicht ja aber es könnte euch nicht schaden wenn ihr sie euch auch aneignen wolltet well so will ich mich einmal auf diesen euren standpunkt stellen meint ihr dass mr santer nicht auch von diesem aus zu verdammen ist gewiss nicht oh doch also dass er den häuptling der apachen und seine tochter überhaupt erschossen hat soll keine sünde sein ich will einmal so tun als ob diese ansicht auch die meinige sei aber nun kommt die höchst praktische frage warum hat er sie erschossen nur um den ort zu erfahren an welchem sie ihr gold versteckt hatten nein deswegen nicht nicht weshalb denn um den ort zu erfahren brauchte er ihnen das leben nicht zu nehmen wenn er sie ruhig gehen ließ und nach ihrer entfernung untersuchte wo sie gewesen waren hätte er den ort wahrscheinlich gefunden er hat euch ja gesagt daß sie sehr rasch zurückgekehrt seien bei der schnelligkeit und eile mit welcher sie verfahren sind haben sie sich wohl kaum die zeit genommen ihre spuren so sorgfältig auszulöschen daß sie gar nicht mehr zu erkennen waren sie hatten auch keine veranlassung dazu gar so vorsichtig zu sein denn sie glaubten sich ganz allein auf den margot hills zu befinden ihre fährte hätte ihn gewiß an den betreffenden ort geführt das habe ich schon einmal erwähnt erinnert aber nichts an der sache wenigstens weiß ich nicht wie ihr denken könnt meine ansicht damit umzuwerfen mr jones werdet es gleich hören mr gates er hat die beiden nicht erschossen um das versteck zu entdecken sondern um die nuggets zu bekommen die sie geholt und also bei sich hatten meinetwegen ist ganz dasselbe ja für ihn und die erschossenen ist das ganz gleich aber für uns wohl nicht warum nicht was meint ihr wohl wie viel gold in dem versteck gewesen ist wenig viel sehr viel jedenfalls ich kann es zwar nicht beweisen aber es ist leicht zu denken ich kann es beweisen ihr fragte er verwundert ja man braucht nur ein wenig nachzudenken auch wenn man die margot hills nicht kennt kann man annehmen dass in jener gegend kein natürlicher fundort des goldes vorhanden ist es muss hingeschafft worden sein und wenn die indianer sich einmal die große mühe geben ein solches depot anzulegen so tun sie dies gewiss nicht um einer wenigkeit willen nein das ist richtig also es hat viel sehr viel gold dort gelegen was willet und sein vater sich dort geholt hatten war nur ein kleiner teil davon nicht gebe das auch zu und wegen einer solchen darpalie hat mr santer zwei menschen erschossen ja aber es war praktisch er wollte auch diesen kleinen betrag noch haben merkt ihr noch nicht was ich sagen will diese praktik welche ihr so entschuldigt kann für uns außerordentlich gefährlich werden gefährlich wieso nehmt doch an wir gehen hin und finden den ganzen schatz dann dann wird er sofort geteilt fiel er mir schnell in die rede ja er wird geteilt wie viel meint ihr wohl dass jeder von uns bekommen wird wer kann das sagen da müsste man doch wissen wie viel überhaupt da liegt auch dann könnt ihr nicht wissen wie viel jeder bekommt denn mr santer wird den löwenanteil beanspruchen und uns nur so viel zusprechen wie ihm gut düngt nein das tut er nicht da ihr dir euch gewiss nicht oh doch es wird sehr ehrlich geteilt denn keiner soll mehr bekommen als der andere auch santer nicht auch er nicht hat er das selbst gesagt ja er hat es uns nicht nur versprochen sondern uns sogar die hand darauf gegeben da ist er euch wohl recht nobel vorgekommen natürlich er ist der anständigste und nobelste mensch den man sich denken kann und ihr seid die drei kindlichsten gemüte die mir jemals begegnet sind wieso dass ihr diesem seinem versprechen glauben schenkt warum sollen wir das nicht soll ich euch das wirklich erst erklären jawohl nun einer der um weniger nuggets willen zwei menschen erschießt ist gewiss so goldgierig dass es ihm gar nicht einfallen kann in dieser weise mit euch zu teilen es waren ja nur zwei rote aber doch menschen die ihm nichts getan hatten wenn es weiße gewesen wären hätte er sich ebenso wenig bedacht sie aus dem wege zu schaffen brummte er ungläubig ich behaupte es ich behaupte sogar noch mehr er hat euch versprochen dass ihr grad so viel bekommen sollt wie er bekommt und da denke da denke ich dass er sein wort halten und es uns geben wird fiel er ein möglich dass er es uns gibt denn er weiß ja dass er es wieder bekommt weil er es uns nimmt ja der teil welcher auf jeden von uns entfällt ist jedenfalls hundertmal noch mehr größer als der betrag welchen inshut schuner und winnetou bei sich hatten hat er sie aus reiner goldgehr erschossen so wollte ich darauf schwören dass wir von dem augenblicke an an welchem wir das gold erhalten unseres lebens keine minute mehr sicher sind abwarten mr jones ich werde es allerdings abwarten es ist ein großer unterschied ob man auf indianer oder auf weiße schießt für einen menschen aber nicht den das goldfieber ergriffen hat das mögt ihr glauben hm selbst wenn ihr im allgemeinen recht hättet in diesem fall aber nicht mr santer ist ein gentleman in jedem sinne des wortes es sollte mich freuen wenn ihr euch nicht irrtet ich gehe jede wette mit euch ein mr jones seht euch mr santer nur erst an so wird euch euer auge sofort sagen dass er volles vertrauen verdient well bin also höchst neugierig auf den augenblick an welchem ich ihn zu sehen bekomme ihr seid voller zweifel und verdacht wie der wassertümpel voller quappen und frösche wenn ihr wirklich glaubt dass euch gefahr drohe so ist es doch sehr leicht derselben auszuweichen indem ich nicht mit nach den mugwort hills gehe ja es steht euch doch frei euch anzuschließen ich weiß überhaupt noch nicht ob es mr santer lieb sein wird wenn wir euch mitbringen ich glaubte euch einen gefallen zu tun er sagte das in einem beinahe abweisenden tone er nahm es mir übel dass ich ihm in beziehung auf santers person keinen glauben schenkte darum antwortete ich ihm es ist mir ja auch ein gefallen für den ich euch herzlich dankbar bin so zeigt eure dankbarkeit in anderer weise als dadurch dass ihr einen gentleman verleumdet den ihr noch gar nicht einmal gesehen habt wollen uns nicht länger streiten sondern diese sachen fallen und auf sich beruhen lassen damit war dieser gegenstand beendet und wir sprachen von anderen dingen wobei es mir gelang den schlechten eindruck den ich mit meinem misstrauen hervorgebracht hatte wieder zu verschorchen wie sicher hätten sie mir recht gegeben wenn es mir möglich gewesen wäre mich ihnen mitzuteilen aber das durfte ich nicht wagen sie waren unerfahrene vertrauensselige menschen von denen ich annehmen musste daß sie mir falls ich sie ins vertrauen zog mehr schaden als nutzen bringen würden später legten wir uns zur ruhe ich hielt den ort an dem wir uns befanden für sicher suchte aber trotzdem die umgebung vorher sorgfältig ab und da ich nichts verdachterweckendes entdeckte so unterließ ich es den vorschlag zu machen abwechselnd zu wachen sie waren aber so harmlos gar nicht auf so einen gedanken zu kommen am anderen morgen brachen wir vereint nach den margot hills auf ohne dass sie ahnten dass diese gegen auch mein ziel gewesen war der tag verging mir unter immerwährende innerer unruhe und besorgnis sie fühlten sich sicher sie glaubten bei einer begegnung mit den kiowas nur den namen santa nennen zu dürfen um als freunde behandelt zu werden während ich überzeugt war dass diese roten mich sofort erkennen würden meine drei gefährten hielten darum jede vorsichtsmaßregel für überflüssig und ich durfte ihnen nicht widersprechen wenn ich nicht ihr misstrauen erwecken oder mir wenigstens ihren unwillen zuziehen wollte glücklicherweise bekamen wir während des ganzen tages keinen menschen zu sehen am abend lagerten wir auf der offenen präree sie hätten gern ein feuer angezündet doch gab es kein material dazu worüber ich im stillen sehr erfreut war es gab überhaupt keinen grund ein feuer anzumachen denn es war nicht kalt und etwas zu braten hatten wir nicht am anderen morgen hatten wir ehe wir den ritt fortsetzten das letzte durchfleisch zu essen und nun waren wir auf die jagd angewiesen in beziehung hierauf machte mir gates die mich im stillen belustigende bemerkung ihr seid fallenstelle aber nicht jäger mr jones ihr habt zwar gesagt dass ihr schießen könnt aber es wird auch danach sein könnt ihr einen präreehasen treffen der hundert schritte von euch vorüber kommt hundert schritte antwortete ich ihm das ist wohl etwas weit nicht dachte es ihr würdet ihn nicht treffen überhaupt tragt ihr die alte schwere donnerbüchse ganz vergeblich mit euch herum mit einem solchen dinge kann man wohl einen kirchturm niederschießen aber kein kleinwild erlegen das braucht euch aber keine schmerzen zu machen denn wir werden für euch sorgen ihr trefft wohl besser als ich das könnt ihr euch denken wir sind präreejäger echte westmänner verstanden das ist nicht genug das reicht nicht aus so was fehlt denn noch das wild ihr könnt noch so fertig seinem schießen wenn es kein wild hier gibt so werden wir doch hungern müssen da habt keine sorge wir finden welches hier auf der savanne da gibt es doch nur antilopen die uns nicht so nah an sich lassen dass wir zum schusse kommen wie klug ihr redet habt allerdings so ziemlich das richtige getroffen aber an den maggornhills finden wir wald und also auch wild mr santer hat es gesagt wann kommen wir hin gegen mittag vielleicht wenn wir richtig geritten sind was ich doch hoffe keiner wusste besser als ich dass wir sehr richtig ritten und den nugget ziel noch vor mittag erreichen mussten ich machte ja eigentlich den führer ohne dass sie es bemerkten sie ritten mit mir nicht ich mit ihnen ende von abschnitt 24 noch hatte die sonne nicht den höchsten punkt ihres tagesbogens erreicht so sahen wir im süden die bewaldeten höhen zu denen wir wollten aus der ebene aufsteigen ob das die maggornhills sind fragte clay sie sind's antwortete gates mr santer hat uns doch sehr genau beschrieben was für einen anblick sie bieten wenn man von norden her zu ihnen kommt und was wir da vor uns sehen das stimmt mit der beschreibung in einer halben stunde werden wir uns am ziele befinden noch nicht widersprach summer wieso du hast vergessen dass die maggornhills an ihrer nördlichen seite für reite unzugänglich sind man kann da nicht passieren das weiß ich wohl ich meinte nur dass wir in einer halben stunde dort sein werden dann umreiten wir die hills bis wir auf der südseite an das tal kommen welches zwischen sie hineinführt ich hörte dass santa ihnen das terrein sehr gut beschrieben hatte um zu erfahren wie weit diese genauigkeit ging erkundigte ich mich in diesem tale will er wohl mit euch zusammentreffen mr gates nein sondern oben auf der höhe wir sollen mit den pferden hinauf ja gibt es einen weg eigentlich nicht aber ein wasserbett reiten kann man da freilich nicht sondern man muß streiken und die pferde nach sich führen wozu das ist es denn notwendig da hinauf zu klettern kann man denn nicht unten bleiben nein denn der ort an welchem wir suchen müssen liegt da oben so sollte man wenigstens die pferde unten lassen das wäre jedenfalls besser unsinn man hört dass ihr nur fallensteller seid es vergehen vielleicht wochen ehe wir da oben finden was wir suchen können wir die pferde so lange unten im tale lassen es müsste stets jemand bei ihnen sein der sie bewacht oben aber haben wir sie in unserer nähe und brauchen also keinen besonderen wächter für sie seht ihr das nicht ein doch wer die örtlichkeit nicht kennt der kann wohl einmal eine solche frage stellen übrigens ist es da oben interessant denn wie ich euch schon gesagt habe befinden sich dort die gräber des apachen häuptlings in seiner tochter und bei diesen gräbern lagern wir ja auch des nachts ich hatte den triftigsten grund zu dieser frage ich mußte an dem grabmale in shu chunas in die erde graben um zu winnetus testament zu kommen da brauchte ich keine zeugen und nun hörte ich dass wir dort lagern würden das war äußerst unangenehm vielleicht ließen sich meine drei gefährten durch die sehr natürliche scheu welche gewöhnliche leute vor begräbnis stellen zu haben pflegen bestimmen wenigstens des nachts die nähe der beiden gräber zu meiden und selbst wenn dies geschah war es unzulänglich für mich des nachts konnte ich nicht sehen und also leicht einen fehler begehren und selbst wenn dies nicht geschah so war es in der finsternis unmöglich das loch welches ich zu graben hatte dann so zuzufüllen dass man früh keine spur davon entdecken konnte auch des nachts wiederholte gates meine frage warum wollt ihr das wissen hm des nachts an gräbern zu schlafen das ist nicht jedermanns sache ah ihr fürchtet euch das nicht o doch hört ihr es clay und summer mr jones fürchtet sich vor den toten er hat angst vor den beiden roten er denkt sie gehen um und springen ihm auf dem rücken er lachte aus vollem halse und die beiden stimmten ein ich schwieg dazu ich mußte sie bei dem glauben lassen daß ich furchtsam sei sonst hätten sie meinen fragen gründe untergelegt auf die ich sie nicht bringen wollte dann fuhr er in ironisch beruhigendem tone fort ihr seid also aber glaube ich sir das ist eine große albernheit die toten kommen nicht wieder und gerade diese zwei werden sich hüten die ewigen jagdgründe zu verlassen wo sie bei hirsch und büffelbraten in dulce jubilo leben und wenn sie euch ja erscheinen sollten was freilich nicht ganz ausgeschlossen ist so braucht ihr uns nur zu hilfe zu rufen wir jagen sie fort würde schon selbst mit ihnen fertig werden mr gates wenn ich mich auch nicht grad fürchte so halte ich es doch nicht für nötig an gräbern zu schlafen wenn man sich ebenso gut woanders niederlegen kann während dieses wortwechsels waren wir den höhen so nahe gekommen daß wir westlich einbiegen mußten um sie von dieser seite zu umreiten an ihrer südseite angekommen bogen wir wieder links ein und kamen an das tal welches hineinführte und dem wir folgten später öffnete sich die früher mehrfach erwähnte seitenschlucht die wir emporretten bis sie sich teilte da stiegen wir ab und kletterten die pferde nachführend in dem felsigen gerinne empor bis zu der scharfkantigen höhe über welche man hinüber mußte ich war der letzte mit absicht natürlich gates stieg voran er blieb einige male halten um über die beschreibung nachzudenken die santer ihm von der örtlichkeit gegeben hatte und traf dann stets das richtige er besaß ein gutes gedächtnis dann ging es jenseits hinab und grad durch den wald bis die bäume auseinandertraten da hielt gates die schritte an und rief aus richtig getroffen ganz richtig da stehen die beiden gräber seht ihr sie wir sind an orten stelle nun braucht bloß mr santer noch zu kommen ja wir waren da da stand das grabmal in chuchunas des einstigen häuptlings der apachen der mit einem mehrfachen steinmantel umgebener erdhaufen in dessen inneren er ruhte auf seinem pferde mit seinen waffen außer der silberbüchse und seiner medizin und daneben befand sich die steinpyramide mit dem aus ihrer spitze ragenden gipfel des baumes an dessen stamme sitzenden schochi den letzten schlummer schlief ich war mit minnetou während einiger unserer streifzüge einige male hier gewesen um das andenken der beiden geliebten toten zu ehren und kam nun ohne ihn der inzwischen auch von mir geschieden war er hatte den ihm so teuren ort auch ohne mich besucht wenn ich mich in anderen ländern befand welche gedanken mochten da hinter seiner stirn gewohnt welche gefühle sein herz bewegt haben santer und rache dieser mann und dieses verlangen nach wiedervergeltung hatten einst sein ganzes innere eingenommen auch später noch es war ihm nicht gelungen des täters in der weise happauf zu werden dass er ihn bestrafen konnte jetzt stand ich hier und erwartete den mörder war ich nicht der wohlberechtigte erbe meines freundes der erbe seiner rache hatte nicht der heiße wunsch nach vergeltung auch in mir gelebt war es nicht eine versündigung gegen ihn und die beiden toten wenn ich santer hier in meiner hand bekam und seiner schonte aber da hörte ich im geiste seine letzten worte charlie ich glaube an den heiland winnetou ist ein christ lebe wohl leider klang noch eine andere stimme an mein ohr die stimme gates welche mir zurief was steht ihr denn da und schaut die beiden erdhaufen an seht ihr vielleicht die geiste schon vor denen ihr euch ängstigt wenn das beim hellen tag geschieht wie soll das erst am abend und in der nacht werden ich antwortete nicht führte mein pferd auf die lichtung sattelte und zäumte es ab gab es frei und machte mich dann meiner gewohnheit gemäß daran die umgebung abzusuchen als ich zurückkehrte hatten die drei gefährten es sich bequem gemacht sie saßen an dem grabmal des häuptlings grad an der stelle wo ich graben wollte wo lauft ihr denn herum fragte gates habt wo schon nach nuggets gesucht das las bleiben es wird nur gemeinschaftlich gesucht damit nicht einer die stelle finden und sie den andern verheimlichen kann dieser ton behagte mir nicht sie wussten zwar nicht wer ich war aber in solcher weise durfte ich doch nicht mit mir sprechen lassen darum antwortete ich mit derjenigen schärfe deren ich mich ohne zu beleidigen bedienen zu können glaubte fragt ihn nur aus neugierde sir oder weil ihr glaubt mich kommandieren zu dürfen für beide fälle mache ich euch darauf aufmerksam dass ich die jahre hinter mir habe in denen man sich schulmeistern lässt schulmeistern mr jones was wollt ihr damit sagen dass ich mich für einen selbstständigen menschen halte das seid ihr eben nicht von dem augenblicke an wo ihr euch uns angeschlossen habt seid ihr mitglied unserer gesellschaft geworden und kein glied eines ganzen kann sich selbstständig nennen braucht sich aber auch nicht dominieren zu lassen doch einen muss es geben nach welchem sich die anderen zu richten haben haltet ihr euch für diesen einen ja so befindet ihr euch im irrtume wenn es unter uns einen geben soll auf den die andern zu hören haben so kann das nur santer sein der ist nicht da unterdessen vertrete ich seine stelle aber nicht in beziehung auf mich ihr dürft nicht vergessen daß santer mich noch gar nicht engagiert hat ich bin also noch nicht mitglied eurer gesellschaft so lasst auch das spüren hier herum ihr habt kein recht dazu wenn ihr glaubt noch nicht zu uns zu gehören darüber wollen wir uns nicht streiten sir ich darf wohl gehen wohin ich will ich habe mich entfernt um nachzusehen ob wir hier sicher sind wenn ihr wirklich so tüchtige westmänner seid wie ihr sagt so müsst ihr wissen dass man nie im walde lagert ohne zu wissen ob man allein da ist oder nicht weil ihr das unterlassen habt habe ich es getan und damit eigentlich eure anerkennung verdient nicht aber den ton den ihr euch gegen mich erlaubt ach nach spuren habt ihr gesucht ja versteht ihr denn die zu finden wahrscheinlich ich dachte ihr suchtet schon nach nuggets so dumm bin ich nicht warum wäre das dumm weiß ich nach welcher seite in welcher richtung man von hier aus zu suchen hat das weiß nur santer vorausgesetzt daß es wirklich gold hier gibt was ich aber sehr bezweifle ja ihr scheint aus lauter verdacht mißtrauen und zweifel zusammengesetzt zu sein es wäre wirklich besser gewesen wir hätten euch gelassen wo ihr waret meint ihr vielleicht wäre ich der einzige welcher das gold zu finden wüsste wenn es hier läge es ist aber fort fort wer sagt das ich warum wie könnt ihr wissen dass es nicht mehr hier liegt der gesunde menschenverstand sagt es mir es ist wirklich zu verwundern dass ihr die erfahrenen mestmänner nicht längst darauf gekommen seid sprecht nicht in rätseln redet lieber deutlich es hat gold hier gelegen das gebe ich zu wer soll es fortgeschafft haben winnetou ach wie kommt ihr auf diese idee ich möchte lieber fragen wie es möglich ist dass ihr nicht auf sie gekommen seid nach dem was ich von winnetou weiß war er nicht nur der tapferste sondern auch der klügste der listigste indianer den es gab so wißt nicht nur ihr sondern das weiß jedermann so habt die güte einmal nachzudenken winnetou ging hierher um gold zu holen er wurde überfallen und erkannte als kluger mann sofort daß seinem geheimnisse nachgespürt worden war er mußte annehmen daß santer welcher ihm entkam später zurückkehren werde um zu suchen was hättet ihr an seiner stelle getan mr gates das gold etwa hier liegen lassen alle teufel stieß der gefragte hervor nun so antwortet doch das ist allerdings ein gedanke aber ein ganz armsemeliger miserabler gedanke wenn ihr winnetou für einen idioten gehalten habt so sucht ihr immerhin nach nuggets aber werft nicht etwa mir vor daß ich hinter eurem rücken danach suche eine solche dummheit lasse ich mir nicht nachsagen ihr glaubt also daß nichts zu finden ist ich bin überzeugt davon warum aber seid ihr damit hierher geritten da ich ihm die wahrheit nicht sagen konnte antwortete ich weil mir der gedanke den ich euch jetzt mitgeteilt habe eben jetzt erst gekommen ist ach also waret ihr bis jetzt ebenso dumm wie wir ich will zugeben daß eure ansicht etwas für sich hat aber es lässt sich ebenso viel und auch noch mehr dagegen sagen was ich bringe nur den einen punkt das versteck war so gut dass winnetou nicht zu befürchten brauchte dass man es entdecken könne ist das etwa nicht möglich doch schön ich könnte noch anderes gegen euch vorbringen will aber darauf verzichten warten wir bis mr santer kommt was er dazu sagen wird wann glaubt ihr daß er hier sein kann heute noch nicht aber morgen morgen das ist unmöglich ich kenne zufälligerweise den sortfork wohin er ist wenn er sich sehr sputet kann er frühestens übermorgen abends hier eintreffen womit verbringen wir bis dahin die zeit mit der jagd wir brauchen fleisch hm meint ihr daß ich auch mitjagen soll ich sprach diese frage mit voller absicht aus sie sollten gehen und mich allein hier lassen leider hatte ich nicht den gewünschten erfolg denn er antwortete ihr würdet uns wahrscheinlich alles verderben wir brauchen euch nicht ich gehe mit clay und denke daß wir etwas schießen werden ihr könnt mit summer hierbleiben die beiden genannten nahmen ihre gewehre und entfernten sich verfolgte gates etwa im stillen die politik mich nicht ohne aufsicht hierzulassen da hätte er mich aber doch wohl für pfiffiger halten müssen als er mich zu halten schien wenn er glaubte dass ich ihm die jagd verderben könne so dachte er sehr gering von mir ohne aber einzusehen welcher fehler das von ihm war er sprach das wort fallensteller stets im tone der missachtung aus und war also unerfahren genug gar nicht zu wissen dass gerade ein fallensteller es zu gar nichts bringen kann wenn er nicht ein tüchtiger schütze überhaupt ein tüchtiger westmann ist er lief mit clay den ganzen nachmittag im walter herum und der ganze erfolg war daß sie gegen abend glücklich ein armes häschen brachten an dem sich vier personen sättigen sollten am nächsten morgen ging er mit summer fort ihre ganze jagdbeute bestanden einigen wildtauben die so alt waren daß sie kaum gegessen werden konnten wir haben pech riesenhaftes pech entschuldigte er sich kein wild lässt sich sehen wenn man das viele pech welches ihr habt braten und verzehren könnte so wollte ich es loben antwortete ich diese tauben haben jedenfalls schon zu methusalems zeiten gelebt es ist jammerschade dass sie so jung sterben mussten wollt ihr euch über mich lustig machen sir nein denn ihr könnt euch doch denken dass es meinem magen gar nicht scherzhaft zumute ist so macht's doch besser wenn ihr könnt well ich werde einen braten holen und doch keinen bringen einen hasen oder eine vorsündflütliche taube finde ich allemal ich nahm meine beiden gewehre und ging fort mich langsam entfernen und hörte ich ihn lachend rufen da läuft er hin mit seinem riesenböller er wird einige alte bäume zusammenschießen aber keine haare und keine feder treffen mehr hörte ich nicht wäre ich doch stehen geblieben um zu horchen ich hätte noch mehr gehört ich hätte etwas gehört was für mich von großer wichtigkeit gewesen wäre wie ich später erfuhr waren sie wirklich und vollständig überzeugt gewesen daß ich nichts treffen würde sie wollten mich beschämen und noch einmal ihr glück versuchen um mir der ich nichts brachte eine reiche beute vorzeigen um mich auslachen zu können darum gingen sie nach mir auch fort alle drei nun war der platz verlassen und ich hätte nachgraben können ich hätte das testament winnetous gefunden gelesen in meine tasche versteckt und wäre immer noch sicher gewesen irgendein wild zu schießen es sollte nicht sein sie waren um zu jagen gestern und heute den weg hinab gestiegen auf dem herauf gekommen waren in dieser richtung also nach süden hatten sie wohl alles wild vertrieben in dieser überzeugung wendete ich mich nach norden die dort liegende senkung hinab und nach dem wiesenplane über welchen wir damals die kiowas gelockt hatten um ihnen in der gegenüber sich öffnenden schlucht eine falle zu stellen hierher war wohl seit jahren kein mensch gekommen so daß ich darauf rechnen konnte zu einem guten schusse zu kommen aber es war mittag also keine günstige tageszeit und so konnte ich zufrieden sein als ich es nach verlauf von einer stunde zu zwei fetten türkihennen gebracht hatte mit diesen kehrte ich nach dem lagerplatz zurück als ich dort ankam war kein mensch da wo steckten die drei waren sie nur zum spaße entschlüpft um heimlich zu lauschen was ich bringen würde oder waren sie miteinander noch einmal jagen gegangen ich rief und bekam keine antwort ach wenn sie wirklich fort wären aber ich musste vorsichtig sein und suchte in aller eile den umkreis des platzes ab da wurde es mir zur gewissheit dass sie sich wirklich entfernt hatten jetzt schnell an die arbeit ich zog das messer und schnitt genau an der westseite des häuptlingsgrabes hart an dem rande desselben ein stück rasen aus um es dann später so wieder einzusetzen dass von der nachgrabung nichts zu sehen war aber erdbrocken durften dann nicht umher liegen darum breitete ich meine decke neben mir aus und legte den boden den ich aushob sorgfältig auf dieselbe um mit ihm das entstehende loch dann wieder zu füllen ich arbeitete mit fieberhafter geschwindigkeit denn jeder augenblick konnte die drei zurückbringen dabei horchte ich von zeit zu zeit ob ihre schritte oder stimmen zu vernehmen seien bei der aufregung in welcher ich mich befand und die ich nicht ganz zu beherrschen vermochte war es freilich leicht denkbar dass meine ohren nicht mehr die schärfe besaßen wie dann wenn ich meine gewöhnliche ruhe bewahrt hätte das loch wurde tiefer und tiefer gewiß über eine elle tief da stieß das messer auf einen stein ich entfernte ihn und einen zweiten der unter ihm lag und sah nun einen kleinen fehrigen und vollständig trockenen raum dessen wände aus glatten steinen gebildet wurden auf dem boden desselben lag ein starkes zusammengefaltetes leder das testament meines freundes und bruders winnetou im nächsten augenblick steckte es in meiner tasche und ich beeilte mich das loch zuzuwerfen dies ging viel rascher als das ausgraben von statten ich schüttete die erde von der decke nach und nach hinein stieß sie mit der faust fest und legte schließlich das ausgestochene rasenstück obenauf kein mensch konnte nun sehen daß hier ein loch gegraben worden war gott sei dank das war gelungen wenigstens so dachte ich ich horchte es ließ sich nicht das geringste geräusch vernehmen ich hatte also zeit das leder zu öffnen es war mit den spitzen gegeneinander wie ein kuvert zusammengelegt ein zweites lag drin dessen umgeschlagen spitzen winnetou mit hirschsehne zusammengenäht hatte ich schnitt es auf und sah das testament welches aus mehreren eng beschriebenen papierblättern bestand sollte ich es verbergen oder durfte ich es lesen so fragte ich mich warum es verstecken es gab ja gar keinen grund hierfür wenn meine drei gefährten zurückkehrten und mich lesen sahen was konnten sie dagegen haben wussten sie was es war ein brief oder sonst etwas was ich seit langem bei mir trug sie hatten nicht einmal das recht nach dem papiere zu fragen und wenn sie dies taten so konnte ich antworten wie es mir beliebte dabei zog nein riß es mir förmlich die augen auf zu sehen was winnetou geschrieben hatte ja geschrieben winnetou konnte schreiben kleki petra war wie in vielem andern sein lehrer auch in dieser fertigkeit gewesen nur hatte der herrliche apache wenig gelegenheit gefunden sie auszuüben er hatte zuweilen eine bemerkung in mein notizbuch gemacht ich kannte also seine schrift sie war nicht schön nicht ausgebildet aber höchst charakteristisch sie glich der schrift eines vierzehnjährigen schulknaben welche sich mühe gegeben hat kalligrafisch zu schreiben ich konnte es doch nicht lassen setzte mich nieder und schlug die bette auseinander ja das war winnetous schrift die buchstaben von peinlich genau derselben länge und lage nicht wie geschrieben sondern mit hingebung einzeln gezeichnet und gemalt wo hatte er diese vielen zeilen wohl geschrieben und wie lange wie sehr lange mochten er darüber zugebracht haben meine augen gingen mir über sie füllten sich mit tränen ich trocknete sie und las mein lieber guter bruder du lebst und winnetou der dich liebte ist tot doch seine seele weilt bald dir du hältst sie in deiner hand denn sie steht geschrieben auf diesen blättern lass sie auf deinem herzen ruhen du sollst den letzten wunsch deines roten bruders erfahren und viele worte von ihm lesen die du nie vergessen wirst zunächst aber wird er dir sagen was am nötigsten ist du hast hier nicht das einzige testament von winnetou denn er legte auch eines in die ohren seiner roten krieger dieses hier ist nur für dich du wirst sehr viel gold sehen und mit demselben tun was mein geist jetzt sagt es lag im nugget's ziel verborgen doch santer der mörder trachtete danach darum hat winnetou es fortgeschafft nach dem deckel to wo du einst mit ihm gewesen bist erfahre die stelle an welcher es sich befindet du reitest den indelsche chill empor bis zum tsche schosch am fallenden wasser dort steigest du vom pferde und kletterst bis hier hatte ich gelesen als ich eine stimme hinter mir hörte good day mr shatterhand ihr versucht euch wohl im buchstabieren ich wendete mich um und sah daß ich vorhin die größte dummheit oder nachlässigkeit meines lebens begangen hatte zehn schritte hinter mir hatte ich die türkihennen hingeworfen und auch die gewehre hingelegt ich saß nicht mit dem rücken sondern mit der rechten seite an das grabmal gelehnt also mit dem rücken nach dem wege welcher aus dem taler heraufführte an dieser unverzeihlichen stellung war der eifer für den letzten willen winnetous schuld so hatte ich nicht sehen können dass der welcher jetzt zu mir sprach sich hinter mir zu den gewehren geschlichen hatte die mir nun nicht erreichbar waren denn er stand dort und hatte seine eigene büchse auf mich angelegt ich fuhr mit einem ruck empor denn der mann war kein anderer als santer im nächsten augenblicke hatte ich beide hände am ja wo am gürtel um die revolver zu ziehen ja das wollte ich aber als ich vorhin an der erde kniete um das lost zu graben hatte mich der gürtel mit den gegenständen welche darin steckten gehindert und gedrückt und ich war im gefühl der vermeintlichen sicherheit so unversichtlich gewesen ihn abzuschnallen und hinzulegen nun lag er am boden und bei ihm auch noch das messer ich war also augenblicklich ohne alle waffe santer sah die nutzlose bewegung meiner hände lachte höhnisch auf und drohte keinen schritt von der stelle und keinen griff nach den waffen sonst schieße ich augenblicklich es ist mein blutigster ernst seine augen flackerten mich dabei in einer weise an die mir sagte dass ich allerdings sofort eine kugel aus dem auf mich gerichteten laufe bekommen würde hatte mich sein plötzliches erscheinen vollständig überrascht so war ich jetzt doch ebenso vollständig wieder gefasst ich stand unbeweglich und blickte ihm kaltblütig ins gesicht jetzt bist du endlich mein fuhr er fort siehst du meinen finger am drücker mit der leisesten berührung blase ich dir eine kugel ins gehirn verlaß dich drauf rühr also ja kein glied sonst schick ich dich zum teufel mit dir hat man sich vorzusehen hast mich wohl nicht erwartet nein antwortete ich ruhig ja hast ausgerechnet dass ich erst morgen abend kommen kann diese kalkulation war aber falsch das wußte er hatte also mit meinen gefährten gesprochen wo waren sie daß sie sich mit hier befanden hätte mich beruhigt wenn ich nicht so schon ruhig gewesen wäre sie murrten sein wer und wassen wie sie wollten mörder waren sie nicht und ich hatte also wohl nicht zu befürchten in ihrer gegenwart von ihm umgebracht zu werden wenn ich ihn nur jetzt nicht reizte ich behielt also meine unbewegliche haltung bei während er mit dem ausdrucke des unversöhnlichsten hasses weiter sprach ich wollte nach dem swordfork dem tangua zu sagen daß der apache der hund endlich verendet ist traf aber zufällig auf einer schar von kiowas und bin also eher da unten stieß ich auf gates und hörte von ihm dass er einen mr jones mitgebracht habe ich erfuhr dass er zwei gewehre habe ein großes und ein kleines das erregte meinen verdacht ich ließ mir den kerl genau beschreiben und wusste nun woran ich war er hatte sich zwar dumm sehr dumm gestellt konnte aber kein anderer als old shatterhand sein ich stieg darauf um mich zu verstecken und ihn bei der rückkehr von der jagd festzunehmen doch war er schon da du grubst ein loch und wir sahen zu was ist das für ein papier in deiner hand eine schneiderrechnung hund glaube ja nicht spaß mit mir machen zu dürfen was ist eine schneiderrechnung kommt her und seht sie an werde mich hüten muss dich erst fester haben was treibst du jetzt hier an den maggot hills die der apache nur geziel nannte schatzgräberei ah dachte es mir finde aber leider nur schneiderrechnungen werde sie mir genau ansehen dich hat der teufel ja überall wohin du nicht gehörst dieses mal aber hatte er es endlich einmal gescheit angefangen mit dir ist's aus oder mit euch denn einer von uns beiden muss dran glauben das ist gewiss frecher köter der du bist so ein hund knurrt sogar noch im sterben aber dieses ohnmächtige zähnefletschen rettet dich nicht ich wiederhole es ist aus mit dir und die goldenen knochen die du hier ausscharren wolltest nehmen wir für uns nehmt sie immerhin und beißt euch an ihnen die zähne aus höhne nicht du hast zwar gesagt dass nichts mehr da sei aber das papier in deiner hand wird uns wohl auskunft geben so holt's euch doch ja ich bekomme es das werde ich dir gleich beweisen merke nur auf was ich dir sage bei der geringsten unerlaubten bewegung und bei der geringsten weigerung mir zu gehorchen drücke ich los bei einem andern würde ich vielleicht nur drohen es aber nicht ausführen du aber bist ein so gefährlicher herr lunke dass ich unbedingt ernst machen muss das weiß ich selbst gar wohl schön dass du dies zugibst also kommt her und fesselt ihn diese worte waren nach der seite hin gesprochen dort hatten gates clay und summer hinter den bäumen gesteckt sie traten hervor und kamen langsam auf mich zu der erstere sagte wie sich entschuldigen indem er einen riemen aus der tasche zog sir wir haben zu unserem erstaunen gehört daß ihr nicht jones heißt sondern o shatterhand seid warum habt ihr uns belogen ihr wolltet uns betrügen nun müssen wir euch binden versucht ja keinen widerstand es würde euch nichts helfen denn mr santer schießt sofort darauf könnt ihr euch verlassen keine unnützen redereien rief santer und mir befahl er lasst das papier fallen und gebt ihm die hände hin er war überzeugt mich vollständig sicher zu haben nun aber wusste ich dass ich nicht ihm sondern er mir gehören würde es galt nur die situation schnell und kräftig auszunutzen nun wird's schnell sonst schieße ich gebot mir santer fort mit dem papiere ich ließ es fallen her mit den händen ich hielt scheinbar gehorsam geht's die hände hin doch so daß er als er sie zusammenbinden wollte zwischen mich und santer zu stehen kam weg dort weg ihr steht ja meinem gewehre im wege rief dieser ihm zu wenn ich schießen will so er kam nicht weiter in seiner rede denn er wurde auf eine sehr unzarte weise von mir unterbrochen anstatt mich binden zu lassen faßte ich geht's beim leibe hob ihm empor und schleuderte ihn auf santer der zwar zur seite springen wollte doch zu spät er wurde niedergerissen und das gewehr ihm aus der hand geschleudert im nu war ich auch dort und kniete auf ihm ein fausthieb betäubte ihn vor kurze zeit dann erhob ich mich ebenso schnell und donnerte die drei an da der beweist dass ich wirklich oh shatterhand bin ihr habt euch an mir vergreifen wollen augenblicklich fort mit euren waffen sonst schieße ich lasst sie fallen auch bei mir ist es ernst ich hatte santer seinen revolver aus dem gürtel gerissen und richtete ihn auf die drei richtigen westmänner die sofort gehorchten setzt euch nieder dort an das grab des häuptlingstochter schnell schnell sie gingen und setzten sich ich hatte ihnen grad diesen platz angewiesen weil ihnen da keine waffe nahe lag nun bleibt ruhig sitzen es soll euch nichts geschehen denn ihr seid getäuscht worden aber ein versuch zur flucht oder gegenwehr kostet euch augenblicklich das leben das ist ja schrecklich ganz entsetzlich klagte gates indem er sich die glieder rieb das war ja grad als ob ein ball durch alle lüfte flöge ich glaube ich habe verschiedenes gebrochen ist eure eigene schuld sorgt nun dafür dass es nicht gar noch schlimmer kommt woher hattet ihr den riemen von mr santer habt ihr noch mehr yes gibt sie her er zog sie aus der tasche und gab sie mir ich band mit ihnen santers füße zusammen und die hände auf den rücken so der liegt fest lachte ich vergnügt soll ich etwa euch auch fesseln danke sir antwortete gates habe genug vollständig genug werde hier ganz ruhig sitzen bleiben solange es euch gefällt daran tut ihr sehr wohl denn wie ihr seht verstehe ich keinen spaß danke überhaupt für allen spaß und da hat man euch für einen fallensteller gehalten dieser irrtum war gar nicht groß denn zu einem tüchtigen trapper gehört viel mehr als ihr zu ahnen scheint wie steht es denn mit eurer jagd habt ihr etwas geschossen nicht die saure bohne da seht euch die zwei hennen an die habe ich gebracht wenn ihr euch gut betragt könnt ihr sie nachher braten und mitessen hoffentlich werdet ihr bald einsehen daß ihr diesen santer für einen ganz anderen menschen gehalten habt als er ist es gibt keinen größeren schrift unter der sonne als ihn ihr werdet es gleich hören denn ich sehe daß er erwacht santer bewegte sich er kam zu sich und schlug die augen auf er sah daß ich vor ihm stand und meinen gürtel umschnallte er sah auch seine drei gefährten welche waffenlos am grabmale der indianerin saßen und rief erschrocken was ist das ich ich bin gefesselt ja ihr seid gefesselt nickte ich die lage ist auf ganz gemütliche weise eine andere geworden ich hoffe daß ihr nichts dagegen habt hund knirschte er wütend verschlimmert euer schicksal nicht hol dich der teufel schuft ich warne euch noch einmal vorhin habe ich mir euer du ruhig gefallen lassen denn die klugheit gebot mir das es wäre auch klug von euch höflicher zu sein er sah forschen zu seinen kameraden hinüber und rief ihnen zu habt ihr etwa geplaudert nein antwortete gates das will ich euch auch raten was ist was sollen sie nicht plaudern nichts oho heraus mit der sprache sonst öffne ich euch den mund also es ist wegen dem golde antwortete er gezwungenerweise wie es schien wieso wegen dem golde wo ich denke daß es liegt ich habe es ihnen vorhin gesagt ich dachte sie hätten es ausgeplaudert ist das wahr fragte ich gates ja war seine antwort er meint wirklich nichts anderes nein seid aufrichtig ich mache euch darauf aufmerksam daß ihr durch eine etwaige unwahrheit oder hinterlist nicht mich sondern euch selbst in schaden bringt er zögerte einige augenblicke und versicherte dann im tone der aufrichtigkeit ihr könnt es glauben sir daß es keine lüge ist er meinte nur das gold ich glaube es trotzdem nicht eure aufrichtigkeit ist eine falsche und in seinem gesichte lauert die hinterlist ihr werdet aber dadurch nichts erreichen ich fordere euch nochmals auf mir die wahrheit zu sagen mr gates hat santer mit euch von den kiowas gesprochen als er euch unten im tale traf ja war er allein ja hat er die roten wirklich getroffen ja und ist infolgedessen nicht am swordfrog gewesen er war nicht dort ist es eine bedeutende schar gewesen sechzig krieger wie führte sie an pida der sohn vom häuptling tangua wo sind sie jetzt heim in ihr dorf das ist keine lüge es ist so wie ich sage sir ganz wie ihr wollt mr gates des menschen wille ist sein himmelreich oft aber auch seine hölle wenn ihr mich anlügt werdet ihr es später sehr bereuen was das gold anbetrifft so ist euer ritt hierher ein vergiblicher gewesen ihr findet nichts denn es liegt nichts da abschnitt 26 aus winnetou 3 von karl may diese libribox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz achtes kapitel das testament des apachen teil 3 ich hob das testament winnetous auf welches noch an der erde lag legte es in die beiden lederumschläge und steckte es ein es scheint mr santer weiß das doch besser als ihr entgegnete gates er weiß noch weniger als nichts wisst ihr denn wo es liegt vielleicht so sagt es uns das ist mir verboten da habt ihr es sir ihr seid zu unserem schaden und nicht zu unserem nutzen das gold gehört euch nicht es wird uns aber gehören denn mr santer wird es uns zeigen und es mit uns teilen er der jetzt mein gefangene ist was könnt ihr ihm tun er wird seine freiheit wieder erlangen schwerlich er wird vielmehr seine taten mit dem leben bezahlen müssen da ließ santer ein höhnisches gelächter hören darum wandte ich mich ihm zu und sagte es wird euch später nicht so sehr zum lachen sein wie jetzt was meint ihr wohl dass ich mit euch tue nichts grinste er mich an wer hindert mich euch eine kugel in den kopf zu jagen ihr selbst man weiß ja dass old shatterhand sich fürchtet einen menschen zu töten ich bin allerdings kein mörder das ist richtig ihr habt den tod vielfach verdient noch vor wenigen wochen hätte ich euch unbedingt erschossen falls ich auf euch getroffen wäre aber winnetou ist tot ist als christ gestorben mit ihm soll auch die rache begraben sein fühlt keine solchen schönen reden ihr könnt nicht wie ihr wollt das ist's das war eine unverschämtheit welche geradezu uns grenzenlose ging ich konnte sie nur mit seiner verstocktheit erklären denn ich wusste nicht was er wusste demnach sagte ich im ruhigsten tone lästert mich immerhin ein mensch euren schlages kann mich nicht in zorn bringen ich habe allerdings gesagt daß die rache mit winnetou begraben sein soll aber zwischen rache und strafe ist ein unterschied das christentum kennt zwar keine rache doch um so strenger verlangt es die bestrafung jeder schuld auf jedes verbrechen soll die sühne folgen ich werde mich also nicht an euch rächen aber eurer strafe dürft ihr dann noch nicht entgehen psa nennt es strafe oder rache es ist ganz dasselbe lächerlich ihr wollt euch nicht rächen aber ihr wollt mich bestrafen wahrscheinlich mich ermorden mord ist mord brüstet euch doch nicht mit eurem christentum ihr irrt es fällt mir nicht ein mich an eurem leben zu vergreifen ich werde euch nach dem nächsten fort transportieren und dort dem richter übergeben ah wollt ihr das wirklich ja wie wollt ihr das anfangen sir das ist meine sache wohl auch die meinige denn ich denke daß ich auch dabei sein muß wahrscheinlich wird es umgekehrt nämlich so daß ich euch transportiere und nicht ihr mich und weil ich kein so fummer christ bin wie ihr seid wird es mir dann nicht einfallen auf meine rache zu verzichten sie ist schon da schon da seht wie sie kommt er stieß diese worte überlaut frohlockend aus und dieser sein jubel war nicht unbegründet denn er wurde noch übertäubt von einem geheule welches in diesem augenblicke ringsum auf allen seiten erscholl und zu gleicher zeit tauchten von rechts und links von vorn und hinten zahlreiche rote mit den kriegsfarben der kiowas bemalte gestalten auf welche schlangen gleich herbeigeschnellt kamen und mich in ihre mitte nahmen ich war von gates belogen worden santa hatte die kiowas nach dem noge ziel gebracht sie hatten als sie von ihm die nachricht vom tode winnetus vernahmen sich sofort entschlossen die feier dieses ihnen so willkommenen ereignisses da vorzunehmen wo sein vater und seine schwester begraben lagen das war so recht indianisch und passte genau zur denkweise des mörders dem noch die freude widerfahren sollte mich den freund winnetus hier in den mugwort hills in seiner hand zu bekommen der überfall brachte mich so plötzlich er kam keineswegs aus der fassung im ersten augenblicke war ich entschlossen mich zu verteidigen und zog die revolver aber als ich mich von sechzig kriegern eingeschlossen sah steckte ich sie wieder in den gürtel flucht war unmöglich und widerstand vergeblich er konnte meine lage nur verschlimmern das einzige was ich tat bestand darin dass ich diejenigen welche mir am nächsten standen und ihre hände nach mir ausstreckten zurückstieß und mit lauter stimme erklärte old shatterhand gibt sich den kriegern der kiowas gefangen ist ihr junger häuptling da ihm aber auch nur ihm werde ich mich freiwillig ausliefern die roten ließen von mir ab und sahen sich nach pida um welcher an dem angriffe auf mich nicht teilgenommen hatte und abwartend unter den nächsten bäumen stand freiwillig höhnte santer dieser kerl der sich so hochtönend old shatterhand nennt braucht gar nicht von freiem willen zu reden er muß sich ergeben sonst wird er niedergeschlagen immer drauf auf ihn er hütete sich aber sehr mich selbst anzugreifen die kiowas gehorchten seinem ruf und drangen wieder auf mich ein doch nicht mit den waffen sondern mit den händen denn sie wollten mich nicht tot sondern lebendig in ihre gewalt bekommen ich wehrte mich nach kräften gegen sie und schlug mehrere nieder hätte aber der großen übermacht natürlich nicht standhalten können wenn pida nicht jetzt befohlen hätte halt lasst von ihm ab er will sich mir ergeben und euer angriff ist also ohne nutzen sie wichen von mir zurück da rief santer in zornigem tone warum soll er geschont werden er mag so viele hübe und stöße bekommen wie arme und freuste da sind immer drauf ich befehle es da trat der junge häuptling auf ihn zu und sagte unter einer nicht sehr achtungsvollen handbewegung gegen ihn du willst hier befehlen weißt du denn nicht wer der anführer dieser krieger ist du und was bist denn du der freund der kiowas dessen wille doch hoffentlich etwas zu gelten hat ein freund wer hat dir das gesagt dein vater das ist nicht wahr tangua der häuptling der kiowas hat gegen dich nie das wort freund gebraucht du bist weiter nichts als ein bleichgesicht welches bei uns nur geduldet wird gern hätte ich die kurze zeit dieses wortwechsels dazu benutzt mich plötzlich durchzuschlagen und zu entspringen es wäre mir vielleicht auch gelungen denn die roten richteten ihre aufmerksamkeit mehr auf santer und pida als auf mich aber ich hätte meine gewehre zurücklassen müssen und das wollte ich nicht nun kam pida auf mich zu und sagte old shatterhand will mein gefangener sein wird er freiwillig alles hergeben was er bei sich hat ja antwortete ich und sich binden lassen ja so gib mir deine waffen es war mir im stillen eine genugtuung dass er mich so fragte denn dies war ein zeichen dass er angst vor mir hatte ich gab ihm die revolver und das messer santer nahm den henri stutzen und bären töter zu sich pida sah dies und fragte ihn warum vergreifst du dich an diesen gewähren leg sie wieder hin kann mir nicht einfallen sie sind mein sie gehören mir nein sondern mir behauptete er sie sind das eigentum und shatterhands gewesen der sich mir ergeben hat also sind sie mit ihm mein eigentum geworden wem hast du es zu verdanken dass du ihn gefangen hast nur mir er befand sich schon in meiner gewalt er gehört mir und mit ihm alles was er besitzt ich verzichte weder auf ihn noch auf diesen berühmten henri stutzen da erhob pida drohend die hand und befahl leg sie wieder hin augenblicklich nein nehmt sie ihm gebot der junge häuptling seinen leuten wollt ihr euch etwa an mir vergreifen fragte santer indem er die haltung eines mannes annahm der sich verteidigen will nehmt sie ihm wiederholte pida da warf santer als er sah wie viele hände sich nach ihm ausstreckten die waffen weg und erklärte da sind sie da habt ihr sie doch nicht für immer ich werde mich bei tangua beschweren tu das antwortete pida mit hörbarer verachtung die beiden gewehre wurden ihm gebracht und ich mußte meine hände herhalten um sie mir zusammenbinden zu lassen während dies geschah kam santer herbei und sagte so behaltet in teufels namen die gewehre aber alles andere was in seinen taschen steckt ist mein besonders was er hier er streckte die hand nach der tasche aus in welch ich den letzten willen winnetus gesteckt hatte zurück herrschte ich ihn an er fuhr bei diesem meinem tone allerdings erschrocken zurück fasste sich aber schnell und grinste mir in höhnischem tone zu alle wetter ist das eine dreistigkeit von dem kerl ist gefangen und weiß dass er auf dem letzten loche pfeift und fährt mich doch an wie ein kettenhund das hilft dir nichts ich will wissen was du da ausgegraben und vorhin gelesen hast versuche es mir zu nehmen das werde ich freilich tun ich gebe gern zu daß es dich außerordentlich kränken muß wenn ich diesen schatz in meine hand bekomme aber du wirst dich daran ergeben müssen er trat wieder näher und griff mit beiden händen zu noch waren mir die hände nicht vollständig zusammengebunden der riemen war mir erst um das eine handgelenk geknotet worden und sollte nun noch um das andere geschlungen werden ich machte mir mit einem schnellen kräftigen rucke die arme frei nahm mit der linken santer bei der brust und schlug ihm die rechte faust auf den kopf daß er zusammen brav und regungslos wie ein klotz liegen blieb uff 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 riefen die roten ringsum nun bindet mich wieder sagte ich indem ich die hände wieder hinhielt old shatterhand hat seinen namen in der tat lobte mich der junge häuptling was ist es was dieser santer von dir haben will ein beschriebenes papier antwortete ich was es eigentlich war durfte ich nicht sagen er sprach doch von einem schatze pschah er weiß ja noch gar nicht was auf dem papiere steht wessen gefangener bin ich denn eigentlich der deinige oder der seinige du bist mein warum dudelst du da dass er sich an mir vergreift um mich zu berauben die roten krieger wollen nur deine waffen haben alles andere können sie nicht brauchen ist das ein grund es diesem kerl zu geben ist old shatterhand ein knabe dem jeder lump die taschen leeren darf ich habe mich dir übergeben und dich dadurch als krieger und häuptling geehrt willst du nun vergessen dass ich auch ein krieger bin von dem sich dieser santer nur fußtritte holen kann der indianer ehrt den mut und den stolz selbst an seinem ärgsten feinde ich war nicht als eine membe bekannt und hatte peter damals als ich ihn aus seinem dorfe entführte um sam zu retten schonungsvoll behandelt darauf rechnete ich und es zeigte sich gleich daß ich mich nicht in ihm getäuscht hatte denn er antwortete indem sein blick gar nicht feindlich an mir niederglitt old shatterhand ist der tapferste unter allen weißen jägern der aber den du niedergeschlagen hast besitzt zwei zungen von denen jeder anders redet und zwei gesichter welche bald so und bald anders aussehen er soll nicht in deine taschen greifen dürfen ich danke dir du wirst wert ein häuptling zu sein und wirst dereinst zu den berühmtesten kriegern der kiowas gehören ein edler krieger tötet den feind aber er erniedrigt ihn nicht ich sah wie stolz ihn diese meine worte machten und es klang beinahe in bedauerndem tone als er sagte ja er tötet den feind old shatterhand wird sterben müssen und nicht bloß sterben er wird sehr gemartert werden martert mich und tötet mich ihr werdet keine klage aus meinem munde hören aber diesen kerl den haltet fern von mir als mir die hände zusammengebunden waren mußte ich mich niederlegen worauf man mir auch um die fußgelenke einen riemen schlug unterdessen erholte sich santer aus seiner betäubung er stand auf kam zu mir heran versetzte mir einen fußtritt und schrie dabei du hast mich geschlagen hund das sollst du büßen ich erwürge dich er bückte sich nieder um mir mit beiden händen nach dem halse zu greifen halt rühre ihn nicht an rief pida ihm zu ich verbiete es dir du hast mir nichts zu verbieten dieser hund ist mein todfeind und hat es gewagt mich zu schlagen dafür soll er jetzt erfahren wie er kam in seiner rede nicht weiter denn ich zog ohne daß er so etwas erwartet hatte plötzlich die knie an den leib und gab ihm mit den füßen einen so gewaltigen stoß dass er weit fortgeschleudert wurde und sich nach hinten überschlagend wieder zu boden stürzte jetzt brüllte er vor grimm wie ein wildes tier er wollte schnell aufspringen um sich wieder auf mich zu werfen brachte dies aber nicht fertig seine glieder schmerzten ihn er kam nur langsam auf verzichtete aber nicht auf die augenblickliche rache sondern zog seinen revolver richtete ihn auf mich und schrie deine letzte stunde ist gekommen du hund fahr zur hölle wo du hingehörst der ihm nächst stehende indianer faßte ihn bei der hand darum ging als er doch abdrückte die kugel fehl warum hinderst du mich fuhr er den roten an ich kann tun was ich will und dieser hund der mich erst geschlagen und dann getreten hat muß sterben nein du darfst nicht tun was du willst erklärte peter indem er zu ihm trat und ihm warnend die hand auf den arm legte oh shatterhand gehört mir und niemand sonst darf ihn berühren sein leben ist mein eigentum und kein anderer darf es ihm nehmen aber ich habe eine rache gegen ihn welcher er schon längst verfallen ist das geht mich nichts an du hast meinem vater dem häuptlinge einige dienste erwiesen für welche er dir erlaubt hat bei uns zu sein das ist aber auch alles nimm dir nicht zu viel heraus ich sage dir wenn du dich an o shatterhand vergreifest so stirbst du von dieser meiner eigenen hand was soll denn eigentlich mit ihm geschehen fragte er eingeschüchtert das werden wir beraten was gibt es da erst zu beraten was ihr zu tun habt ist doch klar was ihn töten das wird geschehen aber wann ihr seid hierher gekommen um den tod winnetous eures größten feindes zu feiern wie könnt ihr das besser tun als dadurch dass ihr gerade hier an dieser stelle o shatterhand zu tode quält der sein bester freund gewesen ist das dürfen wir nicht warum nicht weil wir ihn nach unserem dorfe schaffen müssen oh nach eurem dorfe wozu das um ihn tangua meinem vater zu bringen o shatterhand hat ihm einst beide knie zerschmettert und gehört also ihm tangua hat zu bestimmen auf welche weise er sterben soll unsinn ihn erst nach eurem dorfe schaffen das ist eine dummheit wie es gar keine größere geben kann schweig peter der junge häuptling der kiowas begeht keine dummheiten es ist doch eine siehst du denn nicht ein warum nein hast du denn nicht erfahren wie oft dieser o shatterhand schon gefangen gewesen ist und stets hat er es durch seine list fertig gebracht wieder zu entkommen wenn ihr ihn nicht gleich tötet sondern erst lange mit euch herumschleppt wird er bald wieder verschwunden sein er wird uns nicht entkommen wir werden ihn so behandeln wie ein so berühmter krieger behandelt werden muss aber dabei doch so wachsam sein dass ihm die flucht unmöglich ist alle träufel auch noch ihn wie einen berühmten mann behandeln wollte ihn nicht gar noch mit gelanden umwickeln und seine brust mit orden behängen peter versteht nicht was du meinst er weiß nicht was gelanden und orden sind aber das weiß er daß wir gegen old shatterhand anders sein müssen als wir gegen dich sein würden wenn du unserer gefangener wärest gut gut ich weiß nun woran ich bin ich habe auch rechte auf ihn große rechte ich wollte eure wegen auf diese rechte verzichten sein leben sollte euch gehören nun aber denke ich anders er gehört mir ebenso gut wie euch auch wenn ihr denkt ihn als einen berühmten mann zu behandeln so werde wenigstens ich desto mehr dafür besorgt sein dass es ihm nicht allzu wohl geht euch mag er täuschen euch wird er entfliehen ich aber werde darüber wachen dass er den lohn den er an mir und vielen anderen verdient hat auch wirklich bekommt wenn ihr ihn nach eurem dorfe schafft so reite ich mit ich kann dir nicht verbieten mit uns zu kommen aber ich wiederhole meine rede wenn du dich an ihm vergreifst so erleidest du den tod durch meine eigene hand und nun werden wir darüber beraten was jetzt geschehen soll das bedarf keiner beratung ich kann es euch jetzt gleich sagen deine stimme wird nicht gebraucht du gehörst nicht in die beratung unserer alten und weisen männer er wendete sich ab und suchte die ältesten unter seinen kriegern aus mit diesen setzte er sich abwärts nieder um sich mit ihnen zu besprechen die anderen hockten sich um mich her und flüsterten sich so leise bemerkungen zu dass ich sie nicht verstand sie waren jedenfalls außerordentlich froh darüber und ebenso stolz darauf old shatterhand gefangen zu haben sie wußten mich tod zu martern das war für sie eine große ehre und brachte ihnen einen ruhm um den sie sicher jeder andere stamm beneidete ich tat als ob ich sie gar nicht beachtete prüfte aber heimlich jedes einzelne gesicht und das was in oder auf demselben geschrieben stand das war keine erbitterte leidenschaftliche und rücksichtslose feindschaft damals als ich noch keinen namen besaß und ihren häuptling so schwer verwundet ja zum krüppel geschossen hatte damals war die wut die sie auf mich hatten geradezu gnadenlos seitdem waren jahre vergangen und die damalige hochgradige erbitterung hatte sich gelegt ich war bekannt geworden und hatte oft und oft bewiesen daß ein roter mensch für mich einen ebenso hohen wert besaß wie ein weißer höchstens war es nur tangua der häuptling welcher mich noch ebenso grimmig hasste wie früher eine ganz natürliche folge seiner gebrechlichkeit welche er mir zu verdanken hatte denn daß er eigentlich selbst daran schuld war das gab er wohl nicht zu daß ich pida damals gefangen genommen und trotz der zwischen uns herrschenden feindschaft so schonend behandelt hatte mußte für mich in die waagschale fallen ich war jetzt für die kiowas wohl mehr der vielbesprochene rot shatterhand als der weiße den ihr häuptling gezwungen hatte ihn in die beine zu schießen das sah ich den blicken an welche sie auf mich warfen und die ich beinahe respektvoll nennen möchte das durfte mich aber ja nicht verführen in beziehung auf meine gegenwärtige lage irgendwelche hoffnung zu hegen sie mochten mich achten so sehr sie wollten ich hatte keine gnade zu erwarten ja einen anderen hätten sie jedenfalls noch eher freigelassen als mich dessen gefangennahme und tötung ihnen den neid aller anderen roten nationen einbringen musste in ihren augen war ich dem gewissen unvermeidlichen tod am materpfahl verfallen und wie ein weißer in höchster spannung ins theater geht wenn das werk eines großen dichters oder komponisten gegeben wird grad so noch begieriger waren sie schon jetzt darauf zu sehen wie old shatterhand sich bei den qualen verhalten werde denen er entgegenging trotzdem ich mir dies sagte oder sagen musste hatte ich nicht die geringste angst ja auch nicht einmal sorge um mich welchen gefahren war ich nicht schon glücklich entgangen es war mir auch jetzt gar nicht so zumute als ob ich mich nun vollständig aufzugeben hätte der mensch muss bis zum letzten augenblicke hoffen aber freilich auch all das seinige dazu beitragen dass diese hoffnung in erfüllung gehe wer das nicht tut der ist allerdings verloren santa hatte sich zu meinen bisherigen drei gefährten gesetzt und sprach leise und angelegentlich auf sie ein ich ahnte was der gegenstand seiner rede war auch sie hatten oft von old shatterhand gehört sie wussten dass ich kein lump kein schurke war und so konnte sein gegenwärtiges verhalten zu mir unmöglich einen guten eindruck auf sie hervorgebracht haben dazu kamen die stillen vorwürfe die sie sich wahrscheinlich machten sie hatten auf seine veranlassung hin mich nicht nur direkt belogen sondern mir auch verschwiegen dass die indianer gekommen waren sie trugen also die eigentliche schuld an meiner gefangennahme und das beunruhigte sie wahrscheinlich denn sie waren keine ganz schlechten menschen nun gab sich santa jedenfalls mühe ihnen die angelegenheit in ein solches licht zu stellen dass sie ihm keine vorwürfe machen konnten die beratung dauerte gar nicht lange die roten welche an derselben teilgenommen hatten erhoben sich von ihren plätzen und peter verkündete seinen leuten die krieger der kiowas werden nicht hier bleiben sondern nach ihrem dorfe aufbrechen sobald sie gegessen haben sie mögen sich also fertig machen bald von hier fortzureiten ich hatte so etwas erwartet nicht aber santer welche die sitten und anschauungen der indianer nicht so genau kannte wie ich er sprang überrascht auf näherte sich peter und fragte fort wollt ihr es war aber doch bestimmt dass wir einige tage hier bleiben würden es ist oft etwas bestimmt worden was später anders wurde antwortete der häuptling ihr wolltet den tod winnetus feiern das werden wir auch tun nur heute noch nicht wann denn das werden wir von tangur erfahren aber welchen grund könnt ihr denn haben so plötzlich an den sinnes zu werden wir sind dir keine rechenschaft schuldig aber ich will es dir dennoch sagen weil es dabei auch mithört und mehr zu mir als zu santer gewendet fuhr er fort als wir hierher kamen um uns über den tod winnetus des häuptlings der hunde der apachen zu freuen ahnten wir nicht dass uns sein freund und bruder old chatterhand in die hände fallen sollte dieses wichtige ereignis ist eingetreten und verdoppelt unsere freude winnetu war unser feind aber doch ein roter mann old chatterhand ist auch unser feind und dazu ein bleichgesicht sein tod muss noch größeren jubel hervorbringen als derjenige von winnetu und die söhne und töchter der kiowas werden den tod dieser ihrer beiden berühmtesten gegner zur gleicher zeit feiern hier steht nur ein geringer teil unserer kriege und ich bin nicht alt genug um zu bestimmen wie old chatterhand sterben soll da muss der ganze stamm zusammenkommen und tangur der größte und älteste der häuptlinge muss seine stimme erheben um zu sagen was geschehen soll darum bleiben wir nicht hier sondern wir beeilen uns heim zu kommen denn unsere brüder und schwestern können nicht früh genug hören was geschehen ist aber es gibt keinen geeigneteren ort old chatterhand zu tode zu martern als den wo wir uns jetzt befinden er euer feind stirbt bei den gräbern derjenigen um deren willen er euer feind geworden ist das weiß ich auch aber ist es denn schon fest bestimmt dass er in einem anderen orte sterben soll können wir nicht hierher zurückkehren das geht nicht weil tangur der doch dabei sein muss nicht reiten kann so lässt er sich von zwei pferden hertragen mag er bestimmen was er wolle auf alle fälle wird old chatterhand hier begraben werden auch wenn er unten am swordfork sterben muss auch dann er soll hierher geschafft werden ja von wem von mir unbegreiflich welchen grund kann ein vernünftiger roter krieger dazu haben sich mit dem kadaver eines toten weißen hundes solche mühe zu geben ich will es dir sagen damit du peter den jungen häuptling der kiowas besser kennenlernst als du ihn zu kennen scheinst und damit old chatterhand erfährt will ich es ihm danke dass er mich damals nicht getötet sondern gegen ein bleichgesicht ausgewechselt hat und sich abermals mehr an mich als an ihn wendend erklärte er old chatterhand ist zwar unser feind aber ein edler feind er konnte unten am rio pecos tangur einst erschießen hat dies aber nicht getan sondern ihn nur gelähmt so hat er stets gehandelt alle roten männer wissen das und müssen ihn deshalb ehren sein tod ist unvermeidlich aber er soll den tod eines großen helden sterben indem er uns beweist daß ihm martern die noch kein mensch erduldet hat keinen laut des schmerzes zu entlocken vermögen und dann wenn er gestorben ist soll sein leib nicht im flusse von den fischen gefressen oder auf der prärie von den wölfen und geiern zerrissen werden ein bewährter häuptling wie er ist muss ein grab erhalten zu unserer eigenen ehre die wir ihn besiegten und wo soll dieses grab mal stehen pida hat gehört daß nschu tschi die schöne tochter der apachen ihm einst ihre seele schenkte darum soll seine leiche neben der ihrigen ruhen damit sein geist in den ewigen jagdgründen mit dem ihrigen sich vereinigen möge das ist der dank den pida ihm bringt dem er das leben schenkte meine roten brüder haben meine worte vernommen sind sie mit mir einverstanden er sah sich fragend im kreise der seinigen um hauk 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 erscholl es zustimmend aus aller mund wahrlich dieser junge kiowa war ein ungewöhnlicher und nach seinen verhältnissen ein edler mensch daß er so bestimmt von meinem martertode sprach das berührte mich jetzt gar nicht aber daß dieser tod ein so fürchterlicher also ein für mich so ruhmvoller sein sollte dafür mußte ich ihm dankbar sein und daß er mich neben nschu tschuna und nschu tschi begraben wollte das war ein zug von zartgefühl wie man es bei einem roten gar nicht zu finden glaubt während seine krieger ihr beistimmendes hauk aussprachen lachte santer laut auf und rief mir zu kerl da muß man dir ja gratulieren in den ewigen jagdgründen mit einer hübschen indianerin hochzeit machen wer es doch auch so gut haben könnte ich wollte ich könnte wenigstens als gast dabei sein da ich nicht der bräutigam sein darf willst du mich nicht einladen ich hätte ihn gar keine erwiderung fürdien sollen antwortete ihm aber doch eine einladung ist nicht nötig denn du wirst noch viel eher dort sein als ich ah wirklich du denkst also an flucht gut dass du das so offen sagst ich werde dich festhalten darauf kannst du dich verlassen jetzt brachen die indianer auf um in das tal hinab zu steigen wo sie ihre pferde gelassen hatten man gab mir die füße frei band mich aber an zwei rote zwischen denen ich gehen musste pida hing sich meine beiden gewehre über santer folgte mit den anderen drei weißen welche ihre pferde führten denn wir hatten unsere tiere mit herauf genommen das meinige nahm ein kiowa am zügel unten angekommen wurde wieder gelagert die insmen brannten einige feuer an und brieten sich wildbrett welches sie mitgebracht hatten sie hatten auch düllflaschen ihren sattelsäcken ich bekam ein vortreffliches und so großes stück dass ich es kaum aufessen konnte verzehrte es aber doch denn es lag mir sehr daran gut bei kräften zu bleiben man musste mir damit ich essen könne die hände frei geben bewachte mich aber während dieser kurzen zeit so gut dass mir ein fluchtgedanke gar nicht kommen konnte dann als gegessen worden war wurde ich auf mein pferd festgebunden und der ritt nach dem dorfe der kiowas begann draußen auf der ebene angekommen drehte ich mich im sattel um um noch einen scheideblick auf den nugget ziel zu werfen ob ich die gräber in shu chunas und seiner tochter wiedersehen würde hoffentlich denn wenn man mich als leiche zurückbrachte konnte ich nicht mehr sehen der weg von hier nach dem dorfe am sword fork des red river ist bekannt ich brauche ihn nicht zu beschreiben auch geschah unterwegs nichts was des erwähnens wert wäre die roten bewachten mich außerordentlich scharf und wenn sie dies nicht getan hätten so wäre mir die flucht doch nicht möglich geworden weil santer sein wort hielt und dafür sorgte dass ich nicht die geringste gelegenheit dazu bekam er gab sich alle mühe mir den ritt so schwer wie möglich zu machen mir unbequemlichkeiten zu bereiten und mich zu ärgern was das letztere nämlich den ärger betrifft so waren seine anstrengungen vergeblich denn es fiel mir nicht ein mich durch die höhnischen reden mit denen er mich fort und fort überschüttete aufregen zu lassen ich setzte ihm den unerschütterlichsten gleichmut entgegen und tat ihm nicht ein einziges mal den gefallen ihm eine antwort zu geben und seine anderen bemühungen wurden von peter zurückgewiesen welcher nicht duldete dass mir meine lage peinlicher gemacht wurde als unbedingt notwendig war gates clay und summer wurden von den innensmann fast gar nicht beachtet sie mussten sich an santer halten ich bemerkte gar wohl dass sie gern einmal mit mir gesprochen hätten was ihnen von peter wahrscheinlich nicht verboten worden wäre doch santer wusste es stets zu verhindern es lag ihm natürlich sehr viel daran zu verhüten dass ich die gelegenheit fand sie aufzuklären übrigens behandelte er sie keineswegs als gute kameraden sie hätten ihm helfen sollen nach dem golde zu suchen und ich war vollständig überzeugt dass er sich ihrer sobald es gefunden worden war unbedingt entledigt hätte er wäre wenn es hätte sein müssen selbst vor einem dreifachen morde nicht zurückgeschreckt jetzt aber hatte sich die situation verändert sie hatten ihm jedenfalls mitgeteilt dass ich der meinung gewesen war minnetou habe die nuggets fortgeschafft und die blätter die er in meinen händen gesehen hatte mussten in seinen augen ein beweis dafür sein dass diese meinung das richtige traf wenn aber das gold weg war so war es vergeblich nach demselben zu suchen und er hatte keine leute mehr nötig die ihm dabei helfen sollten darum waren gates clay und summer ihm jetzt eine last welche er am liebsten abgeschüttelt hätte aber wie konnte er sie einfach fortschicken nein er musste sie mitnehmen tat dies jedoch nur in der absicht sich ihre bei der ersten gelegenheit zu entledigen es lässt sich denken dass sein ganzes dichten und trachten von nunern auf meine papiere gerichtet war er hegte den heißen wunsch sie in seine hände zu bringen sie mir offen zu nehmen das durfte er wegen peter nicht wagen es gab zwei wege für ihn sie zu bekommen entweder er stahl sie mir während des schlafes oder er wartete unsere ankunft im dorfe ab um tangua zu bestimmen sie ihm zuzusprechen es war für ihn gar nicht schwer auf einem dieser wege seinen zweck zu erreichen die papiere befanden sich noch in derselben tasche wohin hätte ich sie verstecken sollen an irgendeiner stelle meiner kleidung das hätte heimlich geschehen müssen also wenn ich allein war aber da war ich ja stets gefesselt und dem häuptlinge hatte er dienste erwiesen wofür ihm dieser dankbar war wie leicht musste es da für ihn sein tangua zu bewegen mir die blätter zu nehmen und sie ihm zu geben das verursachte mir kopfschmerzen um mich selbst um meine person und mein leben war ich nicht besorgt desto mehr aber um die hinterlassenschaft meines winnetou das kiowa dorf lag noch an derselben stelle wie früher also an der einbindung des salt fork in den red river wir mussten den letzteren überschreiten und taten dies an einer stelle wo das wasser seicht war dann als wir nur noch einige stunden zu reiten hatten schickte peter zwei reiter voraus welche unsere ankunft melden sollten welche aufregung welchen jubel musste die nachricht hervorbringen dass der gefangene old shatterhand mit dabei war wir befanden uns noch auf der offenen prairie und sahen noch lange nicht den wald welcher an den ufern der beiden flüsse stand da kamen uns schon reiter entgegen gesprengt nicht den geschlossenen trupps sondern einzelne oder zu zweien oder dreien wie die verschiedene schnelligkeit ihrer pferde es ergab es waren kiowas von denen jeder der erste sein wollte der old shatterhand zu sehen bekam keiner versäumte es uns mit einem lauten schrei einem schrillen ruf zu begrüßen einen kurzen forschenden blick auf mich zu werfen und sich dann hinten anzuschließen ich wurde nicht etwa angestaunt und angegafft was an einem zivilisierteren orte sicherlich geschehen wäre diese roten sind viel zu stolz sich das interesse welches sie fühlen oder die aufregung in der sie sich befinden anmerken zu lassen so wurde unser trupp von minute zu minute größer ohne daß ich eine belastigung dabei empfand und als wir endlich den wald vor uns liegen sahen der hier am swordfork nur einen schmalen streifen bildete hatte ich wohl an die vierhundert indianer um mich her lauter erwachsene krieger das dorf musste an ausdehnung und bewohnerzahl gewonnen haben unter den bäumen standen die zelte in denen sich jetzt wohl kein einziger mensch befand denn alles was da lebte stand oder bewegte sich im freien um uns kommen zu sehen da gab es eine menge weiber alte und junge halb erwachsene burschen mädchen und kinder diese brauchten nicht so zurückhaltend zu sein wie die ernsten wortkargen krieger und sie machten von dieser freiheit denn auch einen solchen gebrauch dass ich mir hätte die ohren zu halten mögen wenn dies bei meinen gefesselten händen möglich gewesen wäre sie schrien jauchzen brüllten lachten quiekten kurz machten einen skandal der mir zu genüge bewies wie außerordentlich willkommen ich diesen leuten war ende von abschnitt 26 abschnitt 27 aus willitu 3 von karl mai diese libribox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz achtes kapitel das testament des apachen teil vier da aber erhob peter welcher voranritt die hand machte mit derselben eine schnelle waagrechte bewegung und sofort verstummte der lärm auf ein weiteres zeichen von ihm bildete die reiterschar einen halbkreis in dessen mitte ich genommen wurde peter neben mir dabei zwei rote deren besondere aufgabe es war ja nicht von meiner seite zu weichen santa drängte sich mit heran der junge häuptling tat so als ob er ihn gar nicht sähe wir ritten auf ein großes zelt zu dessen spitze mit häuptlingsfedern geschmückt war vor dem eingange desselben befand sich in halb sitzender halb liegender stellung tangua er hatte außerordentlich gealtert und war dürr wie ein skelett geworden aus dessen tiefen augenhöhlen mich ein blick traf spitz wie ein dolch scharf wie ein bobimesser und unversöhnlich wie wie nun eben wie tangua sein langes haar war weiß wie schnee geworden peter sprang vom pferde seine krieger taten dasselbe und traten eng um uns zusammen jeder wollte die worte hören mit denen ich von tangua empfangen wurde man bat mich vom pferde los und ließ mir zunächst noch die füße frei so dass ich stehen konnte ich selbst war auch nicht wenig neugierig auf die ersten empfangsworte des alten hatte aber lange auf sie zu warten er betrachtete mich von oben bis unten dann von unten bis oben noch einmal und noch einmal es war ein grausamer blick der mir hätte angst einflüssen können dann schloss er die augen kein mensch sprach es herrschte die tiefste stille die nur von dem geräusch welches die pferde hinter uns machten unterbrochen wurde das war mir unangenehm und eben wollte ich zuerst das schweigen brechen da sagte er langsam und feierlich ohne die augen zu öffnen die blume hofft auf den tau er will nicht kommen sie senkt das haupt und welkt schon ist sie am sterben da kommt er endlich doch wieder schwieg er eine weile dann begann er abermals der büffel scharrt im schnee unter welchem er keinen gras heim findet er brüllt hungrig den frühling herbei der nicht kommen will er magert ab sein höcker schwindet seine kraft wird klein und fast muß er verenden da weht ein warmer wind und hart am tode sieht er den frühling noch es trat wieder eine pause ein was ist der mensch doch für ein sonderbares unbegreifliches geschöpf diese indianer hatte mich gekränkt beleidigt und verhöhnt wie noch nie vorher ein anderer mich gehasst und verfolgt mir nach dem leben getrachtet und wie hatte ich ihm das vergolten mit nachsicht anstatt ihn zu erschießen hatte ich ihm meine kugel nur in die beine geschickt und das auch nur notgedrungen und nun er vor mir lag als die ruine eines kriegers eine menschenhaut die über klappernde knochen gezogen ist mit hohler stimme wie im traume wie aus dem grabe redend da dauerte er mich da tat er mir leid und ich wünschte ich hätte damals gar nicht auf ihn geschossen und das fühlte und das wünschte ich obgleich ich wusste dass er nach rache förmlich lächzte und jetzt die augen nur im übermaße der freude des entzückens geschlossen hielt des entzückens darüber dass er nun endlich endlich den durst nach meinem blute stillen könne ja der mensch ist zuweilen ein höchst sonderbarer kerl zumal wenn er ein deutscher ist jetzt sprach er von neuem ohne etwas anderes als seine blutleeren lippen zu bewegen tangua war die blume und war der hungernde büffel er sehnte sich und brüllte nach rache sie wollte nicht kommen er schwand dahin von mond zu mond von woche zu woche von tag zu tag sie zögerte noch immer schon war ihm der tod des alters nahe da kam sie doch während er dies ganz in der vorigen weise gesprochen hatte riß er jetzt plötzlich die augen weit auf richtete sich soweit ihm seine steife beine dies gestatteten in die höhe streckte die hageren arme mit den weit auseinander gespreizten zehn fingern nach mir aus und schrie mit überschnappender stimme ja sie kommt sie kommt sie ist da sie ist schon da ich sehe sie ich sehe sie hier da gleich vor mir hund wie 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 sollst du sterben er sank ermatte zurück und schloss die augen wieder niemand wagte es die stille zu unterbrechen selbst pida sein sohn schwieg erst nach einer längeren weile öffnete er die lieder wieder und fragte wie ist diese stinkende kröte in eure hände gefallen ich will es wissen diese gelegenheit ergriff santer sofort ohne zu warten ob peter dessen sache dies doch gewesen wäre antworten werde erwiderte er schnell ich weiß es am besten soll ich es dir sagen sprich santer erzählte versäumte aber nicht sein verdienst dabei in das hellste licht zu stellen niemand unterbrach ihn peter war zu stolz dazu und mir konnte es höchst gleichgültig sein ob der kerr sich lobte oder nicht als er zu ende war fügte er hinzu es ist also leicht einzusehen dass ihr es mir zu verdanken habt dass ihr euch an ihm rächen könnt gibst du das zu ja nickte der alte würdest du mir dafür einen gefallen erweisen wenn ich kann du kannst so sag was du wünschst old shatterhand hat in seiner tasche ein sprechendes papier welches ich haben möchte hat er es dir genommen nein wem gehört es ihm nicht er hat es gefunden ich aber bin nach den mackwood hills geritten um es zu suchen leider kam er eher es sei dein nimm es ihm ab santa war froh dieses resultat erreicht zu haben er näherte sich mir ich sagte nichts bewegte mich auch nicht sei ihm aber drohend in das gesicht er bekam angst und zögerte sich an mir zu vergreifen ihr habt gehört was der häuptling befohlen hat sir sagte er zu mir diesmal gebrauchte das du nicht und nannte mich sogar sir ich antwortete nicht darum fügte er noch hinzu mr shatterhand es ist das beste für euch euch nicht zu weigern er gebt euch also drein ich werde euch jetzt in die tasche greifen er trat noch näher und streckte die hände aus da stieß ich ihm die meidigen obgleich sie zusammengebunden waren indem ich sie zu einer doppelfaust zusammenlegte unter das kinn so daß er hinten über und zur erde flog uff riefen einige rot heute wohlgefährlich tangur aber bei anderer ansicht denn er rief zornig dieser hund wehrt sich obgleich er gefesselt ist bindet ihn so daß er sich nicht bewegen kann und nimmt ihm dann das sprechende papier aus der tasche da endlich ergriff sein sohn peter zum ersten male das wort indem er zu ihm sagte mein vater der große häuptling der kiowas ist weise und gerecht er wird auf die stimme seines sohnes horchen während der alte bis jetzt wie abwesend wie in einem zustande der entrücktheit gesprochen hatte wurde sein auge jetzt klarer er sah peter hell an und auch seine stimme war eine andere nicht mehr so dumpf als er antwortete warum spricht mein sohn diese worte ist das unrecht was das bleichgericht santa gefordert hat ja warum nicht santa hat old shatterhand besiegt sondern wir haben dies getan old shatterhand hat auf alle gegenwehr verzichtet und keinen von uns verletzt sondern sich mir freiwillig übergeben wessen gefangener ist der da der deinige wem gehören also sein pferd seine waffen und alles was er bei sich trug dir ja mir ich habe eine große eine wertvolle beute gemacht wie kann da dieser santa das sprechende papier für sich verlangen weil es ihm gehört kann er das beweisen ja er ist nach den maggot hills geritten um es zu suchen old shatterhand aber kam ihm zuvor wenn er es gesucht hat muss er es gekannt haben muss also wissen was es enthält mein vater mag sagen ob das richtig ist oder nicht es ist richtig so soll santa uns jetzt sagen welche worte das papier zu sprechen hat ja das mag er tun wenn er es kann so kennt er es und es ist sein diese ansanta gerichtete aufforderung brachte ihnen nicht geringe verlegenheit er konnte sich freilich denken dass sich der inhalt der blätter auf das am nugget ziel versteckt gewesene gold bezog aber wenn er das behauptete und es stellte sich dann etwas anderes heraus so hatte er gelogen und wenn es wirklich so war durfte er es sagen es musste ihm ja daran liegen womöglich alleiniger besitzer des geheimnisses zu bleiben darum versuchte er es mit der ausrede was das sprechende papier enthält ist für keinen anderen menschen von wichtigkeit als nur für mich allein daß es mir gehört habe ich dadurch bewiesen daß ich allein seinetwegen nach den maggot hills geritten bin daß old shatterhand es vor mir fand ist nur ein zufall gewesen das war klug gesprochen erklärte tangua santa soll das sprechende papier bekommen es ist sein eigentum da war es für mich zeit auch ein wort zu sprechen denn ich las aus peters gesicht daß er sich bewogen fühlte seinen widerstand aufzugeben darum sagte ich ja das war klug aber nicht wahr gesprochen santa ist nicht dieses papiers wegen nach den maggot hills gekommen der alte fuhr bei dem klange dem tone meiner stimme zusammen wie jemand der vor einer gefahr erschrickt er zischte mich giftig an der stinkende hund beginnt zu bellen doch wird es ihnen gar nichts nützen peter der junge tapfere häuptling der kiowas sagte vorhin daß tangua gerecht und weise sei fuhr ich fort wenn das wahr ist wirst du nicht parteiisch handeln es ist wahr so sag ob du erwartest von mir eine lüge zu hören nein old shatterhand ist das gefährlichste der bleichgesichter und mein ärgster feind aber er hat nie mit zwei zungen gesprochen so sage ich dir daß kein anderer mensch als nur ich allein wissen konnte wo das papier lag und was es enthält santa hat keine ahnung davon und nicht ich sondern er kam zufällig dazu als es gefunden worden war ich hoffe dass du mir das glaubst tangua nimmt an dass old shatterhand nicht lügt aber santa behauptet auch die wahrheit gesagt zu haben wie soll ich da entscheiden wenn ich gerecht sein will es ist gut wenn die gerechtigkeit sich mit der klugheit paart santa ist oft bei den maggot hills gewesen er hat dort gold gesucht doch ohne es zu finden das weiß tangua genau denn er hat ihm das suchen ja erlaubt er kam auch diesmal nur das gold deswegen das ist lüge fuhr mich santa an es ist die wahrheit behauptete ich tangua mag sich bei den anderen drei bleichgesichtern erkundigen santa hat sie mitgebracht damit sie ihm suchen helfen sollen der alte tat dies und gates clay und summer mussten zugeben dass es so war wie ich gesagt hatte da machte santa einen letzten zornigen versuch und dennoch kam ich das papieres wegen allerdings wollte ich nebenbei auch wieder nach den nuggets suchen und nahm diese drei männer mit dass sie mir helfen sollten doch von den papieren sagte ich ihnen nichts weil nur ich davon wissen durfte das brachte den alten häuptling wieder aus der fassung er rief missmutig aus da hat nun jeder recht was soll ich tun klug sein antwortete ich santa mag uns sagen ob das papier wert für ihn hat oder nicht natürlich hat es wert erklärte er es ist sogar von großer wichtigkeit für mich sonst würde ich nicht so drauf bestehen es zu bekommen gut ist es nur ein papier oder sind es mehrere mehrere antwortete er er hatte das wohl gesehen als ich am grabe saß und las wie viele zwei drei vier fünf er schwieg und wenn er jetzt nicht das richtige traf so war er überführt seht dass er schweigt sagte ich er weiß es nicht ich habe es vergessen wer merkt sich so etwas genau wenn diese papiere so sehr wichtig für ihn sind muss er genau wissen um wie viele blätter es sich handelt und selbst wenn er es früher gewusst und dann später vergessen haben sollte so wird er wenigstens und ganz bestimmt sagen können ob sie mit tinte oder mit blei geschrieben worden sind aber ich vermute dass er auch da wieder schweigen wird diese letzten worte sagte ich in starken ironischen tone um ihn zu einer schnellen antwort zu verleiten ich erwartete dass er das richtige nicht erraten würde weil im wilden westen tinte nur in den forts zu finden ist und es viel eher vorkommen kann dass jemand einen bleistift bei sich hat diese berechnung war richtig denn er erwiderte meine ironische bemerkung mit der unbedachten aber zuversichtlichen behauptung natürlich weiß ich das denn so etwas vergisst man nicht die papiere sind mit bleistift geschrieben sollte das kein irrtum sein fragte ich der sicherheit wegen noch einmal ich irre mich nicht es ist bleistift und nicht tinte gut wer von den anwesenden kriegern hat sprechende papiere der bleichgesichter gesehen so daß er tinte von blei unterscheiden kann es gab einige die sich getrauten diese unterscheidung treffen zu können übrigens waren gates clay und sammer da darum forderte ich peter auf der junge häuptling der kiowas mag die papiere aus meiner tasche nehmen und sie prüfen lassen sie aber santa ja nicht zeigen er tat dies und ich sorgte dabei dafür dass die drei weißen die zeilen zwar zu sehen doch nicht zu lesen bekamen sie erklärten dass sie mit tinte geschrieben seien und tangua und peter stimmten obgleich sie nicht viel davon verstanden dieser meinung bei ihr dummköpfe fuhr santa gates an hätte ich mich doch niemals mit euch abgegeben ihr wisst ja nicht einmal was tinte und was bleistift ist na so dumm wie jeder sagt sind wir doch noch nicht entgegnete gates es war tinte und wird tinte bleiben ja und ihr steckt drinnen dieser tinte und werdet nicht so leicht herauskommen ihm zu sagen daß sie hätten lügen sollen das wagte er freilich nicht nun wendete sich peter indem er die zettel wieder in die lederumschläge steckte an seinen vater old shatterhand hat seinen gegner überwunden mein vater wird jetzt wissen ob santa ein recht auf diese papiere besitzt sie waren nicht sein sondern sie gehörten old shatterhand antwortete der alte also sind sie nun mein eigentum denn old shatterhand ist mein gefangener da sich diese zwei männer um sie streiten müssen sie sehr wichtig sein ich werde sie gut aufbewahren in meiner medizin er steckte sie ein das war mir höchst fatal und doch auch wieder lieb fatal weil die papiere in meinem interesse doch am besten bei mir selbst aufgehoben waren wie sollte ich zu ihnen kommen im falle mir die flucht gelang und doch auch lieb denn ich traute santa nicht im falle ich sie hätte behalten dürfen wäre er sehr wahrscheinlich auf den gedanken gekommen sie mir zu nehmen wenn nicht während des schlafes dann mit anwendung von gewalt ich war ja gefesselt und konnte mich nicht nachhaltig genug wehren da war es doch vielleicht besser wenn die blätter sich im besitze des jungen häuptlings befanden an dem er sich nicht vergreifen durfte er sagte zu diesem und zwar in einem tone als ob er nun nichts mehr von ihnen wissen wolle und gänzlich auf sie verzichte ja behalte sie sie werden dir nichts nützen denn du kannst sie ja doch nicht lesen ich hätte sie zwar gern gehabt denn sie sind mir wirklich wichtig kann sie aber doch entbehren weil ich ihren inhalt vollständig kenne kommt mischurs wir haben hier nichts mehr zu suchen und wollen sehen ob wir ein unterkommen finden er entfernte sich mit gates clay und summer und es fiel niemandem ein sie zurückzuhalten das mit den papieren war entschieden und ich erwartete daß man sich nun meiner person beschäftigen werde es kam auch so doch vorher fragte der alte seinen sohn old shatterhand hatte die sprechenden zettel noch bei sich habt ihr ihm die taschen denn nicht leer gemacht nein antwortete peter er ist ein großer krieger wir werden ihn zwar töten aber seinen namen und seine tapferkeit nicht dadurch krinken dass wir ihm in die taschen greifen wir haben seine waffen das ist genug alles andere wird er mir doch hinterlassen wenn er gestorben ist ich erwartete daß der alte nicht damit einverstanden sei irrte mich da aber denn er warf einen stolzen wohlgefälligen ja fast liebevollen blick auf seinen sohn und sagte peter der junge häuptling der kiowas ist ein edler krieger er schont selbst seine ärgsten feinde er tötet sie zwar aber er beschimpft und ernährt sie nicht sein name wird noch größer und berühmter werden als derjenige von winnetou dem hunde der apachen zum lohne dafür will ich ihm erlauben sein messer in das herzort shatterhands zu senken wenn dieser so gemartet ist dass ihm das leben fliehen will peter soll den ruhm haben von sich sagen zu können dass das größte gefährlichste und berühmteste der bleichgesichter von seiner hand gestorben ist jetzt hole man die alten herbei wir wollen beraten wann und wie dieser bissige weiße hund sein leben herzugeben hat er mag inzwischen an dem baume des todes hängen was das für ein baum war das sollte ich sogleich sehen und erfahren ich wurde zu einer unten vielleicht zwei fuß starken kiefer geschafft um welche rund um fehle je zu vieren eingerahmt waren deren zweck ich erst am abend kennen lernte diese kiefer hieß der baum des todes weil an ihr diejenigen gefangenen angebunden wurden welche dem matertode geweiht waren an dem untersten aste hingen die dazu nötigen riemen bereit ich wurde in der weise an den stamm befestigt wie einst winnetou und sein vater an ihren bäumen gehangen hatten als sie in unserer hände und in diejenigen der kiowas geraten waren fußnote siehe band 1 seite 218 ende der fußnote zwei bewaffnete krieger setzten sich als wächter rechts und links von mir nieder vor dem zelte des häuptlings bildete sich tangua gegenüber ein halbkreis der ältesten um über mein schicksal oder vielmehr da dasselbe schon beschlossen war über die art und weise meines todes zu beraten ehe damit begonnen wurde kam peter zu mir und untersuchte die riemen sie waren fürchterlich straff angezogen er lockerte sie ein wenig und sagte zu den wächtern ihr sollt streng auf ihn acht geben aber ihn nicht quälen er ist ein großer häuptling der weißen jäger und hat niemals einem roten krieger unnötige schmerzen bereitet dann entfernte er sich wieder um an der beratung teilzunehmen ich stand aufrecht an den baum gebunden mit dem rücken an demselben und sah die menge der frauen mädchen und kinder welche herbeikamen um mich zu betrachten die krieger hielten sich fern ja selbst die knaben die kleinen ausgenommen waren schon zu stolz um mich mit ihrer neugierde zu belästigen hass las ich in keinem einzigen gesichte sondern nur eine mit achtung gepaarte neugierde sie wollten den weißen jäger sehen von dem sie so viel gehört hatten und dessen tod ihnen ein schauspiel bilden sollte wie es so grausam und aufregend vielleicht noch nicht dagewesen war unter ihnen fiel mir eine junge indianerin auf welche noch nicht squat zu sein schien sie ging als sie mein auge auf sich gerichtet sah abseits blieb dort abgesondert von den anderen stehen und sah nur noch verstohlen zu mir herüber als ob sie sich schäme bei den gewöhnlichen gaffern gestanden zu haben sie war nicht gerade schön aber doch auch keineswegs hässlich ich hätte sie lieblich nennen mögen ihre weichen gesichtszüge gewannen durch den milden ernsten und offenen blick ihres großen auges an interesse dieses auge erinnerte mich lebhaft an nincho chi wenn sie auch sonst keine ähnlichkeit mit der schwester des apachen hatte einer augenblicklichen regung folgend nickte ich ihr freundlich zu da errötete sie bis unter die haarwurzeln wendete sich ab und entfernte sich nach kurzer zeit blieb sie einen augenblick lang stehen um sich noch einmal nach mir umzusehen dann verschwand sie im eingange eines der größeren und besseren zelte wer war die junge tochter der kiowas welche dort allein stand und jetzt fortgegangen ist fragte ich meine wächter es war ihnen nicht untersagt worden mit mir zu sprechen und so antwortete der eine das war kaku oto die tochter von sus homosha der sich schon als knabe die auszeichnung errungen hat eine feder im haar zu tragen gefällt sie dir ja antwortete ich obgleich diese frage in meiner lage und von einem roten ziemlich sonderbar klang die squaw unseres jungen häuptlings ist ihre schwester fügte er hinzu pieders squaw ja so ist sie also mit peter verwandt ja du siehst ihren vater mit der einen großen feder im shop für dort bei der beratung sitzen damit war das kurze gespräch beendet es sollte aber folgen haben die ich ganz und gar nicht beabsichtigt hatte die beratung währte lange wohl über zwei stunden dann wurde ich geholt um mein schicksal zu vernehmen ich hatte lange reden über die verbrechen der weißen überhaupt dann über meine eigenen anzuhören tangua brachte einen nicht enden wollenden bericht über unsere damalige gegnerschaft welche mit der lähmung seiner beiden beine endete es blieb natürlich auch nicht unerwähnt dass ich dann später sam hawkins befreit und mich an peter vergriffen hatte kurz ich bekam ein sündenregister zu hören gegen welches keine gnade oder schonung aufkommen konnte aber noch viel länger war dann das verzeichnis der qualen die man erwarteten ich glaube nicht dass unter allen weißen welche jemals von den indianern zu tode gemarktet worden sind sich einer befunden hat der eines so fürchterlichen und langsamen todes gestorben ist wie mir in aussicht stand ich konnte außerordentlich stolz auf diese große auswahl sein denn sie war der sicherste maßstab der achtung in welcher ich bei diesen liebenswürdigen leuten stand das einzig tröstliche dabei war dass man mir eine gnadenfrist stellte was seinen gründen dem umstande hatte dass eine abteilung der kiowas sich nicht daheim befand sie sollte nicht um den hochgenuss kommen und shatterhand sterben zu sehen und darum musste ihre rückkehr abgewartet werden ich verhielt mich bei der verkündigung dieses urteilspruchs natürlich so wie sich ein mann der den tod nicht fürchtet verhalten muss sagte aber das was ich zu sagen hatte so kurz wie möglich und hütete mich sehr eine äußerung zu tun durch welche meine roten richter sich beleidigt fühlen konnten das war dem in solchen fällen gewöhnlichen verhalten ganz entgegengesetzt da es für ein zeichen des mutes gehalten wird wenn der verurteilte seine peinliche auf alle mögliche weise zu erbittern trachtet ich unterließ das wegen peter der sich so edelmütig gegen mich benahm und auch wegen des verhaltens der kiowas überhaupt ich hatte bei ihnen eine ganz andere aufnahme gefunden als nach ihrem charakter und der zwischen ihnen und den apatischen herrschenden feindschaft zu erwarten gewesen war daß die ruhe welche ich zeigte mir für feigheit ausgelegt werden könne das hätte wohl ein anderer zu befürchten gehabt ich aber nicht als ich zurückgefuhlt wurde um wieder an den baum des todes gebunden zu werden kam ich an dem zelte vorüber welches dem alten eine feder gehörte seine tochter stand unter dem eingange mir gar nichts dabei denken blieb ich stehen und fragte sie meine junge rote schwester freut sich wohl auch sehr darüber dass der böse old shatterhand ergriffen worden ist sie errötete wie vorhin als ich ihr zunickte zögerte einen augenblick und antwortete dann old shatterhand ist nicht böse woher weißt du das alle wissen es warum wollt ihr mich denn da töten du hast tangua gelähmt und bist kein bleichgesicht mehr sondern ein apache ich bin ein bleichgesicht und werde es stets bleiben nein den inshu chune hat dich damals unter die apachen aufgenommen und dich sogar zu einem ihrer hauptlinge gemacht hast du nicht winnetous blut und er das deinige getrunken das haben wir allerdings getan aber es hat nie ein kiowa durch mich ein leid einlitten außer wenn er mich selbst dazu zwang das mag dunkles haar ja nicht vergessen wie old shatterhand kennt meinen namen ich habe mich nach ihm erkundigt denn ich sah dass du die tochter eines großen und vornehmen kriegers bist mögest du noch so viele schöne sonnen erleben wie mir nur noch stunden übrig bleiben ich ging meine wächter hatten nichts dagegen gehabt dass ich mit ihr sprach ein anderer gefangener wäre nicht mit solcher rücksicht behandelt worden das war nicht bloß eine folge von pidas charakter und gesinnung sondern sicher auch des umstandes dass sein vater ein anderer geworden war und diese veränderung hatte ihren grund nicht in dem alter welches entweder milder stimmt oder die tatkraft raubt sondern die gesinnung des sohnes hatte ihren einfluss auf den vater nicht verfehlt ein edeles reis gibt dem alten stamme neuen wert und bessere säfte als ich wieder angebunden war blieben mir nicht nur die krieger sondern auch die weiber und die kinder fern es schien ein darauf bezüglicher befehl erteilt worden zu sein und das war mir lieb denn es ist nicht angenehm als seltenes schaustück an einem baume zu hängen und angestaunt zu werden wenn es auch nur von kindern ist später sah ich dunkles haar aus ihrem zelte treten sie hatte ein flaches tönernes gefäß in der hand und kam damit zu mir mein vater hat mir erlaubt dir zu essen zu geben willst du es nehmen fragte sie gern antwortete ich nur kann ich mich meiner hände nicht bedienen weil sie gefesselt sind du brauchst nicht losgebunden zu werden ich will deine dienerin sein das was sie gebracht hatte war gebratenes und in stücke zerschnittenes büffelfleisch sie hatte ein messer in der hand mit welchem sie die stücke aufspießte und mir in den mund schob oh chatterhand von einer jungen indianerin wie ein kind gefuttert ich hätte trotz meiner keineswegs beneidenswerten lage darüber lachen können zu schämen brauchte ich mich nicht denn die welche sich mir so hilfreich erwies war keine zimperliche weiße lady oder signorina sondern eine kiowa indianerin welcher solche situationen nicht mehr fremd waren die beiden wächter sahen sehr ernsthaft zu doch schien es mir als ob sie nur mit anstrengung ein lächeln unterdrückten als ich den letzten bissen erhalten hatte hielt es der eine von ihnen an der zeit das gute mädchen dadurch zu belohnen dass er aus der schule schwatzte oh chatterhand hat gesagt dass dunkles haar ihm sehr gefällt sie sah mich prüfend an ich glaube dass ich fast ebenso rot geworden bin wie sie es war dann wendete sie sich um zu gehen aber sie hatte nur wenige schritte gemacht da drehte sie sich wieder zu mir um und fragte hat dieser krieger jetzt die wahrheit gesprochen er fragte mich ob du mir gefällst und ich habe ja gesagt antwortete ich der wahrheit gemäß sie ging und ich erteilte dem plauderer einen verweis der aber gar keinen eindruck auf ihn machte am späten nachmittag sah ich gates welcher zwischen den zelten umherschlenderte darf ich einmal mit diesem gleichgesicht sprechen fragte ich meine aufseher ja lautete der mir günstige bescheid doch dürft ihr nicht etwa von der flucht reden was das betrifft so braucht mein roter bruder keine sorge zu haben ich rief gates zu mir und er kam langsam und zögernd herbei wie einer der nicht recht weiß ob er es tun darf oder nicht nur immer heran forderte ich ihn auf oder ist euch verboten worden mit mir zu sprechen mr santer sieht es nicht gern gestand er hat er das gesagt ja das glaube ich er befürchtet dass ich euch ein helles licht anbrenne über ihn ihr denkt noch immer falsch von ihm mr shatterhand ich nicht sondern ihr er ist ein gentleman das könnt ihr nicht beweisen während ich euch das gegenteil mit höchst schlagenden gründen zu belegen vermag ich mag sie nicht hören ihr seid ihm einmal feindlich gesinnt allerdings und zwar so feindlich dass er alle veranlassung hat sich vor mir in acht zu nehmen vor euch sir nehmt es mir nicht übel wenn ich euch das sage aber vor euch braucht sich niemand mehr in acht zu nehmen weil ich hier sterben soll ja zwischen sollen und werden ist ein großer unterschied ich habe schon oft sterben sollen bin aber noch nicht getötet worden könnt ihr denn wirklich glauben dass old shatterhand ein so schlechter kerl ist wie santer sagt ich glaube da alles oder auch nichts ihr seid feinde wer da recht hat ob er oder ihr das geht mich nichts an so solltet ihr mich wenigstens nicht täuschen oder belügen wann habe ich das getan in den mugwort hills als ihr wieviel schwieget das die kiowas da waren wäret ihr ehrlich gewesen so stände ich jetzt nicht als gefangener hier seid ihr etwa aufrichtiger gewesen habe ich euch geträuscht oder gar betrogen ja wann und wie ihr nanntet euch jones das nennt ihr einen betrug mr gates natürlich betrug ist die widerrechtliche aneignung eines vorteils über einen anderen von so etwas ist aber bei mir keine rede gewesen dass ich meinen namen verschwieg und einen anderen nannte möchte ich nicht einmal list nennen sondern es war die einfachste notwendigkeit santer ist ein vielfacher mörder ein großartiger betrüger ein ganz außerordentlich gefährlicher mensch er trachtet auch mir nach dem leben ihr waret seine gefährten dürfte ich euch da sagen wer ich bin und dass ich nach den mugwort hills wollte brummte er nehmt es mir nicht übel mr gates aber wenn ihr dann noch im zweifel seid ob ich recht habe oder nicht so kann ich euch nicht begreifen ihr hättet uns trotz alledem die wahrheit sagen sollen das wart ihr uns schuldig ich war euch gar nichts schuldig verstanden ihr seid unerfahrene leute ja das seid ihr wenigstens so einem westmann gegenüber wie ich bin da mußte ich zurückhaltend sein und dazu hatte euch santer engagiert den ihr mit eurem lobe bis zum himmel erhobt da mußte ich meinen namen verschweigen hättet ihr ihn uns genannt so hätten wir euch doch wohl glauben geschenkt nein doch nein das kann ich euch beweisen womit denn glaubt ihr mir etwa jetzt wo ihr nun doch wisst dass ich old shatterhand bin daran seid ihr nur selber schuld weil ihr uns belogen und hintergangen habt ausrede ihr wisst jetzt wer ich bin und weshalb ich meinen namen verschweigen mußte und habt was die hauptsache ist gesehen und erfahren wie santer gegen mich handelt er will euch ja gar nichts tun wer hat das gesagt er selbst wann vorhin erst wieder damit will er euch täuschen er brennt förmlich darauf mich um das leben zu bringen nein er sagt keine lüge seht ihr daß ihr selbst jetzt noch zu ihm haltet mir aber misstraut da wäre es erst recht vergeblich gewesen wenn ich mich an den magbornhils euch offenbart hätte ich habe mir dort ja alle mühe gegeben euch zu beweisen daß er es unredlich meint das glaubt ihr selbst jetzt noch nicht wo es für euch doch pflicht und herzenssache sein sollte es nicht mit ihm zu halten sondern mir beizustehen mir dem gefangenen der elend hingemordet werden soll er sagte vorhin daß er euch retten will lüge nichts als lüge ich sehe ihr seid nicht zu überzeugen er hat euch umgarnt und ihr müßt durch schaden klug werden von schaden ist keine rede gegen euch mag er anders gewesen sein weil ihr ihn verfolgt und nach dem leben getrachtet habt mit uns aber meint er es ehrlich so hofft ihr noch immer auf das gold ja es gibt keins in den magbornhils so liegt es woanders wo denn das wissen wir nicht werden es aber erfahren von wem santa will es entdecken auf welche weise hat er euch das gesagt nein da habt ihr es ja wieder dass er nicht ehrlich und aufrichtig gegen euch ist er kann uns doch nicht etwas sagen was er selbst noch gar nicht weiß er weiß es er weiß es sogar ganz genau nämlich auf welche weise er den ort entdecken kann an dem sich die nuggets jetzt befinden wenn ihr das sagt müsst ihr es doch auch wissen allerdings so sagt es mir das geht nicht ah seht ihr dass ihr selbst nicht ehrlich seid und da sollen wir es mit euch halten ich würde aufrichtig mit euch sein wenn ich euch trauen dürfte ihr könnt mir keine vorwürfe machen denn ihr selbst zwingt mich verschwiegen zu sein wo habt ihr hier denn euer unterkommen gefunden wir wohnen zusammen in einem zelte welches santa für uns ausgewählt hat und er selbst wohnt auch bei euch ja wo liegt dieses zelt neben dem welches pida gehört sonderbar und das hat er sich selbst ausgesucht ja tangua erlaubte ihm da zu wohnen wo er wollte und da hat er sich grad neben pida einlogiert der ihm kein solches wohlwolle wie sein vater entgegen bringt nehmt euch in acht es kann leicht vorkommen dass santa plötzlich verschwunden ist und euch hier sitzen lässt dann steht zu erwarten dass in den gesinnungen der roten für euch plötzlich eine änderung eintritt welche jetzt dulden sie euch dann aber betrachten sie euch als feinde ob es dann in meiner macht steht euch zu helfen das muss ich bezweifeln ihr uns helfen stotterte er erstaunt mr shatterhand ihr sprecht ja grad so als ob ihr euch auf freiem fuße befindet und ein freund der kiowas wäret ich habe meine gründe dazu denn donner unterbrach er mich jetzt sieht ihr dass ich da bei euch stehe santa trat nämlich grad jetzt zwischen den zelten hervor er blickte ihn und kam rasch herbei ihr scheint schreckliche angst vor diesem kerl zu haben die mir doch ein so großes vertrauen schenkt sagte ich in ironischem tone angst nicht aber er will es nun einmal nicht haben daß wir zu euch gehen so lauft fort und bittet ihn um verzeihung und um gnade mr gates was habt ihr hier zu suchen gates rief santa schon von weitem wer hat euch gesagt daß ihr euch mit diesen menschen unterhalten sollt ich kam nur zufällig vorüber und da redete er mich an antwortete der angedonnerte hier kann es keinen zufall geben packt euch fort ihr kommt mit mir aber mr santa ich bin doch kein kind und ihr schweigt und geht mit mir vorwärts er ergriff ihn beim arme und zog ihn mit sich fort was musste er diesen drei unerfahrenen männern alles vorgelogen haben dass sie es so mit ihm hielten und sich dazu eine solche behandlung von ihm gefallen ließen abschnitt 28 aus winnetou 3 von karl may diese librivox aufnahme ist lizenzfrei in öffentlichem besitz achtes kapitel das testament des apachen teil fünf selbstverständlich waren mir wächter gegeben worden welche leidlich englisch verstanden sie hatten also gehört was wir verhandelt hatten und da bekam ich wieder einen beweis dafür dass mein ansehen bei ihnen ein ganz anderes war als dasjenige von santa denn der eine von ihnen welcher mir immer geantwortet hatte während der andere sich schweigsam verhielt machte als santa mit gates fort ging die bemerkung das sind schafe die einem wolf folgen er wird sie auffressen sobald er hunger bekommt warum glauben sie nicht der warnung old shatterhands der es doch gut mit ihnen meint kurze zeit darauf kam peter um zwar meine fesseln zu untersuchen aber auch sich zu gleicher zeit zu überzeugen dass ich mich nicht zu beklagen hatte er deutete auf die erwähnten pfehle welche je zu vieren in die erde gerammt waren und sagte old shatterhands wird vom langen stehen ermüdet sein er soll in der nacht hier zwischen den pfehlen liegen wünscht er vielleicht schon jetzt sich niederzulegen nein antwortete ich ich kann es noch aushalten so mag es nach dem abendessen geschehen hat der weiße jäger noch einen wunsch ja eine bitte sage sie mir wenn ich kann werde ich sie gern erfüllen ich möchte dich vor santa warnen vor diesem der ist gegen peter den sohn des häuptlings tangur ein ungeziefer sehr richtig aber auch das ungeziefer hat man zu beachten wenn es sich einnisten will ich habe gehört dass er jetzt neben dir wohnt ja das zelt stand leer so nimm dich in acht daß er nicht in das deinige kommt er scheint die absicht dazu zu haben ich werfe ihn hinaus das kannst du tun wenn er offen kommt wie aber wenn er sich heimlich herbeischleicht ohne daß du es bemerkst ich würde es bemerken auch wenn du nicht im zelt wärst so würde sich meine squaw an demselben befinden und ihn fortjagen er trachtet nach dem sprechenden papiere welches du genommen hast er wird es nicht bekommen ja geben wirst du es ihm wohl nicht aber kannst du es verhüten daß er es dir stiehlt selbst wenn es ihm gelänge heimlich in das zelt zu gelangen so würde er es nicht finden denn es ist außerordentlich gut verwahrt ich hoffe das würdest du mir vielleicht erlauben es noch einmal anzusehen du hast es doch schon gesehen und gelesen nicht ganz so sollst du es ganz sehen doch nicht jetzt denn es wird dunkel morgen früh wenn es hell geworden ist werde ich es bringen ich danke dir und noch eins er trachtet nicht nur nach dem sprechenden papiere sondern auch nach meinen gewähren sie sind berühmt und er möchte sie sehr gern haben in wessen händen befinden sie sich jetzt in den meinigen so verwahre sie gut sie sind vortrefflich aufgehoben selbst wenn es ihm gelänge am hellen tage mein zelt zu betreten würde er sie nicht sehen ich habe sie in zwei decken geschlagen unter mein lager gelegt damit sie ja nicht feucht werden sie gehören von jetzt an mir ich werde in dem ruhme einen henrichstutzen zu besitzen dein nachfolger sein und da wird old shatterhand mir eine bitte gewähren wenn ich kann sehr gern ich habe die gewehre genau betrachtet mit dem bärentöter kann ich schießen aber mit dem stutzen nicht würdest du mir vor deinem tode wohl zeigen wie man es zu machen hat um ihn zu laden und mit ihm zu schießen ja ich danke dir du hättest es nicht notwendig mir dieses geheimnis mitzuteilen wenn du es mir nicht sagtest so wäre mir der stutzen nutzlos da du es aber tust werde ich dafür sorgen daß du bis dahin wo deine martern beginnen alles bekommst was dein herd begehrt er ging ohne zu wissen was für eine hoffnung er in mir erweckt hatte offen gestanden hatte ich geglaubt aus der anwesenheit von gates clay und summer einen nutzen ziehen zu können selbst wenn sie auch nicht gerade freunde von mir sein wollten hatten sie als weiße doch die pflicht sich meiner möglichst anzunehmen wenn sie das wollten und taten so mußte sich irgendeine gelegenheit finden mir zum loskommen vom baume des todes zu verhelfen hatte ich nur erst die fesseln von den händen dann konnte mich gewiß niemand halten leider aber musste ich diesen gedanken aufgeben das verhalten von gates hatte mir bewiesen dass ich auf ihn und seine beiden gefährten nicht rechnen durfte ich war also auf mich ganz allein angewiesen aber auch da fiel es mir nicht ein zu verzagen es musste musste und musste sich ein weg finden dem martertode zu entgehen nur ein allereinziges mal die hand frei und ein messer in derselben das war doch nicht unmöglich ja nicht einmal schwer übrigens hatte ich zwar den gedanken noch nicht gehabt aber er kam mir jetzt nämlich der gedanke an dunkles haar sie schien teilnahme für mich zu hegen und ich wußte ja sehr wohl wie vielen weißen es gelungen ist eine solche teilnahme zur flucht auszunutzen mochte kommen was da wollte fort musste ich fort fort und wenn ich noch im letzten augenblicke ehe man mich an den mattabfallband zum verzweifelten mittel greifen sollte und da kam peter und bat mich ihm den gebrauch meines stützens zu erklären etwas besseres konnte ich mir doch gar nicht wünschen sollte ich ihm zeigen wie das gewehr zu laden überhaupt zu behandeln war so mußte er mir die hände freigeben ein griff in seinen gürteln nach dem messer und ein schnitt durch die riemen an meinen füßen so war ich nicht mehr gebunden und hatte meine stutzen mit den vielen schüssen freilich war das ein gewagtes unternehmen aber was konnte ich denn mehr wagen als das leben welches ich im falle des misslingens doch auch verlieren musste besser wäre es allerdings gewesen wenn sich eine gelegenheit geboten hätte durch list zu entkommen ohne mich den kugeln und überhaupt waffen der roten aussetzen zu müssen bis jetzt gab es noch keinen darauf bezüglichen gedanken vielleicht fand sich später einer ich hatte ja noch zeit also während der nacht sollte ich mich legen es waren rund um den baum sechzehn pfähle eingeschlagen je vier nach jeder der vier seiten sie reichten also für vier gefangene und aus ihrer anordnung ersah ich in welcher weise man daran befestigt wurde wenn man sich zwischen sie hineingelegt hatte wurden die hände und die füße je an einem pfahl gebunden dann lag man so dass die arme und beine weit auseinander gespreizt waren gewiss eine sehr unbequeme lage welche den schlafe wohl kaum aufkommen ließ aber den indianern die sicherheit bot dass der gefangene selbst wenn er nicht bewacht wurde nicht loskommen konnte während ich diese innerlichen und äußerlichen betrachtungen anstellte war es dunkel geworden und vor den zelten begannen die feuer zu leuchten an denen die squaws das abendessen bereiteten dunkles haar war es wieder welche mir das meinige und wasser dazu brachte sie mußte ihren vater bewegt haben sich die erlaubnis dazu von tangua geben zu lassen dieses mal sprachen wir nicht miteinander nur als sie ging bedankte ich mich hierauf verließen mich meine bisherigen wächter welche von zwei anderen abgelöst wurden die sich nicht unfreundlicher zu mir stellten als die vorigen ich fragte sie wann ich mich niederlegen müßte und sie sagten daß peter kommen würde um dabei zu sein zunächst aber kam statt des jungen häuptlings ein anderer würdevollen langsamen schrittes herbei eine feder der vater von meiner pflegerin er blieb vor mir stehen betrachtete mich wohl eine ganze minute lang schweigend und befahl dann den wächtern meine brüder mögen sich entfernen bis ich sie rufe ich habe mit diesem bleichgesichte zu reden sie gehorchten ihm sofort er mußte also in hohem ansehen stehen obgleich er kein häuptling war als sie fort waren setzte er sich vor mich hin und es verging wieder eine weile ehe er in feierlichem tone anhub die bleichgesichte wohnten jenseits des großen wassers sie hatten land genug aber dennoch kamen sie über das wasser herüber um uns unsere berge täler und ebenen zu rauben hierauf schwieg er seine worte bildeten nach indianischer art eine einleitung aus der ich schloss daß er etwas wichtiges mit mir zu verhandeln hatte was konnte das sein fast ahnte ich es er erwartete wohl eine antwort von mir ich schwieg und so fuhr er nach einer pause fort sie wurden von den roten männern gastfreundlich aufgenommen vergalten aber diese gastfreundschaft mit diebstahl raub und mord wieder eine pause noch heute sind sie nur darauf bedacht uns zu übervorteilen und immer weiter zurückzudrängen und wenn ihnen das nicht mit list gelingt so brauchen sie gewalt abermals pause wenn ein roter mann einen weißen sieht so kann er gewiss sein einen todfeind vor sich zu haben oder gibt es etwa unter den gleichgesichtern welche die nicht unsere feinde sind ich merkte wohl auf was oder wen er mit dieser einleitung lossteuerte nämlich auf meine person auf mich selbst als ich auch jetzt noch zögerte eine bemerkung zu machen sprach er die direkte frage aus will old shatterhand mir nicht antworten haben die weißen nicht also an uns gehandelt ja eine feder hat recht gab ich zu sind sie nicht unsere feinde sie sind es sollte es unter ihnen welche geben die nicht so feindlich gesinnt sind wie die anderen es gibt welche old shatterhand mag mir einen nennen ich könnte dir mehrere ja viele namen sagen will aber darauf verzichten denn wenn du die augen öffnest so siehst du einen von ihnen vor dir stehen ich sehe nur old shatterhand den meine ich so nennst du dich also einen weißen der nicht so feindlich gegen uns handelt wie die anderen nein nicht fragte er gedehnt und erstaunt denn mein nein machte ihm und seine ganzen konzepte irre mein roter bruder hat worte gebraucht die nicht das richtige bezeichnen welche worte dass ich nicht so feindlich handele wie die anderen weißen ich handele überhaupt nicht feindlich gegen die roten männer hast du nicht welche getötet oder verletzt ja aber nur dann wenn sie mich dazu zwangen ich bin nicht etwa wie deine worte sagten nicht ganz sondern nur ein wenig feind der indianer ich bin auch nicht weder feind noch freund von euch sondern ich bin geradezu ein freund ein aufrichtiger freund der roten männer das habe ich sehr oft bewiesen wo ich nur immer konnte habe ich den roten männern gegen die weißen beigestanden und sie gegen die übergriffe der bleichgesichter verteidigt wenn du gerecht sein willst musst du das zugeben ich bin gerecht denke an winnetou wir sind wie freunde und wir sind wie brüder gegeneinander gewesen war winnetou nicht ein roter mann er war es obgleich ein feind von uns er war nicht euer feind sondern ihr habt ihn euch zum feinde gemacht wie er seine apachen liebte so liebte er alle indianer er trachtete danach mit allen in frieden zu leben sie aber zogen es vor sich untereinander zu zerfleischen und aufzureiben das war sein kummer sein gram der ihn niemals verlassen hat und wie er fühlte und dachte so habe ich auch gefühlt und gedacht alle unseren handlungen und unsere taten sind der liebe und der teilnahme entflossen die wir für die rote nation hegten ich hatte ebenso langsam und feierlich gesprochen wie er als ich nun schwieg senkte er den kopf und saß so mehrere minuten lang dann hob er ihn wieder auf und sagte old shatterhand hat die wahrheit gesprochen eine feder ist gerecht und gibt das gute selbst an seinen feinden zu wären alle roten männer so wie winnetou war und folgten alle bleichgesichter dem beispiele welches old shatterhand ihnen gibt so würden die roten und die weißen völker wie brüder nebeneinander leben sich lieben und einander helfen und die erde hätte raum für alle ihre söhne und ihre töchter aber es ist gefährlich ein beispiel zu geben dem niemand folgen mag winnetou ist gestorben indem ihn die kugel eines feindes traf und old shatterhand geht dem markt der tode entgegen jetzt hatte er das gespräch auf dem punkte auf den er es hatte bringen wollen ich hielt es für geraten ihm nicht entgegen zu kommen darum schwieg ich er fuhr also fort old shatterhand ist ein held er wird viele und große qualen erdulden müssen wird er seinen peinigern die freude machen ihn schwach zu sehen nein wenn ich einmal sterben muss so werde ich als ein mann in den tod gehen den man am grab der ehren errichtet wenn du sterben musst hältst du deinen tod für zweifelhaft ja du bist sehr aufrichtig soll ich dich belügen nein aber diese wahrheit zu sagen das ist außerordentlich kühn von dir old shatterhand ist niemals feig gewesen so hoffst du wohl auf flucht ja diese offenheit war ihm noch viel erstaunlicher als die vorige uff uff schließt er hervor indem er beide hände erhob du bist bis jetzt sehr nachsichtig behandelt worden man wird dir größere stränge zeigen müssen ich fürchte keine stränge sie erschreckt mich nicht ich bin viel mehr stolz darauf dir die wahrheit nicht verschwiegen zu haben dies hätte kein anderer getan old shatterhand hat recht nur er kann die kühnheit besitzen so ehrlich zu sagen dass er die flucht ergreifen will es ist das nicht nur kühn sondern verwegen nein ein verwegener handelt entweder nicht mit klarer einsicht oder aus dem grunde dass er nichts mehr zu verlieren hat meine aufrichtigkeit aber hat einen guten grund und einen ganz besonderen zweck welchen ich kann ihn dir nicht sagen sondern du musst ihn dir denken was ich ihm nicht sagen durfte war das er kam jedenfalls um mich dadurch zu retten dass er mir seine tochter zur frau anbot wenn ich darauf einging so wurde ich nicht getötet sondern erhielt meine freiheit wieder nebst einer jungen frau dazu musste aber kiowa werden darauf konnte ich natürlich nicht eingehen ich war also gezwungen eine feder mit seinem antrage zurückzuweisen was ihn nicht nur außerordentlich kränkten sondern mit rachedurst erfüllen musste um dem vorzubeugen sagte ich ihm so aufrichtig dass ich meinen tod nicht für so sicher hielt wie er das sollte heißen biete mir deine tochter nicht an denn ich rette mich auch ohne dass ich der mann einer indianerin werde wenn er diesen wink verstand entging er der erkränkung und ich seinem hasse und seiner rache er sah auch wirklich nach kam aber leider nicht auf den richtigen gedanken denn er sagte in einem nach seiner art pfiffig überlegenen tone will uns nur sorge um ihn bereiten obwohl er weiß daß er nicht entkommen kann er hält es unter seiner würde einzugestehen daß er verloren ist aber eine feder läßt sich nicht dadurch irre machen du weißt genau daß du verloren wirst ich weiß genau daß ich entfliehen werde du wirst zu tode gemartert ich werde entkommen flucht ist unmöglich denn wenn ich sie für möglich hielte so würde ich mich selbst hersetzen um dich zu bewachen entkommen wirst du also nicht aber daß du dem tode entgehst dazu ist allerdings eine möglichkeit vorhanden welche fragte ich da er nun einmal nicht davon abzubringen war mit meiner hilfe ich bedarf keiner hilfe du bist doch noch viel stolzer als ich dachte wer weist eine hilfe zurück mit welcher er sein leben retten kann der welcher diese hilfe nicht braucht weil er es versteht sich selbst zu retten du bleibst bei deinem stolze der liebe untergeht als jemand dank schuldet aber ich fordere keinen dank ich will dich frei sehen du weißt daß dunkles haar bei dir gewesen ist ja sie ist meine tochter sie hat großes mitleid mit dir da muss old shatterhand ein sehr bedauerns und beklagensmärter mensch aber kein tapferer krieger sein mitleid ist ja eine beleidigung ich bediente mich mit absicht dieses barschen ausdruckes um ihm zum aufgeben seine absicht zu bringen aber auch dies gelang mir nicht er versicherte im milden tone beleidigen wollte ich dich nicht noch ehe sie dich sah hat sie von dir so viel gehört sie weiß daß old shatterhand der größte weiße krieger ist und möchte dich gern retten das zeigt dass dunkles haar ein gutes herz besitzt aber dass sie mich rettet ist geradezu eine unmöglichkeit es ist nicht unmöglich sondern sogar leicht du befindest dich im irrtume nein du kennst alle gebräuche der roten männer aber dieser scheint dir unbekannt zu sein du wirst auf denselben eingehen denn du hast zu dunkles haar gesagt dass sie dir gefällt das ist wieder eine täuschung ich habe dies nicht zu ihr gesagt sie gestand es mir aber doch und meine tochter hat mir doch keine unwahrheit gesagt so liegt eine verwechslung der personen vor sie brachte mir zu essen da fragte mich der wächter ob sie mir gefalle und ich sagte ja so ist es das ist ganz dasselbe sie hat dir gefallen weißt du dass derjenige zum stamme gehört oder in denselben aufgenommen werden kann der eine tochter desselben zu seiner squar macht ja auch wenn er vorher ein feind oder gar eine gefangene desselben gewesen ist ich weiß es und dass ihm dann seine schuld erlassen und sein leben geschenkt wird auch das ist mir bekannt uff so wirst du mich verstehen ja ich verstehe dich meine tochter gefällt dir und du gefällst ihr willst du sie zur squar nehmen nein es trat eine tiefe lange stille ein das hatte er nicht erwartet ich war ein kandidat des todes und sie eines der begehrenswertesten mädchen die tochter eines der angesehensten krieger des stammes und dennoch schlug ich sie aus war so etwas möglich endlich fragte er aber sehr kurz warum nicht konnte ich ihm meine eigentlichen gründe sagen dass ein gebildeter europäer nicht seine ganze existenz dadurch vernichten kann dass er ein rotes mädchen heiratet dass einem solchen manne die ehe mit einer indianerin nicht das bieten kann was sie bieten soll und muss dass old shatterhand nicht zu den weißen halunken gehört die eine rote squar nehmen nur um sie später zu verlassen die oft gar bei jedem anderen stammer eine andere frau haben diese und viele andere gründe welche nicht innerhalb seines horizontes lagen konnte ich sie ihm sagen nein ich musste einen grund bringen den er verstehen und begreifen konnte und darum antwortete ich mein roter bruder hat gesagt dass er old shatterhand für einen großen krieger halte dies scheint aber nicht wahr zu sein es ist wahr und doch soll ich mein leben aus der hand eines weibes nehmen würdest du das tun uff rief er aus dann war er still dieser grund schien ihm einzuleuchten wenigstens einigermaßen nach einiger zeit fragte er mich was denkt old shatterhand von eine feder dass er ein großer tapferer und erfahrener krieger ist auf den sich sein stamm im kampf und bei der beratung verlassen kann du würdest mein freund sein mögen sehr gern und was sagst du zu dunkles haar die meine jüngste tochter ist sie ist die liebste und beste blume unter den töchtern der kiowas ist sie eines mannes wert jeder krieger dem du erlaubst sie zur squad zu nehmen kann stolz darauf sein du weißt sie also nicht zurück weil du mich oder sie verachtest das sei fern von mir aber old shatterhand kann sein leben verteidigen kann sich dasselbe erkämpfen aber es aus der hand eines weibes nehmen das kann er nicht uff uff nickte er soll old shatterhand etwas tun worüber jeder der es am lagerfeuer erzählen hört die nase rümpft nein soll man von old shatterhand sagen er ist vor dem tode ausgerissen und einer hübschen jungen squaw in die arme gelaufen nein habe ich nicht die pflicht meinen ruf und meine ehre zu wahren selbst wenn ich deshalb mein leben auslöschen lassen muss ja so wirst du nun begreifen dass ich nein sagen muss aber ich danke dir und ich danke auch dunklem haar deiner schönen tochter ich wollte ich könnte euch in anderer weise als nur in worten dankbar sein uff 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 old shatterhand ist ein ganzer mann es ist zu beklagen dass er sterben muss was ich ihm vorschlug war das einzige mittel ihn zu retten aber ich sehe ein dass er als tapferer krieger es nicht annehmen kann wenn ich das meiner tochter sage wird auch sie ihm nicht zürnen ja sage ihr das es würde mir sehr leid tun wenn sie dächte dass ich dich nur ihretwegen zurückgewiesen hätte sie wird dich noch mehr lieben und ehren als bisher und wenn du am materpfahle stehst und alle anderen dabei sind um deine qualen zu sehen wird sie im tiefsten und dunkelsten winkel ihres zeltes sitzen und ihr angesicht verhüllen hauk nach diesem bekräftigungsworte stand er auf und entfernte sich ohne wieder davon zu sprechen dass er bei mir wache sitzen wolle die wächter nahmen als er fort war ihre plätze wieder ein gott sei dank das war glücklich überwunden das war eine klippe an welcher meine hoffnung auf rettung sehr leicht hätte schiffbruch leiden können denn wenn ich ihn mir zum feind gemacht und seine rachsucht herausgefordert hätte so wäre seine wachsamkeit mir unbedingt gefährlicher gewesen als alles andere bald darauf kam peter und ich mußte mich niederlegen mit weit auseinander gespreizten armen und beinen wurde ich an vier pfähle gebunden doch bekam ich eine zusammengerollte decke als kopfkissen und wurde mit einer zweiten zugedeckt kaum war peter fort so bekam ich einen anderen besuch einen besuch über den ich mich außerordentlich freute mein schwarzschimmel war es der in der nähe geweidet hatte ohne sich den andern pferden beizugesellen und nachdem er mich liebkosend beschnaubt hatte sich neben mir niederlegte die wächter hinderten ihn nicht daran das pferd konnte mich doch nicht losbinden und entführen diese treue des schimmels war jetzt für mich von großem werte wenn mir die flucht ja gelang so war dies wahrscheinlich in der nacht und wenn es mein pferd stets so machte wie heute so dass es des abends zu mir kam so brauchte ich mich nicht mit einem anderen minderwertigen zu begnügen oder mir die schwere und zeitraubende darum gefährliche arbeit zu machen es zu suchen es war so wie ich vermutet hatte ich konnte nicht schlafen die auseinandergezogenen arme und beine begannen zu schmerzen und schliefen dann ein wenn ich einmal einschlummerte so wachte ich sehr bald wieder auf und es war geradezu eine erlösung für mich als der morgen anbrach und ich wieder los und an den baum gebunden wurde wenn dies noch viele nächte so geschah so mußte ich trotz der guten körperlichen ernährung physisch herunterkommen aber sagen durfte ich nichts denn über schlaflosigkeit sich beklagen wie wäre o shatterhand da blamiert gewesen ich war neugierig wenn mir das frühstück bringen würde ob dunkles haar wo kaum denn ich hatte ihren vater zurückgewiesen aber sie kam doch sie sagte kein wort aber in ihren augen las ich dass sie nicht etwa über mich zornig sondern vielmehr traurig war als peter kam um nach mir zu sehen erfuhr ich dass er mit einem trupp seiner krieger auf die jagd reiten und erst am nachmittag wiederkommen werde ich sah sie kurz zeit darauf die prärie hinaussprengen einige stunden vergingen da sah ich santa unter den bäumen erscheinen er hatte sein gesatteltes pferd an der hand hatte sein gewehr übergeworfen und kam gerade auf mich zu er hielt von mir an und sagte ich will auch auf die jagd und halte es für meine schuldigkeit euch dies zu melden mr shatterhand wahrscheinlich treffe ich peter da draußen der euch so wohl gewogen ist und mich so wenig leiden kann er schien eine antwort zu erwarten aber ich tat so als ob ich ihn weder gehört noch gesehen hätte ihr seid wohl taub geworden he wieder keine antwort das tut mir leid nicht bloß um euch sondern auch meinetwegen er streichelte mir mit höhnischer zärtlichkeit den arm fort herr lunke fuhr ich ihn an reden könnt ihr aber hören nicht schade jammerschade wollte euch einiges fragen er sah mir freche das gesicht das seinige hatte dabei einen ganz eigentümlichen ich möchte sagen teuflisch triumphierenden ausdruck er hatte irgendetwas in petto das war gewiß ja wollte euch fragen wiederholte er würdet euch dafür interessieren wenn ihr es hörtet mr shatterhand er sah mich erwartungsvoll an ob ich etwas sagen würde als dies nicht geschah lachte er ha 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 gibt das ein bild der berühmte old shatterhand am todesbaume und der schurke sandte ein freier mann aber es kommt noch besser viel besser sir ist euch vielleicht ein wald bekannt hm ja so eine art fichtenwald oder in dillschitzschiel dieses wort elektrisierte mich es stand ja in winnetous testament ich fühlte daß meine augen ihn durchbohren wollten ach da guckte er mich an als ob er anstatt der augensäbel im kopfe hätte lachte er ja ja es soll solche wälde geben wie ich gehört habe schurkel wo hast du das her fragte ich daher wo ich auch den zeig schosch habe kennst du den vielleicht alle wetter ich werde warte 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 nur unterbrach er mich was ist denn das für ein sonderbares ding ein deckel toe oder wie es heißt ich möchte kerl rief nein schrie nein brüllte ich du hast die papiere die ich dem ja die habe ich fiel er mir mit höhnisch triumphierendem gelächter in die rede du hast peter bestohlen bestohlen unsinn blödsinn ich habe nur geholt was mir gehört nennt man das stehlen ich habe die papiere ich habe sie mit der ganzen emballage bei diesen worten klopfte er an seine brusttasche haltet ihn nehmt ihn fest schrie ich fast außer mir den wächtern zu mich halten lachte er indem er schnell in den sattel stieg versucht es doch laßt ihn nicht fort brüllte ich er hat peter bestohlen er darf nicht entkommen nicht die worte welche ich weiter sprechen wollte erstickten in der anstrengung die ich machte mich vom baume loszureißen santer ritt davon ritt im galopp davon und die wächter waren zwar aufgesprungen taten aber nichts als sie ihm mit verständnislosen augen nachstirrten winnetus testament der letzte wille meines bruders winnetu war gestohlen worden da draußen jagte der dieb schon über den offenen plan und kein mensch machte miene ihn zu verfolgen ich war außer mir und zog 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 mit aller gewalt an dem riemen der meine hände fest am baume hielt ich dachte nicht daran dass er geradezu unzerreißbar war und dass ich auch nicht fortgekonnt hätte wenn er zerrissen wäre weil meine füße doch auch festgebunden waren ich fühlte auch die schmerzen nicht welche sein einschneiden in die handgelänge hervorbringen musste ich zog und zog und schrie und schrie da stürzte ich plötzlich von über auf die erde der riemen war zerrissen uff uff riefen die wächter er ist los er ist los sie griffen nach mir um mich zu halten lasst mich lasst mich brüllte ich ich will ja gar nicht fliehen ich will nur los um santer zu verfolgen um ihn festzuhalten er hat peter euren jungen häuptling bestohlen mein geschrei hatte natürlich das ganze dorf rebellisch gemacht alles alte herbei um mich festzuhalten das war verhältnismäßig leicht weil ich noch mit den füßen festhing und es hundert hände gab die sich nach mir ausstreckten aber ohne hiebe und stöße von meiner und schrammen und beunen von ihrer seite ging es doch nicht ab bis ich mit den händen wieder fest am baume hing die roten kerls rieben sich die stellen an denen ich sie getroffen hatte schienen mir aber gar nicht sehr böse darüber zu sein sondern äußerten ihr außerordentliches erstaunen nur darüber dass ich den riemen zerrissen hatte uff 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 losgekommen hätte kein büffel zerrissen hätte kein mensch glauben können solche und ähnliche bewunderungsrufe wurden laut und nun erst fühlte ich die schmerzen in meinen handgelenken welche bluteten denn der riemen hatte mir ehe er zerriss das fleisch bis auf die knochen zerschnitten was steht ihr hier und starrt mich an herrschte ich ihnen zu habt ihr noch nicht verstanden was ich gesagt habe santer hat peter bestohlen schnell auf die pferde holt ihn zurück aber keiner gehorchte ich war außer mir und schrie immer fort bis endlich einer kam der verständiger als die anderen war nämlich eine feder er drängte die anderen auseinander kam zu mir und fragte was geschehen sei ich sagte es ihm das sprechende papier gehört also jetzt peter erkundigte er sich zum überflosse natürlich natürlich du hast ja auch dabei gesessen als es ihm zugesprochen wurde und du weißt genau daß santer mit demselben entflohen ist und nicht wiederkommen will ja ja so müssen wir tangua fragen was geschehen soll denn er ist häuptling fragt ihn meinetwegen fragt aber zögert nicht sondern macht schnell 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 aber er zauderte noch denn er sah den riemen den ich zerrissen hatte an der erde liegen bückte sich betrachtete ihn schüttelte den kopf und fragte den ihm nächststehenden roten das ist der riemen den er zerrissen hat ja uff uff ja er ist chatterhand und dieser mann muss sterben warum ist er kein roter krieger kein kiowa sondern ein bleichgesicht nun erst ging er fort und nahm den riemen mit die anderen außer meinen wächtern folgten ihm nun wartete ich mit spannung mit verzehrender ungeduld darauf wann die verfolgung des diebes beginnen werde keine spur davon nach kurzer zeit ging das ruhige dorfleben in seinen beherrigen bahnen weiter das hätte mich rasend machen können ich bat meine aufseher sich doch zu erkundigen sie durften nicht fort sie riefen einen anderen herbei durch den ich erfuhr tangua habe die verfolgung untersagt an den sprechenden papieren liege nichts denn napida könne es nicht lesen und nicht brauchen man kann sich meine aufregung meinen ärger nein nicht bloß ärger sondern meine wut denken ich knirschte mit den zähnen dass meine wächter besorgt zu mir aufblickten und war nahe daran mich wieder loszureißen trotz der schmerzen die mir das verursachte ich stöhnte formlich vor grimm aber was konnte das nützen und helfen nichts gar nichts ich musste mich darein ergeben das sah ich endlich ein und zwang mich wenn nicht zur inneren so doch zur äußeren ruhe aber die erste gelegenheit zur flucht musste benutzt werden und wenn die hindernisse dabei noch so bedeutend sein sollten das nahm ich mir vor so mochten drei stunden vergangen sein als ich eine weibliche stimme laut rufen hörte ich hatte vorhin gesehen aber es nicht beachtet dass dunkles haar aus ihrem zelt getreten und fortgegangen war jetzt kam sie eiligen laufes und laut schreiend zurück verschwand im eingange und kam dann mit ihrem vater wieder heraus der auch laut rufen mit ihr davonrannte alle die sich in der nähe befanden liefen hinter ihnen her da musste etwas und zwar etwas wichtiges geschehen sein vielleicht bezog es sich auf den diebstahl der papiere es dauerte nicht lange so kam eine feder strax nach der stelle gerannt wo ich am baume stand und rief mir schon von weitem zu und schatter hen versteht alles ist er auch ein arzt ja antwortete ich in der hoffnung zu einem kranken geführt zu werden denn da musste man mich ja losbinden du kannst also kranke heilen ja aber nicht tote erwecken ist jemand tot wer ist es meine tochter deine tochter dunkles haar fragte ich erschrocken nein sondern ihre schwester die squad des jungen häuptlings peter sie lag gefesselt an der erde und regte sich nicht der medizinmann hat sie untersucht und gesagt dass sie gestorben sei erschlagen von santer dem diebe der sprechenden papiere will old shatter hen mitkommen und ihr das leben wiedergeben führt mich zu ihr ich wurde vom baume gelöst und dann wieder mit zusammengebundenen händen und lang gefesselten füßen durch das dorf nach peters zelt geführt dass ich dieses und die lage desselben jetzt kennen lernte war mir außerordentlich lieb weil sich in demselben wie ich ja wusste meine beiden gewehre befanden der platz wimmelte von roten männern frauen und kindern welche ehrerbietig eine gasse bahnten so dass ich hindurch konnte ende von abschnitt 28 ich trat mit einer feder in das zelt in welchem dunkles haar und ein alter häßlicher kerl neben der am boden liegenden vermeintlichen leiche hockten dieser kerl war der medizinmann beide standen auf als sie mich eintreten sahen ich überflog mit einem blicke den ganzen raum ah da links lag mein sattel mit der decke und an einer der seitenstangen hingen meine revolver und über ihnen steckte das bovi messer diese gegenstände befanden sich hier weil der besitzer des zeltes jetzt die eigentümer sein sollte es lässt sich denken wie froh ich darüber war old shatterhand mag die tote ansehen ob er sie wieder lebendig machen kann bat mich eine feder ich kniete nieder und untersuchte sie mit den gefesselten händen erst nach längerer zeit entdeckte ich daß ihr blut noch in bewegung war ihr vater und ihre schwester hielten ihre augen mit angstvoller spannung auf mich gerichtet sie ist tot und kein mensch kann tote erwecken erklärte der medizinmann old shatterhand kann es behauptete ich du kannst es du wirklich fragte eine feder schnell und froh wecke sie auf oh wecke sie auf bat mich dunkles haar indem sie mir beide hände auf die schulter legte ja ich kann es und werde es tun wiederholte ich aber wenn das leben wiederkehren soll so darf kein mensch als ich allein bei der toten sein wir sollen also hinaus fragte der vater ja uff weißt du was du verlangst was fragte ich obgleich ich es sehr wohl wusste hier sind deine waffen wenn du sie bekommst bist du frei versprichst du mir sie nicht anzuruhren es läßt sich denken wie schwer mir die antwort wurde mit dem messer konnte ich meine fesseln trennen hatte ich dann die revolver und den stutzen so hätte ich den sehen mögen der so tollkühn gewesen wäre sich an mich zu wagen aber nein es konnte dabei zum kampfe kommen was zu vermeiden war und es widerstrebte mir die ohnmacht eines weibes zu einem solchen zwecke auszubeuten auf einem für weibliche arbeiten aufgespannten fälle sah ich verschiedene handwerkszeuge nadeln bohrer und dergleichen liegen dabei auch zwei oder drei kleine messer wie sie von den indianerinnen zum auftrennen der starken festen seennähte gebraucht werden diese kleinen dünnen klingen pflegten sehr scharf zu sein ich brauchte nur ein solches messer um bald frei zu sein darum antwortete ich getrost ich verspreche es ihr könnt um ganz sicher zu sein die waffen ja auch mit hinaus nehmen nein das ist nicht nötig was old shatterhand verspricht das hält er sicher aber das genügt noch nicht was noch du könntest da du einmal vom baume los bist die flucht auch ohne diese waffen und in anderer weise ergreifen willst du mir versprechen dies jetzt nicht zu tun ja wieder zum baume des todes zurückzukehren und dich anbinden zu lassen ich gebe dir mein wort darauf so kommt heraus old shatterhand ist kein lügner wie santer wir dürfen ihm vertrauen als sie das zelt verlassen hatten und ich mich allein in demselben befand war es mein erstes eins dieser messer unter den zugeknöpften linkel ärmelbund meines hemdes zu schieben dann erst beschäftigte ich mich wieder mit der frau ihr mann war auf der jagd das hatte santer benutzt bei ihr einzudrängen seitdem war so lange zeit vergangen und sie lag noch immer besinnungslos da das konnte nicht nur eine durch den schreck verursachte ohnmacht sein sondern es war eine tiefere betäubung ich griff ihr also an den kopf und fühlte daß der oberschädel in der gegend der pfeilnaht stark geschwollen war als ich drückte stieß die frau einen schmerzlichen seufzer aus ich drückte wieder und wieder bis sie die augen öffnete und mich ansah erst stier und ohne gedanken dann aber hauchte sie meinen namen old shatterhand kennst du mich fragte ich ja besinne dich werde nicht wieder ohnmächtig sonst bleibst du tot was ist geschehen meine drohung daß sie tot bleiben würde war von guter wirkung sie gab sich mühe raffte sich zusammen richtete sich mit meiner hilfe sitzend auf legte die hände auf den schmerzenden kopf und sagte ich war allein er kam herein und verlangte die medizin ich gab sie ihm nicht da schlug er mich wo war die medizin ist sie fort sie blickte nach einer stange empor und rief erschrocken natürlich mit matter stimme uff sie ist fort er hat sie genommen als er mich schlug fiel ich hin weiter weiß ich nichts erst jetzt fiel es mir ein daß peter gestern gesagt hatte daß er die papiere sehr sorgfältig in der medizin verbergen werde und heut ehe santer vortritt rühmte er sich sie mit der ganzen emballage zu besitzen er hatte also die papiere samt der medizin mitgenommen dem holkbring peter war also die medizin gestohlen worden ein beinahe unersetzlicher verlust er musste um sie wieder zu erhalten den dieb sofort verfolgen bist du jetzt stark genug wach zu bleiben oder wirst du wieder umfallen fragte ich ich falle nicht erklärte sie du hast mir das leben wiedergegeben ich danke dir da stand ich auf und öffnete die zeltmatte vater und schwester standen nahe derselben weiterhin die dorfbewohner kommt herein forderte ich die beiden auf die tote ist wieder lebend geworden welche freude diese worte hervorbrachten brauche ich nicht zu sagen vater und tochter und dann mit ihnen später auch alle kiowas waren überzeugt daß ich ein wunder getan hatte es gab für mich keinen grund ihnen zu widerstreiten ich verordnete natürlich nichts als umschläge und zeigte ihnen wie diese zu machen seien so groß diese freude war dann auch die wut über das verschwinden der medizin dies musste natürlich tangua gemeldet werden welcher dem diebe sofort eine kriegerschau nachschickte und auch mehrere boten aussandte die peter suchen sollten ich wurde von eine feder wieder nach dem baume des todes geführt und dort festgebunden er war meines lobes voll und strömte von dankbarkeit über freilich nur nach indianerart wir werden dir nun noch viel größere qualen am pfale bereiten als wir vorher wollten versicherte er mir noch nie soll ein mensch so gelitten haben wie du damit du in den ewigen jagdgründen der größte und höchste aller bleichgesichter werdest welche die erlaubnis bekommen dort einzuziehen danke dachte ich laut aber sagte ich hättet ihr santer sofort verfolgt wie ich es verlangte so wäre er wieder in eure hände geraten nun aber wird er wahrscheinlich entkommen wir fangen ihn seine spur muss deutlich zu lesen sein ja wenn ich hinter ihm her sein könnte das kannst du doch ich ich bin doch gefangen und gefesselt wir lassen dich mit peter fortreiten wenn du versprichst mit ihm wieder zu kommen und dich matern zu lassen sag ob du das tun willst nein wenn ich einmal sterben soll dann lieber sobald wie möglich ich kann es kaum erwarten ja du bist ein held das weiß ich und das höre ich jetzt wieder denn nur ein held kann solche worte sagen wir alle beklagen es dass du kein kiowa bist er ging und ich war rücksichtsvoll genug ihm nicht vorher zu sagen dass seine klage in meinem fühllosen herzen keinen widerhall fand ich hegte ja sogar die absicht alle diese meine bewunderer schon in der nächsten nacht zu verlassen und zwar ohne abschied von ihnen zu nehmen peter war schnell gefunden worden und kam auf schmeißtriefendem pferde in das dorf gesprengt sein erster weg war natürlich in sein zelt sein nächster zu seinem vater und dann kam er zu mir er sah äußerlich ruhig aus musste sich aber wohl große mühe geben seine aufregung zu verbergen o chatterhand hat meine squaw welche ich liebe vom tode erweckt und wieder lebendig gemacht sagte er ich danke ihm er weiß alles was geschehen ist ja wie befindet sich die squaw ihr kopf schmerzt doch das wasser tut ihr wohl sie wird bald wieder gesund sein aber meine seele ist krank und kann nicht eher geheilt werden als bis ich meine medizin wieder habe warum ließt ihr euch nicht warnen o chatterhand hat immer recht hätten unsere krieger ihm wenigstens heut gehorcht dem diebe sogleich nach zu jagen so wäre er wohl jetzt schon wieder hier peter wird ihn verfolgen ja ich muß eilen und bin nur zu dir gekommen um abschied zu nehmen nun wird dein tod wieder aufgeschoben obgleich du gern schnell sterben möchtest wie eine feder sagt du mußt warten bis ich wiederkomme gern das war wirklich höchst aufrichtig gemeint er aber nahm es nach seiner anschauung und tröstete mich es ist nicht gut den tod so lange vor augen zu haben aber ich habe befohlen daß dir diese zeit so leicht wie möglich gemacht wird noch leichter aber würde sie dir werden wenn du das tun wolltest was dir vorzuschlagen ich jetzt gekommen bin was ist es willst du mit mir reiten ja uff das ist gut denn da werden wir den dieb ganz gewiss ergreifen ich werde dich sofort losbinden und dir deine waffen geben halt noch nicht ich stelle meine bedingung ich will sie hören dass ich nur als freier mann mitreite uff das ist nicht möglich so bleibe ich da du bist ja frei solange wir fort sind dann aber kehrst du mit mir zurück und bist wieder unser gefangener wir verlangen nichts von dir als daß du uns dein wort gibst uns unterwegs nicht zu entfliehen ihr nehmt mich also nur mit weil mir keine fährte entgehen kann ich danke ich bleibe hier als spürhund lässt old shatterhand sich nicht gebrauchen willst du dich nicht anders besinnen nein bedenke wohl es ist dann möglich daß wir den dieb meiner medizin nicht ergreifen mir entgeht er nicht wenn ich ihn haben will an jeder mag sich holen was ihm gestohlen worden ist er schüttelte ohne mich zu verstehen enttäuscht den kopf und beteuerte mir ich hätte dich gern mitgenommen um dir dafür zu danken dass du meine squale bändig gemacht hast ich kann nicht dafür dass du nicht willst wenn du mir wirklich danken willst so kannst du mir einen wunsch erfüllen sage ihn mir ich habe eine vermutung welche sich auf die drei bleichgesichter bezieht die mit santer gekommen sind wo befinden sie sich jetzt noch in ihrem zelte frei nein sie sind gefesselt sie waren die freunde des diebes meiner medizin aber sie sind unschuldig das sagen sie aber santer ist jetzt unser feind und die freunde meines feindes sind meine feinde sie werden an den baum des todes gebunden und mit dir sterben und ich sage dir dass sie von santers tat nicht das geringste gewusst haben das geht uns nichts an hätten sie auf dich gehört ich weiß dass du sie gewarnt hast pida der junge tapfere und edle häuptling der kiowas mag hören was ich ihm sage ich soll den mater tot sterben und habe nicht für mich gebeten für sie aber bitte ich uff wie lautet deine bitte gib sie frei ich soll sie ziehen lassen mit ihren pferden und ihren waffen wie kann ich das gib sie frei um deine squaw villain die du lieb hast wie du mir sagtest er wendete sich von mir ab in seinem inneren kämpfte es dann drehte er sich mir wieder zu und sagte old shatterhand ist nicht wie andere bleichgesichte nicht wie andere menschen man kann ihn nicht begreifen und verstehen wenn er für sich gebeten hätte so wären wir vielleicht bereit gewesen ihm gelegenheit zu geben dem tode zu entgehen er hätte mit unseren tapfersten und stärksten kriegern um sein leben kämpfen dürfen er aber mag nichts geschenkt haben und bittet für andere das tue ich ich wiederhole sogar meine bitte nun wohl sie sollen frei sein aber dann habe auch ich eine bedingung welche dir selbst wird nun nichts aber auch gar nichts geschenkt für die rettung meines weibes hast du keinen dank zu fordern wir sind quit gut vollständig quit so werde ich sie jetzt frei lassen aber sie sollen beschämt werden sie haben dir nicht geglaubt und nicht auf dich gehört sie mögen zu dir kommen um sich zu bedanken hauk er wendete sich ab und ich sah ihn in das zelt seines vaters gehen der ja wissen musste was er mir versprochen hatte kurze zeit darauf kam er wieder heraus und verschwand unter den bäumen als er zurückkehrte folgten ihm die drei weißen auf ihren pferden er wies sie zu mir kam aber nicht selbst wieder mit gates clay und summer kamen mit wahren armen synderminen herangeritten mr shatterhand sagte der erstere wir haben gehört was geschehen ist ist es denn etwas gar so schreckliches wenn einmal so ein alter medizinsack abhanden kommt diese eure frage bestätigt nur meine bisherige meinung dass ihr vom wilden westen blut wenig versteht die medizin zu verlieren das ist das schrecklichste was einem indianischen krieger passieren kann das solltet ihr doch wissen well darum also war peter so grimmig und darum wurden wir gefesselt nun wird es santer schlecht ergehen wenn sie ihn fangen das hat er auch verdient seht ihr denn nun ein dass er euch nur hintergehen wollte uns geht uns die medizin etwas an mit welcher er verschwunden ist ungeheuer viel denn in dem medizinbeutel befinden sich die papiere die er so gern haben wollte und in welcher beziehung stehen diese papiere zu uns sie enthalten eine ganz genaue beschreibung der stelle an welcher die nuggets versteckt sind alle teufel ist das wahr gewiss oder solltet ihr euch täuschen nein ich habe es gelesen so kennt ihr die stelle auch ja sagt sie uns wir reiten dem halunken nach und nehmen ihm das gold vor der nase weg dazu seid ihr erstens nicht die richtigen kerls und zweitens habt ihr mir bisher nicht geglaubt und braucht mir nun auch nicht zu glauben santer hat euch nur als hunde engagiert die ihm helfen sollten die goldenen füchse aufzuspüren dann hätte er euch niedergeschossen jetzt kann er euch entbehren und hat es auch nicht nötig euch stumm zu machen denn er weiß dass die roten euch als seine spießgesellen betrachten und behandeln werden wetter so hätten wir also nur euch unser leben zu verdanken peter sagte es wird wohl so sein euer schicksal war es mit mir am matterpfahle zu sterben und ihr habt uns losgebeten euch selbst nicht auch sagt was wird denn mit euch gemartert werde ich weiter nichts zu tode yes das tut uns leid herzlich leid sir könnten wir euch nicht auf eine weise helfen danke mr gates bei mir ist jede hilfe vergeblich reitet getrost fort und wenn ihr zu menschen kommt so könnt ihr erzählen dass old shatterhand nicht mehr lebt sondern bei den kiowas an die matterpfahle gestorben ist eine traurige botschaft eine verteufelt traurige botschaft ich wollte ich könnte besseres von euch erzählen das würde der fall sein bedankt hatte sich keiner von ihnen doch leisteten sie mir dadurch ersatz daß sie als sie eine kleine strecke fort waren sich noch einmal mit betrübten mienen nach mir umblickten sie waren noch nicht draußen am horizonte verschwunden so ritt auch peter fort doch ohne sich nach mir umzusehen und das mit vollstem rechte denn wir waren ja quitt er glaubte mich bei seiner rückkehr hier noch in fesseln zu finden und ich war überzeugt ihn wenn er auf santers fährte blieb entweder am rio pecos oder weiterhin auf der sierra rita wiederzusehen wer würde recht behalten er oder ich als dunkles haar mir zum mittag das essen brachte und ich mich nach dem befinden ihrer schwester erkundigte hörte ich dass die schmerzen so nachgelassen hätten dass sie fast keine mehr fühlte das gute mädchen hatte mir so viel fleisch gebracht dass ich es nicht aufessen konnte und ehe sie sich wieder entfernte blickte sie mich aus feuchten augen bedauernd an ich sah dass sie etwas auf dem herzen hatte sich aber schreute es ohne aufforderung zu sagen darum ermunterte ich sie meine junge schwester will mir etwas mitteilen ich möchte es erfahren old shatterhand hat unrecht getan antwortete sie mit höheren sichtbaren zagen inwiefern dass sie nicht mit peter geritten ist ich hatte keinen grund dazu der große weiße jäger hätte wohl grund dazu gehabt es ist ehrenvoll ohne laut am pfahle zu sterben doch denkt dunkles haar das ehrenvoll zu leben doch besser ist ja aber ich sollte doch in die gefangenschaft zurückkehren um hier zu sterben das musste peter fordern aber es wäre doch wohl anders geworden old shatterhand hätte vielleicht peter erlaubt sein freund und bruder zu sein und die pfeife des friedens mit ihm zu rauchen ja und einen freund und bruder mit dem man das kalumett geraucht hat den lässt man nicht am materpfahle sterben so denkst du doch ja du hast recht aber ich habe auch recht du möchtest wohl gern dass ich am leben bliebe ja gestand sie aufrichtig du hast ja meiner schwester das leben wiedergegeben so sei nicht allzu sehr besorgt um mich old shatterhand weiß stets was er tut sie sah sinnend vor sich nieder warf einen verstohlenen seitenblick auf die wächter und machte eine ungeduldige handbewegung ich verstand sie sie wünschte von flucht mit mir reden zu können und durfte das nicht als sie dann ihr auge wieder zu mir erhob nickte ich ihr lächeln zu und sagte das auge meiner jungen schwester ist durchsichtig und klar old shatterhand kann ihr durch dasselbe bis ins herz hin untersehen er kennt ihre gedanken sollte er sie wirklich kennen ja und sie werden in erfüllung gehen wann bald es sei so wie du sagst dunkles haar wird sich sehr darüber freuen dieses kurze gespräch hatte ihr herz erleichtert und ihren mut erhöht während des abendessens wagte sie schon mehr zu dieser zeit brannten wie gestern schon die feuer sonst war es dunkel unter den bäumen da sie mir die einzelnen fleischstücke mit dem messer reichte stand sie nahe bei mir da trat sie mir in bezeichnender weise auf den fuß um meine aufmerksamkeit auf die nächsten worte zu lenken und fragte old shatterhand hat nur noch einige bissen und wird noch nicht satt sein will er noch etwas anderes haben ich verschaffe es ihm die wächter legten diesen worten keine bedeutung unter ich aber wußte was sie meinte ich sollte ihr eine antwort geben welche allerdings zunächst das essen betraf dabei aber den gegenstand nennen den ich brauchte um mir die flucht zu ermöglichen sie wollte ihn mir verschaffen wie sie gesagt hatte ich antwortete meine schwester ist sehr gut doch ich danke ihr ich bin satten habe alles was ich brauche wie geht es der squad des jungen häuptlings der kiowas der schmerz verschwindet mehr und mehr doch legt sie noch immer wasser auf das ist gut sie bedarf der pflege wer ist bei ihr ich auch diesen abend ja auch das nachts muss jemand bei ihr sein ich werde bis zum morgen bleiben ihre stimme zitterte sie hatte mich verstanden bis zum morgen dann sehen wir uns wieder ja dann sehen wir uns wieder sie ging den wettern war der doppelsinn unserer worte nicht aufgefallen ich musste nach pieters zelt um dort meine sachen zu holen nach unserem jetzigen gespräch war ich überzeugt daß dunkles hart dort sein und mich erwarten werde das freute mich erregte aber auch sehr gerechtfertigte bedenken in mir wenn ich meine waffen und was sonst noch von mir dort war in gegenwart der beiden schwestern holte so wurden ihnen morgen früh gewiss die schwersten vorwürfe gemacht um mich nicht zu verraten waren sie gezwungen ruhig zu bleiben und doch erforderte ihre pflicht um hilfe zu rufen wie war diesem zwiespalte abzuhelfen nicht anders als dadurch daß sie sich freiwillig von mir fesseln ließen war ich dann fort so konnten sie schreien so viel und so sehr sie wollten und wenn sie gefragt wurden sagen daß ich plötzlich im zelte erschienen sei und sie mir der faust niedergeschlagen habe das glaubte man gewiss denn ich war auch den kiowas in dieser beziehung bekannt ob die schwester von dunkles haar auch einverstanden sei das machte mir keine schmerzen sie hielt mich für ihren lebensretter noch einen gedanken gab es über den ich nicht so schnell hinweg kommen konnte war mein stutzen noch da nein denn peter kannte den werk dieses gewehres und hatte es also mitgenommen ja denn er konnte nicht mit demselben umgehen und hätte sich gewiss die handgriffe vor seinem vortritte zeigen lassen welches war richtig das ja oder das nein das war abzuwarten hatte er den stutzen mitgenommen so verstand es sich von selbst dass ich eher nach diesem gewehre als nach santer zu trachten hatte nun kam die ablösung der beiden wächter eine feder brachte sie er war ernst aber dabei freundlich mit mir und bat mich selbst los weil er glaubte die anderen würden die bis auf die knochen gehenden wunden an meinen handgelenken nicht berücksichtigen ich legte mich zwischen die vier pfähle und zog dabei mit der rechten hand ohne dass es bemerkt wurde das kleine messerchen aus dem linken ärmel heraus dann hielt ich den linken arm hin um mir die schlinge hinter die hand legen zu lassen als dies geschehen war und die hand nur an den pfahl gebunden werden sollte tat ich als ob mich der riemen an der wunde schmerze und zog sie wie man es bei schmerzen zu machen pflegt mit einer hastigen bewegung an den mund dabei schob ich mit der rechten hand die klinge zwischen das handgelenk und den riemen und schnitt diesen beinah durch pass auf fuhr eine feder in den roten an der mich band du bist an die wunde gekommen old shatterhand soll wohl später aber nicht schon jetzt gequält werden hierauf ließ ich das messer fallen und merkte mir die stelle wo es lag und wo ich es später mit der linken hand erreichen konnte dann wurde mir die rechte hand angebunden worauf auch die füße an die reihe kamen ich erhielt auch wieder zwei decken gerade wie gestern eine unter den kopf und die andere wurde über mich ausgebreitet als dies geschehen war machte eine feder noch die mir höchst willkommene bemerkung wenn sonst alle tage aber heut kann old shatterhand nicht fliehen mit solchen wunden an den gelenken zerreißt er keinen riemen nach diesen worten entfernte er sich und die beiden aufseher hockten sich zu meinen füßen nieder es gibt menschen welche vor so wichtigen augenblicken kaum ihre erregung beherrschen können ich bin da immer ruhig gewesen ruhiger noch als sonst es verging eine stunde und noch eine die feuer erloschen nur dasjenige leuchtete noch welches vor dem zelte des häuptlings brannte es wurde kühl und meine wächter zogen die knie an den leib dies war eine unbequeme stellung und so legten sie sich nieder die köpfe mir zugekehrt es wurde zeit für mich ein langsamer aber kräftiger ruck und der linke fast zerschnittene handriemen riss diese hand war frei ich zog sie an mich und suchte das messer welches ich fand nun wendete ich was mir vorher unmöglich gewesen war den oberkörper nach der rechten seite schob die linke hand unter die decke bis zur rechten hinüber und schnitt diese los beide hände frei ich fühlte mich schon gerettet nun zu den füßen aber wie um mit den händen bis zu den füßen langen zu können musste ich mich nicht nur aufsetzen sondern auch ganz hinunterrücken dann befand ich mich gleich hinter den köpfen der beiden indianer waren sie sehr wachsam ich bewegte mich einige male sie lagen still schliefen sie etwa dem mochte sein wie ihm wolle besser schnell gehandelt als langsam ich schob die decke von mir ab setzte mich und rückte nach unten wahrhaftig die kerls schliefen zwei schnelle schnitte und ich war frei zwei ebenso rasche fausthieber in ihre köpfe und die aufseher waren betäubt ich band sie mit den vier zerschnittenen riemen und schnitt von der decke zwei ecken um sie ihnen als knebel in den mund zu schieben daß sie nicht rufen konnten zu erwähnen ist daß mein pferd heute wieder in der nähe lag nun stand ich auf und streckte die glieder wie wohl das tat als die arme ihre gelenkigkeit wieder erhalten hatten leckte ich mich wieder nieder und kroch fort von baum zu baum von zelt zu zelt nichts regte sich im dorfe und ich kam glücklich bei dem zelte des jungen häuptlings an schon wollte ich die türdecke leise zur seite ziehen da hörte ich ein geräusch zu meiner linken hand ich lauschte leise schritte kamen und wer blieb da drei schritte vor mir stehen ohne mich zu sehen dunkles haar sagte ich leise old chatterhand antwortete sie ich stand auf und fragte du bist nicht in dem zelte warum es ist niemand drin damit wir nicht ausgescholten werden meine schwester ist krank ich muss sie pflegen und habe sie deshalb nach dem zelte des vaters geholt oh weiberlist aber meine waffen sind noch da fragte ich ja noch grad so wie am tage da habe ich sie gesehen aber die gewehre unter dem lager von peter hat old chatterhand sein pferd es wartet auf mich du bist so gut gegen mich gewesen ich habe dir sehr zu danken old chatterhand ist gegen alle menschen gut wird er vielleicht einmal wiederkommen ich denke es dann bringe ich peter mit der mein freund und bruder sein wird reitest du ihm nach ja ich werde ihn treffen so sag ja nichts von mir niemand außer der schwester darf wissen was ich tat du hättest noch mehr getan ich weiß es reich mit deiner händ dass ich dir danke sie gab sie mir möge deine flucht vollends gelingen ich muss fort die schwester sorgt um mich sie zog ehe ich es hindern konnte meine hand an ihre lippen und huschte fort ich stand und lauschte ihr nach du gutes rotes kind dann trat ich in das zelt und tastete zunächst nach dem lager unter demselben steckten in eine decke gewickelt die gewehre ich nahm sie hervor und hing sie über messer und revolver waren da auch der sattel mit den taschen noch nicht fünf minuten waren vergangen so verließ ich das zelt und kehrte zum baume des todes zurück um mein pferd zu satteln als dies geschehen war beugte ich mich zu den wächtern nieder sie waren wach die krieger der kiowas haben kein glück mit old shatterhand sagte ich mit unterdrückter stimme zu ihnen sie werden ihn nie an ihrem matapfade sehen ich reite peter nach ihm zu helfen santer zu fangen und werde ihn als freund und bruder behandeln vielleicht kehre ich mit ihm zu euch zurück sagt dies dem alten häuptling tangur er soll nicht um seinen sohnen sorge sein denn ich werde ihn beschützen die söhne und töchter der kiowas sind freundlich zu mir gewesen sagt ihnen meinen dank und dass ich ihnen dies nie vergessen werde haug ich nahm meinen schwarzschimmel beim zügel und führte ihn fort denn reiten wollte ich noch nicht um niemanden aufzuwecken erst als ich mich weit genug entfernt hatte stieg ich in den sattel der mich nach der ansicht der kiowas nie wieder hatte tragen sollen und ritt südwärts in die präree hinein denn nach süden führte mein weg obgleich ich in der nächtlichen dunkelheit die spuren von santer und den ihn verfolgenden kiowas nicht sehen konnte ich brauchte sie nicht zu sehen und hatte überhaupt nicht die absicht mich nach ihnen zu richten ich wusste dass santer nach dem rio pekos ritt und das war mir genug wer aber sagte mir dass er diese richtung nahm das testament von winnetou in demselben kamen soweit ich es gelesen hatte drei ausdrücke in der sprache der apachen vor den einen in deltche chill hatte er verstanden c shosh und deklil to diese beiden waren ihm fremd und selbst wenn er die bedeutung dieser worte gekannt hätte so wusste er doch nicht wo dieser fels des bären und dieses dunkle wasser zu suchen waren sie lagen weit drüben in der sierra rita wo ich nur ein einziges mal mit minnetou gewesen war wir selbst hatten dem felsen und dem wasser diese namen gegeben die also weiter niemand mehr kannte als ich und die beiden apachen welche uns damals begleitet hatten sie waren jetzt alt und kamen nicht mehr von dem pueblo am rio pekos fort santer musste also zu ihnen wer aber sagte ihm dass er zu ihnen gerade zu ihnen musste jeder apache den er nach dem deckel to und dem che chosh fragte der ganze stamm kannte diese namen und wusste was wir dort erlebt hatten dort gewesen aber waren mit uns nur diese beiden alten das santer sich erkundigte war gewiss sonst konnte er den ort nicht finden und diese erkundigungen konnten nur bei den apachen eingezogen werden von denen jeder dem er die namen sagte ihn nach dem pueblo wies aber es gab unter den apachen welche die ihn kannten und zwar als winnetous feind als den mörder in chuchunas und in chuchis durfte sich danach dem pueblo wagen warum nicht so ein mensch wie er war wagt für gold alles im notfalle gab es ausreden gerade das gestohlene testament konnte ihn aus argen verlegenheiten retten ihm als legitimation dienen weil auf dem oberen umschlage des totem winnetous eingeschnitten war mein plan war er als er nach dem pueblo der apachen zu kommen diese letzteren vor ihm zu warnen und ihn bei seiner ankunft sogleich festzunehmen das war das beste was ich tun konnte zumal mein pferd ein tüchtiger läufer war so dass es mir nicht schwer werden konnte ihn auszustechen dieser plan enthob mich auch der mühe auf spuren zu achten und mit dem lesen derselben viel zeit zu verschwenden leider hatte ich das unglück dass mein schimmel schon am nächsten tage zu lahmen begann ohne dass ich die ursache entdecken konnte erst am dritten tage bemerkte ich eine entzündung deren ursache ein langer spitzer dorn war den ich herauszog das hatte aber unser fortkommen sehr verzögert so dass ich annehmen musste nicht vorausgekommen sondern vielmehr zurückgeblieben zu sein noch hatte ich den rio pecos nicht erreicht und befand mich auf einer sehr grasarmen savanne als vor mir zwei reiter auftauchten welche gerade auf mich zukamen es waren indianer weil ich ein einzelner reiter war scheuten sie sich nicht ihren weg fortzusetzen als wir einander näher kamen schwang der eine von ihnen sein gewehr rief meinen namen und sprengte mir im galopp entgegen es war jato k ein apatschen krieger den ich kannte den anderen hatte ich noch nicht gesehen als wir uns begrüßt hatten fragte ich meine brüder befinden sich auf keinem kriegs oder jagdzuge wie ich sehe wo wollen sie hin hinauf nach norden in die groß ventre berge um das grab winnetus unseres häuptlings zu ehren antwortete jato k so wisst ihr dass er gestorben ist wir erfuhren es vor wenigen tagen da erhob sich ein großes klagegeschrei auf allen höhen und in allen tälern wissen meine brüder dass ich bei seinem tode anwesend gewesen bin ja old shatterhand wird es uns erzählen und unser anführer sein wenn wir den tod des berühmtesten häuptlings der apachen rächen darüber sprechen wir später ihr beide seid doch nicht allein aufgebrochen um so weit nach norden zu reiten nein sondern wir gehen als kundschafter voraus weil die hunde der komanschen die beile des krieges ausgegraben haben die anderen kommen eine große strecke hinter uns her wie viele krieger fünf mal zehn wer führt sie an till later der dazu erwählt worden ist ich kenne ihn er ist der beste der sich dazu eignet habt ihr fremde reiter gesehen einen wann gestern es war ein bleichgesicht welches nach dem tscheschosch fragte wir haben es nach dem poeblo zu dem alten inter gewiesen uff diesen mann suche ich er ist der mörder von inshutschuna ich will ihn fangen uff uff riefen die beiden ganz starr vor schreck der mörder und wir wussten es nicht wir haben ihn nicht aufgehalten das tut nichts genug daß ihr ihn gesehen habt ihr könnt euren ritt nicht fortsetzen sondern müßt umkehren ich führe euch später nach den groß wendrebergen kommt ich red weiter ja wir kehren um stimmte jato k bei wir müssen den mörder haben ende von abschnitt 29 abschnitt 30 aus winnetou 3 von karl mai diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz achtes kapitel das testament des apachen teil 7 nach einigen stunden erreichten wir den rio pecos überschritten ihn und setzten den weg am anderen ufer desselben fort dabei erzählte ich den beiden apachen von meinem zusammentreffen mit santer am nugget ziel und den weiteren erlebnissen im dorfe der kiowas so ist also peter der junge häuptling dem entflohenen mörder nachgeritten fragte jato k ja allein er folgte der kriegerschar welche sein vater schon vorher abgesandt hatte und wird sie rasch eingeholt haben weißt du wie stark diese schar war ich sah sie fortreiten und zählte sie es waren zehn mann also sind es mit peter elf so wenig um einen einzelnen flüchtling einzufangen sind elfkrieger nicht zu wenig sondern weit eher zu viel uff die söhne der apachen werden eine große freude erleben denn wir werden peter und seine krieger fangen und an die pfehle der marter binden nein antwortete ich kurz nicht du meinst daß sie uns entgehen der mörder santer ist nach unserem pueblo und sie sind ihm nach um ihn zu fangen sie müssen also auch nach unserem pueblo und werden in unsere hände fallen davon bin auch ich überzeugt aber an den matapfehlen werden sie nicht sterben nicht sie sind doch unsere feinde und du solltest von ihnen hingerichtet werden sie haben mich gut behandelt und peter ist trotz des todes der mir bestimmt war jetzt mein freund uff rief er verwundert aus old shatterhand ist noch der sonderbare krieger der er stets gewesen ist er nimmt seine feinde in schutz ob aber til latter damit einverstanden sein wird gewiß bedenke daß er stets ein tapferer krieger war und jetzt häuptling geworden ist diese neue würde zwingt ihn zu beweisen daß er irrewürdig ist er darf keinem feinde nachsicht erweisen bin nicht auch ich ein häuptling der apachen ja das ist don shatterhand wurde ich nicht viel eher häuptling als er viele sonnen eher so hat er mir zu gehorchen wenn die kiowas ihm in die hände fallen so wird er ihnen nichts tun weil es so mein wille ist er hätte vielleicht noch einwände vorgebracht aber unsere aufmerksamkeit wurde jetzt durch eine spurenanspruch genommen welche von links her durch eine seichte stelle des flusses kam und dann ganz so wie auch wir reiten mussten dem rechten ufer des rio pecos folgte wir stiegen natürlich ab um sie zu untersuchen die leute welche diese fährte hinterlassen hatten waren im gänsemarsch geritten um ihre zahl zu verbergen was man dann tut wenn man vorsichtig sein muss sie befanden sich in feindesland und ich nahm also an pida mit seinen kiowas vor uns zu haben obgleich ich nicht bestimmen konnte wie viele reiter es gewesen waren nach einiger zeit erreichten wir eine stelle wo sie gehalten hatten und aus dem gänsemarsche gewichen waren da gelang es mir die eindrücke von elf pferden festzustellen ich hatte mich also nicht geirrt und erkundigte mich bei eure krieger kommen hier am flusse herauf ja sie werden mit den kiowas zusammentreffen welche nur elf zählen während unsere apachen zehn mal fünf sind wie weit befinden sich eure leute von hier sie waren als du mit uns zusammenstießest einen halben tagesritt hinter uns und die kiowas sind wie ich aus ihrer fährte ersehe nur eine kleine halbe stunde vor uns wir müssen uns beeilen sie einzuholen noch ehe sie den apachen begegnen reiten wir schneller ich setzte meinen fetten galopp denn das zusammentreffen der beiden freindlichen trupps welches ich in ein freundliches verwandeln wollte konnte jeden augenblick stattfinden pida hatte es verdient dass ich mich seiner annahm es dauerte nicht lange so machte der fluss einen bogen nach links den die kiowas kennen mussten denn sie waren ihm nicht gefolgt sondern gerade ausgeritten um ihn abzuschneiden wir taten natürlich dasselbe und sahen sie bald auf der vor uns liegenden ebene wie sie südwärts ritten ein pferd genau in den stapfen des anderen sie bemerkten uns nicht weil sich keiner von ihnen umdrehte da hielten sie plötzlich an sie stützten und wendeten dann die pferde um schleunigst umzukehren da blickten sie auch uns hielten wieder einen augenblick an und setzten dann ihren rückzug fort doch nicht direkt auf uns zu warum kehren sie um fragte yatokar sie haben eure krieger gesehen und dabei bemerkt dass diese ihnen anzahl weit überlegen sind wir aber sind nur drei und so glauben sie sich vor uns nicht fürchten zu müssen ja da kommen unsere apachen siehst du sie da draußen sie haben die kiowas erblickt denn sie kommen im galopp herbei um sie zu verfolgen reitet ihr beide ihnen entgegen und sagt der blutigen hand das erhalten bleiben soll bis ich zu ihm komme warum willst du nicht mit ich habe mit peter zu sprechen vorwärts macht schnell sie gehorchten dieser aufforderung während ich mich nach links wendete wo die kiowas von weitem an uns vorüber wollten sie waren um mich zu erkennen uns bis jetzt noch zu fern gewesen nun aber da ich ihnen entgegenritt sahen sie wer ich war peter stieß einen schrillen ruf des schreckens aus und rieb sein pferd zu größerer eile an ich aber lenkte das meinige so dass er nicht an mir vorüber konnte und rief ihm zu peter mag anhalten denn ich werde ihn gegen die apachen in schutz nehmen er schien trotz des schreckens den er soeben gezeigt hatte großes vertrauen zu mir zu haben denn er parierte sein pferd und rief seinen leuten zu auch anzuhalten da er ihnen voraus war ritten sie vollends zu ihm heran und folgten dann seine befehle trotz der selbstbeherrschung welche ein roter krieger in an jeder lage üben soll sah ich ihm näher kommend daß es ihm große mühe kostete den eindruck welchen mein so unerwartetes erscheinen auf ihn machte zu bemeistern seinen ebenso erstaunten leuten gelang dies noch weniger als ihm o chap terhen rief er aus o chap terhen ist frei wer hat dich losgegeben niemand antwortete ich ich habe mich selbst frei gemacht uff 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 das war doch unmöglich für mich nicht ich wusste dass ich loskommen würde darum ritt ich nicht mit dir darum wollte ich nichts von dir geschenkt haben und darum sagte ich zu dir dass ein jeder sich selbst holen möge was ihm gestohlen worden ist du brauchst über mich nicht zu erschrecken ich bin dein freund und werde dafür sorgen daß dir von den apachen nichts geschieht uff willst du das wirklich ja ich gebe dir mein wort was old shatterhand sagt das glaube ich das darfst du getrost schau zurück dahinten halten die apachen denen ich meine beiden begleiter entgegengeschickt habe sie sind abgestiegen um zu warten bis ich zu ihnen kommen werde habt ihr santers spur gesehen ja aber ereilen konnten wir ihn noch nicht er will nach dem pueblo der apachen das dachten wir denn wir sahen die richtung seiner fährte und folgten ihr ein großes wagnis für euch jenes zusammentreffen mit den apachen mußte euch den sicheren tod bringen das wußten wir aber peter muß sein leben wagen um seine medizin wiederzubekommen wir wollten das pueblo umschleichen bis es uns gelingen würde santer zu ergreifen das wird euch nun leichter werden da ich die gefahr von euch abwende aber ich kann euch nur dann beschützen wenn du mein bruder bist steig ab wir werden die pfeife des friedens miteinander rauchen uff hält old shatterhand der große krieger dem es gelungen ist ohne alle hilfe aus unserer gefangenschaft zu entkommen peter für würdig sein freund und bruder zu sein ja beeile dich damit die krieger der apachen nicht ungeduldig werden wir stiegen ab und rauchten nach der vorgeschriebenen weise die pfeife worauf ich peter aufforderte an orten stelle zu bleiben und auf meinen link zu warten dann stieg ich wieder auf und ritt zu den apachen welche inzwischen von ja tokar über sein zusammentreffen mit mir und meiner absichten unterrichtet worden waren sie bildeten jeder seinem pferd an der hand einen halbkreis in welchem till later die blutige hand stand ich kannte diesen apachen sehr gut er war zwar ehrgeizig mir aber stets gewogen gewesen so daß ich darauf rechnete bei ihm keinen widerstand in beziehung auf peter zu finden ich gab ihm die hand begrüßte ihn mit einigen freundlichen worten und fügte hinzu old shatterhand kommt ohne venetou den häuptling der apachen meine roten brüder werden näheres über den tod dieses berühmten kriegers erfahren wollen und ich werde ihnen alles erzählen zunächst aber habe ich mit ihnen über die kiowas von denen ich jetzt komme zu reden ich weiß was old shatterhand verlangen will ja tokar hat es mir gesagt antwortete blutige hand und was sagst du dazu old shatterhand ist ein häuptling der apachen die seinen willen ehren die zehn krieger der kiowas mögen sofort nach ihrem dorfe zurückkehren ohne sich länger hier aufzuhalten da werden wir ihnen nichts tun und peter ihr junger häuptling ich sah daß er mit old shatterhand die pfeife des friedens rauchte er mag mit uns kommen und unser gast sein solange du wünschest dass er bei uns bleibe dann aber ist er wieder unser feind gut ich bin einverstanden die krieger der apachen werden mit mir umkehren um den mörder von inshut schuner und seiner tochter zu fangen wenn das geschehen ist werde ich sie nach dem grabe winnetous ihres toten häuptlings begleiten hauk hauk antwortete blutige hand indem er zur bekräftigung seine rechte in die meine gelegte hierauf winkte ich peter herbei welcher auf till latas bedingung einging und seine kiowas zurückschickte dann ging es wieder am ufer des pekos abwärts bis wir am abende lager machten da wir uns auf dem eigenen gebiet der gepatschen befanden konnten wir ein feuer machen um dasselbe lagernd aßen wir und dann erzählte ich ausführlich von dem tode winnetous mein bericht machte einen tiefen tiefen eindruck auf die zuhörer die noch lange wortlos saßen und dann einzelne züge aus dem leben ihres geliebten und bewunderten häuptlings erzählten ich befand mich dabei in einer stimmung als ob ich den tod winnetous jetzt noch einmal miterlebt hätte und als sie schliefen lag ich noch lange ohne ruhe zu finden ich dachte an sein testament und an das gold von welchem in demselben die rede war dann träumte mir von diesem golde es war ein schrecklicher traum das gleißende metall lag bergeshoch am rande eines tiefen abgrundes und wurde von santa hinunter in die tiefe geschaufelt ich wollte dies nicht dulden wollte es retten und kämpfte mit ihm ohne seiner herr werden zu können da krachte der boden unter uns ich sprang zurück und santa stürzte mit allem golde hinab in den gähnenden schlund ich erwachte in schweiß gebadet träume sind schäube aber ich konnte während des ganzen folgenden tages das gefühl nicht loswerden dass dieser traum kein gewöhnlicher sei und doch war er so leicht zu erklären wir ritten sehr schnell und machten zu mittag nur eine kurze rast um nicht zu spät im pueblo anzukommen denn santers aufenthalt dort war jedenfalls von keiner langen dauer am späten nachmittag gelangten wir in der nähe des pueblo an rechts stand das grabmal welches damals für kleki petra errichtet worden war und noch ragte unser kreuz aus demselben hervor links war die stelle des flusses von welcher aus ich hatte um mein leben schwimmen müssen wie oft hatte ich später mit winnetou hier gestanden und von jenen für mich so bösen tagen gesprochen dann bogen wir rechts in das nebental ein und sahen das pueblo vor uns liegen wo ich winnetou und all die seinigen einst kennen gernte es war gegen abend und der von verschiedenen stockwerken aufsteigende rauch verriet daß sich die bewohner mit der zubereitung des abendessens beschäftigten man sah uns kommen dennoch hielt till later die hände ruhen vor den mund und rief hinauf o chatterhand kommt o chatterhand eilt ihr krieger ihn zu empfangen das gab ein großes geschrei von etage zu etage die leiterbäume wurden herabgelassen und als wir von den pferden gesprungen waren und emporstiegen streckten sich hundert große und kleine hände aus um mir den willkommen zu bieten einen traurigen willkommen denn ich kam heute zum ersten male ohne winnetou dem es bestimmt gewesen war diesen so lieben ort niemals wiederzusehen wie schon früher erwähnt wurde der pueblo nur von einem kleinen teil des stammes bewohnt es waren solche die dem herzen winnetous immer am nächsten gestanden hatten und darum lässt es sich denken daß ich gleich nach der ersten begrüßung mit tausend fragen nach ihm bestimmt wurde ich wies sie alle zurück und erkundigte mich zunächst ist inter hier ich muss ihn sprechen er ist in seiner kammer wurde mir geantwortet wir werden ihn holen nein er ist alt und gebrechlich und mag bleiben ich gehe zu ihm man führte mich in einen kleinen in den felsen gehauenen raum wo der alte saß er erschrak freudig als er mich sah und begann mir eine lange rede zu halten die ich aber mit der frage unterbrach sag mir das später war ein fremdes bleichgesicht da ja antwortete er wann gestern hat der mann seinen namen genannt nein er sagte winnetou habe ihm dies verboten er ist fort ja wie lange blieb er hier die zeit ungefähr welche die bleichgesichter eine stunde nennen er hatte zu dir gewollt ja er ließ sich zu mir führen und zeigte mir auf leder das totem winnetous von dem er einen letzten befehl auszuführen habe was wollte er von dir die beschreibung des sees den ihr damals deckel to genannt habt du hast sie ihm gegeben ich musste doch denn winnetou hatte es befohlen hast du ihm die gegend genau beschrieben den weg von hier aus hin und auch die gegend dort selbst den fichtenwald den fels den wasserfall alles auch den weg auf den überhängenden stein hinauf auch ihn es erquickte meine seele mit ihm reden zu können von den orten an denen ich damals gewesen bin mit old shatterhand und winnetou dem häuptling der apachen der uns verlassen hat und in die ewigen jagdgründe gegangen ist bald werde ich ihn dort wiedersehen dem alten manne war kein vorwurf zu machen er hatte nur dem totum seines geliebten häuptlings gehorcht ich fragte ihn noch war das pferd dieses bleichgesichtes sehr abgemattet gar nicht als er auf demselben vortritt ging es so munter als ob es lange zeit ausgeruht habe hat er hier gegessen ja doch nicht viel denn er hatte keine zeit dazu er fragte nach fasern zu einer zündschnur oh hat er welche bekommen ja wozu brauchte er die schnur das sagte er nicht auch pulver mussten wir ihm geben sehr viel pulver zum schießen nein sondern um etwas auf oder weg zu springen hast du gesehen wohin er das totum steckte in einem medizinbeutel über den ich mich wunderte denn ich weiß doch dass die bleichgesichter keine medizinen haben uff rief peter der neben mir stand er hat ihn noch es ist meine medizin die er mir gestohlen hat gestohlen fragte inter verwundert war denn dieser mann ein dieb noch schlimmer als ein dieb und doch hatte er das totum winnetous das hatte er auch gestohlen er war santer der ihn tschu tschu no n tschu tschi ermordet hat der alte stand einer bildsäule gleich wir ließen ihn in seinem schrecken stehen und entfärbten uns also war es uns nicht gelungen santer einzuholen ja wir hatten ihm nicht einmal einen kleinen teil seines vorsprungs abgewonnen das war unangenehm und blutige hand schlug darum vor wir bleiben gar nicht hier sondern reiten sogleich fort vielleicht holen wir ihn da ein ehe er das dunkle wasser erreicht glaubst du das tun zu können ohne auszuruhen wir haben allerdings mondschein und können da während der nacht reiten ich brauche keine ruhe und peter ich kann nicht eher ruhen als bis ich meine medizin wieder habe antwortete diese gut so essen wir und nehmen dann frische pferde meinen schimmel werde ich hier lassen auch mich treibt es fort daß er sich pulver und zündschnur hat geben lassen deutet auf explosion hin auf eine sprengung durch welche er mir alles zerstören kann wir müssen uns beeilen die bewohner des pueblo baten uns freilich dringend zu bleiben ich sollte ihnen von winnetou erzählen von unseren letzten erlebnissen und von seinem tode ich vertröstete sie auf unsere baldige rückkehr damit mussten sie sich zufrieden geben schon zwei stunden nach unserer ankunft tritten wir auf frischen pferden und mit reichlichem proviant versehen wieder fort ich tillata peter und 20 apachen auf so viel begleitung hatte tillata gedrungen obgleich wir sie zu unserem schutze nicht brauchten denn das land durch welches wir kamen gehörte den verwandten membrennios von denen wir keine feindseligkeiten zu erwarten hatten wir mussten um von dem pueblo nach dem see des dunklen wasser zu kommen einen weg von wenigstens 60 geografischen meilen machen und zwar auf der letzten strecke durch sehr schwieriges felsiges terrein während ich pro tag fünf meilen rechnete so war es viel und wir brauchten zwölf tage um zum ziele zu gelangen es fiel uns gar nicht ein nach santas spur zu suchen damit hätten wir ja doch nur die zeit vertrödelt wir ritten einfach den weg den ich während des rittes mit winnetou kennengelernt hatte und nahmen an dass sante sich auch auf demselben befand weil inter ihm keinen anderen hatte beschreiben können wich er von ihm ab so kam uns das zugute es ereignete sich unterwegs nichts was ich nicht übergehen dürfte bis wir am elften tage eine begegnung hatten es kamen uns zwei rote entgegengeritten vater und sohn von denen ich den ersteren kannte er war ein membrennios der ich ja uns damals mit fleisch versorgt hatte auch er erkannte mich sogleich wieder hielt sein pferd an und rief erfreut old chatterhand was sehe ich du lebst du bist nicht tot nicht gestorben soll ich gestorben sein ja von den sioks erschossen sogleich ahnte ich dass er santa getroffen hatte wer hat das gesagt fragte ich darum ein bleichgesicht welches uns erzählte auf welche weise der große old chatterhand und der berühmte winnetou in das leben gekommen sind ich mußte es ihm glauben denn er besaß das totem winnetou und auch seine medizin es war trotzdem lüge denn du siehst ja dass ich am leben bin so ist wohl auch winnetou nicht tot dieser ist leider tot wie kamst du mit dem weißen zusammen in unserem lager er wollte sein müdes pferd vertauschen und einen führer nach dem deckel to haben das war wohl ein falscher name und er meinte das wasser welches bei uns schichtu heißt er bot die medizin winnetous und ich ging darauf ein vertauschte ihm ein frisches pferd und brachte ihn mit meinem sohne hier nach dem schichtu den er sofort als den richtigen ort erkannte er hat dich betrogen hast du die medizin ja hier zeig sie uns er zog sie aus der satteltasche peter stieß einen freudenruf aus und griff danach der mimbrenio wollte sie nicht hergeben und so entspann sich ein kurzer streit dem ich mit der erklärung ein ende machte diese medizin hier gehört dem jungen häuptling der kiowas winnetou hat sie nie in seinen händen gehabt du musst dich irren rief der mimbrenio ich weiß es genau ich habe ja nur dieser kostbaren medizin wegen mit ihm den weiten weg gemacht und ihm ein besseres pferd gegeben er brauchte ein frisches pferd weil er die verfolger hinter sich wusste und hat dir diese große lüge gemacht um dich zum tausche zu bewegen wenn es nicht on shatterhand sagte würde ich es nicht glauben muss ich die medizin hergeben ja gut aber dann kehre ich wieder um und nehme dem lügner und betrüger das leben so reite mit uns denn auch wir wollen sein leben haben er war einverstanden und ritt mit als wir ihm kurz mitteilten wer santa war und was er auf dem gewissen hatte bereute der enttäuschte indianer es außerordentlich den mörder durch den pferdetäusch unterstützt zu haben denn dadurch in daß er einen führer gehabt hatte war er im vorsprunge geblieben peter war ganz glücklich seine medizin und zwar vollständig unverletzt wieder zu haben er hatte den zweck seines rittes erreicht würde ich dies auch von mir sagen können am nächsten tage erreichten wir den see aber erst am abende wo nichts mehr zu machen war wir lagerten uns still unter bäumen und brannten kein feuer um uns santa nicht zu verraten dieser hatte dem mimbrenio nicht gesagt was er hier wolle und ihn gleich nach der ankunft veranlaß sofort zurückzureiten unser weg hatte uns vom rio pecos aus schräg über die südwestliche ecke von neu mexico geführt und wir waren jetzt in arizona wo die gebiete der gillennios mit denen der mimbrenios zusammenstoßen auch die gillennios sind apachen jene gegenden sind meist öde und traurig felsen und nichts als felsen stein und nichts als stein aber wo es einmal wasser gibt da entwickelt sich eine reiche üppige vegetation welche aber nicht weit über die ufer der wasserläufe hinausgeht die sonne verbrennt alles was die entzogene feuchtigkeit nicht stets und schnell wieder ergänzen kann wald gibt es außerordentlich wenig da aber wo wir uns jetzt befanden machte die natur eine ausnahme es war ein talkessel welcher mehrere quellen besaß die seinen grund gefüllt und einen see gebildet hatten dessen wasser nach westen ablief während wir uns jetzt an dem östlichen ufer befanden die dicht bewaldeten wände des tales stiegen hoch hoch empor und gaben dem unergründlich tiefen see jene düstere farbe die uns veranlasst hatte ihn dunkles wasser zu nennen während die mimbrenios ihn wie wir gestern erfahren hatten schwarzen see nannten die nördliche talwand war die höchste aus ihr trat und feilergestalt ein nackter felsen hervor der senkrecht aus dem wasser stieg hinter ihm sammelte sich die feuchtigkeit der viel höheren und bewaldeten kuppe und hatte sich durch sein gestein einen abfluss gebohrt durch den es wie aus dem schlauche einer gießkanne wohl hundert fuß tief in den see stürzte das war das fallende wasser in winnetus testament gerade über diesem wasserfalle sah man eine höhle im gestein zu welcher wir damals nicht gelangen konnten deren zugang aber winnetus später entdeckt haben musste und wieder über dieser höhle ragte der oberste teil des felsens wie ein schutzdach oder eine riesige frei in die luft strebende platte vor welche so schwer sein musste dass man sich darüber wunderte dass sie nicht längst in die tiefe gestürzt war rechts von diesem felsen und eng an ihn gelehnt gab es einen zweiten auf welchen wir damals einen grizzly erlegt hatten darum nannte winnetus ihn c schosch den fels des bären dies zur erläuterung wir standen vor der entscheidung und so konnte ich nur wenig schlafen kaum graute unten bei uns der tag so machten wir uns daran nach etwaigen spuren sanders zu suchen wir fanden nichts darum beschloss ich nach oben zu steigen wo er nun jedenfalls zu suchen war ich nahm nur till later und peter mit wir folgten dem von winnetus erwähnten fichtenwalde in die höhe bis wir auf dem felsen des bären standen dort steigst du vom pferde und kletterst weiter hatte ich im testament nicht lesen können wohin sollte ich klettern höchstwahrscheinlich nach der höhle da oben das mußte versucht werden das terrein war sehr steil aber es ging höher und höher und immer höher bis wir uns seitlich unter der höhle befanden weiter konnten wir nicht wenn es da einen weg gab so hatten wir ihn verfehlt weil ich winnetus beschreibung nicht besaß eben wollte ich umkehren da fiel ein schuß und eine kugel schlug neben mir an das gestein dann schrie eine stimme von oben herunter hund du bist wieder frei ich glaubte nur die kiowas hinter mir fahr zum träufel es fiel ein zweiter schuß der auch nicht traf wir blickten in die höhe und sahen santa vorn am rande der höhle stehen willst du das testament des apachen holen und den schatz heben hohn lachte er herab du kommst zu spät ich bin schon da und die zündschnur ist schon angebrannt du bekommst nichts gar nichts und die verrückten stiftungen und schenkungen nehme ich auch für mich er hinterbrach sich mit einem wirrenden gelächter und fuhr dann fort du kennst den weg nicht wie ich sehe auch den nicht der drüben wieder hinunter führt da schaffe ich das gold hinab ohne dass ihr es hindern könnt ihr habt den weiten weg umsonst gemacht diesmal bin ich der sieger hahaha was war zu tun er war oben bei dem schatze und wir konnten nicht hinauf vielleicht fanden wir den weg noch aber dann war er mit dem raube wohl schon fort er hatte ja von einem zweiten wege gesprochen da gab es kein bedenken ich mußte ihm eine kugel hinaufschicken nur war es schwer von unserem standorte aus in die höhe zu schießen er hatte ja auch nicht getroffen ich stieg daher etwas tiefer schräg hinab und nahm den schutzen von der schulter oh der hund will schießen rief er das geht hier schlecht ich werde mich dir besser stellen er verschwand doch nach kurzer zeit erschien er wieder hoch oben auf der platte da trat er vor immer weiter vor fast bis an den rand fast schwindelte mir er hielt etwas weißes in der hand seht herauf schrie er herab hier ist das testament ich kenne es schon auswendig und brauche es nicht mehr der see da unten soll es haben ihr bekommt es nicht er zerriss die blätter und warf die fetzen in die luft die langsam und weiß niederwirbelten um in das wasser zu fallen das für mich so kostbare testament was ich fühlte war nicht zorn auch nicht grimm ich fühlte aber dass ich kochte bube brüllte ich hinauf höre mich nur einen augenblick jawohl ich höre dich so gern antwortete er herab nschu tschuna läßt dich grüßen danke nschu tschi auch danke sehr danke und im namen winnetus schicke ich dir diese kugel zu bedanken brauchst du dich nicht dieses mal legte ich den bärentötter an der schuß war sicherer ich mußte treffen das ziele nimmt mir kaum einen augenblick in anspruch auch jetzt aber was war das wankte mein arm oder bewegte sich santer oder wankte der fels ich konnte nicht fixieren und legte die büchse ab um in beiden augen zu säen herrgott der felsen wankte hin und her es tat einen schweren dumpfen knall aus der höhle drang rauch und wie von einer unsichtbaren gigantenfaust gestoßen neigte sich von der höhle an aufwärts der fels langsam tiefer und immer tiefer mit santer oben auf der platte welcher die arme in die luft warf um und hilfe brüllte dann als der schwerpunkt verloren gegangen war krachte prasselte und donnerte die felsenmasse hinab in die tiefe hinab in den see oben um die bruchkante spielte noch der pulverdampf in leichten wölkchen ich stand sprachlos entsetzt uff rief peter indem er beide hände in die luft warf der große geist hat ihn gerichtet und den felsen unter ihm umgestürzt till later zeigte hinab auf die schäumenden fluten des sees welcher in diesem augenblicke das aussehen eines riesigen brodelnden kessels hatte und sagte trotz seiner bronzefarbe blass bis an die ohren der böse geist hat ihn hinuntergezogen in das kochende wasser und wird ihn nicht wieder hergeben bis an das ende aller dinge er ist verflucht ich wollte nichts und konnte auch nichts sagen mein traum mein traum mein traum das gold hinab in den schlund und welch ein ende für santer es war mir noch im letzten augenblicke erspart worden ihm eine kugel zu geben er hatte sich selbst gerichtet oder vielmehr er selbst hatte das urteil eines höheren an sich vollzogen er war sein eigener henker gewesen denn er hatte die zündschnur angesteckt unten gestikulierten die apachen an dem ufer des sees die beiden häuptlinge eilten hinab ob etwas von santer zu sehen sei vergebliches beginnen den hatten die felsmassen in das wasser geschleudert und auf dem grunde des sees begraben und zugedeckt mir dem sonst so kräftigen menschen den nichts aus der fassung zu bringen vermochte wurde ganz schwach so schwach daß ich mich setzen mußte ich schwindelte ich mußte die augen schließen und dennoch sah ich den wankenden stützenden felsen vor mir und hörte santers hilferufe wie war das gekommen jedenfalls infolge einer vorsichtsmaßregel winitous mir wäre es nicht passiert die beschreibung des versteckes und der vorzunehmenden manipulationen war von ihm jedenfalls so abgefasst dass nur ich allein sie verstehen konnte jeder andere aber missverstehen mußte er hatte eine mine gelegt welche der unberufene aufgrund dieses missverständnisses anzünden mußte um sich selbst zu verderben aber wie stand es mit dem schatze mit dem golde war es noch oben oder lag es auch unten auf dem grunde des schwarzen wassers von den trümmern des felsens den menschen für immer entzogen und wenn es da unten lag mich schmerzte es nicht aber daß die zeilen meines toten bruders zerrissen und zerstreut worden waren das war mir ein verlust wie es für mich keinen zweiten geben konnte der gedanke hieran gab mir augenblicklich die verlorene spannkraft wieder ich sprang auf und kletterte so schnell wie möglich den berg hinunter denn ich konnte doch vielleicht einige oder mehrere stücke retten ja da schimmelte es als ich unten angekommen war papier weiß von der mitte des sees herüber ich zog mich aus sprang in das wasser und schwamm hinüber ja es war ein kleiner fetzen des testamentes ich durchquerte die oberfläche des sees nach allen richtungen und fand noch drei andere rudera diese überbleibsel des testamentes legte ich dann in die sonne um sie trocknen zu lassen und als dies geschehen war versuchte ich die verwaschenen und zerlaufenen buchstaben zu entziffern einen zusammenhang konnte es natürlich nicht geben ich las nach langer anstrengung eine hälfte erhalten weil armut felsen bersten christ austeilen keine rache das war alles also fast gar nichts und doch genug um wenigstens einen teil des inhalts ahnen zu lassen ich habe diese kleinen papierstücke heilig aufgehoben später als ich mein inneres gleichgewicht wiedergefunden hatte begannen wir die nachforschungen ein teil der apachen wurde rund um den see geschickt um nach dem pferde santers zu suchen es musste da sein und gefunden werden sonst verschmachtete es wenn es angebunden war die übrigen stiegen mit uns in die höhe um uns den weg nach der höhle die es aber nicht mehr gab suchen zu helfen wir bemühten uns mehrere stunden lang vergeblich bis ich mir das was ich von dem testament gelesen hatte noch einmal wort für wort überlegte der letzte satz auf den es ankam lautete dort steigst du vom pferde und kletterst da fiel mir das wort kletterst auf man klettert zwar auch einen berg empor wenn er sehr steil ist gewöhnlich aber wird dieses wort eine andere bedeutung gebraucht sollte es hier auf einem baum beziehung haben wir forschten nach und da bemerkten wir freilich eine ziemlich starke und hohe fichte welche nah am felsen stand schief nach demselben zugewachsen war und sich oben an eine kante desselben legte das mußte es sein ich kletterte hinauf die kante war breiter als man von unten dachte ich betrat sie und folgte ihr um die ecke richtig das war der rechte weg gewesen ich sah einen wohl drei ellen breiten und leicht gangbaren absatz vor mir welcher an der hinteren stelle des felsens ziemlich sanft nach oben führte und jetzt da endete wo der felsen abgebrochen war also auf der neuen platte desselben ich stand da in einem wüsten gewürf von größeren und kleineren steinen konnte aber doch deutlich den boden der zerstörten höhe unterscheiden wenn das gold nicht unter demselben sondern in den wänden des loches oder noch höher nach dem plateau hinauf versteckt gewesen war so lag es jetzt im see ich rief die apachen herauf um mir suchen zu helfen wir wendeten jeden stein und jedes steinchen um fanden aber nichts keine andeutung keine spur wir waren doch alle männer welche gelernt hatten und gewohnt waren aus dem kleinsten merkmale dem allergeringsten anzeichen den richtigen schluss zu ziehen hier aber war alle mühe umsonsten aller scharf sind nutzlos als wir gegen abend wieder hinunter an den see kamen um dort zu übernachten kamen soeben die nach dem pferde ausgeschickten apachen zurück sie hatten es gefunden ich durchsuchte die satteltaschen sie enthielten nichts wir sind vier volle tage am dunklen wasser gewesen und haben allen vorhandenen spürsinn angestrengt ich bin überzeugt dass das gold gefunden worden wäre wenn es sich noch oben am oder im felsen befunden hätte es lag unten in der tiefe bei dem der es beinahe entdeckt hatte und dann mit ihm begraben worden war wir kehrten resultatlos nach dem poeblo amriopecus zurück nahmen aber wenigstens die gewissheit mit dass inshochuna und inshochi endlich endlich gerecht worden waren so verschwand das testament des apachen gerade so wie sein verfasser schwand und die ganze rote rasse verschwinden wird reich angelegt doch ohne den großen zweck zu erreichen die ihm gestellte hohe aufgabe erfüllen zu dürfen wie die fetzen des testaments in die luft gestreut so halt und ruhelos und fetzenhaft irrt und schwebt der rote mann über die weiten flächen die einst ihm gehörten aber wer zwischen den großwenderen bergen am mezzur flusse vor dem grabmaler des apachen steht der sagt hier liegt winnetou begraben ein roter aber großer mann und wenn eins der letzte dieser fetzen zwischen busch und wasser vermodert ist dann wird eine rechtlich denkende und fühlende generation vor den savannen und bergen des westens stehen und sagen hier ruht die rote rasse sie wurde nicht groß weil sie nicht groß werden durfte ende von winnetou drei von karl may